dies ist eine alle sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei alle lichter waren erloschen nur durch die fensterscheiben schimmerte in einer grünlichen kristallkugel ein kaum sichtbares scheues flämmchen wie ein glühwürmchen in dunkler nacht ganz plötzlich trat stille ein eine stille voll quälender erwartung sie saßen da lauernd in sich versunken wie tot voll peinigender unruhe und voll eines kaum zu zähmenden erzitterns der angst die zeit floß langsam dahin in erschreckendem schweigen in der lähmenden entsetzlichen stille banger vorahnungen nur hin und wieder hörte man in der dunkelheit mühsam unterdrückte seufzer oder die diele knarrte daß sie heftig zusammenschraken dann wieder summte etwas undefinierbares um ihre köpfe wie der flug eines vogels schwirrte im zimmer umher und kühlte mit eisig kaltem hauch ihre erhitzten gesichter um schließlich im nebligen dunkel leise weinend gleichsam zu ersterben und wieder verflossen lange augenblicke eine ewigkeit augenblicke quälenden speigens und der erwartung plötzlich erbebte der tisch geriet in gewaltsam schaukelnde bewegungen erhob sich in die luft und sank dann ohne jedes geräusch wieder auf den boden ein eisiger schauer erschütterte die herzen einer schrie auf ein anderer schluchzte nervös wieder ein anderer sprang empor als wolle er fliehen der heiße hauch der angst war im dunkel verweht und vergrub sich mit einem schmerzhaft marternden beben in die seelen doch bald war alles erloschen unterdrückt durch das schreckliche verlangen nach wundern ein wunder erflehten ihre angstgefühle und ihre seelen die wir auf die folterbank gespannt in schmerzlicher sehnsucht bebten das schweigen wurde noch tiefer man hielt den atem an dämpfte das ängstliche schlagen der herzen spannte alle willenskraft um nicht zu erzittern nicht zu flüstern noch sich zu bewegen um nicht einmal aufzuschauen und in einer stille zu erstarren so tief daß das leise ticken einer uhr an den herzen bohrte mit unaufhörlichem tick-tack und in den schläfen hämmerte mit schweren hämmern ein dumpfes klagendes verwehendes und fernes schäumen wie das schäumen der meeresflut brauste eintönig hinter den fenstern der regen schlug unaufhörlich an die feuchtgrauen scheiben ließ sie leise erklingen floß an ihnen in langen perlenketten herab und flüsterte wie im traume flüsterte bang der wind zerrte an den läden und sank mit unterdrücktem klagendem schrei wie tod an den mauern herab und bäume die aussahen wie wolkenfetzen blinde stumme bäume neigten sich still zu den fenstern bebten als kaum faßbare schatten wie ein traum dessen man sich nicht mehr erinnern kann und verschwanden im nebel wie ein traum und das zimmer war immer noch dumpf stumm und abgrundtief nur das grünliche flämmchen zitterte unaufhörlich gleich einem stern der sich in einem schwarzen tiefen see widerspiegelt oder irgendein blick flammte plötzlich auf und er starb gleich wieder im trüben dunkel das voll war von unfassbarem beben unfertigen bewegungen beunruhigendem zittern ersterbendem flüstern verglimmendem schillern und einer kauernden fröstelnden angst der tisch riss sich wieder unter den händen los stieß die sitzenden auseinander erhob sich gewaltsam und fiel mit lautern gepolter auf seinem platz zurück die kette der hände wurde unterbrochen schreie wurden laut jemand sprang seitwärts zum licht still auf die plätze still ertönte eine befehlende stimme die hände verflochten sich wieder zu einer unzerreißbaren kette alle verstummten plötzlich doch niemand mehr vermochte das nervöse zittern zu unterdrücken die hände bebten die herzen pochten und die seelen durchwehte ein sturm heiliger angst man neigte sich über den tisch wie über ein unerklärliches geheimnisvolles wesen dessen kleinste bewegung ein sichtbares lebendiges wunder wäre joe der den vorsitz führte begann ein gebet zu flüstern und nach seinem beispiel begannen sie mit bebenden lippen die worte nachzusprechen immer schneller immer stärker daß das dunkel erfüllt wurde von leidenschaftlichem gleichsam aus dem herzen aus der tiefe verblendeter seelen gerissenem geflüster glühend waren ihre worte in ihrem verlangen ihrer sehnsucht nach dem wunder plötzlich ertönten aus dem anderen zimmer oder aus irgendeiner tiefe hervor die gedämpften klänge eines harmoniums das jammern erstarb in den gepreßten kehlen die seelen verfielen in traumhafte schauer wie vor dem tode denn niemand hatte diese musik erwartet niemand wußte woher diese töne kämen niemand war sich klar darüber ob das wirkliche lebendige töne wären oder nur eine süße täuschung sie sanken mit der brust auf den tisch denn niemand mehr hatte kraft sie hielten sich krampfhaft an den händen hatten angst davor einander loszulassen hatten angst in die einsamkeit zu versinken sie drängten sich mit den schultern fester aneinander und vertieften sich zusammengedrängt zitternd in diese wundersamen töne die wie ein liebkosender wind über die seiten einer unsichtbaren harfe dahinglitten und so sehr vergaßen sie alles dass niemand wußte ob dies nun wirklichkeit oder nur ein zauberschöner traum wäre und die musik füllte das dunkel mit dem opferbeben eines inbrünstigen gebetes mit dem tau silberheller töne dem hauch einer so süßen melodie dass die seelen in seligkeit trunkene träume versanken gleich den blumen in einer mondnacht und die musik ließ ein feierliches gewaltiges weithin schallendes lied ertönen als sänge die ganze welt und mit dem schrei der seele die im weltall irrt schluchzte sie traurig und sie erhob sich höher bis zu den hymnen seliger verzückung und in die fernen einer sehnsucht als wäre sie die emanation eines neuen seins das aus dem geheimnis und der sehnsucht geboren wird noch waren die menschen im banne der töne noch wiegten sich die seelen im rhythmus der leise ersterbenden klänge als die tür des vorzimmers weit aufging ein breiter lichtstreifen über den fußboden fiel und auf der schwelle eine hohe leuchtende gestalt erschien sie sprangen von ihren plätzen empor doch ehe noch einer zu schreien vermochte bewegte sich jene gestalt und schritt langsam über den lichtstreifen daher sie ging steif und schwer mit ausgestreckten armen jeden augenblick stehenbleibend und sich leicht wiegend die tür schloß sich ohne geräusch und wieder herrschte tiefes dunkel wer bist du so erzitterte eine gepresste frage daisy erklang ein flüstern das nichts körperliches mehr an sich hatte wirst du lange bei uns verweilen nein nein wo ist dein körper dort im zimmer ich schlafe du riefst ich kam guru das flüstern verwirrte sich und wurde so leise daß nur klanglose abgerissene töne in der dunkelheit wisperten mr joe drückte auf den knopf und das ganze zimmer wurde von elektrischem licht überflutet daisy schrie einer ihr nachstürzend blieb aber plötzlich stehen wie vom blitz getroffen denn sie hatte ihm ihr blindes gesicht zugewendet und versuchte etwas zu sagen ihre lippen bewegten sich nein nein daisy dieselbe und doch fremd eine andere zugleich er neigte sich verwundert vor und umfing mit lauerndem ängstlichem blick ihr gesicht und ihre ganze gestalt das selbe gesicht und doch die züge anders fremd fremd daisy nein nein schrie es in ihm das erstaunen und die erinnerung verflochten sich in seinem hirn mit dem blitzen des wahnsinns der angst und eines grauenhaften entsetzens er verstand nichts er konnte diesen wunderlichen wechsel nicht verstehen es schien ihm daß er tief träume daß ein spiegelbild daisys vor ihm stehe und bald zerfließen würde verschwinden wie eine erscheinung sofort er schloß die augen und öffnete sie gleich wieder aber daisy stand an der alten stelle sie war da er sah sie in den kleinsten einzelheiten da wich er plötzlich zurück denn sie schaute ihn mit einem traurigen abgrundtiefen fremden blick an der so schrecklich war daß er tief auf den tiefsten grund der angst hinabstürzte alle standen in der gleichen eisigen erstarrung da mr joe aber näherte sich daisy ängstlich und berührte mit den fingern ihre augenlider sie zuckten heftig und sanken dann schlaff herab dann berührte er der reihe nach ihre schläfen ihre hände ihre arme machte einige striche über ihrem kopf trat zurück und sagte befehlend komm sie rührte sich nicht von der stelle komm rief er fester langsam zurückweichend doch ohne seinen blick von ihr zu lassen sie zuckte plötzlich und begann als koste es sie viel mühe sich von dem fußboden loszureißen ihn nachzugleiten mit steifen automatischen bewegungen in die tiefe des benachbarten zimmers hinein das hell erleuchtet war niemand hatte sich während dieser zeit bewegt noch lauter gesäufzt noch auch nur gezuckt alle augen folgten ihr mr joe nahm sie bei der hand und führte sie zu einem großen sofa das mitten im zimmer stand auf dieses fiel sie kraftlos hin kannst du sprechen fragte er und neigte sich über sie ich kann bist du daisy selbst frage nicht stört vielleicht jemand von uns nein nein was könnte den willen des a stören sagte sie sie sprach mit einer stimme die nicht ihre stimme war sondern fremd war und manchmal als käme sie aus einem gramophon wie die stimme einer leiche sie drang mit leblosen geflüster direkt aus der kehle hervor denn daisy bewegte ihre lippen nicht noch irgendeinen muskel ihres gesichts also dürfen alle im zimmer bleiben fragte mr joe wieder sie antwortete nicht sondern machte eine ungeduldige bewegung während sie die schweren lider hob so daß das weiße der augäpfel sichtbar wurde ein lächeln huschte über ihr kreidebleiches gesicht sie streckte ihre hand in die leere als wollte sie irgendeinen unsichtbaren begrüßen und begann etwas halblaut zu flüstern mr joe horchte aufmerksam doch vergebens bemühte er sich etwas zu verstehen sie sprach in einer ganz fremden sprache was sprichst du sagte er nach einer weile seine hand auf ihre stirn legend der mahatma der mahatma der welcher ist welcher alles ausfüllt welcher ist das a mein geist will er durch dich sprechen quäle mich nicht wird heute etwas geschehen die brüder sind versammelt sie warten in angst haaren flehend auf ein zeichen ein wunder keiner der leibbehafteten ist eines wunders würdig keiner dröhnte eine starke gewaltige männliche stimme die so laut war als käme sie aus einer ehernen posaune joe wich entsetzt zurück ließ seine augen ringsum herschweifen doch im zimmer war niemand daisy lag starr da ohne sich zu bewegen die lichter brannten hell und die ganze gruppe der versammelten stand im anderen zimmer ihm gegenüber er soll spielen er flüsterte sie und erhob sich und wies auf sinnen doch fiel sie gleich wieder nach hinten zurück ausgestreckt steif und so blieb sie liegen vergebens bemühte sich joe sie zum sprechen zu zwingen sie lag leblos da wie eine leiche ihre hände waren kalt ihr gesicht mit eisigem schweiße bedeckt eine vollständige katalepsie ich verstehe nichts mehr flüsterte er ängstlich was werden wir anfangen fragt einer wir wollen beten und warten ist das wirklich daisy fragte sinnen daisy ich weiß nicht es kann sein aber ich weiß nicht die tür des runden zimmers wo sie lag schlug mit heftigem krachen zu setzen ruhe wir fangen an ende von teil eins von der vampir von wladislaw freimund teil zwei von der vampir von wladislaw freimund gelesen von ragnar diese librivoxaufnahme ist in der public domain sinnen setzte sich an das harmonium das in einer tiefen nische recht stand gegenüber den fenstern und begann leise zu spielen da erloschen plötzlich die lichter sie flimmerten noch eine weile aber dann glänzte nur noch die kristallene kugel in einem grünlichen zitternden licht sie setzten sich an die wand einer neben den andern doch jetzt bildeten sie keine kette mehr sinnen spielte eine erhebende hymne die gedämpften töne klangen in einem süßen choral zusammen der aus weiter ferne zu kommen schien als flößte er von dem grunde unendlich tiefer meere empor dann verrann er im undurchdringlichen dunkel joe aber kniete hin und begann halblaut zu beten eine weile hörte man das rücken der stühle das knarren der diele es waren wohl alle hingekniet denn das flüstern der betenden stimmen wurde lauter glühender und hörte sich an wie strömender regen es schien die ergreifenden wellen der musik zu begleiten sinnen spielte immer leiser die klänge erstarben langsam verstummten und fielen schwer herab wie erstarrte perlen so daß nur vereinzelte akkorde gleich verlorenen seufzern durch die stille irrten dann wieder zurückkehrten und hartnäckig schluchzten ergreifend nach einer langen weile toten schweigens erhoben sie sich wieder wie ein schrei in der wüste ein plötzlicher durchdringender schrecklicher schrei und wieder sank grabesstille herab aus der sich hin und wieder irre einsam schluchzende akkorde herausrissen das gebet verstummte doch diese monotone stimme erhob sich jeden augenblick wurde leiser starb und kam wieder und klagte wieder wieder irrte sie umher ein schauer ließ alle erzittern denn die stimme war wie verzweiflung wie der schrei von menschen die in einen abgrund stürzen joe konnte sich nicht mehr beherrschen und drehte das licht an seinen saß wie leblos da seine augen waren geschlossen sein kopf war auf die lehne des stuhles gebeugt die rechte hand lag regungslos auf dem knie und die linke bewegte er mechanisch ab und zu eine taste anschlagend er ist im trance flüsterte joe das licht wieder abdrehend im zimmer wurde es geradezu schrecklich sie saßen schweigend wie in einem grabe zusammengekauert unter der schmerzhaften anspannung der angst und der erwartung ihre augen irrten im dunkel umher und klammerten sich an das eine flämmchen wie an die erlösung eine merkwürdige kühle wehte von den wänden so daß alle trotzdem sie durch die erregung erhitzt waren vor kälte zitterten die stille war nicht mehr zu ertragen und dieser immer wiederkehrende monotone akkord durchrieselte sie mit immer glühenderer qual plötzlich schien im dunkel etwas zu werden zuerst begannen die schiefertafeln die auf dem tisch lagen sich zu erheben und wieder zu fallen als werfe sie jemand in die luft schließlich schlugen sie gegen die decke an und die zerschlagenen scherben stürzten klirrend auf den fußboden nach einer weile begannen sich im dunkel unzählige zitternde funken zu verstreuen die jedoch so klein so witzig waren daß sie phosphoreszierende moder glichen sie fielen als glänzender tau herab glitten an den wänden herunter wurden langsam dichter und leuchteten immer stärker während sie das zimmer mit einer leuchtenden flackernden wolke erfüllten wie mit bläulich glänzendem schnee der ohne geräusch in großen flaumigen flocken zu erde fällt so erdröhnte durch die stille eine helle kristallene stimme und sie neigten ihre köpfe und begannen im chor voll scheuer demut und rührung mit gedämpften stimmen flehend zu stöhnen der funkenregen wurde noch stärker das zimmer sah jetzt einer dunkelblauen grotte gleich durch die ein strom von sternstäubchen fließt so leuchtend daß die wände die türen die bilder die möbel und die fahlen verängsteten gesichter deutlicher zu sehen waren durch dieses zitternde unaufhörlich niedersinkende gewebe von funken die nebelhaften umrisse einer gestalt ein leuchtendes trugbild ein gespenst aus licht gewebt erschien plötzlich in der tür des zimmers wo die eingeschläferte lag flüsterten alle immer leiser während sie an die wand zurückwichen und an diese gedrängt erstarrten sie in heiligem grauen die erscheinung hob sich wie eine blume aus zerstorbenen flammen in die höhe es war als sei sie aus dem licht emporgestiegen aus dem sich immerfort die umrisse einer menschlichen gestalt bildeten um wieder in unzählige funken zu zerstieben der funkenregen erlosch das zimmer wurde finster nur die erscheinung erhob sich langsam in einer stark leuchtenden gelblichen wolke bewegte sich einige fuß über der erde wurde zuweilen in ihrer menschlichen gestalt so deutlich dass man genau das gesicht einer frau sehen konnte von langen haaren umrahmt die umrisse der schultern und der ganzen gestalt und für ganz ganz kurze augenblicke schimmerte auch ein bläuliches von flammen erleuchtetes kleid doch war es nicht möglich die züge zu erkennen denn dieses immer nur augenblicke währende zusammenschießen des lichts dieser blendende lichtstoß aus dem sie bestand diese leuchtenden toten zuckungen vermischten sich immer wieder verschwammen in einem strudel so daß alle augenblicke die umrisse sich in leuchtenden staub auflösten und wieder von neuem hervortraten für eine längere weile wurde die erscheinung zu einer vollkommenen menschlichen gestalt sie rückte so nahe heran daß ein wahnsinniger schreck gleich einem blitzstrahl in die versammelten fuhr sie glitt dicht vor ihnen dahin während sie mit ihrem entsetzlichem antlitz näherkam ein blindes antlitz ohne züge wie eine kugel nur grob behauen mit schwarzen löchern eine larve ähnlich einem nebligen funkenknäuel die fratze eines quälenden traumes und des entsetzens sie huschte von einem zum andern mit leeren augenhöhlen in ihre erstorbenen vor angst erkalteten augen starrend und glatte feuchte hände wie aus erwärmten kautschuk schreckliche hände die leichenhände eines unsagbaren entsetzens berührten alle gesichter jemand seufzte schwer aus wie in einem quälenden traume und die erscheinung zerfloß in demselben augenblick zu einem schimmernden nebelspaten doch ehe die versammelten sich noch von diesem schrecken erholt hatten erschien sie wieder in der nische neben daisy schrie joe ohne es zu wissen alle übrigen hatten sie gleichfalls erkannt ja sie stand dort man konnte es genau sehen jeder zug ihres gesichtes trat scharf hervor in dieser wunderbaren helligkeit die sie selbst ausstrahlte jede einzelheit ihrer gestalt sogar die farbe ihrer haare die ihnen so gut bekannt war sie waren der tiefsten überzeugung sie selbst stehe dort in dem sanften lichte der ausstrahlungen wie in einer lichten wolke sie neigte sich über den schlafenden als wolle sie ihm etwas ins ohr flüstern und er erhob sich und reichte ihr mit einem nicht in worte zu kleidenden lächeln die hand und plötzlich zerfiel er wie ein vom blitzstrahl gespaltener baum in zwei personen er saß in der früheren haltung den kopf auf die lehne des stuhls gesenkt und stand zugleich in zweiter person gebückt vor ihr ein schrei der verblüffung entfuhr allen er starb aber sofort denn plötzlich ging die tür des runden zimmers auf und man erblickte daisy die auf dem sofa lag ihre beiden körper lagen in tiefem schlafe und gleichzeitig bewegten sich gerade vor ihnen in der dunkelheit zwei erscheinungen zwei gespenster oder zwei seelen in sichtbare gestalt gehüllt von licht überflutet spiegelbilder gleichsam von daisy und scenen wie lange das währte einen augenblick oder eine ewigkeit das wußte niemand niemand dachte darüber nach niemand konnte es verstehen in heilige verzückung verfielen die seelen und alle knieten sie da im heiligen grauen des wunders in diesem heiligen augenblick der gnade hatte isis den saum des vorhangs vor denen gelüftet die nach dem lichte verlangten die träume wurden mehr denn wirklichkeit denn sie wurden zu einem wunder einem unverständlichen geheimnisvollen aber einem wunder das mit lebendigen augen gesehen wurde alle fühlten sich am rande des unerkennbaren hängend wie in den tiefen des werdens selbst und eines nie gedachten seins und jener dinge die der mensch blinde augen nie verstehen werden versunken war jede erinnerung des erdenlebens aller erden staub war von den seelen gewichen jeder gedanke zu asche verbrannt so daß sie einzig und alleine im keime des seins selbst verblieben vor dem sich alle geheimnisse enthüllen denn siehe dort einige schritte von ihnen entfernt schwebten zwei leuchtende gestalten und das unfassbare wunder währte die schatten zeichneten umrisse bildeten einen rahmen in dem die lichterscheinungen umso deutlicher strahlten wie säulen von erstorbenen funken die sich von ort zu ort bewegten ohne jedes geräusch und in solchem schweigen daß alle das beschleunigte schlagen ihrer eigenen herzen hörten langsam in einem ungreifbaren augenblick begannen die visionen zu erblassen zu erlöschen unsichtbar zu werden wurden sie von der dunkelheit ausgesogen die köpfe nur blieben etwas länger sichtbar wie lichtblumen von schattenwellen geschaukelt stets waren sie beieinander mit zögernden zitternden bewegungen fortfallend verschwanden sie auf augenblicke in zerstielenden lichtgaben und tauchten wieder auf aber jetzt schon blasser verschwindender durchsichtiger nebligen gestalten auf glasbildern vergleichbar noch leuchteten die augen mit der früheren kraft dem früheren leben doch schon verschwammen die züge schon erstarb die menschliche gestalt bis auch die blicke getrübt erloschen als wären sie plötzlich in den nebel untergetaucht dann verschwanden sie lösten sich in weißliche stäubchen auf die langsam erblichen alles war zu ende wieder umfing die menschen nacht und schweigen doch niemand rührte sich von seinem platze die ohnmächtigen herzen schlugen kaum die gedanken schleppten sich träge und ungern fort erhoben sich wie aus der lethargie der verzückung und des zaubers ach wieder das leben wieder die dumme wirklichkeit wieder derselbe alltag der tag der nie enden wollenden qual und der sehnsucht wieder das dumpfe ferne brausen der stadt schlug mit eintönigem geräusch an die fenster der regen trommelte an die scheiben und das flämmchen in der kristallkugel flackerte mit seinem grünlichen geheimnisvollen auge wie die nie zu ergründende sehnsucht wie die erinnerung an vergangene nie wiederkehrende dinge erst nach geraumer zeit hatte joe sich wieder in der gewalt und machte licht die tür zum runden zimmer war geschlossen zenon aber saß eingeschläfert an seinem alten platze vor dem harmonium man sollte ihn wecken es wird ihn zu sehr erschöpfen doch ehe man dies getan wachte er von selbst auf und erhob sich mir scheint daß ich geschlafen habe flüsterte er seine augen reibend du bist gleich eingeschlafen nein ich spielte doch etwas mir scheint bach du spielte es auch später im traum du warst im trance und ich spielte richtig ich erinnere mich an eine melodie sofort ich kann sie nicht festhalten in meiner erinnerung jagen sich irgendwelche versprengte töne aber das ist doch merkwürdig noch nie bin ich in einen derartigen traum verfallen erinnerst du dich an nichts mehr als an diese melodie nein und und daisy sie schläft noch zenon öffnete die tür zum runden zimmer und stand ganz verblüfft da aber da ist sie ja ich schlief doch nicht was redet ihr mir ein vor einem augenblick sprach ich noch mit ihr wir gingen zusammen durch einen park ja ich erinnere mich blaue bäume sagte sie sofort wo war das er schaute sich plötzlich ängstlich um alle standen sie da und starrten ihn an neugierig und schweigend es ist etwas mit mir geschehen woran ich mich nicht mehr erinnern kann ich habe so merkwürdiges kopfweh er wankte daß joe ihn umfassen und auf einen stur setzen mußte lange saß er unbeweglich in sich versunken als schaue er in weite unsichtbare fernen voll von traumvisionen deren man sich nicht mehr erinnern kann und bemühte sich vergebens auch nur ein bild zusammenzusetzen auch nur einen gedanken herauszuschälen aus diesen wirr umher flatternden fetzen unter seiner schädeldecke er versank im immer dichteren nebel des vergessens der rest der blassen verschwindenden erinnerung zerstob als er ihn fassen wollte diese letzten strahlen erloschen es blieb nur eine dumpfe schmerzliche sehnsucht nach dem was versunken war in ungekannte tiefen so daß er die augen weit öffnete als wäre er von neuem erwacht dann alle anschaute und aufstand ich bin so merkwürdig müde und erschöpft daß ich mich kaum auf den beinen zu halten vermag klagte er traurig geh leg dich schlafen flüsterte ihm joe zu wahrhaftig das wird das beste sein ich will dich nach deiner wohnung begleiten ja aber ich werde doch nicht auf der treppe einschlafen er lachte fröhlich auf und ging ins vorzimmer hinaus doch als er schon im begriff war auf den flur hinaus zu gehen kehrte er um und fragte leise schläft daisy noch sie schläft doch ich will sie sofort wecken gehen ist die seance gelungen außerordentlich morgen werde ich dir die einzelheiten erzählen aber warum bin ich eingeschlafen ich kann mir das nicht verzeihen er ging langsam die treppen hinunter ganz automatisch beinahe als wüßte er nichts davon dann im ersten stockwerk blieb er stehen schaute sich aufmerksam um und erwachte gleichsam zum dritten male er erinnerte sich plötzlich daß er auf einer seance gewesen war und daß er gespielt hatte er schüttelte sich ein eisiger schauer ging ihm durch und durch er fühlte sich unsagbar müde und merkwürdig schmerzlich beunruhigt irgendeine melodie begann sich in seinem gedächtnis zu spinnen so daß er anfing sie leise vor sich hin zu summen der korridor war breit mit einem roten teppich belegt still und vollständig leer doch hell erleuchtet denn eine reihe von opalblumen an der decke verbreitete elektrisches licht die weißen wände die nur hier und da von türen unterbrochen wurden zogen sich in langer eintöniger linie dahin voll langeweile irgendwo schlug eine uhr langsam die stunde an schon sieben ganze zwei stunden hat die seance gedauert flüsterte er verwundert und erhob die augen um es auf der uhr festzustellen doch da er eine dame sah die vom anderen ende des flurs kam ging er ihr schneller entgegen ehe er sie noch erreicht hatte blieb er wie versteinert stehen daisy schrie er an die wand zurückweichend miß daisy ging vorbei und grüßte ihn mit einer leichten neigung des kopfes höflich und etwas erhaben wie immer ein kleiner groom folgte ihr mit einer großen schachtel in der hand er stand eine weile mit geschlossenen augen da überzeugt es sei dies eine einbildung oder halluzination denn wie wäre etwas anderes möglich gewesen vor einer weile hatte er sie dort schlafend in jenem zimmer verlassen wo die seance stattfand er hatte sie mit seinen eigenen augen gesehen er erinnerte sich dessen und sie sollte jetzt hier sein zum ausgehen gekleidet von der entgegengesetzten seite kommend nein das war eine halluzination er öffnete plötzlich die augen miß daisy war schon am ende des korridors und bog gerade zur haupttreppe ab mit einem übermenschlichen sprunge war er plötzlich dort und sah auf die brüstung gestützt wie sie die breiten stufen hinunter ging sie ging langsam die schleppe des kleides schleifte über die breiten marmorstufen ein reseda farbener pelzverbremter mantel hüllte ihre hohe schlanke gestalt ein die hellen haare fielen in einzelnen wehrensträhnen unter einem großen schwarzen hut hervor er sah diese einzelheiten genau er hörte jeden ihrer schritte er fühlte jede ihrer bewegungen und an der biegung zum vorflur wendete sie ihren kopf ihre blicke kreuzten sich wie blitze schlugen zusammen und stoben wieder auseinander so daß er ganz unbewußt in den schatten zurückwich doch er hörte ihre stimme das zuschlagen der thür ihre schritte auf den fliesen im flur das dumpfe getrappel der pferde auf dem asphalt der einfahrt das gleitende geräusch des fortrollenden wagens wer ist hier gerade fortgefahren fragte er nach einer weile den pförtner miß daisy er entgegnete schon nichts mehr denn er spürte plötzlich daß ihn eine schwere unbezwingbare schlafsucht befallen hatte er kehrte zum ersten stock zurück und fand mechanisch seine wohnung lange irrte er darin umher und stieß fortwährend an die möbel an lange tastete er umher ohne zu wissen was er tun wolle was mit ihm geschehen wäre wo er sei er sankt auf einen stuhl und blieb unbeweglich steif vor entsetzen hatte er sie doch wieder beide zugleich gesehen jene die auf dem sofa schlief und diese hier wie sie die treppen hinunterging mit einer letzten bewußten bewegung drehte er das licht an und schellte das zimmermädchen trat ein ist miß daisy schon wieder da fragte er nach langem schweigen nur völlig bei bewußtsein die miss ist es vor einem augenblick ausgefahren aber ist sie schon lange vor dieser ausfahrt zurück gewesen sie ist nirgends gewesen sie hatte sich gegen abend hingelegt und geschlafen ich habe sie vor kurzer zeit selbst geweckt sie hat geschlafen und ist nicht fort gewesen nirgends ja ganz bestimmt nicht sie war im zweiten stock bei mr joe nein ich versichere ihnen daß sie nicht fort gewesen ist das ist nicht wahr schrie er in einem plötzlichen wutanfall aber sicher ganz sicher flüsterte sie verwundert und wich vor seinem irren blick und seinem ganz veränderten gesicht zurück ich muß krank sein ich habe offenbar fieber sagte er laut und sah sich misstrauisch im zimmer um doch es war niemand da das mädchen war fortgelaufen alle türen standen offen in allen zimmern brannten die lichter die möbel standen in rohen wuchtigen umrissen da die spiegel funkelten wie strahlende leere augen die blumen in den vasen prangten in ruhigen farben die schweren vorhänge verhüllten die fenster und von den wänden schauten einige düstere porträts hernieder alles dies kannte er er erkannte es erinnerte sich daran er fühlte daß er bei sich in seiner wohnung war und doch und doch durch diese möbel und wände durch diese spiegel und blumen lugten die umrisse der erinnerung heraus die nebelhaften umrisse irgendwelche anderer dinge von dingen deren er sich auf keine art entsinnen konnte und die doch irgendwo existierten von dingen die in zarten schatten in unfaßbaren visionen auferstanden ich verstehe nichts gar nichts rief er und vergrub seinen kopf in den händen der vampir von der vampir von wladislav freimund gelesen von ragner diese librivox aufnahme ist in der public domain zweites kapitel ein scheußlicher tag rief zenon und schüttelte sich vor kälte ein schrecklicher widerlicher ekelhafter tag wiederholte mit neckischer lustigkeit ein reizendes hellblondes mädchen als es mit ihm die gewaltige säulenhalle von st paul verließ und die breiten feuchten und glatten stufen betrat ein dreimal ekelhafter tag es ist kalt feucht und neblig ich habe beinahe schon vergessen wie die sonne scheint und wärmt das ist übertreibung und exaltation wie tante ellen zu sagen pflegt also sie haben in diesem jahre schon einmal sonne in london gesehen aber es ist doch erst februar haben sie denn überhaupt schon irgend einmal sonne in england gesehen o mr scenen daß nur tante dolly nicht sagt hüte dich betsy denn dieser mensch betet die sonne an wie ein parse er scheint ein heide zu sein drohte sie ihm lächelnd und ahmte die komische stimme der tante nach aber hat es denn seit november auch nur auf einen augenblick sonnenschein in london gegeben nichts als nebel regen sturm und schmutz und ich habe doch keine gummihaut ich fühle manchmal wie ich zu gallert werde mich in nebel und wasserströme verwandle aber in ihrer heimat gibt es doch auch nicht immer sonne flüsterte sie leise ja miß betsy sie ist fast täglich da und jetzt an diesem tage heute leuchtet sie bestimmt ihre strahlen funkeln zauberhaft schön sprach er seine stimme senkend als schaue er in die ferne plötzlicher blendender erinnerungen die sehnsucht sagte sie ganz leise und merkwürdig traurig ja die sehnsucht die wie ein geier herunterschießt und mit scharfen krallen die seele schmerzhaft zerfleischt die wie ein schrei aus der seele dringt aus dem tiefsten grunde längst vermoderter tage die uns wie ein orkan dahinträgt wie ein orkan lange schon ganze jahre ist sie nicht mehr zu mir gekommen ich dachte ich trüge nur tote schatten in mir wie jedes gestorbene gestern sie wirft doch die heutige andacht die kirche die gesänge haben den staub vergangener zeiten zu neuem leben erweckt haben ihn belebt mr sin flüsterte sie und ergriff zärtlich seine hand was betsey was einmal wirst du mich dorthin bringen wir werden zu diesen schneemassen fahren die in der sonne glitzern zu jenen tagen der sonne wollen wir fahren zu jenem warmen lichte des glückes betsey zu den ersehnten tagen des glückes rief er leidenschaftlich indes seine fiebrig glänzenden augen ihr helles köpfchen umfingen so daß sie sich voll glücklichen erbebens voll freude über jenes glänzende morgen abfandte daß ihre lippen zitterten und das weiße gesichtchen sich weißen rosenblättern ähnlich strahlend erhellte daß sie rosig und freude duftend wie der morgen wurde und wie ein heißersehnter kuß verlockend sie verstummten denn sie merkten plötzlich nach dieser freudigen erregung daß die granitstufen merkwürdig glatt und steil waren daß wundersame gesänge immer noch aus der kathedrale drangen daß rings um sie her eine menge leute mit strengen rügenden blicken waren sie begannen eilig die treppe hinunter zu gehen dem platze den grauen traurigen straßen entgegen unter schwere niederdrückende wölbungen in den nebel hinein den zerrissenen schmutzigen grau gelben fetzen herunterhing in diesen beweglichen klebrigen kalten scheußlichen nebel aus dem schmutziger regen da es sonntag war waren die straßen fast leer und ganz still sie erschienen wie schwarze tunnel zugedeckt vom nebel der wie watte die man von wunden genommen gleichsam von eiter durchtränkt schien und der in schwammigen knäueln immer tiefer in die straßen hinabfiel die häuser überschwemmte und mit seiner schmutzigen flut die ganze stadt ersäufte die geschäfte waren geschlossen alle türen verrammelt die bürgersteige fast leer und die schwarzen häuser standen traurig und wie in todesstarre da ein gewirr von steinernem elend voll von beengendem schweigen völlig erblindet denn alle fenster waren verhöhlt nur hier und dort in den höheren stockwerken die ganz im nebel verschwanden flackerte ein verlorenes licht die augen irrten verzweifelt in dieser traurigen nebelöde denn sogar die farben der unzähligen schilder leuchteten nur matt in ausgesogenen totenfarben die luft war drückend schwer von feuchtigkeit durchtränkt von einem geruch nach schmutz und aufgeweichtem asphalt gefüllt und von allen den im nebel unsichtbaren dächern von allen balkonen von allen schildern ergossen sich ströme aufspritzenden wassers es tropfte von allen seiten die traufen dröhnten dumpf und unaufhörlich als bergen sie unzählige gießbäche welchen weg wollen wir gehen fragte er und spannte den schirm auf am strand denn das ist der nächste so eilig haben sie es nach hause zu kommen mir ist kalt das ist der grund also werden wir heute nicht auf die tanten warten wir werden ihnen wenigstens einmal eine überraschung bereiten sie werden uns suchen und nicht finden ohne sehr bissige kommentare wird es da nicht abgehen ich werde sagen es wäre ihre schuld etsch es ist gut ich werde mich wehren und zwar tüchtig das ist doch schon langweilig so jeden sonntag wie von amts wegen in die kirche laufen zu müssen ach und wie langweilig wie langweilig das ist nur erwähnen sie nichts davon zu hause alle tanten wären gegen sie rief sie fröhlich und schmiegte sich an seinen arm würden sie mich in schutz nehmen wie nein nein denn auch ich bin schuldig denn auch mich langweilt das weswegen gehorchen sie dann einem zwange der ihnen so unangenehm ist weil ich eine fürchterliche angst vor den tanten habe so oft ich mich gegen sie auflehnen wollte brauchte nur tante dolly hinter ihren brillengläsern hervor mich anzuschauen und tante ellen zu sagen betsy und schon war es vorbei mit mir ich kann kein wort mehr sagen nur weinen möchte ich und es ist mir so peinlich so peinlich miss betsy sie sind noch ein großes kind aber einmal werde ich doch auch erwachsen sein nicht wahr fragte sie süß in einem jahr da werde ich doch sicher erwachsen sein fügte sie mit einem lächeln hinzu und bag ihr gesicht im muff sie war errötet in einem jahr sollte ihre hochzeit sein o ja ja rief er lustig und sah ihr in die augen ja in einem jahr wird betsy erwachsen sein in zehn jahren sogar eine dame in zwanzig eine achtung gebietende matrone und in vierzig wird miss betsy wie miss dolly sein alt grau gebückt wird die bibel lesen und wird die jungen nicht mehr leiden können und das lachen und die feste hassen miss betsy wird langweilig sein und nach kampe erriechen nein nein nie werde ich so sein niemals protestierte sie klagend beinah entsetzt über diese möglichkeit an die sie noch nie gedacht hatte auch er wurde traurig denn da er im scherz ein so fernes bild zeichnete zuckte er plötzlich zusammen wich wie in seine eigenen tiefen zurück vor diesem merkwürdigen spuk der plötzlich vor seinen augen vorbeihuschte da kam betsy ihm entgegen betsy alt gebeugt elend aller anmut bar die ruine eines menschen sie ging wankend stützte sich auf einen stock und schaute ihn an mit den eingefallenen augen eines unergründlichen schmerzes er stockte entsetzt doch ehe er imstande war seine gedanken zu sammeln zerfloß die erscheinung im nebel auf dem trottoir war niemand zu sehen und ganz nahe bei ihm an seinem arme hängend ging betsy strahlend wie eine blume betsy der frühlingsduft selbst die fleischgewordene jugend da lächelte er sie zärtlich an als wäre er plötzlich aus einem schrecklichen traum erwacht was suchen sie fragte sie als er sich misstrauisch umschaute denn er wußte nicht ob das was er gesehen hatte in ihm oder vor ihm erschienen war es schien mir als ginge da ein bekannter vor uns ich konnte niemanden sehen vielleicht haben sie zwei paar augen sagte sie lustig zwinkernd und sah ihm dabei ins gesicht vielleicht kam es gepreßt von seinen lippen und er erbleichte im plötzlichen gefühl des grauenhaften dieser erscheinung ihn durchdrang der lähmende schauer des rätsels doch er beherrschte sich bald und schnell unmerklich versenkte er seine falkenaugen in ihr gesicht in ihr haar er kroch in die tiefe ihrer saphirblauen von schwarzen wimpern umrahmten augen umfing ihren schlanken jungen leib lauerte auf ihre bewegungen als wolle er unwillkürlich ihre identität ihr wirkliches dasein feststellen er zuckte voll abscheu zusammen denn jenes gespenst war geradezu häßlich und widerlich gewesen und trotz alledem konnte er die vergleiche nicht einstellen noch ein merkwürdiges gefühl der unruhe und des gequält seins unterdrücken so daß er nicht einmal ihre fragen hörte zum glück versperrte ihnen an der ecke der fleet street unter einem beweglichen dache von schirmen eine menge von menschen den weg die sich um einen laut predigenden mann versammelt hatten sie kamen näher bis an die hohe transportable rednertribüne auf der unter einem schirm ein hochgewachsener roter und wohlbeleibter mann stand und während er unaufhörlich den aufgespannten schirm von einer hand in die andere nahm mit heiserer salbungsvoller stimme eine art predigt herunterschrie die mit bibelgleichnissen und zitaten dicht durchsetzt war zuweilen schrillte er einen leidenschaftlich drohenden schrei hervor und blieb mit ausgebreiteten armen gleichsam in der luft hängen dann trat ein weib auf in schwarzem kleide mit einer großen grünen feder auf dem hut bleich und hager und schlug mit solcher kraft einen ungeheuer großen tamtam das die menge zurückwich vier kinder in langen weißen durchnästen und beschmutzten kleidern mit flügeln an den schultern begannen mit piepsenden stimmen eine hymne zu singen und um die tribüne herum zu tanzen wie um die bundeslade der prediger war der begründer einer neuen sekte der sekte der furcht er sagte das nahe weltende voraus verlangte allgemeine buße verteilung aller erdengüter zerstörung der städte einstellung jeglicher arbeit und dass man hinausziehe in die wälder und felder für diese tage der letzten läuterungen er predigte wild aber mit hinreißender kraft und beachtete die zuhörer die ihn verlachten gar nicht jemand warf ihm eine brennende zigarre ins gesicht ein anderer bespritzte ihn mit wasser und die übrigen begleiteten seine zitate mit gemeinen witzen und einem blöden fieschen lachen doch am ende überwältigte er sie durch die stärke seiner begeisterung beherrschte er sie und nahm von ihrem seelen besitz sie verstummten allmählich und fingen an aufzuwachen ein trunken bolt fiel vor der tribüne auf die kniee und wollte laut seine sünden beichten ein weib wieder bedeckte mit seinem eigenen mantel die vor kälte ganz blauen kinder viele hörten schon aufmerksam zu und als das schwarze weib mit der grünen feder auf einem teller einzusammeln begann fielen eine menge pents sie aber verteilte dafür sentenzen aus der apokalypse die auf rotes papier gedruckt waren und die adressen der kirche in der sich die gläubigen zu gemeinsamen betrachtungen zu versammeln pflegten betsy warf einen ganzen schilling hin was der redner trotz seines ekstatischen zustandes blitzschnell bemerkte denn er fing aus leibeskräften zu rufen an eine bekehrte seht eine sodomiterin sie ist bekehrt gehen wir jetzt gehen wir bat sie unter den vielen blicken errötend gehen wir denn noch einen schilling und er erklärt sie für heilig sie glitten aus der menge und gingen schnell über das leere trottoir dahin an jener ecke dort wird man auf die gleiche weise erlöst bemerkte er ironisch es war wirklich so auch dort etwas tiefer in einer schwarzen schmalen gasse die fast ganz im nebel versunken war ertönte die schreiende und doch salbungsvolle stimme eines straßenpredigers auch dort hatten sich einige vorübergehende angesammelt auch dort wurde ein tamtam geschlagen sang man lieder verfluchte die sünde rief zur buße auf erlöste man sammelte geld ein und verteilte auszüge aus der heiligen schrift die auf hellgrüne karten gedruckt waren und wie junge blätter auf das schmutzige trottoir flatterten es gibt zu viele von diesen welterlösern sie denken daß das alles gaukler und betrüger sind ich weiß nicht ich weiß nur eins daß ihre herrschaft bloß so lange dauert bis die schenken geöffnet werden denn später fehlt es an zuhörern und geld ist es schon lange her daß sie meinen bruder gesehen haben fragte sie ihn ganz unerwartet vor drei tagen war ich bei ihm auf einer seance er beschäftigt sich also immer noch mit spiritismus rief sie voll empörung verzeihung ich wußte nicht daß er dies vor ihnen verheimlicht nein nein ich dachte nur daß er schon längst aufgegeben hätte denn er erwähnte nichts davon nein aber auch sie beschäftigen sich damit fragte sie ängstlich ach nein ich war auf der seance aber ich beteiligte mich nicht unmittelbar daran denn ich spielte oder vielmehr ich begann zu spielen und schlief am harmonium ein man weckte mich als schon alles vorüber war sie glauben doch nicht an diese sachen nicht wahr fragte sie beinahe bittend vor allen dingen weiß ich nichts ich habe nichts gesehen ich behaupte nichts und bestreite nichts denn ich befasse mich nicht damit er hatte sich in diesem augenblick plötzlich der wunderbaren doppel existenz daisys erinnert doch er erwähnte kein wort davon um mir nicht angst zu machen joe war schon über zwei wochen nicht mehr zu hause und doch ist sein urlaub bald zu ende und er muß wieder ins regiment klagte sie leise soviel ich von ihm selbst weiß geht er nicht mehr in den dienst zurück betsey blieb erstaunt stehen er geht nicht zurück du lieber gott das wird den vater aber betrüben seufzte sie mr zenon begann mit begeisterung den entschluß des freundes zu entschuldigen er schilderte das soldatenleben in den schwärzesten farben als sei es unwürdig eines solchen ausnahmemenschen wie mr joe einer war doch betsey nickte nur traurig mit dem kopfe was wird der vater dazu sagen jetzt wird das leben in unserem hause ganz unerträglich werden ich fühle es voraus vater wird sich für immer mit ihm entzweien er wird ihm nicht verzeihen die tanten werden ihn enterben was wird er anfangen was werde ich jetzt anfangen sie konnte die tränen nicht mehr halten aber miss betsey zähle ich denn schon gar nicht mehr manchmal fürchte ich sehr daß auch ihnen mr zen unser haus unerträglich werden könnte die tanten werden sie langweilen sie werden sich mit vater erzürnen sie werden mich nicht mehr ausstehen können ach was weiß ich was geschehen wird genug eines abends werden sie gehen und ich werde sie nie mehr sehen nie mehr angst schluchzte in ihrer stimme das sind unnötige befürchtungen denn wenn mir auch die tanten langweilig werden sollten wenn ich mich auch mit ihrem vater entzweien sollte so werde ich zwar euer haus verlassen aber zusammen mit dir betsey zusammen mit dir und für immer sagte er stark zusammen und für immer rief sie freudig in flammender begeisterung o mr zen was mein kind was fragte er herzlich da er sah daß sie zögerte wie ich dich schrecklich schrecklich nein nur ich kann es jetzt nicht ich kann nicht später werde ich sagen am abend sie wendete verschämt ihr gesicht ab er lächelte dankbar und fragte nicht mehr denn er wußte welches wort auf ihren zitternden lippen geschwebt und in den plötzlich erstrahlenden augen geleuchtet hatte sie gingen jetzt schweigend dahin ganz erfüllt von dem rhythmus dieser unausgesprochenen worte voll der leisen melodie der liebe und des tiefen glaubens aneinander sie vergaßen ihr gespräch von vorhin sie fühlten weder kälte noch regen noch nebel noch auch die traurigkeit dieses schrecklichen tages sie gingen dahin wie über plötzlich erblühte wiesen die ihre ganze frühlingsblumenpracht entfaltet hätten sie gingen durch grüne duftende sangerfüllte haine der liebe durchkosteten jene augenblicke völligen glückes die voll von zauberkraft und entzücken sind sie schwiegen denn teuer und ersehnt war ihnen diese äußere ruhe sie verbargen sich darin vor sich selbst wie in einem stammenden dickicht wie in einem nebel schamhafter scheu um mit blicken zu reden mit händedrücken mit einem seufzer der leidenschaftlicher war als worte mit einem lächeln das unzählige küsse verheißungen und unendliches verlangen bag voll von jenem toben des blutes und voll von dem was unfaßbar ist heilig und berauschend was gleichsam dem duft im gebet versunkener seelen ist betsy umfing oft seinen kopf mit einem küssenden blicke und wendete auch wenn er sie nicht dabei erdappte doch ihre augen ab als hätte man sie gescheucht ihre augen in denen süße tränen der rührung standen er drückte leidenschaftlich ihren arm und zog sich mit raublustigen augen an ihren flammenden lippen fest zuweilen irrte irgendein ton der nicht wort und auch nicht sprache war zwischen ihnen mit schleichendem und doch so verständlichem zittern hin und her daß sie ihre arme fester aneinander preßten ihre köpfe einander zusenkten schwer atmeten und für einen augenblick unbewußt stehen blieben in der berauschenden seligkeit des sich beieinander fühlens lange schon sehnte ich mich nach einem solchen augenblick ich wartete auf ihn sprach er laut und ich träumte jeden tag von ihm flüsterte sie so leise daß er diese worte eher mit den augen von ihren lippen haschte als daß er sie hörte sie betraten den trifalger square als der nebel der bis dahin wie eine erstarrte wolke unbeweglich in der luft gehangen hatte sich plötzlich wie ein vom orkan gepeitschtes meer zu wiegen anfing aufzuschäumen und den fetzen zu zerreißen er ergoß sich in kaskaden floß in wellen dahin und fiel in grauem undurchdringlichem staub so dicht herunter daß in einigen augenblicken der ganze platz verhüllt war die gewaltige säule des nelsendenkmals und die grimmen ungeheuerlichen granitlöwen schimmerten nur noch in blassen verschwindenden umrissen durch diesen grünlich-grauen nebelvorhang versunken waren darin die straßen die häuser verschwunden die bäume der ganze platz war in dem schmutzigen gischt ertrunken eine modrige feuchtigkeit bedeckte alles mit einer klebrigen niederdrückenden wolke die schwarzen hohen säulen des portikus der nationalgalerie an denen sie vorbeischritten zeichneten sich schwach ab wie verfaulte baumstämme die in ein trübes schlammiges wasser versunken sind man konnte nur zwei schritte weit sehen man hörte manchmal ganz nahe schritte doch der mensch blieb unsichtbar oder huschte als kaum sichtbarer schatten vorbei dann wieder fuhr ein wagen daher der aussah wie eine ungeheuer von krabbe die mitten durch eine unergründliche tiefe schwömme und verschwand man konnte nicht sagen wohin irgendein gedämpfter widerhall von schritten dumpfe worte und ersterbende töne von denen man nicht wußte von wo sie kämen und wohin sie flössen irrten im nebel und flatterten mit klanglosem beunruhigendem geräusch sie gingen langsamer um sich in dieser undurchdringlichen wüstenei nicht zu verirren und an den straßenkreuzungen nicht unter die pferde zu geraten aber sie waren beide merkwürdig traurig geworden der nebel durchrieselte sie mit einem kalten schauer und warf seine traurigen schatten auf ihre seelen die zaubergärten ihrer seligen verzückung zerflossen plötzlich in diesem grauen peinigenden dunkel ihre augen wurden matter und beider bemächtigte sich eine stille sehnsüchtige traurigkeit sie waren schon weit weit voneinander ihre seelen stoben auseinander wie gescheuchte vögel flossen einsam in fremde traumhafte fernen sie flogen auf flügeln einer plötzlichen unerklärlichen furcht auf flügeln der sehnsucht wenn man doch einen wagen bekommen könnte flüsterte sie schüchtern am waterlooplatz wird es welche geben dort ist eine haltestelle aber sie kommen doch am abend zum essen nicht wahr fragte sich zärtlich er konnte nicht mehr antworten denn er wich plötzlich mit einem ruck zurück gerade vor ihnen tauchte wie aus der erde hervor miss stacy mit einem hochgewachsenen mann auf so schnell daß sie vorüber war ehe er noch hatte grüßen können er schaute sich ängstlich um doch sah er nur noch ganz undeutliche umrisse von ihr und hörte nur den dumpfen widerhall ihrer schritte sie kennen sie fragte sie mit leiser etwas bebender stimme er antwortete nicht gleich er starrte auf eine eben angezündete laterne in den zuckenden ring des rötlichen lichts das wie von einem grünlichen reif von einem dichten beweglichen kranze von nebel umrahmt war so daß das auge kaum einen punkt von der flamme sah ich kenne sie flüchtig antwortete er dann mit mühe ich habe einige male mit ihr gesprochen ich erinnere mich wie sie aussieht das ist alles was ich von miss daisy weiß ein merkwürdiger erfundener name ich kenne ihren namen nicht so nennen sie alle unsere bekannten und der mensch der mit ihr ging das ist der mahatma guru ein hindu ein echter ein unsagbar interessanter weiser er ist nach europa gekommen um sich die menschen hier und unsere kultur etwas anzusehen ich habe irgendwo ihr gesicht gesehen das ist beinahe unwahrscheinlich denn sie ist kaum seit einigen tagen in europa ja ich erinnere mich ihrer gut ich sah sie im museum sie schaute sie immerfort an das hat meine aufmerksamkeit erregt sie schaute mich an fragte er verblüfft ja und zwar mit einer ganz besonderen aufmerksamkeit begegnen sie ihr oft wir wohnen doch in demselben boardinghaus kennt joe sie auch eigentlich habe ich sie gerade auf einer seance bei ihm zum ersten mal etwas näher gesehen sie war gewiss ein medium denn sie hat das gesicht eines gespenstes oder vampirs er antwortete nicht denn der harte ton ihrer stimme hatte ihn unangenehm berührt sie hat ein merkwürdiges gesicht es ist beinahe grauenerregend und doch ist es schön fuhr sie fort warum ich habe an ihr nichts grauenerregendes bemerkt ich möchte ihr nicht begegnen sie schauderte ängstlich zusammen betsy flüsterte er zärtlich das mädchen hob die erloschenen erschrockenen augen zu ihm auf doch er schwieg und seufzte nur hin und wieder er wußte nicht was er sagen solle da er eine peinigende unruhe nicht verbergen konnte sie tat ihm leid liebte er sie doch aufrichtig und tief vor einem augenblick noch hatte er sich so glücklich und ruhig gefühlt noch vor einem augenblick hatte es ihm so wohlgetan mit ihr zu gehen mit ihr zu plaudern sich mit ihr in träumereien zu wiegen ihr reizendes gesichtchen anzuschauen ihm war so selig zumute gewesen ihre liebe zu fühlen und jetzt jetzt hatte er eile von ihr loszukommen sie machte ihn ungeduldig mit ihrem schweigen er hätte sich gern verabschiedet und wäre allein geblieben aber er wagte es nicht so wollte er sich denn in die frühere stimmung zurückzwingen doch es gelang ihm nicht es befiel ihn eine völlige willenlosigkeit er erkaltete er vergaß betsy beinah und seine gedanken jagten jener andern jagten daisy nach er fand sie wieder in dem verschlungenen schweren nebelknäuel er schleppte sich ihr nach sein herz krampfte sich schmerzhaft zusammen es zerrte ihn die unbezwingbare gewalt der angst doch endlich beherrschte er sich und begann schnell und viel zu reden um die eigene unruhe zu ersticken er lachte unnatürlich auf schaute ihr zudringlich in die augen suchte den abgerissenen faden wieder anzuknüpfen das erlöschende feuer wieder zu entfachen er flüchtete sich geradezu zu ihr mit der ganzen kraft seiner geängstigten seele mit der ganzen gewalt des plötzlich aufblitzenden gefühls bis ihr gesicht wieder wolkenlos wurde und sie sich ebenso vertrauensvoll fühlte wie vorher und beinah ebenso glücklich beinah ebenso doch hielt er eifrig den ersten leeren wagen an dem sie begegneten und betsy stieg ein wir warten am abend mit dem essen auf sie ich komme was sollte ich sonst mit diesen stunden beginnen mir sind sie noch nötiger denn womit sollte ich die ganze lange woche ausfüllen auch ich warte voll sehnsucht auf sie auch ich rief er ehrlich betsy so tauschten sie worte blicke und heiße leidenschaftliche händedrücke bald war der wagen im nebel verschwunden man hörte nur das dumpfe getrappel des pferdes und in gewissen abständen das laute rufen hepp hepp der vampir der vampir von wladislav raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain mr zenon eilte in der richtung des green parks fort und versank bald im nebel nur hier und dort ragte daraus in verschwindenden umrissen ein einsamer baum hervor wie ein gespenst oder von zeit zu zeit erschien plötzlich gleichsam ist der erde gewachsen ein mensch und versank wieder im nebel ein unergründliches schweigen und eine graue undurchdringliche öde hüllten ihn ein wassertropfen troffen aus dem nebel und flüsterten in unsichtbaren blättern und zweigen mit einer quälenden eintönigkeit nur manchmal wurde über ihm eine gedämpfte stimme laut doch sie verstummte wieder in leisen schwingungen und versank in lange augenblicke völliger stille und leere er beschleunigte seine schritte denn es war ihm kalt weil der nebel ihn mit einem feuchten scheußlichen frösteln durchdrang und außerdem war er neugierig ob er heute beim frühstück daisy antreffen würde seit dem tage jener seance hatte er sie nicht mehr gesehen sie ließ sich bei tische nicht blicken man sagte sie sei krank diese wenigen tage ruhigen nachdenkens und der gewohnten beschäftigung hatten bewirkt daß er an jenes doppelgesicht nur noch wie an eine halluzination zurückdachte er konnte nicht einmal mehr die zerstreuten einzelheiten sammeln so stieß er denn die erinnerung an diese szene auf den tiefsten grund des bewusstseins hinunter zu jenen dingen die man vergessen kann er unterließ alle forschungen hatte gewissermaßen schon alles vergessen und war froh daß er das grauen dieses dunklen ungelösten rätsels loswerde dafür aber erstand in ihm ein hartnäckiges beunruhigendes verlangen daisy selbst näher kennen zu lernen oft dachte er an sie und noch öfter denn schon beinahe unbewußt suchte er nach einer gelegenheit sie zu sehen doch sie blieb unsichtbar er versuchte von ihr zu reden doch auch das gelang ihm nicht er wußte nicht mit wem er von ihr reden solle joe war seit jener seance nicht mehr bei tische erschienen und er konnte ihn nie in seiner wohnung antreffen und die anderen schwiegen oder was merkwürdiger war sie speisten ihn mit halben worten ab die nichts sagten er erkannte an ihren gesichtern daß sie irgendeine scheu beengte daß alle während des gespräches unmerklich verstohlen zu dem mahatma hinschauten und bald ängstlich verstummten diese unerwartete übereinstimmung machte ihn stutzig doch er konnte sie sich nicht erklären so vergingen für ihn drei ganze tage mit fragen auf die er keine antwort erhielt und ihrem grübeln bis es ihn schließlich ermüdete er hörte auf zu fragen er konnte jedoch nicht aufhören nachzudenken aber im schatten dieser gedanken breitete sich langsam die unruhe aus wie die vorahnung kommender noch unklarer ferner dinge unbekannter dinge die aber schon im werden waren in den tiefen des nahenden morgen deswegen auch entfachte die unerwartete und so sonderbare begegnung jene merkwürdige quälende sehnsucht nein das war keine sehnsucht die jener glich welche er nach betsy empfand wenn er sie ein paar tage nicht gesehen hatte nicht die sehnsucht des liebenden nach der geliebten dies war etwas hundertmal gewaltigeres etwas mit menschenwillen nicht zu bezwingendes etwas was an jene schwerkraft der asteroiden erinnerte die in der unendlichkeit den sonnen nachirren oder an die strömung der flüsse die unaufhaltsam dem ozean zustreben noch hatte er nichts gesehen und war doch schon diesem unsterblichen gesetz untertan er durcheilte schnell den park lief durch unsichtbare straßen über allerhand plätze die im nebel verschwanden und fand nur instinktmäßig den weg durch diese immer dichter werdende dunkelheit denn jetzt flogen die nebelwolken schon schwarzgelb vorüber und streiften die erde so daß er sich durch diesen dichten flaum von nebelgeweben hindurchreißen mußte er wohnte noch hinter dem regent's park in der langen und stillen avenue road die jedoch so in nebel gehüllt war daß es einer gewissen mühe bedurfte bis er sein boardinghaus fand er kleidete sich schnell um und ging in den speisesaal dort begab er sich leise an seinen platz und ließ seine augen ängstlich umherschweifen miß daisy war nicht da ihr stuhl war leer das zimmer war groß länglich mit dunklem holz bekleidet und hatte gewaltige balkenlagen die wie vom alter geschwärzt waren und in ihrer düsteren schwere beengend wirkten so daß es trotz des elektrischen lichts das der kronleuchter ausstrahlte dämmerig war und unsagbar düster auf einem langen tisch in der mitte glänzte und funkelte ein silberner aufsatz und über das leichenweiße tischtuch waren eine anzahl köpfe gebeugt die auf dem dunklen hintergrunde der wände kaum sichtbar waren in der ecke des zimmers am eingang tagte ein gewaltiger kamin bis an die balken hinauf aus einem haufen verkohlter scheite schlug ab und zu eine blutig rote flamme auf und versprühte glühende funken auf den teppich gegenüber vom eingang nahm ein großes glas gemälde die ganze wand ein auf der dunkeln düsterroten fläche zeichneten sich blaß gewordene umrisse von gestalten ab augen die wie in schatten versunken schienen durch die schmale tür an der seite schaute der blasse kranke tag herein und man sah eine breite glasbedeckte galerie voll schlanker palmen und grüner vom nebel verhüllter blumenstöcke zwischen denen ein springbrunnen leise plätschernd seine wassergarben in die höhe sandte sie aßen in tiefem schweigen die diener bewegten sich ganz ohne geräusch niemand schlug mit dem messer an den teller an und wenn irgend ein lauteres wort fiel erhoben sich sofort alle augen und blickten ängstlich nach dem glasgemälde hin wo einsam der mahatma guru saß das schweigen wurde noch tiefer nur der springbrunnen flüsterte eintönig und manchmal drang ein kurzes ärgerliches knurren aus der orangerie herüber zenon aß ohnehin zu schauen was man ihm reichte und beinahe ohne zu wissen was die neben ihm sitzende wirtin hin und wieder zu ihm sagte er nickte nur immer bejahend und beobachtete dabei unbewußt die leisen bewegungen der katzen die sich auf ihren knien balgten und horchte mit dem zittern der ungeduld auf jedes kleinste geräusch das vom flur herkam der leere stuhl von miss daisy stand ihm gerade gegenüber auf der anderen seite des tisches über die lehne hing ein rötlicher indischer schal der von den fantastischen schwarzen linien irgendeiner unkenntlichen zeichnung durchschnitten war oft schaute er auf ihn aber öfter noch ließ er seine augen im zimmer umher schweifen als wolle er jedes gesicht einzeln aus dem schweigen und der dämmerung herausschälen ohne jemand zu bemerken guten tag ich war vor einem augenblick bei dir sagte joe über den tisch hinweg ich bin etwas zu spät gekommen wegen des nebels hast du betsy gesehen was machen die tanten ich habe betsy gesehen doch gelang es mir heute den tanten nicht zu begegnen hast du bei uns zu hause nein ich gehe erst am abend hin man erwartet dich daheim mit großer ungeduld betsy ist voller befürchtungen ich werde heute mit dir hingehen wenn ich mich auch nicht gerade nach neuem streit sehne wie du willst sie verstummten denn aus der orangerie drang ein kurzes klägliches winseln und ein kettenklirren die katzen machten drohend einen buckel so daß mrs tracy sie ängstlich an sich schmiegte bak ertönte die befehlende stimme des mahatma ihm antwortete ein langgezogenes klägliches gedämpftes brüllen und in der tür der orangerie erschien in nebeligen umrissen ein schwarzer panther der sich ohne jedes geräusch fortbewegte die grünlichen augen und die weißen zähne schimmerten durch den maulkorb hindurch er erhob stolz den kopf doch als gurus augen ihn trafen fiel er auf den bauch und kroch zu ihm heran ohne die glühenden augen zu erheben während er seine flanken mit dem langen schweife schlug guru hatte ihm ein wort zugeflüstert denn der panther erhob sich träge und dehnte sich behaglich unter der streichelnden hand gähnte und begann leise schleichend ohne das geringste geräusch um den tisch herumzugleiten wie ein kriechender schwarzer schatten er suchte nach einer witterung und schnüffelte an vielen stellen und als er sich bei dem schal von miß daisy befand bellte er freudig auf sprang auf einen stuhl und schaute mit den pfoten auf den tischrand gestützt in die gesichter der sitzenden die ein wenig erblasst und verängstet waren trotzdem man seine sanftmut kannte doch dies dauerte kaum einen augenblick denn buck ließ langsam den kopf sinken und bohrte seine schrecklichen augen in sinen dieser rührte sich nicht vom platze er konnte es nicht er fühlte sich wie gelähmt sein kopf zitterte ein wenig doch er wendete seine augen nicht ab von diesen brennenden glühenden karfunkeln die wie von einem smaragd grünen nebel verdeckt schienen und kleiner werdend immer stärker glänzten und sich in ihn hineinfraßen wie scharfe zerreißende zähne der panther zuckte bei dieser stimme zusammen krümmte seinen schwarzen rücken und lehnte sich mit den vorderen pranken so gewaltig auf den tisch daß alle seine muskeln zitterten wie stark angespannte kaum noch zu haltende sprungfedern auch der tisch zitterte unter diesem druck und die gläser klirrten buck rief der matmer streng der panther schoß mit einem gewaltigen satz ihm zu füßen alle atmeten auf denn in diesem todesschweigen hatte man erwartet daß etwas entsetzliches geschehen müßte sie schauten nun alle mit großer erleichterung den panther an der mit der größten gemütsruhe gewaltige brotstücke aus gurus handfraß er kann einmal gefährlich werden bemerkte jemand buck wird niemand ein unrecht tun er ist sanftmütiger als die katzen der mrs tracy und klüger als viele viele menschen belehrte der mahatma mild ich hatte das merkwürdige gefühl er wolle sich auf mich stürzen sagte zenon er ist nicht gerade sehr gefährlich er trägt doch einen maulkorb und seine krallen sind abgefeilt ja aber durch die gewalt des sprunges selbst könnte er töten übrigens habe ich schon genug von seinem blick allein er ist grausig zenon schüttelte sich nervös und warum hätte er sich gerade sie ausgesucht vielleicht weil ich gegenüber dem stuhl seiner herrin sitze weil ich am nächsten war man kann es doch schwerlich anders deuten und doch muß dahinter etwas anderes stecken es muß behauptete hartnäckig ein grauer herr mit gelbem runzligem gesicht der neben der wirtin saß zenon lachte laut auf so kindlich ja geradezu amüsant erschien ihm diese vermutung ich behaupte dennoch daß dahinter etwas steckt rief der alte hartnäckig sicher irgendein geheimnis des daseins irgendein transzendentales rätsel warf zenon boshaft und unwillig hin alles ist ein geheimnis und alles ein rätsel verkündete der andere streng hat miss daisy schon früher gefrühstückt fragte joe nein sie war gar nicht da sie ist in ihrem zimmer flüsterte mrs tracy während sie die immer noch ängstlichen und vor schreck halbtoten katzen an ihre breite brust schwiegte sie ist am ende krank fragte er weiter da er ein lebhafteres aufblitzen in zenens augen bemerkte nein es fehlt ihr nichts sie ist nur mit briefen beschäftigt sie hat heute einen ganzen stoß briefe aus kalkutta erhalten waren viele leute bei mr guru eine ganze prozession er empfing aber niemand er ließ nur durch den diener erklären daß er nach europa gekommen wäre um zu schauen und zu fragen man solle also auf seine fragen warten erzählte mrs tracy mit gedämpfter stimme ja sie sollen warten bis ich frage bestätigte guru ganz unerwartet die antwort klingt stolz und eingebildet bemerkte zenon unwillig wer weiß der wirft seine worte nicht vergebens und dem ersten besten hin niemand hat noch gewagt zu behaupten daß er weiß niemand rief zenon heftig durch das begütigende lächeln des mahatma gereizt und erhob sich von seinem stuhl seinem beispiele folgten alle man ging schweigend in den benachbarten reading room hinüber mein herr ich habe über den panther nachgedacht und komme zu dem schlusse daß sagte der alte aber liebster bester herr wenn ich auch immer ihre tiefgründigen schlüsse bewundere und sie gern anhöre so geht mich gerade dieser gar nichts an gar nichts entgegnete zenon nur mit mühe seine ungeduld unterdrückend so daß der gelbe herr ganz verdutzt aussah und sich eilig in die andere ecke des zimmers entfernte doch zenon war so merkwürdig gereizt daß ihm sogar ein streit angenehm gewesen wäre er schaute also den mahatma geradezu herausfordernd an da dieser nachdem er den panther in den käfig gesperrt als letzter das zimmer betrat und sich an den runden tisch in der mitte setzte auf dem bereits der tee aufgetragen war doch der mahatma schaute niemand an er war ganz mit teetrinken beschäftigt ein teil der gesellschaft setzte sich neben ihn die übrigen zerstreuten sich in dem großen zimmer das mit außerordentlicher sorgfalt eingerichtet war überall standen kleine tische zum schreiben fouteus schaukelstühle auch hatte man lauschige winkel eingerichtet die durch wandschirme abgetrennt waren es war hell und still ein dicker teppich dämpfte die schritte die mit schweren vorhängen verhängten fenster ließen das geräusch der stadt nicht herein so daß nur hin und wieder ein leises klirren der leuchter die auf dem kamin standen daran erinnerte daß irgendwo in der nähe eine straße war und wagen vorbeifuhren die grünlichen wände die von in aquarellfarben gemalten blumensträußen erhellt waren wirkten sonderbar beruhigend zenon setzte sich mit joe an den kamin und schaute mit irren augen ins feuer horchte jedoch immer aufmerksamer zu ich würde lieber den tee in deiner wohnung trinken sagte joe warten wir noch einen augenblick vielleicht kommt sie noch entgegnete zenon und drehte sich um denn der diener sagte leise etwas zu dem mahatma welcher dazu nickte mrs tracy ging im zimmer umher und schenkte hie und da tee in die tassen ihre drei weißen katzen folgten ihr überall hin die gespräche schleppten sich träge hin und wurden jeden augenblick abgebrochen niemand hatte lust zu reden eine einschläfernde müdigkeit hatte sich aller bemächtigt eine hochgewachsene hagere dame setzte sich an das harmonium das in der ecke stand doch nach einigen takten ging sie gelangweilt wieder fort plötzlich neigte sich zenon zu joe und flüsterte spottend was soll das bedeuten sogar der mahatma läßt heute seine lehren nicht hören und verdammt uns und unsere kultur nicht o gott ich gebe mein leben dafür ich unterzüge mich der grausamsten seelenqual wenn dieser mensch sich irren würde wenn seine worte nicht wahrheit wären eine so vergiftende und bittere wahrheit wie das leben flüsterte joe schmerzhaft so verteidigst du dein erbe europäer ich würde europa wie ein panther zerfleischen könnte ich nur aus den leblosen eingeweiden seine ersterbende seele herausreißen und ihm ein neues heiliges und wahres menschenleben geben und das sagt der der noch vor kurzer zeit tod und haß säte so oft ich tod gegeben habe so oft ist meine seele verflucht gestorben drum sei das werk des krieges hundertmal verflucht ich kenne diesen ton ich kenne ihn er fließt durch völker und ewigkeiten dahin wie ein klagender vogel der in den abgründen der verstecktheit irrt von niemand bemerkt den sterblichen entbehrlich und wie entbehrlich sagte sie ihnen plötzlich mit aufsteigender bitterkeit nein nein es hörte ihn zu roaster es fühlten ihn die propheten aber erst in der seele der hindus hat er sein unsterbliches nest gebaut und dort in den dschungeln lebt er bis heute und herrscht barmherzig geh also hin predige buße für das gestern und verkünde die auferstehung eines neuen morgen sagte sinnen halb ironisch halb klagend ich weiß es daß jemand erstehen und der welt das erlösende wort bringen sollte ehe sie ganz im verderben untergeht ich sehe dich hat das heilige fieber des mahatma angesteckt scherze nicht denn seine klugheit war mir ein spiegel in dem ich zum ersten mal mich selbst in meiner ganzen ureigentlichen nacktheit gesehen habe mich selbst und uns alle uns die herren der welt uns die auserwählten und einzigen uns dummes vor eitelkeit verblödetes vieh uns nichtswürdige herde leichen gewordener seelen uns sklaven des bösen uns anbeter der übermacht und des goldes flüsterte yoe deutlich schnell die glühenden schrecklichen worte fielen wie blitze herab töteten und rissen die seele bis tief in die tiefen des entsetzens hinunter zennen wich ein wenig zurück von yoes blick getroffen der voll schmerzerstarrter tränen unheimlichen leuchtens und einer solchen kraft des schmerzes war daß man fühlte wie alles menschliche elend in diese weiche seele gedrungen war und mit allen zungen um erbarmen flehte daß die ganze welt sich in dieser schwachen brustberge dort wachse und brause wie der orkan der allliebe und das ewig hungrige verlangen nach dem guten zennen wandte sich jedoch ab und stand auf miss daisy betrat das zimmer begrüßte sich leicht verneigend alle und setzte sich nahe zu dem mahatma während sie sich im zimmer umschaute zennen fiel beinahe in den stuhl zurück und konnte die augen nicht mehr von ihr losreißen die worte joes klangen ihm wie ferne unerkennbare klänge plötzlich war es ihm als wäre er von einem blitz geblendet so daß seine augen nichts mehr sahen als das licht ihres blassen wunderschönen gesichts das von wirren haarsträhnen umflossen war wie von golden schimmerndem erz nichts als ihre augen die wie gewaltige kugeln aus lebendigem sapphir erschienen die in den bogen der augenbrauen hingen welche wie schwarze schneiden die ganze weiße erhabene stirn durchschnitten zen flüsterte ihn joe ins ohr der über seine plötzliche unbeweglichkeit stutzig wurde er antwortete nicht er ging automatisch an den tisch heran rückte einen stuhl näher schenkte sich tee ein und versenkte seine augen wieder in sie sie ließ einen kalten blick über ihn gleiten während sie mit mrs tracy sprach die neben ihr stand er horchte aufmerksam zu konnte jedoch nichts verstehen er war wie in einem autohypnotischen traum er wußte nicht was mit ihm geschah er war anwesend und doch ganz versunken in den nebel einer plötzlichen erinnerungslosigkeit doch niemand bemerkte seinen zustand denn er verhielt sich normal unterhielt sich und erzählte ohne etwas davon zu wissen scheinbar durch den gewohnten automatismus der organe er setzte sich näher zu daisy so daß er von feilchenduft umflutet wurde und jedes geräusch ihrer bewegungen ließ ihn merkwürdig erzittern das gespräch fing an sich zu beleben und langsam wich die langeweile der trockene gelbe herr war in einem heftigen disput mit joe mehrere damen hatten ihre plätze an der wand verlassen und sich um den kamin gesetzt einige männer umringten joe und hörten dem disput zu sogar das gesicht des mahatma war erhellt es schien wie aus altem elfenbein gemeißelt zu sein er glättete seinen weißen bart und nahm immer öfter anteil an dem gespräch nur mrs tracy spazierte mit den katzen umher wie zuvor und daisy durchblätterte schweigend irgendeine zeitung ich sah sie auf dem trafalgar square sagte ganz unerwartet zenon doch es war als spräche nicht er so fremd klang seine stimme er bewegte die lippen doch sein gesicht drückte nichts aus und sein blick war leer und gleichfalls fern von seinen worten ich ging dort vorbei aber in einem solchen nebel war es schwer irgendein gesicht zu unterscheiden entgegnete daisy ohne ihren kopf zu heben daß sie sich aber nicht verirrt haben london ist dem nebel wie ein abgrund leicht können sich darin auch leute verirren die das kennen sagte er still beinahe leise doch wieder war nicht er selbst es es waren nur die gedanken die in ihm entstanden waren nach der begegnung mit ihr und die jetzt aus irgendeinem vergessenen dunkel hervorkrochen ich hatte einen guten führer entgegnete sie nach einer weile während sie langsam den kopf hob und ihn mit einem so feilartigen durchdringenden blick gerade in die augen sah daß er zusammenfuhr wie unter einem schlage dieses aufblitzen hatte die dunkelheit in ihm zerrissen und seine erstarrte seele mit belebendem lichte erfüllt so daß er plötzlich in sich erstand ganz erfüllt von lebendigem fühlen und gedanken und unbewusst den gegenwärtigen augenblick mit jenem den er am kamin durchlebt hatte verwob doch das was später lag wollte wie ein donner in unbekannte tiefen zerfiel in toten staub des vergessens er wußte nicht einmal daß es existiert hatte er fühlte sich merkwürdig ruhig neu belebt und her seiner selbst so hörte er eine weile dem lauten gespräch zu schaute den mahatma an der eben aufgestanden war und sich schon näherte und sprach mit gedämpfter stimme zu daisy wissen sie der panther hätte sich beinahe auf mich gestürzt das ist kaum zu glauben denn er ist sanftmütig wie ein kind es mag sein daß er mich gesucht hat und so konnte es scheinen daß er sich auf sie stürzen wollte er setzte sich auf ihren schal und blickte mich so drohend an als wollte er zum sprung ansetzen er hätte sich bestimmt auf mich geworfen hätte guru ihm nicht befehlend zugerufen ich bitte sie vielmals um entschuldigung für diesen augenblick des entsetzens aber sie brauchen sich gar nicht zu entschuldigen denn ich hatte durchaus keine angst auch der kürzeste augenblick der angst ist nicht angenehm leider hatte ich nicht einmal solch einen augenblick ich bin geradezu benachteiligt ich verstehe nicht einmal bei anderen das gefühl der furcht denn ich habe es nie gekannt niemals fragte sie ein wenig lebhafter werdend natürlich denke ich an die furcht vor irgendeiner materiellen gefahr so etwas empfinde ich nie und die andere ihr mund zuckte und sie zeigte dabei eine schnur von blendend weißen zähnen ihre brust hob und senkte sich in unterdrückter erregung und die andere kenne ich nicht also weiß ich bisher nichts von ihrer existenz sie muß da sein sie existiert bestimmt es gibt eine furcht vor der nicht einmal träume einen begriff geben auch wenn sie noch so quälend sind ich nehme an daß im trüben schlamm der seele in kranken hirnen derartige grauenerregende und schreckliche erscheinungen ihren anfang nehmen nicht nur dort ist ihre quelle sie können nämlich auch dicht neben uns lauernd warten in einer welt die lebt aber weit hinter der ausstrahlung unseres körperlichen sehens besteht in dem felde des zweiten gesichts ihre stimme wurde leiser und erzitterte in ängstlichem geflüster sie ließ ihren kopf auf die zeitung sinken doch ihre augen irrten wie erloschen im zimmer umher sie konnten den ungezwungenen ton nicht wiederfinden vergebens bemühte er sich darum er berührte verschiedene fragen und gegenstände versuchte sogar sie durch ironie aus dieser schweigenden erstarrung herauszureißen sie antwortete nur ungern und oft sogar ungeduldig wobei sie ihn nicht mehr anschaute ja ihn beinahe nicht einmal mehr sah so dass er unangenehm berührt ja fast beleidigt aufstand ohne ein wort zu sagen er durchmaß das zimmer aber so ungeschickt daß er beinahe die katzen getreten hätte er bat mrs tracy ziemlich kühl um entschuldigung setzte sich gereizt an das harmonium und ließ seine finger willenlos über die klaviatur gleiten während er über das merkwürdige verhalten daisys nachdachte in der tiefe am kamin stand der mahatma mit yo in einer gruppe mehrerer männer sie sprachen laut und lebhaft doch zenin hörte nur den letzten satz des hindu es gibt nur ein gesetz das die welt beherrscht das gesetz des unsterblichen geistes alles andere ist schein ist trug oder eingebildeter gelehrter unsinn er hörte nicht mehr zu denn unbewusst ertönte unter seinen fingern jene melodie deren er sich nicht hatte erinnern können als er die seance verließ und die er vergebens drei tage lang hindurch hatte aus sich herausreißen wollen sie kam ihm jetzt von selbst und floss in ein ganzes zusammen sie war erstaunlich in ihrer einfachheit und ihrem merkwürdigen noch nie gehörten rhythmus sie war ihm völlig fremd in ihrer form und in ihrem musikalischen inhalt er spielte sie aufmerksam lernte sie auswendig wiederholte sie immer wieder wobei er sich an ihrer grausigen schönheit berauschte der künstler war in ihm erwacht mit solcher gewalt daß er seine umgebung nicht mehr hörte hingerissen von der gewalt dieses wilden feurigen und sehnsuchtschwangeren liedes doch je tiefer er sich in diese klänge hinein hörte um so stärker wuchs in ihm die erinnerung blaß und wie fern irgendwo gehörte worte wurden in ihm lebendig irgendeine stimme die diese worte gesungen irgendein landschaftsbild tauchte vor ihm auf er hatte dies alles unter der hirnschale beinahe auf den lippen und konnte sich doch nicht erinnern ein gewaltiger hymnus wie wenn engel sich empörten woher kennen sie ihn hörte er hinter sich die leise stimme daisys ich selbst weiß es nicht genau und ist er ihnen bekannt ja ich erinnere mich seiner von irgendwoher dann werden sie mir helfen denn irgendwelche worte irren in meinem gedächtnis umher irgendein gesang den ich irgendwo gehört habe und dessen ich mich nicht mehr erinnern kann und es scheint vor nicht langer zeit gewesen zu sein manchmal scheint es mir daß es dort war auf jener seance bei mr joe erinnern sie sich fragte er auf umwegen was direkt zu fragen er sich vorher nicht getraut hatte ich besuche die seance bei mr joe nicht ihre stimme klang hart wie aber ich habe sie doch dort gesehen wir alle haben sie gesehen es kann sein aber ich war nicht dort ihre augen blitzten zornig auf ich lüge auch nicht flüsterte er heftig und stolz ich glaube es aber sie schaute zu dem mahtma hin verstummte und ging fort er spielte nicht weiter er war von ihren worten erschüttert er verstand den grund nicht weswegen sie es bestritt er hatte sie doch dort gesehen alle hatten sie gesehen und sie bestritt es er sagte zu joe daß er ihn in der wohnung erwarte und ging hinaus mit einer steifen verbeugung vor daisy sie grüßte nicht wieder und tat als bemerke sie ihn nicht sie saß da mit zusammengezogenen brauen ganz in den indischen schal gehüllt düster und rätselhaft er wendete sich an der tür und fing einen blick ihrer augen auf die ihm folgten dieser augen voll von einem feuchten schimmer voll von nachdenklichkeit und einer quälenden stummen und demütigen bitte ende von teil 4 von der vampir teil 5 von der vampir von vladislaw raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain drittes kapitel endlich ich dachte schon ihr würdet nicht mehr kommen seit einer halben stunde ist das essen fertig und ich warte und warte rief freudig betsy die selbst die schwere türe zum flur öffnete die suppe ist kalt der hammelbraten angebrannt die mehlspeise zusammengefallen die tanten sind böse und miß betsy ist in verzweiflung scherzte zenon während er sie herzlich begrüßte betsy war wirklich in verzweiflung ich dachte daß wir nicht mehr kommen würden bitte die hände auszustrecken dies ist die strafe für unser zu spätkommen zenon wickelte das papier auf und legte in ihre hände einen riesigen strauß wunderbarer anemonen und ganze bündel prachtvoller purpurfarbener rosen die ihren lippen in diesem augenblick glichen ihren wonnig bebenden lippen die sich an die kühlen duftenden blumen schmiegten hinter denen sie ihre entzückten augen erhob und dankend flüsterte guter guter zen während des nebels haben alle züge eine gewaltige verspätung bemerkte yoe hast du dich aus demselben grunde ganze zwei wochen bei uns nicht sehen lassen das hat einen anderen grund meine liebe betsy einen ganz anderen entgegnete er ernst ihre stirn küssend das mädchen dämpfte ihre stimme und flüsterte bittend beinahe flehentlich seid heute gut zu ihm er ist krank gereizt er hat so auf dich gewartet er wird gewiß ärgerlich sein es ist gut kind ich werde selbst nicht anfangen aber brach er bekümmert ab tante dolly ist auch ohne humor sie weint nachmittags sie meinte heute wäre irgendein trauriger jahrestag bereitete betsy schüchtern vor gewiß der fünfzigste jahrestag ihres bruchs mit dem fünfzehnten bräutigam bemerkte yoe boshaft während er seinen mantel auffängte doch als er sich umwandte waren die beiden nicht mehr am früheren platze betsy geleitete zenon etwas tiefer in den flur hinein zu der stiege die zum ersten stockwerk führte und bat ihn ganz leise aufzupassen und wenn möglich keinen streit zwischen joe und dem vater zuzulassen er versprach es feierlich doch er empfand eine art unwillen bei dem gedanken er könnte zeuge eines neuen skandals sein er hatte entschieden genug davon für heute er selbst war zudem ungewöhnlich nervös und hatte als er hierher fuhr gedacht er würde ruhe und erholung finden du armes opferlamm hat denn auch tante ellen heute hühneraugenschmerzen still joe verspotte ihr leiden nicht wir wollen gehen denn sie warten schon das speisezimmer war unten davor lag ein großes finsteres zimmer durch die geöffnete tür glänzte weiß der tisch der von kerzen in hohen kandelabern beleuchtet war und dahinter saß den rücken den eintretenden zugewendet in einem tiefen fauteu mr bartlett die tanten spazierten auf beiden seiten des tisches einher dem zimmer entlang jede nach einer andern richtung da sind unsere jungs die züge hatten verspätung rief betsey und legte ihren strauß auf die tischecke unglückskind das tischtuch wird naß jammerte die kleinere der tanten miß ellen schrei nicht zischte der alte kalt während er seinem sohne die hand reichte dann mit einem wutblick in das erschrockene schwammige gesicht der miß ellen nahm er sinnen unter den arm und ging mit mühe seinen gewaltigen körper erhebend zum tisch auftragen knurrte er indem er mit dem stock auf die diele stieß denn die küchenräume waren im sie nahmen ihre plätze schweigend ein nur betsey welche die blumen in vasen verteilte und auf den tisch stellte bemühte sich eine fröhlichere stimmung zu erwecken aber vergebens denn ihre süße halbkindliche stimme erstarb wie eine blume in dieser kalten atmosphäre die voll von ärger unwillen und einem ewigen übelnehmen war miß dolly tötete mit rügenden blicken jedes ihrer worte jedes heitere lächeln miß ellen wieder peinigte sie auf ihre art indem sie jeden augenblick aufstand um ihre in unordnung geratene frisur wiederherzustellen oder ihr eine schleife zu binden endlich begann der alte diener der aussah wie eine wachsfigur die speisen herumzureichen er huschte leise und schleichend wie eine katze hinter den stühlen vorbei so daß jeden augenblick sein gelbes bartloses gesicht über einer schulter auftauchte sie aßen in solchem schweigen daß joe es schon nach der suppe nicht mehr ertragen konnte und sagte weswegen seid ihr denn heute so düster wie immer hast du's denn in den zwei wochen vergessen bemerkte miß dolly sauer und seufzte kläglich die knöpfe werden dir von der bluse abspringen von diesem ewigen seufzen rief der alte betsy konnte das lachen nicht mehr unterdrücken und platzte laut heraus hör auf ich bitte dich betsy rügte dolly streng aber im gegenteil lach betsy lach ganz ungezwungen ich kann nicht essen wenn jemand so unsinnig lacht erklärte dolly und ich habe gerade dann einen besseren appetit also lach kleine rief der alte ach diese männer jammerte miß dolly nach einer weile mit grabes stimme ach diese tanten wiederholte er mit so komischer stimme daß betsy wieder zu lachen anfing sogar joe konnte sich nicht mehr halten und dick ließ beinahe die schüssel auf den rücken von miß dolly fallen als er sein gesicht hinter ihr verbergen wollte es war so merkwürdig vom lachen verzerrt daß es aussah wie eine zertretene zitrone dollpatsch flüsterte sie ihn mit ihren blicken durchwohrend was wie mr bartelet preßte es beinahe heraus in einem plötzlichen wutanfall miß dolly geruhte weder zu antworten noch ihn anzusehen betsy sagt der tante daß ich wenn dies mir galt betsy sagt dem vater daß ich auf einen so vulgären ton und derartige verdächtigungen nicht antworte betsy sag ihr daß ich keine bemerkungen ertrage daß ich das nicht dulde betsy sag ihm daß er ein tyrann ist daß er eine unglückliche quält daß so kreuzten sich scharfe ärgerliche worte beide hörten auf zu essen und unheildrohende augen verbohrten sich über den tisch hinüber mit erbarmungslosen spitzen ineinander plötzlich umflorten sich die augen von miß dolly und tränen stürzten in strömen auf ihr weiches gepudertes gesicht und hinterließen gelbliche furchen dick reiche der miss ein sauberes taschentuch puder einen spiegel und frischen braten denn der ihre fliegt eben in diesem augenblick samt dem teller auf die erde rief der vater sich die hände reibend denn miß dolly war so heftig vom tisch aufgesprungen daß das ganze gedeck zu boden flog doch der ärger verließ den alten nicht mehr er fing an zu essen und schaute der hinausgehenden wüten nach dieses kurze gewitter hatte jedoch die luft vollständig gereinigt man atmete erleichtert auf und sogar miß ellen die sonst in gegenwart der schwester leblos und stumm dasaß hatte ihre stimme wieder erlangt und zenon der sich vorsorglich abseits hielt begann bereits lauter und heiterer mit betsy zu plaudern joe jedoch schwieg hartnäckig und hob sein gesicht kaum vom teller trotzdem er wußte wie sehr dies den vater reizte miss bartelet konnte es nicht mehr ertragen er warf dem sohn finstere blicke zu er schlug mit dem messer an den teller aber als joe kein wort sprach fing er selbst an zu ihm zu sprechen auf seine übliche ironische art was ist das für eine berühmtheit die in eurer pension wohnt joe erhob seine nachdenklichen traurigen augen zu ihm seit zwei wochen schreiben fast alle zeitungen über ihn ich lese keine zeitungen entgegnete der alte kurz aber du mußt doch wissen von wem ich rede es begann schon wieder in ihm zu kochen der alte brahmane der mahatma guru ja er wohnt dort ich entnehme aus den artikeln daß er ein neues mysterisches business in england gründen will ich kann mich verbürgen daß er weit entfernt von dem ist was man boshaft ein mysterisches business nennt er ist gekommen sich europa etwas anzusehen nun ja und bei dieser gelegenheit ein wenig von unseren pfunden zusammenzuscharren er hat genug an seinen rupien überdies hat für ihn das geld nur seinen eigentlichen wert das heißt keinen erwiderte joe mit nachdruck also diese spiritistischen wunder da werden umsonst gezeigt aber es werden doch gar keine wunder gezeigt und ein spiritist ist er schon ganz und gar nicht ja aber weswegen pilgern denn alle diese massen zu ihm von denen man jeden tag schreibt es fehlt nirgends und nie an einer menge von müßiggängern und im besonderen an pseudogelernten an sensationshungrigen die überall den fraß des experimentierens wittern und solchen die meinen die welt wäre nur dazu da um über ihr erdachtes verworrenes und leeres gefasel zu schreiben er empfängt zuweilen einige ja er spricht sogar manchmal gern mit ihnen er disputiert oft aber am häufigsten forscht er nur aus und horcht zu aber das muß ja ein ganz besonderer gelehrter sein er ist mehr als ein gelehrter er ist ein weiser ja und schleudert oft blitze der verdammung auf uns und unsere kultur mischte sich zenon ins gespräch eh was er verurteilt unsere kultur fragte der alte in höchstem erstaunen er traute seinen eigenen ohren kaum leider verurteilt er sie entschieden und was schlimmer ist wir müssen ihm recht geben sagte joe er hat recht reize mich nicht junge merkwürdig sehr merkwürdig ihr müßt mir von ihm erzählen denn ich sehe daß man durch die zeitungen falsch unterrichtet wird natürlich denn von hundert reportern hat ihn kaum einer gesehen und mit ihm gesprochen aber alle mußten doch etwas von ihm schreiben denn ganz london beschäftigt sich mit ihm kennt ihr ihn persönlich joe ist mit ihm befreundet ja wenn man so das verhältnis des menschen zum absoluten nennen kann erläuterte joe so hoch schätzt du ihn fragte der alte leiser ich verehre ihn und liege vor seiner weisheit im staube bring den tee nach oben wir wollen hinübergehen kinder kommandierte der alte und bemühte sich vorm stuhl aufzustehen joe reichte ihm den arm er stützte sich darauf und ging langsam und schwerfällig ein wenig gebeugt aber majestätisch einer alten moosbedeckten und doch noch starken eiche gleich sein gesicht war gerötet sorgfältig ausrasiert mit mächtigen beinahe quadratförmigen kiefern seine nase trocken und lang seine stirn hoch von dichten bürstenartig grauen haaren gekrönt die augen blaßblau beinahe farblos jedoch scharf unter buschigen schwarzen brauen hervorblitzend er war in diesem augenblick stiller ruhiger und umfing jeden augenblick den gesenkten kopf des sohnes mit einem festen blick betsy eilte voraus man hörte den wiederhall ihrer schritte auf den stufen zenon hatte die andern gleichfalls überholt indem er seiner braut nach eilte so daß sie ganz allein gingen der alte ruhte oft aus denn seine kranken füße ließen keine eile zu ich habe auf dich gewartet begann mr bartelet mit sanftem vorwurf ich konnte nicht eher ich mußte verreisen sagte joe ausweichend der alte schüttelte zweifelnd den kopf doch sagte er nichts sie ruhten wieder einen augenblick im flur aus unter einer eisernen laterne von altertümlicher form die von der decke herabhingen in einem kranze von bunten lichtern die in der dunkelheit in regenbogenfarben schimmerten was hört man in deinem regiment das war sein lieblingsthema es wird nach afrika versetzt der tag der abreise ist schon bestimmt nach afrika auf den kriegsschauplatz nach afrika wiederholte der alte erstaunt es war in ihm plötzlich die furcht erwacht und umkrampfte mit eisernen krallen sein herz so daß er kaum atmen konnte ich habe das befürchtet flüsterte er leiser na ja dann wirst du hinfahren mein junge der dienst die pflicht ja die pflicht fügte er leiser hinzu denn seine stimme war heiser geworden und blieb ihm in der kehle stecken wir haben noch einen ganzen monat urlaub es kann sich noch vieles ändern beruhigte joe den alten nichts kann sich ändern nein das ende des krieges ist noch weit und die hungrigen kanonen warten auf ihren fraß auf ihr fleisch haß und verachtung zitterten in joes stimme sie warten auf ihren fraß wiederholte der alte wie ein düsteres trauriges echo jetzt schwiegen sie beide joe beschloss in diesem augenblick ihm nichts davon zu sagen daß er den abschied genommen hatte er wollte keinen streit wollte ihm den ärger ersparen der vater war heute so gut und so ausnehmend sanft daß er es nicht wagte ihm diese so seltenen augenblicke zu verleiden und übrigens rechnete er auch damit daß die nachricht davon daß sein regiment für den kriegsschauplatz bestimmt sei ihn geneigter stimmen würde er floh doch nicht aus angst vor dem kriege denn er hatte ihn schon so manchesmal zur genüge genossen als ziel für die kugeln dieser nie fehlschießenden bauernburschen flüsterte der alte vor sich hin als sie das große helle zimmer im ersten stock betraten das eine art salon und eine bibliothek zugleich darstellte an einem niedrigen tischchen vor dem kamin machte sich betsy schon mit dem tee zu schaffen als sie eintraten mr bartlett versank in ein großes fauteu nahm eine tasse und verfiel langsam schlürfend in tiefes nachdenken die tanten erschienen bald ihnen voraus ging dick der die fußbänke trug miss dolly war schon wieder erhaben und majestätisch schön wie gewöhnlich nur seufzte sie noch stärker während sie tee trank und überwachte strenger als sonst mit versteckten lauernden blicken betsy und miß ellen zart und hager wie der trockene stengel einer königskerze mit der letzten blassen blüte darauf schob sich schüchtern hinter die schwester und schaute scheu nach dem fauteu des bruders sie setzte sich ängstlich in die nische zwischen den bücherschränken wo sie ganz leise in den vergilbten blättern einer bibel blätterte und sich langsam in die betrachtung des heiligen textes vertiefte spazierte mit einer tasse in der hand umher und musterte hin und wieder die langen büchereien auf den regalen stille erfüllte das zimmer jene wundersame sonntägige stille voll von wohltunder ruhe als wäre sie erfüllt vom widerhall der kirchen die schon leer und dunkel und doch noch voll von widerklängen längst verstummter lieder sind voll von verwehenden düften voll von irrenden seufzern voll von jener stimmung der gebetsekstasen und zugleich der langeweile und schläfrigkeit alle versanken in schweigendes schläfriges nachdenken nur dick wachte und huschte ab und zu ohne geräusch vorüber und reichte t herum sinnen und betsy die nebeneinander auf einem großen die hälfte der wand einnehmenden sofa saßen und darin fast verschwanden flüsterten eng aneinander geschmiegt fern von ihrer umgebung nur mit sich selbst beschäftigt heiße liebesworte und blickten sich mit weltentrückten blicken an in dieser reugen und herrlichen atmosphäre der liebe unter ihren selig leuchtenden augen begann sinnen sich so wohl zu fühlen wie er sich immer in diesem zimmer gefühlt hatte an solchen sonntagabenden versuchte er mit aufbietung aller kraft wenn er auch immerfort an das rätselhafte quälende gesicht daisys denken mußte wenn auch beunruhigende halbe gedanken halbe klänge und halbe bilder sein gehirn ausfüllten dies gefühl loszuwerden er sehnte sich danach tief und aufrichtig alles zu vergessen was nicht mit diesem guten seligen augenblick was nicht mit betsy in zusammenhang stand und was nicht sie selbst war das gelang ihm manchmal und dann schaute er sie voll stillen vom übermaß an gefühl schüchternen glückes mit verliebten blicken an denn betsy in ihrem sonntagskleid aus schwarzer matter seide das nur von einem weißen umlegekragen und spitzenmanschetten erhellt war schlank hoch und graziös war geradezu reizend ihr frisches gesichtchen von dichten aschblonden flechten umrahmt er blühte aus dieser düsteren schwärze wie die knospe einer apfelblüte sie bebte von lenz und glück und der etwas große und kindliche mund war so kirschrot so belebt von lächeln und so voll süßer verheißung sie fühlte sich in diesem augenblick überaus glücklich das essen war beinahe ruhig vorübergegangen die tanten schwiegen war zu hause der vater saß ruhig und er zen saß neben ihr wirklich neben ihr und so nahe daß es sie plötzlich schrecklich danach verlangte ihm den schnurrbart mit der hand zu verdecken und ihn auf den mund zu küssen auf diesen roten ewig kußhungrigen mund aber sie seufzte nur traurig und errötete bei diesem nicht zu erfüllenden gedanken und umfing nur noch mit küssenden augen sein schönes etwas müdes gesicht die hellen und sanften augen den gierigen mund ach und jenes entzückende lächeln das in den mundwinkeln lauerte dieses gute entwaffnende lächeln miss betsey hat versprochen mir ein wort zu sagen flüsterte er was für eins ich weiß gar nicht mehr daß ich irgend etwas versprochen habe dort am strand heute morgen erinnerte er sie hartnäckig nein nein es geht jetzt nicht sie könnten es hören nein zen später bat sie ängstlich ich warte und verlange mit ganzer seele nach erfüllung des versprechens dann bitte mich nicht anzusehen bitte die augen zu schließen ich sehe schon nichts mehr ich höre nur er brachte seinen kopf noch näher und da flüsterte ihm betsey ganz in flammen und ein wenig bebend leidenschaftlich das unsterbliche ich liebe ins ohr sie flüsterte lange während sie manchmal mit glühenden lippen sein ohr berührte so daß er heftig bebte und noch heftiger seinen kopf an ihr gesicht preßte gleichfalls abgerissene brennende worte flüsternd die sich mit so stürmischem feuer in ihr herz ergossen daß sie nur mit einer letzten instinktiven bewegung von ihm vordrückte und schwer atmend mit geschlossenen augen dasaß voll tiefster freude und zugleich voll wundersam süßer scheu sie konnten nicht mehr reden sie schauten sich nicht einmal mehr an doch dieses unausgesprochene versenkte sie in einen so seligen rausch daß sie sich nur noch unbewußt und unaufhörlich einander zuneigten wie blumen die sich duftschwer in heißen nächten neigen wie bäume die sich schlaftrunken zu den bächen hinabsenken in stillen frühlingsnächten und flüstern voll stummen sehnsüchtigen und nie gestillten verlangens nach dem tage der noch fern ist nach der sonne eine einschläfernde und tote stille erfüllte das zimmer alle saßen unbeweglich da sogar dick war verschwunden nur wie aus der erde heraus wie unter dem hause hervorkommend drang hin und wieder ein schnelles grützes geräusch das vorüberhuschte wie der schatten der aller augenblicke vorübereilenden züge zuweilen wurden melancholische seufzer von miss dolly laut die düster in versunkene fernen verflossener jahre und teurer ereignisse versunken war oder der alte bewegte sich wieder ungeduldig umfing mit ängstlichen augen den kopf des sohnes und verfiel wieder in unbeweglichkeit während er eiligst die lider über die tränen schimmernden augen senkte der vampir von wladislaw raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain der abend schleppte sich langsam dahin in einem müden schläfrigen rhythmus der momente die vorüberglitten wie stumme namenlose vorübergehende die niemand kennt die niemand nötig sind und an die man nie mehr denkt denn aus den kleidern kommt die motte und aus dem weibe die schlechtigkeit der schlange ertönte plötzlich die freudige und salbungsvolle stimme der miss ellen alle zuckten zusammen gewaltsam geweckt sprang auf der alte aber platzte mit lautem lachen heraus und sagte spottend lauter propheten erwachen was im traum ist dir wohl dieser prachtvolle vergleich gekommen aber wie war das gleich doch die uhr auf dem kamin schlug zehn miß ellen antwortete nicht und versteckte ihr erschrockenes gesicht hinter der bibel yoe aber der gegenüber dem vater saß stand auf und wendete sich an zenon es ist zeit für uns was um zehn uhr nach hause das hat es ja noch nie gegeben rief betsy der vater ist müde und alle sind schläfrig so bemühte er sich den aufbruch zu erklären aber im gegenteil ich fühle mich heute vortrefflich und werde gerne noch etwas mit euch sitzen ich würde sogar ein spielchen mit dir machen joe ich habe schon lange nicht mehr piquet gespielt gut wollen wir spielen gern so belebte sich joe wieder dick hatte schnell alles vorbereitet bald vertieften sie sich in die kombinationen des spiels plötzlich fragte der alte ganz unerwartet seine stimme dämpfend also das ist schon ganz sicher daß das regiment auf den kriegsschauplatz soll vollkommen sicher denn nicht nur der tag sondern auch die schiffe zur überfahrt sind schon bestimmt und nach der landung geht's gleich ins feuer wahrscheinlich mr bartelet geriet in ärger fluchte und schlug mit dem stock auf die diele so daß betsy erschrocken herbei eilte mein lieber guter vater du sollst dich nicht aufregen der arzt hat es verboten bat sie und nahm seinen kopf in ihre hände nun gut ja ich sitze schon ruhig wie sollte man sich da nicht ärgern wenn wenn joe die karten gibt als hielte er sie zum ersten mal im leben in der hand als sie die quelle seines ärgers erfahren hatte ging sie beruhigt fort sie fühlte sich so merkwürdig freudig gestimmt und überhäufte zenon mit nicht enden wollenden fragen er antwortete fröhlich oft sogar scherzend denn sie platzte bei jeder gelegenheit mit lautem lachen heraus sie lachte herzlich doch sie unterdrückte dabei mit nicht geringer mühe die frage nach daisy dieser name wurde ihr verhaßt er brannte auf ihren lippen und durchdrang sie mit einer noch dunklen angst doch erweckte er zugleich eine beinahe schmerzhafte und quälende neugier zenon begann dies herauszufühlen aus abgerissenen verworrenen worten aus den lücken die zwischen den fragen nach fast jedem tag waren den er fern von ihr verlebt hatte nach den bekannten nach seinen arbeiten und manchmal sogar wußte er schon deutlich an den stummen und unbewussten bewegungen ihres mundes dass dahinter jener unheildrohende name verborgen war dass sie davon durchdrungen war wie von einem glühenden dolche und ihn trotzdem nicht auszusprechen fragte er wollte es nicht zulassen er wußte selbst nicht warum er fürchtete diese frage also zwang er sich absichtlich zum humor er machte scherze erzählte amüsante anekdoten nur um diesen augenblick weiter hinauszuschieben oder ihn völlig auszulöschen das gespräch brach aber immer fortab die themen erschöpften sich schnell und öfter und länger trat ein schweigen ein beunruhigende pausen in denen ihre augen von dieser geheimen sorge bedrückt scheu und voll unruhe einander flohen zum glück setzte sich miss dolly zu ihnen und begann mit kläglicher stimme entrüstet über irgendein stück dumas zu schimpfen das sie vor einigen tagen mit sarah bernard in der hauptrolle gesehen hatte miss dolly war eine leidenschaftliche männerfeindin sie war sogar vorsitzende des clubs unabhängige frauen die prophetin eines künftigen matriarchats und eine glühende vorkämpferin der frauenrechte und sie hatte sich schon vom ersten tage an glühend gegen die damals berühmte dumasche these gewandt ein verbrecherischer und schändlicher unsinn diese theorie töte sie wofür denn wer hat denn das recht über das leben eines weibes zu entscheiden außer ihr selbst wer wo ist ihre schuld daß sie sein eigentum nicht sein will daß sie flüchtet vor seiner tyrannei daß sie recht und freiheit für sich fordert daß sie ein eigenes unabhängiges leben haben will dafür morde sie fessele sie wirf sie in den abgrund des unglücks und der schande zertritt ihr herz und ihre seele nimm ihr das menschliche daß sie jeden moment vor den augen ihres eigentümers erzittere auf den knien seine gedanken errate daß sie nur sein echo sei sein schatten ihm kinder gebäre und seine niedrigste unterwürfigste dienerin und sklavin werde denn der herr will es so der herr macht die gesetze der herr hat die gewalt das geld also muß es so sein und wenn sie sich widersetzen sollte dann töte sie so ist es im leben und da kommt der schändliche franzose und wagt es uns diese gemeine theorie von der bühne herab zu verkünden und wir hören zu wir disputieren ganz ernsthaft über diese dumme böse phrase o ihr weiblichen schwestern ihr mehrtürerinnen der männlichen übermacht heilige geister die ihr in tieren wohnt das weitere kennen wir schon von deinen reden und ausrufen her bemerkte plötzlich mr bartlett spottend miß dolly zuckte nur mit den achseln blieb aber eine zeitlang stumm deklamiere dolly du solltest eigentlich erste predigerin in dieser feministischen kirche der zukunft werden du hast ja alle dazu nötigen eigenschaften eine weithin schallende stimme einen starken glauben den hass gegen die überzeugungen anderer einen großen vorrat höchst pathetischer und hinreichend dummer phrasen und du nimmst es mit der wahrheit nicht so genau das ist doch das fundament aller tribunen du grobian du tyrann zischte sie durch die zusammengepreßten zähne und maß hin dabei mit einem erhaben verächtlichen blick eine sehr schlaue theorie sich alle rechte anzumaßen das geld mit einbegriffen und uns gnädigst alle pflichten und lasten zu überlassen spottete unbarmherzig der alte während er karten gab sie erwiderte kein wort mehr erst als er sich wieder in das spiel vertieft hatte dämpfte sie ihre stimme und sprach indem sie ängstlich nach ihm hinschaute das leben des weibes ist ewige sklaverei ein leben von geistern die in tieren wohnen müssen ein golgotha ohne ende miss ellen die sich eben voller scheu näher an sie herangesetzt hatte sagte darauf mit ihrer leisen öligen stimme die dankbarkeit des weibes bewacht und erheitert den mann und mästet seine glieder elendes geschwäsch von kameltreibern du wiederholst es wie ein phonograph dolly sprang ärgerlich auf denn ellen hatte die gewohnheit oft und ohne grund die hand zu erheben und mit salbungsvoller stimme das erstebeste zitat herauszusagen wenn dies auch eine wunderbar treffende definition des verhältnisses zwischen mann und weib ist sie erfreut ihn und mästet seine glieder ja nur darum geht es euch in der ehe nur darum fügte sie mit kraft hinzu doch zenon ließ sich nicht aus dem gleichgewicht bringen er beeilte sich gar nicht die männer in schutz zu nehmen denn er kannte diese theorien schon längst und sie langweilten ihn er sagte also kühl und nur aus höflichkeit vielleicht geht es nicht allen nur darum ich hätte dabei nicht an sie gedacht nein denn ich kenne ihre edle erhabene denkungsart nur zu gut und schätze sie so hoch daß ich nicht die geringste sorge um die zukunft meiner teuren wetsy habe ich bin ruhig um ihr glück betsy lächelte nur bei dieser ganz unerwarteten besorgtheit um sie sie kannte das nur zu gut miss ellen hatte schon die hand erhoben und den mund zu einem passenden heiligen spruch geöffnet als dolly sie mit einer energischen bewegung zurückhielt sie wollte zenon von einer anderen seite attackieren und zur diskussion zwingen wie hat ihnen oshita gefallen ich kenne dieses stück nicht denn ich gehe nie in ein theater was sie gehen nie ins theater ja seit fünf jahren war ich nicht ein einziges mal im theater also besuchen sie wohl nur konzerte und opern da ich mich selbst ein wenig mit musik befasse besuche ich auch opern nicht ich gehe grundsätzlich zu keinen öffentlichen schaustellungen grundsätzlich grundsätzlich sie müssen ganz besondere gründe haben die sind sehr einfach und gar nicht ungewöhnlich entgegnete er lächelnd vertilgt wird die sünde der menge werden und die sünder sprach miss ellen feierlich zenon ließ sich hinreißen und da dies selten geschah war er um so heftiger also um es gerade heraus zu sagen diese schändliche lüge die sich theater nennt ist mir zum ekel geworden und darum habe ich diese dummheit diese plage dieses elende geschäft das sich frech als kunst aufspielt hassen lernen vom herzensgrunde ich habe genug von diesem getue von diesem dummen gesten ins leere hinein von dieser närrischen lebensvortäuschung von diesen affigen nachahmungen von diesem menschenspielen und von dieser ganzen verblödeten eingebildeten schauspielermenagerie und dieser beifallklatschenden von blödheit trunkenen menge was willst du also fragte joe lebhaft und hörte zu spielen auf einen wahren und echten kultus des schönen ja sind denn shakespeare die griechen und so viele viele andere keine wahre kunst alle diese berühmten und mit ehrfurcht genannten namen sind nur leere klänge längst schon ist ihr wahrer inhalt gestorben so lange schon daß uns diese namen nicht mehr sagen als die namen von planeten und sonnen die uns ebenso fremdfern und unbekannt sind das sind falsche edelsteine die ihren glanz verloren haben wahrheiten in einer unverständlichen sprache verkündet leichen die wir freiwillig schleppen leichen die schwer wie blei auf unseren seelen lasten so daß wir langsam unter ihrer unheilschwangeren herrschaft zugrunde gehen weil wir nicht einmal daran zu denken wagen daß wir sie von uns in ein museum abwälzen könnten ja ich verstehe dich ich habe es endlich eingesehen daß alles was uns heute beherrscht was wir anerkennen lüge ist und ein leichnam also kann auch das theater nichts besseres sein bemerkte joe düster es ist sogar noch schlimmer denn es spielt sich als tempel der kunst auf und sät doch nur moralischen analphabetismus ist nur eine fabrik von falschen worten eine schule des schlechten und der dummheit denn von priestern ist es in die hände von ignoranten und dirnen geraten es wurde zum bedürfniß nicht der seele sondern der sinne also spricht es nur noch zu augen und händen eines großen geistigen lakaientums erspart ihnen das denken unterhält sie und ist für sie ein tägliches abführungsmittel gegen langeweile und intellektuelle unfähigkeit ein scharfer flug sollte den von unkraut überwucherten acker des lebens durchflügen nicht einmal mit dynamit könntest du ihn sprengen ich habe aufgehört an äußere reformen zu glauben was also bleibt zu tun fragte mr bartlett neugierig gemacht man sollte nicht reformieren was nicht mehr zu ändern ist man sollte das böse seinem eigenen schicksal überlassen mag es sich selbst auffressen und weiter verfaulen ich habe jetzt nur an das theater gedacht mag es so bleiben wie es ist für die die es nötig haben doch für die anderen muß man ein neues theater schaffen ein theater das zugleich ein tempel ist der schönheit geweiht einst gab es in fernen zeiten bei den urvölkern feste des frühlings und des fruchtbringenden herbstes zu denen man sich versammelte um sie feierlich zu begehen man sollte solche feste wieder ins leben zurückrufen ich stelle mir einen uralten wald vor oder das öde wilde ufer eines meeres fern von jeder alltäglichkeit fern von dem gedränge und dem lächerlichen treiben des lebens und dort unter freiem himmel in der frühlingsluft in den grünen sangerfüllten tiefen des waldes auf dem hintergrunde der wieder erwachenden natur oder an einem herbsttage der von spinnweben durchwoben nachdenklich blass und heilig wie hostien ist an sehnsüchtigen tagen voll stiller klage wenn das rostfarbene laub fällt am ufer des sappirblauen meeres das umgürtet ist von der goldenen morgen und der blutigen abendröte dort ist der tempel aller künste der apollinische altar aller ekstasen dort die bis in den himmel dringende hymne der farben und träume der klänge und formen der gebete und visionen die hymne von der unsterblichen schönheit trunkener seelen die das herz von allen sünden allem bösen und allem häßlichen läutert ein neues eleusis für die welche nach erschütterungen und betrachtungen verlangen eine neue wiedergeburt der menschheit jerusalem davon träume ich schloß sinnen das ist wunderbar außergewöhnlich doch unmöglich es läßt sich nicht verwirklichen rief miss dolly enthusiastisch alles ist möglich für die welche wollen flüsterte joe o gott wie schön wie wunderbar das ist wie wunderbar dachte betsy sie wagte diese zauberschönen visionen nicht mit ihrer stimme zu verscheuchen sie war hingerissen von seinen worten von der begeisterung mit der er gesprochen hatte so schaute sie denn nur voll liebe und bewunderung auf sein schönes blasses gesicht das gleichsam von einer eingebung erleuchtet traumverloren und sehnsüchtig zugleich war ich sehe schon diese pilgerfahrten diese unzähligen massen diese festtage voll geheimnisvoller erhebender feier begeisterte sich miss dolly das haus cook und co könnte sich der sache annehmen man könnte sogar eine aktiengesellschaft zur veranstaltung solcher feste gründen kein übles geschäft und wenn man dazu noch eine spezialzeitschrift ins leben rufen agenturen auf der ganzen welt anlegen und die preise ermäßigen würde dann würde das geschäft bestimmt gehen spottete der alte doch beide tanten betsy und sogar joe warfen sich ihm entgegen und verteidigten dieses projekt so daß eine etwas ungeordnete hitzige unterhaltung begann denn der alte machte jeden augenblick boshafte bemerkungen sinnen schwieg und erst als sie ein wenig ruhig geworden waren verkündete er ganz unerwartet mein traum muß einige zeit noch traum bleiben aber inzwischen eröffnen wir ein marionettentheater ein marionettentheater es gibt ja doch schon einige unser theater wird nicht für kinder sein also für wen denn sonst könnte ein marionettentheater sein dieses hier wird für erwachsene sein für künstler von künstlern geschaffen kinderei dekadenz französische einfälle schrie mr bartelet es mag sein aber diese kinderei ist der wahren kunst näher und gibt echtere tiefere eindrücke als das heutige theater sagte sinnen nein er hatte keine lust mehr zu reden er fühlte sich schrecklich matt also erzählte er wie willenlos von den näheren einzelheiten dieses theaters wobei er sich nur an betsy wandte der alte fing schon an ihn nervös zu machen mit seinen brutalen bemerkungen doch plötzlich sprang er ohne den satz zu beenden mit dem schrei auf es ist jemand hereingekommen er hatte es ganz deutlich gesehen wie die portiere sich bewegte und als er die tür aufstieß hörte er das geräusch von schritten und das rauschen eines über den teppich schleifenden kleides sie verstummten entsetzt über seine stimme und haltung denn vorgebeugt blaß mit eher leuchtenden augen lauschte er wie dies geräusch das kaum zu erhaschen war durch das zimmer zu den fenstern glitt er hörte es deutlich konnte es unterscheiden er war tief davon überzeugt dass jemand durchs zimmer gehe dass jemand von der stiege hergekommen sei und jetzt an ihn vorübergleite er sprang in die mitte des raumes als wollte er die unsichtbare festhalten doch es war niemand da das geräusch erstarb wie eine ausgeblasene flamme alle saßen still und ängstlich da und schauten ihn unverwandt an er sah sich im ganzen zimmer um öffnete die schränke ja er schaute sogar hinter den heruntergelassenen fenstervorhängen nach ich war sicher daß jemand hereingekommen wäre und langsam durchs zimmer ginge dick schau einmal morgen in den bücherregalen nach es scheinen sich dort wieder ratten eingenistet zu haben rief der alte fröhlich aber er ließ seinen blick verstohlen im zimmer umherschweifen ich könnte meinen kopf dafür geben daß dies geräusch nicht von den ratten her kam ich sah wie die portiere sich hob ich hörte ganz deutlich das rauschen eines kleides versicherte joe es schien dir nur so etwas in der art einer gehörshalluzination ich selbst habe solche einbildungen im ersten jahre meines aufenthaltes in indien oft gehabt die übliche folge von hitze doch ich wurde schnell und gänzlich davon geheilt erklärte joe ruhig gewaltsam bemüht diesen peinlichen eindruck zu verwischen ja du hast recht es ist dir ganz besonders warm sogar heiß erwiderte zenon dick dreh den gashahn im kamin aus befahl der alte und rückte vom feuer fort wenn sie kopfschmerzen haben mache ich ihnen gern einen umschlag schlug ellen vor im gegenteil ich fühle mich ganz vorzüglich besten dank doch ein gespräch wollte sich nicht mehr anknüpfen sie sprachen einsilbig einzig und allein um die leise unruhe zu unterdrücken die sich in ihre herzen hineinzuschleichen begann immer öfter schwiegen sie und immer ängstlicher schweiften ihre misstrauischen augen in dem hell erleuchteten zimmer umher der alte machte sich über alle lustig weil sie so leicht einer suggestion verfielen doch auch das half nichts und konnte die frühere stimmung nicht mehr zurückbringen und da es schon nach elf war begann man langsam aufzubrechen die tanten entfernten sich zuerst in ihre zimmer im zweiten stock und nahmen betsy mit der alte aber zog den sohn beiseite und bat ihn dort leise um etwas doch dauerte das so lange daß sie ihnen hinausging um sie nicht zu stören mr zen erklang hinter ihm auf der treppe die gedämpfte stimme betseys mein liebster bester gehen sie doch bitte zu einem arzt bat sie herzlich als er etwas näher herangekommen war nun gut ich werde zum arzt gehen werde mich einer kur unterziehen werde einen ganzen berg medizin schlucken werde alles tun was die tyrannische miss betsy verlangt auf wiedersehen rief er laut auf wiedersehen in einer woche in einer furchtbar langen woche flüsterte sie traurig indem sie die finstern stufen herunter kam oh ja zuweilen enthält eine woche tausend jahre der sehnsucht und die ganze unendlichkeit der sorgen der unruhe wiederholte sie wie ein echo und auf wiedersehen er hatte das leise knarren der tür gehört nur bitte recht lange liebe briefe wie immer ein bändchen in sedes gegnete er scherzend das ist mein kalender an dem ich die tage bis zum sonntag abzähle ich lebe nur durch sie sagte sie noch leiser und näher nur einige stufen von ihm entfernt o betsy sein herz erbebte plötzlich in liebe er sprang zu ihr hinauf er faßte ihre hände und begann sie heiß zu küssen denn ich sehne mich so nach dir liebe dich so und warte so flüsterte sie gerührt o meine betsy du meine herzensseele du einzige o könntest du wissen was er sprach nicht zu ende das mädchen entwand ihm die hände berührte mit den fingern seinen mund und lief fort denn in diesem augenblicke ertönte von oben herab die strenge stimme von miss dolly auch yoe kam bald heraus mit einer gerührten geheimnisvollen miene und dick der sie im flure mit den mänteln erwartete flüsterte ihm noch etwas zu als sie ins freie traten draußen war es kalt und dunkel der nebel hatte sich gelegt dafür aber fiel ein feiner dichter und unangenehmer regen den ein eisiger wind ihnen ins gesicht peitschte es umfing sie eine undurchdringliche dunkelheit und als sie auf die sogenannten eselswiesen herauskamen versanken sie völlig in der nacht nur ganz in der ferne durch das glasgewebe des regens hindurch leuchtete schwach eine reihe laternen der schmutz spritzte unter ihren füßen auf aber sie beschleunigten ihre schritte um möglichst schnell in die straßen zu gelangen die schon in der dunkelheit sichtbar wurden diese schweigende düstere öde erweckte unwillkürlich angstgefühle die straßen waren jedoch ebenso düster es lag in ihnen die schlafende stille des sonntagabends die häuser standen in einer toten reihe da von wasser triefend blind und voll verzweifelter langeweile der regen trommelte auf unsichtbaren dächern die traufen erdröhnten unaufhörlich im scharfen rhythmus des herunterfallenden wassers die seltenen ein wenig dunkel brennenden laternen standen wie müde schildwachen da und warfen gelbliche ringe auf den schwarzen nassen asphalt nirgends war ein mensch oder eine droschke zu sehen noch auch die geringste bewegung in diesem meer von steinen in dieser stille der schlafenden stadt nur das stete und schmerzhaft ermüdende geräusch des unaufhörlichen regens ließ sich hören und die widrige luft bedeckte ihr gesicht mit einem klebrigen tau endlich hatten sie die station erreicht und stiegen in den ersten zug der in ihrer gegend fuhr im coup war es leer und beinahe dunkel denn yoe hatte das licht gedämpft sie saßen einander gegenüber in tiefem schweigen und starrten durch die scheiben der zug raste wie der blitz dahin mit lautem rollen und blitzartig huschten gärten vorbei so daß wie in einer vision blätterlose bäume verschwommen auftauchten und wieder verschwanden der zug blieb an dunkeln schlafenden stationen stehen warf die menschen an öden plätzen hinaus und eilte wieder davon bis er endlich anfing langsamer zu fahren da er die riesigen viadukte erklommen die hoch über die häuser gespannt waren so hoch daß man in der dunklen masse von häusern nur schwach die straßenlinien leuchten sah sage mir wer ist miss daisy fragte endlich sinnen nach langem zögerndem schweigen schaute joe dabei jedoch nicht an ich weiß nicht oder vielmehr ich weiß so viel wie alle anderen daß sie von kalkutta gekommen ist dies ist beinahe alles was ich von ihr weiß ein merkwürdiges weib ich kann mir nicht klar werden über den eindruck den sie auf mich macht das macht mich oft unruhig oh ja sie verbreitet eine magische düsterheit und scheu ein merkwürdiges weib flüsterte joe bang ich dachte du kennst sie näher sie nahm doch an der seance teil aber gegen ihren willen ich nehme sogar an daß sie gar nichts davon weiß die war da und weiß nichts davon ich verstehe nichts mehr der mahatma bemerkte als wir von der spiritistischen seance bei mr smith sprachen er glaube daisy hätte große mediumistische kräfte in sich er riet uns sogar man sollte ihr den befehl suggerieren zur seance zu kommen und gerade deswegen war ich damit einverstanden daß die sache bei mir stattfand nun und sie ist gekommen ja das weiß ich bis heute noch nicht ob das sie selbst war die leibhaftige daisy oder auch nur ihr zweiter ihr astralleib aber ich erinnere mich ihrer doch gut und entsinne mich daß du ihre hand nahmst ihre augen und ihr gesicht berührtest also muß sie körperlich dagewesen sein ich erinnere mich dessen aber ich erinnere mich auch was du mir erzähltest als wir zum essen fuhren von deiner begegnung mit ihr auf der stiege einige sekunden nachdem du die seance verlassen hattest in einem augenblick wo alle versammelten sie schlafen sahen du mußt sie doch geweckt und gesehen haben wie sie hinausging sie kam für einige augenblicke zu uns nachdem du fortgegangen warst wir sahen sie ganz deutlich in der vollen beleuchtung des kronleuchters ich sprach sogar mit ihr und dann fragte sie in voll peinigender angst dann bat sie man solle sich nicht von den plätzen rühren die lichter erloschen von selbst und sie ging hinaus nein und tausendmal nein das ist unmöglich das ist ein märchen oder wahn wie wäre es denn möglich ich begegnete ihr im flur wie sie von der anderen seite herkam und sie soll gleichzeitig unter euch gewesen sein zu derselben zeit hier sowie dort ich könnte doch meinen kopf dafür geben daß ich ihr begegnet bin daß ich hinter ihr herging bis hinunter zum portier also war es nur halluzination einbildung daß ihr sie gesehen haben wollt es war eine ebenso wirkliche tatsache wie deine begegnung mit ihr ebenso wie du sie gesehen hast war sie zugleich unter uns dann hat sie sich also in zwei miteinander völlig identische wesen gespalten mache dich nicht lustig über mich versuche mich nicht zu überzeugen dies würde ja allem widersprechen was wir wissen würde unserm verstand hohn sprechen rief sie ihn gereizt wem widerspricht es unserem wissen unserem verstand was wissen wir denn gar nichts wir stecken tief bis an den hals in dummen nichts erklärenden tatsachen an die wir uns festklammern wie an die brüstung über einem abgrunde wir wagen es nicht uns von der stelle zu rühren ja nicht einmal zu denken daß man sich in diesen abgrund stürzen könnte ohne verloren zu sein und daß man gerade dort diese einzige wahrheit die eigene seele finden könnte sprich nicht ich kann heute nicht mit dir darüber reden ich bin so merkwürdig müde und erschöpft daß ich leblos wie ein stein hinsinken würde betäubt von deinen exotischen nebelhaften hypothesen ich bin nur ein mensch der einzig und allein der wirklichkeit traut die seinen sinnen zugänglich ist es gibt nur eine wirklichkeit die seele außer ihr ist alles nur der schatten der von ihr in die unendlichkeit fällt druckbilder und täuschung das ist das echo der lehren des mahatma guru flüsterte sinnen unwillig ich bin doch sein schüler und verehrer o gott daß doch der mensch nie ohne führer bestehen kann weil er erlöser haben muß wenn er nicht nur chandala ist menschlicher dünger auf dem erst vielleicht einst die heiligen blumen des geistes sprießen werden guru hat mich erlöst ich bin aus seiner weisheit neu geboren worden ich war blind und habe das sehen gelernt ich war nur eine menschliche leiche er hat mich von den toten auferweckt und mich an die lotos duftenden ufer der ewig einzigen wahrheit geführt so gehöre ich ihm also ganz und sage es dir mit demut voll glücksgefühl und stolz wirst du ihm folgen fragte sinnen und wartete voll beben auf joes antwort ja ich werde ihn nicht mehr verlassen bis zu dem tage an dem ich er stehen und sein werde also könntest du der heimat und den deinen entsagen die heimat der seele ist er und ihre sehnsucht und ihr ziel ist in ihm zu bleiben sinnen entgegnete nichts und schaute nur voll verwunderung und scheu zu joe auf sie stiegen aus dem zuge und durcheilten in völligem schweigen einige leere straßen erst auf den stufen des hotels hielt joe als er sinnen die hand zum abschied reichte seine hand fest und flüsterte ihm mit nachdruck ins ohr ich rate dir hüte dich vor miß daisy und er ging eiligst fort warum rief sinnen bis ins innerste von dieser unheil verkündenden stimme erschüttert doch joe verschwand ohne antwort in dem schon dunkeln langen gange ende von teil 6 von der vampir teil 7 von der vampir von wladislaw raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain viertes kapitel sie waren allein geblieben im reading room sinnen hatte diesen augenblick sehnlichst erwartet warum das war ihm völlig unbewusst und als daisy kam als sich die tür hinter dem letzten der das zimmer verließ geschlossen hatte befiel ihn scheu und unruhe er erhob sich und begann nervös hin und her zu gehen er fühlte sich unglaublich erregt er war nicht imstande ein einziges wort zu sagen und er hatte in diesem quälenden augenblicke auch nichts zu sagen er fühlte nur und hatte sogar die peinigende gewissheit dass er vor etwas stand was im nächsten augenblick aus dem schweigen hervortauchen könnte und doch erwartete er nichts bestimmtes kaum vor einer halben stunde während eines geräuschvollen und ziemlich banalen gespräches als er sich erhoben hatte um hinauszugehen hatte er in ihren augen ganz deutlich das geheiß gesehen er solle bleiben so war er also trotz der hartnäckigen bitten joes geblieben und wartete mit dem inneren beben einer peinigenden ängstlichen unsicherheit die ihm wie eine schlange mit kalten ringen das herz umschlang es langsam zusammenpresste und alles blut und jeden gedanken herausschlürfte miss daisy spielte irgendein leises in der melodie verschwommenes liedchen als wenn sie ihn gar nicht beachtete und er ging immerfort wie ein irrer im kreis um die möbel herum und schaute manchmal durch die scheiben in den grauen traurigen tag hinaus doch er sah nichts war fern von allem einzig und allein vertieft in den tau von tönen der immer leiser herunter fiel oder er riß sich auch von diesem wunderbaren zauber los und schaute auf ihre roten haare die wie aus kupfer gemeißelt schienen und auf ihre weißen langen hände die über die klaviatur dahin glitten wie ein süßer traum sie spielte ohne unterbrechung und wendete ihm nur hin und wieder ihr blasses sinnendes gesicht zu und dann begegneten sich ihre blicke für einen moment ihre wie aus hartem kaltem safir gemeißelten augensterne durchdrangen seine seele durch und durch er hielt bebend an denn es schien ihm daß jetzt der augenblick gekommen sei in dem sich dieses etwas das er erwartete verwirklichen solle daß jetzt das geheimnis reden würde doch sie spielte weiter er fühlte sich immer mehr gereizt und beunruhigt er ging wieder im zimmer umher und lauerte auf jede bewegung ihres kopfes auf jeden ihrer blicke doch diese waren immer gleich kalt durchdringend und stumm schon einige male war die empörung in ihm aufgewallt so daß er energisch der tür zugeschritten war doch er konnte nicht fortgehen und so flossen lange lange augenblicke in schweigender erwartung dahin langsam unmerkbar begann die dämmerung das tages licht mit ihrem aschgrauen staub zu überschütten und wob alles in ein nebel einschläfernder träumerei ließ die farben erblassen und fiel wie ein flaumiger zitternder schwerer nebel herab zenon sank ermüdet und erschöpft in ein fauteuil und saß unbeweglich da diese beunruhigende stille dieses schweigen schlug mit kaum hörbaren tönen wie ein hammer in ihm und machte ihn kraftlos durch seine unfaßbare traurigkeit nein er konnte nicht fortgehen er saß da als wäre er mit unsichtbaren und doch gewaltigen ketten an diese gestalt geschmiedet die in der immer dichter werdenden dämmerung kaum noch sichtbar war und er selbst verfiel langsam in die schläfrige leblosigkeit eines schweigens das voll von trauer merkwürdigen trugbildern und im nebel verfließenden formen war er erwachte nach einiger zeit und schaute sich um die dämmerung wurde schon zur nacht das zimmer war beinahe unsichtbar geworden nur die spiegel sahen ihn an wie leere entschlummernde augen und die große palme die auf dem mittleren tische stand schimmerte in verschwindenden dämmerigen umrissen auf dem bläulichen hintergrunde der fenster über die sich langsam die toten wimpern der schatten senkten miss daisy war in der dunkelheit nicht mehr zu sehen doch spielte sie immer noch aber gleichsam traumverloren apathisch er stand plötzlich auf mit dem unerschütterlichen vorsatze zu ihr zu sprechen doch ehe er noch den mund zum ersten wort geöffnet hatte kam ihm plötzlich ein brutaler gedanke der ihn wie ein peitschenhieb ernüchterte der gedanke daß vielleicht nur ihr befehlender blick das sage wonach er im geheimen verlangte vielleicht sollte dieses weder heute noch irgend jemals geschehen und er wartete wie ein dummkopf bebend vor neugier und angst sie kam nämlich sehr oft in den reading room um zu spielen und spielte einige stunden ununterbrochen also tat sie wohl auch heute dasselbe ohne auf ihn zu achten vielleicht sogar ärgerlich darüber daß er sie durch seine anwesenheit störte er empfand den bitteren geschmack der enttäuschung unter eine tiefe unzufriedenheit mit sich selbst darum schlich er möglichst leise mit einer gewissen scham aus dem zimmer er wohnte auf demselben flur des ersten stockwerks und er öffnete gerade die tür als das gedämpfte und lang hingezogene brüllen des panthers erscholl und nach einer weile miß daisy an ihm vorüber ging doch als bemerke sie ihn gar nicht trotzdem er im vollen lichte stand das gesicht ihr zugewendet dieser ihn völlig übersehende blick berührte ihn so unangenehm und verursachte ihm so heftigen schmerz daß er in die wohnung trat und die tür voller wut zuschlug er machte sofort licht denn er konnte die dunkelheit im zimmer nicht vertragen und begann mit zitternden händen den umschlag eines briefes aufzureißen der schon seit dem frühstück auf dem schreibtisch gelegen hatte der brief war von betsy aber er konnte trotzdem nicht klug aus ihm werden konnte weder die worte miteinander verbinden noch ihren inhalt verstehen so daß er in noch heftigere erregung geriet den brief unwillig hinwarf und hinausging auf den flur zu sehen wo es schon leer und still war ihm war es jetzt schon beinahe gewiß daß er sich getäuscht hätte und daß erregte eine solche bitterkeit in ihm daß er sich lange zeit nicht beruhigen konnte ja denn was hätte sie mir auch sagen sollen weswegen hätte sie wünschen sollen daß ich mit ihr allein bleibe eine täuschung nur nichts weiter in diesem verrückten hause fange auch ich schon an an halluzinationen zu leiden dachte er und nahm wieder den brief betsy's aber dies herzliche rührende geplauder seiner braut ließ ihn kalt nur seine augen lasen seite auf seite denn seine ganze seele war von erinnerungen an die andere erfüllt er hörte auf zu lesen und wollte schon in der ersten ehrlichen auffallung antworten hatte schon die überschrift geschrieben doch er wußte einfach nicht was er schreiben solle er hatte in diesem augenblicke nichts zu sagen er fühlte plötzlich ein heftiges verlangen hinaus in die stadt zu gehen in den menschenüberfluteten straßen umherzuschlendern ganz zu versinken in dem brausenden gewoge doch ehe er noch seinen entschluß ausgeführt hatte meldete der diener ihm mr smith herein trat der hagere gelbe her mit den augen eines gekochten fisches etwas gebeugt vorsichtig überaus höflich und übertrieben bescheiden zenon bot ihm ziemlich unwillig einen stuhl an ich komme gleich mit zwei bitten zu ihnen aber wenn ich störe dann will ich sofort wieder gehen wenn es mir auch offengesagt unsagbar unangenehm wäre wenn ich mich dieser bitten nicht gleich entledigen könnte also ich bitte sie ich höre sie mit vergnügen an zenon wunderte sich jedoch über diese einleitung denn er kannte den herrn lediglich vom speisesaal her verzeihung mr smith stand plötzlich mit einer leisen bewegung auf näherte sich der bronzenen psychostatue die neben dem schreibtische stand setzte seinen kneifer auf und begann zärtlich ihren wunderbar geformten schenkel zu streicheln sie ist wunderbar der höchste ausdruck von vergeistigung flüsterte er während er seine hand voll wohlbehagen über die keuschen mädchenhaften formen gleiten ließ also erstens ich bitte sie mr zenon an unserer morgen stattfindenden séance teilzunehmen las er aus seinem notizbuch vor während er sich auf seinen alten platz setzte ich bin überaus begierig auch die zweite angelegenheit zu vernehmen zenon zwang sich zur höflichkeit verzeihung und wieder glitt der andere mit einer geduckten katzenartigen bewegung zu einer bronzenen antinos statuette die in der ecke auf dem hintergrunde einer feilchenblauen seidenen draperie stand er streichelte wiederum ihre hüften knipste mit dem fingernagel an ihr knie daß das erz erklang setzte sich wieder und las ich bitte mr zenon mr joe zu bewegen an dieser séance teilzunehmen der gelbe herr neigte seinen kopf und bohrte seine von roten ringen umräderten fischaugen in die porzellanfiguren die auf dem kamin standen ich bedauere sehr doch muß ich ihnen eine enttäuschung bereiten ich bitte vielmals um verzeihung doch ich nehme niemals an séancen teil und beschäftige mich nicht mit spiritismus ich war damals nur auf joes bitte dort auch miss daisy wird dort sein fügte mr smith hinzu gleichsam unwillkürlich und wendete sich scheu ab ich werde kommen zenon zögerte einen augenblick aber was joe anbetrifft so verspreche ich keineswegs auf ihn in dieser richtung einzuwirken ich finde sogar daß er bereits allzu sehr vom spiritismus absorbiert wird leider aber das war nur früher so denn seit der ankunft des matma ist er den früheren heiligen grundsätzen und den brüdern untreu geworden oh mit mr joe steht es gegenwärtig sehr schlimm sehr schlimm sie wissen ich weiß nichts gar nichts es ist kein geheimnis mehr ich kann davon wenn auch nicht ohne einen gewissen schmerz reden aber wenn sie es nicht zu hören wünschen wenn sie mr smith stotterte ängstlich im gegenteil joe geht mich nur zu sehr an die ängstliche stimme des andern begann zenon zu beunreugen nun also er hat sich auf fakir experimente eingelassen er bereitet sich um es deutlich zu sagen unter führung des matma vor ein yogi zu werden ist es schon lange her daß sie ihn gesehen haben es ist drei tage her ich dachte er wäre verreist denn er ist nie zu hause er ist wohl zu hause seit zwei tagen sitzt er eingeschlossen da sitzt auf derselben stelle ohne zu essen ohne zu trinken und will so lange da sitzen bis er sich selbst sieht bis er in zwei personen zerfällt ein gefährliches experiment ich höre es mit entsetzen er hat mir nichts von diesen übungen gesagt wir haben es erst gestern erfahren auf der seance miss daisy hat es uns mitgeteilt wenn ich nur die tür einrennen müßte ich muß zu ihm muß ihn aus diesem warne herausreißen ich danke ihn sehr für diese nachricht wir sind besorgt um ihn er empfängt keinen von den brüdern er hat alle bande mit uns zerrissen und dann wenn er miss daisy ins garn gehen sollte ja was dann kam es plötzlich entsetzt von senons lippen dann kann er für alle ewigkeit verloren sein flüsterte mr smith düster während er sich die figürchen auf dem kamine ansah wer ist also um gottes willen miss daisy das ist ein geheimnis niemand weiß davon man soll nicht danach fragen schrie der gelbe herr beinahe und hielt sich die ohren zu um die fragen nicht zu hören wozu ein geheimnis daraus machen diese künstliche geheimnistuerei scheint mir beinahe schon wie betrug hüten sie sich davor es zu enthüllen es gibt dinge an die man mit gewöhnlicher neugier nicht heran darf denn sie rächen sich du bist ein ungläubiger drum spielst du wie ein kind mit der flamme ohne zu wissen dass sie dich jeden augenblick erfassen kann oh ich warne dich sehr halte dich fern von miss daisy das ist ein unheil verkündendes feuer wir selbst fürchten sie sie erscheint auf den seancen und vollbringt wunder wie sie niemals jemand erträumt hat sie enthüllt erschütternde dinge und verkündet solche wahrheiten daß wir allen grund zu befürchtungen haben wir haben allen grund ihre macht zu fürchten und den verdacht daß sie eine abgesandte nicht des herrn sondern jenes ist vielleicht sogar seine verkörperung wessen fragte zenon leise und zuckte unbewusst zusammen des baphomet flüsterte mr smith ängstlich nahm eine prise salz aus der westentasche und verstreute sie abergläubisch ringsherum baphomet wiederholte zenon er verstand nichts davon stell sprechen wir diesen namen nicht mehr aus oh gott schrie der gelbe herr plötzlich laut auf und sank in einen stuhl denn es erscholl ganz nahe das erschütternde brüllen des panthers zenon eilte auf den flur hinaus es war ihm als hätte buck direkt vor seiner tür gebrüllt doch der gang war ganz leer er scheint im käfig zu brüllen vielleicht ist er hungrig erklärte er und bemühte sich ruhig zu bleiben nein nein darin muss irgendein zeichen der verständigung sein denn übrigens weiß ich ob buck nur ein tier ist ich weiß es nicht was ist er denn sonst doch nicht etwa gaber womit selbst rief zenon höhnend stell stell unseliger du kannst nicht wissen ob dieser name so ausgesprochen nicht in diesem augenblick jemand den tod bringen unglück oder krankheit bedeuten könnte ja was denn er nimmt ihn auf die hörner und trägt ihn auf den boxberg spottete zenon boshaft alles ist ein schreckliches geheimnis rings um uns ist dunkel in dem die angst und der ewige tod lauern es gibt tötende worte es gibt namen bei deren klange welten in staub zerfallen es gibt wünsche die ohne unseren willen in erfüllung gehen und es gibt gedanken von denen die bewegung der sterne abhängt wer irrentastend im ewigen dunkel als wären wir blind von geburt und klammern uns in verzweifelten glauben an staub und rufen mit großer stimme es gibt nichts außer unser blinden torheit doch die welt wird einst sehend werden in schmerzen sehend werden mag sie die propheten steinigen mag sie sich an ihrer eigenen seele weiden so oder so muss sie erlöst werden durch die ganze kraft unseres glaubens und sehnsucht denn wir werden sie aus den strudeln erretten sie aus der gefangenschaft der sünde befreien unsere wahrheit wird die welt erlösen doch bis dahin herrscht jener noch und regiert die welt er wohnt in allen herzen und lauert und führt einen verzweifelten kampf mit gott flüsterte mr smith heiß und erhob sich von seinem platze das sind alte längst verwehte sagen längst gestorbene mumien von symbolen die in unserem allernüchternsten jahrhundert bei dem allernüchternsten der völker von den toten erwachen die urewige sehnsucht der seele nach dem sein die urewige angst vor dem tode haben sie nicht die enthüllte isis gelesen fragte mr smith ganz unerwartet ich habe sie gelesen oder vielmehr joe hat sie mir auseinandergesetzt und ich bin zu dem schluss gekommen dass die blavatska meine ganz gewöhnliche ja sogar ordinäre betrügerin ist und ihr buch ein wust von blödsinn und bewussten lügen die auf guten glauben und menschliche naivität spekulieren das bedeutendste weib das das menschengeschlecht je erzeugt hat die erste heilige unserer kirche und sie urteilen über sie wie über eine straßengauklerin jammerte der gelbe herr ich bitte vielmals um verzeihung aber diesen eindruck habe ich aus den berichten über sie davongetragen ich garantiere ihnen sie würden sie verehren wie auch wir sie verehren sie ist vor einigen tagen nach london gekommen morgen kommt sie in die loge mit oberst olcott ich will sie gern einführen die seance wird ganz außergewöhnlich sein es sollen apporte vom dalai lama selbst kommen sie ist das größte medium auf der ganzen welt ich danke ich habe die wunder schon satt oh gott welche lästerung ja denn was tut's daß ich ein wunder sehen werde wenn ich's nicht verstehe wer wird mir das wunder erklären ja sie wissen sehr wenig sehr wenig verzeihen sie lassen wir diese frage ich muß gehen aber vielleicht haben sie die freundlichkeit joe zu sagen daß sie sich danach sehne ihn möglichst bald zu sehen ich wußte nicht daß sie persönlich miteinander bekannt sind o es ist eine alte verehrung bei joe noch von bengalen her flüsterte mr smith ließ einen wollüstigen blick über den antinos gleiten und ging hinaus zenon aber eilte schleunigst ins zweite stockwerk zur wohnung joe hinauf da er infolge der erzählung des mr smith sehr in unruhe um ihn war doch er mußte lange pochen bis ihm schließlich ein hochgewachsener zimtfarbener malaie die tür öffnete dieser mensch war schön wie antinos und trug die haare nach frauenart in zöpfen geflochten und auf dem kopfe aufgesteckt wo ein hoher goldener smaragd besetzter kamm leuchtete mr joe ist nicht zu hause behauptete er hartnäckig und wollte zenon nicht einlassen er muß da sein denn heute sollten wir hier zusammenkommen und er hat doch seit zwei tagen das haus nicht mehr verlassen zenon versuchte es mit einer list nur um in die wohnung hinein zu gelangen ich weiß nicht aber sie sind hier nicht verzeichnet wären doch hier die namen aller derer stehen die ich einlassen darf er zeigte ein blättchen auf dem etwas in hieroglyphen geschrieben stand er hat offenbar vergessen mich aufzuschreiben du kennst mich aber doch und weißt daß ich immer ohne vorherige anmeldung komme aber das opfer hat schon seinen anfang genommen ich habe mich verspätet zenon konnte die bedeutung dieser worte nicht verstehen es geht nicht nein der malaie wehrte sich immer schwächer er wußte nicht was er tun solle denn er wußte sehr wohl von zenons freundschaft mit mr joe doch jener achtete nicht mehr auf seinen widerstand und drang beinahe gewaltsam in das vorzimmer der malaie kratzte sich verlegen hinterm ohr verschloss die tür mit einem ganzen system von schlössern und führte zenon in ein seitenzimmer wo auf einem niedrigen tische in einem siebenarmigen leuchter aus erz sieben hohe gelbe wachskerzen brannten ringsherum an den wänden standen breite sofas die mit gelber seide überzogen waren auch die wände strahlten golden in den reinen farben chinesischer seide auf die goldene drachen gestickt waren der malaie reichte ihm einen langen schleier der dünn war wie spinnweben durchsichtig wie wasser und pfeilchenfarben und öffnete die tür zum benachbarten zimmer zenon hielt einen rauschenden wunderbar weichen stoff in den händen er wagte nach nichts zu fragen um nicht zu verraten daß er nicht zu den eingeweihten gehörte und erst als der diener hinausgegangen war rührte er sich vom platze was soll das alles heißen was für ein opfer hat begonnen dachte er während er sich erstaunt umsah noch niemals war er in diesem teil der wohnung gewesen er hatte nicht einmal etwas von seiner existenz geahnt er schaute durch die angelehnte tür ins benachbarte zimmer doch er zog sich wieder zurück denn dort war es so völlig dunkel als wäre alles ganz mit wandschirmen verstellt er nahm eine kerze und begab sich ins innere der wohnung durch schritt zimmer für zimmer überall herrschte dunkelheit leere und stille nirgends eine spur von menschen erst in dem zimmer wo die seance stattgefunden hatte vernahm er ein gedämpftes undeutliches geräusch ein stöhnen das wie aus der erde kam manchmal ertönte etwas wie ein schrei in ersterbendem echo und wieder herrschte dumpfe stille sinnen blieb beklommen stehen er konnte nicht begreifen woher die stimmen keimen in dem zimmer war es nämlich leer wie überall nur durch die scheiben schauten die schatten der bäume herein und ferne lichter spiegelten sich wie goldene spinnweben im glase nach einer weile erzitterten diese unerklärlichen stimmen aufs neue und gleichsam näher deutlicher wie ganz nahe bei ihm so daß er entsetzt zurückwich daß seine kerze erlosch und ihn wieder dunkelheit umfing aber erst da merkte er daß dieses gedämpfte merkwürdige geräusch von dem runden zimmer her kam er tastete sich nach der tür und öffnete sie geräuschlos aber noch war die öffnung von einem dicken schweren vorhang verdeckt und die stimmen mit denen sich musikklänge verwoben erschollen so nahe daß er den vorhang etwas hob und ein wenig hineinschaute aber da erstarrte sein blick und er wich entsetzt zurück er flüchtete geradezu in das seancezimmer zündete eine zigarette an und preßte seine stirn an die fensterscheibe um sich von seinem entsetzen zu erholen ich sehe es wohl das hier bin ich ich fühle die kühle weiß wo ich bin ich muß doch bei besinnung sein überlegte er langsam denn das was er dort gesehen hatte ihn mit wahnsinniger furcht erfüllt ich sah es aber das ist unmöglich ich habe es mir nur eingebildet als hätte mich jemand aufs hirn geschlagen dachte er ängstlich und konnte sich nur mit mühe von diesem gleichsam im wahnsinn geträumten los machen erst nach längerer zeit als er schon völlig ruhig geworden war und sich überzeugt hatte dass er bei besinnung sei ging er wieder hin und schaute furchtsam hinein das große runde zimmer war ganz in ein sanftes bläuliches licht getaucht ein bläulicher teppich war über den fußboden ausgebreitet und bläulich waren die leeren fensterlosen wände die nur hier und da mit heiligen in gold gemalten zeichen verziert waren von einer bronzenen griechischen lampe die von der decke herunter hing floss ein gedämpfter nebliger schimmer herab in diesem ein wenig einschläfernden halb licht in dieser mondartigen beleuchtung bewegten sich wie in einer unendlichkeit die nur vom sternenschimmer unterbrochen wird in dem berauschenden dufte von orchideen die aus goldenen körben herabhingen unter den klängen unbekannter instrumente barfuß gespensterhafte gestalten die beinahe nackt waren denn ihre körper waren von bunten schleiern verhüllt die durchsichtig wie wasser waren nur ihre gesichter ihre köpfe waren sorgfältig verhüllt es sah aus wie ein reigen von verdammten geistern die einen wilden tanz aufführten und sich mit langen grünen bambus rohren schlugen joe saß in der mitte auf einem teppich ganz nackt zusammen gekauert unbeweglich und schaute mit einem stumpfen gleichsam erstarrten blick vor sich hin er war wie eine leiche taub für alles er war völlig blind und empfindungslos diesem tollen wirbel gegenüber der immer schneller sich drehte in allen farben des regenbogens von heiseren stimmen und schmerzlichem zischen unterbrochen das aus den weißen wogenden leibern drang sieben männer und weiber drehten sich in einem tollen mystischen tanze geißelten sich wie besessen schrien wie geistesabwesend oder schluchzten krampfhaft sie geißelten sich mit der ganzen wonne des schmerzes im heiligen verlangen nach wunden und qualen wie märtyrer im opferwahnsinn sie geißelten sich gegenseitig wo sie einander erreichen konnten zusammengedrängt in einem wahnwitzigen wirbel verblendet und in konvulsivischen zuckungen die hieber hagelten immer dichter die bewegungen wurden immer unfassbarer und rote striemen wandten sich immer enger wie schlangenringe um die weißen leiber das blut spritzte manchmal fiel jemand mit einem furchtbaren schrei zur erde und kroch zu joes füßen küßte seine nackten füße ohne es zu achten daß dieser ganze strom über ihn hinwegging ihn trat und weiter eilte ein anderer wieder riß sich von dem tollen reigen los schlug mit dem schädel gegen die wand brüllte mit unmenschlicher stimme furchtbar wahnsinnig und fiel dann wie leblos zur erde plötzlich fielen alle aufs gesicht und es erhob sich ein erschütternder chor todmüder stimmen ein chor von litaneien und jämmernden tränen erstickten klagen für die sünden der welt nimm unsere schmerzen für die sünden der welt nimm unser blut und dann geißelten sie sich mit einer noch fürchterlicheren ekstatischeren raserei grauen erfüllte das zimmer es blieb nur noch ein seelenloses chaos von schreiendüften tönen einer unsichtbaren musik schmerzhaften geißelhieben und toll umherwirbelnden bluttriefenden leibern eine blinde raserei ein furchtbarer sabbat besessener seelen erschüttert von den schauern des wahnsinns und des todes zenon stand am vorhang gleichsam in einen quälenden unwahrscheinlichen traum versunken seine augen irrten umher er horchte und konnte es noch nicht glauben er schloß die augen er kniff sich in die hände um sich von seinem zustande zu überzeugen jedoch diese blutige rasende vision wollte nicht verschwinden erst nach dieser hymne die mehrere male erscholl verstand er dass das was vor seinen augen geschah die wirklichste wirklichkeit war er versuchte jemanden zu erkennen doch man konnte kein einziges gesicht unter dem schleier hervorreißen nur an den geschmeidigen formen der straffen brust dem langen schwanenhalse und an den roten locken auf ihrem weißen nacken glaubte er miss daisy zu erkennen er glaubte es nicht und doch ahnte er daß sie es war zuweilen meinte er sogar ihre stimme unterscheiden zu können und dann erstarrte er in einem wilden schon nicht mehr menschlichen schmerze es erfasste ihn eine solche raserei daß er zu ihr hinstürzen sie herausreißen sie weit forttragen ihre wunden küssen und mit heißen lippen die ströme von blut aussaugen wollte die an ihren beinen herabflossen er beherrschte sich noch zur rechten zeit doch er fühlte daß ihn fieber befiel ein blutiges verlangen ihn erfüllte nach geißelieben und wunden daß dieses wilde und wollüstige verlangen nach blut sich in ihm zum sprung dehnte wie ein hungriger panther nur einen augenblick noch und er müßte sich hineinstürzen so nahm er also seine ganze schon übermenschliche willenskraft zusammen und floh wie von furien des grauens und der angst gejagt ende von teil sieben von der vampir teil acht von der vampir von wladislaw raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain er wußte nicht mehr wie und wann er sich mitten in der stadt gefunden hatte in irgendeiner breiten straße in einer laut schreienden menge und mitten im fieberhaften treiben der weltstadt die blendenden lichter der elektrischen bogenlampen die transparente an den balkonen die erschütternden schreie der massen der rasende verkehr und der tumult hatten die straße gleichsam zu einem mächtigen aufgepeitschten strome gemacht in den er versank tief auf den grund ohne zu verstehen ohne zu wissen was rings um ihn geschah und wohin ihn diese rauschenden menschenwogen trügen und die massen wurden immer größer sie ergossen sich von allen seiten wie eine lawine sie drangen in geräuschvollen bächen aus den nebenstraßen und überfluteten die ganze oxford street mit einem wogenden und schreienden gedränge tausende von zeitungen flatterten über den köpfen hunderte von aufgehaltenen caps und omnibussen wankten hoch über den köpfen der massen und beinahe aus jedem schrie irgendein mensch heraus und versuchte das unaufhörliche getöse zu übertönen tausende von hüten erhoben sich hoch tausende von kehlen schrien aus ganzer kraft ohne unterlass doch das chaos wurde immer noch gewaltiger denn vom anderen ende der straße drangen dröhnende mächtige trompetenstöße herüber aber sinnen hörte dies alles nicht denn vor seinen augen tanzten immer noch nackte blutige leiber und er hörte das sausen der bambusstöcke über seinem kopfe so daß er sich unbewusst duckte als wolle er den hieben entgehen und immer noch verfolgte er mit ängstlichen lauernden augen einen langen hals und rote haarsträhnen die unter dem schleier hervorquollen aber vielleicht ist sie es nicht dachte er plötzlich während er sich mit mühe von der vision los riß ich habe doch keinerlei sicherheit es schien mir nur so ich ahnte es nur wegen des roten haares und der figur unsinn es muß tausende in dieser masse geben die ihr ähnlich sind also konnte auch dort eine ähnliche sein aber konnte sie es nicht auch selbst sein in ihm begann ein heftiger kampf ein heftiger böser und hinterlistiger kampf denn er wehrte sich mit der ganzen kraft des herzens gegen vermutungen jedoch schon der gedanke allein sie könnte dort gewesen sein dort inmitten dieser besessenen sich geißelnden schar erfüllte ihn mit wilder pein mit unsagbarer qual und die stimme des verdachtes eine neidische böse stimme wurde stärker in ihm und zischte wie schlangen wer weiß wer sie ist wer weiß es röhnte er sich selbst eine abenteurerin ein medium das zu verschiedenen experimenten verwendet wird fügte er hinzu indem er sich mit immer schrecklicheren vermutungen peinigte und übrigens was geht es mich an sie kann sich geißeln wann sie will sie kann sich meinetwegen zu tode geißeln ich habe es satt und plötzlich vergaß er alles denn einige schritte vor ihm tauchte aus der menge ein kopf hervor der daisy so ähnlich war daß er eiligst hinzustürzte doch sie verschwand im gedränge denn gerade in diesem augenblicke begann die menge heftig zu wogen das orchester nahte die trompeten erdröhnenden markerschütternd und aus allen kehlen erbrauste die hymne der königin wie ein orkan er kam völlig zum bewusstsein als man ihn an eine mauer drängte so daß ihm beinahe die rippen brachen er erfuhr zugleich daß es der sieg über arabi pascha war der die menge so begeisterte daß ganz london vor freude wie betrunken war ach der teufel hole euch mit euren siegen fluchte er wütend er konnte sich kaum auf den beinen halten so von allen seiten gestoßen gedrückt und an die wände gepresst wie ein klotz denn die menge drängte in gedankenloser eile dem orchester nach endlich gelang es ihm in eine nebenstraße einzubiegen wo er wieder aufatmen und seine gedanken ein wenig sammeln konnte aber da er nicht wußte was er mit sich beginnen sollte schleppte er sich fürchterlich ermüdet durch gleichgültige öde gassen dahin er ging nur um zu gehen nur um weiter tiefer in die stadt zu versinken um vor diesen schrecklichen erinnerungen zu flüchten vor sich selbst und vor den leuten doch lange noch wie der widerhall eines gewitters folgten ihm die tobenden stimmen der massen und die ohrenbetäubenden klänge der trompeten und er hatte nichts vergessen er erinnerte sich man hatte ihm vor nicht allzu langer zeit im club von dem bestehen einer spiritistischen geißler sekte erzählt damals hatte er gelacht und es nicht geglaubt und jetzt jetzt hatte er es mit seinen eigenen augen gesehen waren doch dort unter ihnen auch joe und sie gewesen er schüttelte sich und er blickte den freund wieder vor sich nackt zusammengekauert wieder sah er den blutigen körper daisys und ihre wunderbare straffe brust von blutigen striemen zerschnitten auch jede dieser wunden hatte ihre eigene stimme und schrie in seinem herzen voll schmerz und klage er fühlte sie alle in sich selbst sie brannten ihn ergossen lebendiges warmes blut über ihn und peitschten ihn mit raserei wütend schob er die passanten zur seite und fingern zu rennen wie ein wahnsinniger so dass die leute stehen blieben und sogar ein schutzmann ihm nach eilte doch er rannte immer schneller jagte von dem sausen der bambusstöcke und dem bilde ihres blutigen körpers den er so nahe so lebendig vor sich sah als brauchte er nur die hände auszustrecken und danach zu greifen erst die temse versperrte ihm den weg die dunkelheit und die stille lähmten ihn er setzte sich ganz apathisch auf eine treppe die zum flusse führte unter ihm plätscherte das wasser und netzte sein heißes gesicht manchmal bildeten sich in der dunkelheit lange zischende wellen wie schlangen krochen leise heran seine füße zu umfangen er fühlte es nicht da er in die dunkelheit starrte schwarze bewegliche wassermassen schossen im undurchdringlichen dunkel mit melancholischem rauschen vorbei sie flüsterten dumpf und ängstlich und flossen dahin immerfort und unaufhörlich wie auf einer ewigen jagd in einer ewigen klage über diese unaufhörliche mühe diese tödliche mühe es gab keinen himmel keine sterne nur ein fahler schimmer lag gleich feuchtem staub über der stadt das wasser war öde und still an den verlorenen unkenntlichen ufern blitzten laternen auf und regten sich wie rote und goldene blumen und die weiten brücken hallten schläfrig und spiegelten ihre bunten lichter in dem zitternden düsteren flusse wieder manchmal glitt ein schiff durch die dunkelheit seine erleuchteten fenster tauchten gespensterhaft auf und verschwanden wieder wie etwas was nie gewesen wäre und dann und wann drang von der stadt der geschwächte wiederhall ihres getöses herüber und verhallte bald wieder lautlos über dem wasser sinnen saß wie tot vor ermüdung und so in sich verloren und so fern von allen äußeren dingen daß er so oft auch auf dem garnitufer schritte hörbar wurden sie gar nicht hörte ja er wußte nicht einmal daß schon einige male eine gestalt hinter ihm aufgetaucht war und das lauernde räuberaugen durch die nacht funkelten in diesem augenblicke wußte er von nichts dachte er an nichts seine seele war bewußtlos in die dämmerung gesunken sie war wie jenes boot das sich zu seinen füßen auf den wogen schaukelte tot und leer er hörte nur das leise ängstliche flüstern des wassers gleich wie das flüstern seines eigenen herzens er fühlte wie sich undurchdringliche nacht in ihm ausbreitete eine wohltuende nacht die erfüllt war von dem leisen weinen frierender bäume von dem traurigen geplätscher des wassers und von einer wunderbaren unsagbaren sehnsucht ihm war als läge er mitten in den wellen und flösse in die unendlichkeit des vergehens und vergessens dahin als wäre er nur noch dieses unstillbare traurige weinen und die nachtumfänge mit ihren kühlen mütterlichen händen sein schweres erhitztes haupt wiege es zärtlich wiege es mit einer beseligenden süßen bewegung und sänge irgendein vergessenes lied ein lied der kindheit und des gestorbenen geheimnisses er hätte vielleicht die ganze nacht so da gesessen in diesem seligen sich selbst vergessen wäre plötzlich nicht über ihm eine strenge und dröhnende stimme laut geworden ich rate ihnen von hier fortzugehen es ist hier kalt und gefährlich aber still und gut erwiderte er unwillig und stand auf denn der schutzmann hatte ihn unter den arm genommen und führte ihn weit fort vom flusse erlaubt ihr einem nicht einmal sich zu ertränken fragte er ironisch doch der schutzmann führte ihn bis zu den beleuchteten straßen sah ihn genau an und entfernte sich ohne ein wort zu sagen wenn er mich verhaften würde brauchte ich wenigstens nicht nach hause zu gehen dachte er und überlegte einen augenblick ob er ihm nicht folgen und ihn darum wie um die größte gnade bitten sollte doch der schutzmann war bereits verschwunden er war allein geblieben und schaute sich ratlos in der öden gasse um er hatte weder lust nach hause zu gehen noch sonst irgendwohin er hätte sich am liebsten an die erste beste wand gesetzt und wäre da geblieben er würde dies auch getan haben hätte ihn nicht das quietschen der ratten die in den rindsteinen vorüberhuschten mit ekel erfüllt er schleppte sich weiter fort und fühlte plötzlich dass ihm furchtbar kalt war und dass er hunger hatte am strand war es schon beinahe leer nur dann und wann wälzte sich aus den schenken der seitengassen scharen von betrunkenen und begannen mit heiserer stimme zu singen die mehrzahl der geschäfte war geschlossen es war schon ziemlich spät geöffnet waren nur noch die unzähligen bars und auf den trottoiren spazierten eine menge geschminkter weiber und belästigten ihn immerfort mit ihren blicken die dreisteren nahmen ihn direkt unter den arm und zogen ihn in die dunklen gäßchen hinein er machte sich ohne ein wort aber sanft los und suchte wo er sich etwas stärken könnte er schaute in viele schenken hinein doch ihr inneres das von alkoholdunst und dem lärmen betrunkener erfüllt war schreckte ihn ab so daß er sich zurückzog und woanders sein glück versuchte durch die straße huschte eine menge von verdächtigen und merkwürdigen gestalten geheimnisvolle gruppen versammelten sich in den dunklen seitengässchen und unter ihnen ging ein alter grauer mann umher und verteilte grüne und rote kärtchen mit heiligen sprüchen die die schande der fleischlichen sünde verdammten er lächelte traurig und verschwand eiligst damit nicht eine faust auf seinen rücken herabsause er ging auf die andere seite der straße denn dort in den dunklen nischen der häuser bei den vielen theatern vor den noch erleuchteten agenturen der zeitungen wo sich noch mehr leute versammelten und wo nur die silhouetten der lesenden mädchen zu sehen waren und ein lockendes zischen zu hören dort ging ein hochgewachsenes schwarz gekleidetes weib welches mutig die heiligen sprüche verteilte manchmal sogar schleichend einem der paare den weg vertrat ohne auf die beschimpfungen die stöße und die gemeinen redensarten zu achten mit denen sie die wütend gewordenen mädchen traktierten sie nahm alles mit demut hin sie neigte ihren kopf und ging unermüdet weiter ihr heiliges werk der nächsten liebe und der barmherzigkeit zu verrichten zenon blieb vor ihr stehen und streckte die hand aus sie hob ihr blasses schönes gesicht und reichte ihm eine ganze handvoll kärtchen er sagte schüchtern sie sähen unermüdlich das gute wort ich war sündig der herr hat mich erleuchtet und mich emporgehoben aus dem abgrund der schande darum tue ich jetzt buße entgegnete sie streng und salbungsvoll gehören sie zur heilsarmee ich gehöre zur kirche der bezwinger der sünde zur kirche die das böse mit sprüchen bekämpfen will seine stimme klang ironisch wenn diese ihre seele nicht speisen wird ihnen auch das brot zu stein werden und wer wird sie aus dem elend erlösen wer herr unsere kirche die das böse bis auf den grund vernichtet und deren waffe das gute ist hier sind erklärungen und berichte über unsere tätigkeit sie reichte ihm ein dünnes heftchen fürchten sie keine beschimpfungen und gefahren mit mir ist der herr das mag sein aber sie sind jung schön und ehrlos flüsterte er unwillkürlich sie maß ihn düster mit ihren schwarzen großen augen deine schönheit ist nur ein schein womit der satan dich zur sünde verleitet eine maske die eine übelriechende leiche verdeckt also hasse und verachte sie sie sagte es fanatisch und ging er zuckte mit den achseln und trat jetzt ohne zu zögern in die erste beste schenke am buffet standen zwei grell geputzte mädchen er achtete nicht auf ihre einladungen und ging in einen großen niedrigen saal der ganz in einzellogen eingeteilt war und ließ sich etwas zu essen geben bald hatten sich in die benachbarte loge mädchen gesetzt und schauten über die scheidewand oft zu ihm hinein doch er bemerkte es nicht denn er aß schnell und trank gierig und viel er trank fast nie empfand also jetzt ein merkwürdig schmerzhaftes und doch aufregendes wohlbehagen wie er so glas um glas lehrte der schnaps beruhigte ihn die ermüdung wich seine gedanken wurden langsam klarer und es durchdrang ihn eine wohltuende wärme er wurde schnell betrunken wie er sich so immer zu einschenkte es umfing ihn eine stille wehmut und eine angenehme wollüstige schwerfälligkeit und er lächelte sich selbst zu mit einem dummen trunkenen lächeln in der schenke wurde dann und wann ein grölen laut man hörte die heiseren schreie der mädchen der rauch von zigarren und pfeifen verhüllte das licht mit einer beißenden wolke und ein ekelhafter geruch von tabak erfüllte den ganzen saal aber sinnen fühlte nichts mehr davon er hörte nichts es umfing ihn eine so trunkene rührseligkeit dass er weinen wollte über sich selbst er empfand plötzlich die entsetzliche last der einsamkeit und des verlassen seins die ungeheure entfernung von irgendeinem leben dessen er sich jetzt nicht mehr erinnern konnte dabei war er schon so betrunken dass er sich nicht mehr rühren konnte er legte seinen kopf auf den tisch und gab sich mühe sich an etwas zu erinnern er verfiel in einen fieberartigen schlaf wachte zuweilen auf versuchte aufzustehen und schlief wieder ein sie her kommen sie mit mir flüsterte eines der mädchen und trat in die loge ein wie was stammelte er polnisch er konnte nicht verstehen wie sie hierher gekommen wäre sie sind pole rosa komm hierher der herr ist ein pole rief sie verwundert ja was wollt ihr schnell schnell nun nichts gar nichts wir hatten schon sechs jahre nicht mehr unsere sprache gehört wir wohnen hier gleich in der dorham street dort könnten wir in unserer sprache reden so kommen sie doch sie setzten sich zu ihm sie verstummten jedoch vor seiner stolzen miene und seinem schweigen vielleicht auch durch irgendeine plötzliche freudige rührung eingeschüchtert die sie unvermutet überkam beim klange der beinahe vergessenen sprache beim klange dieser worte die plötzlich längst gestorbene erinnerungen erweckten er wurde etwas nüchterner infolge dieser unerwarteten begegnung er ließ essen und trinken für sie bringen er musste sie beinahe zwingen zu essen sie weigerten sich energisch denn sie getrauten sich nicht einzugestehen dass sie hungrig seien und waren von seiner güte gerührt doch endlich ließen sie sich überreden und machten sich gierig über den hammelbraten her sie unterbrachen sich aber jeden augenblick und erhoben ihre ängstlichen forschenden und doch dankbaren augen denn er schob ihnen fürsorglich die teller zu und goss ihre gläser voll während er halb bewusst darüber nachdachte worüber er mit ihnen sprechen sollte die mädchen ließen hin und wieder ihre verschämten demütigen stimmen hören wobei sie unbewusst englische worte mit polnischen vermischten in einem üblen jargon sie waren beide noch ziemlich jung und hübsch aber so geschminkt und gepudert und mit falschen edelsteinen behängt sie hatten automatische und so gemeine bewegungen daß sie den eindruck von wachsfiguren in einem schlechten panoptikum machten sie legten ihre mäntel ab und präsentierten mit einem gewissen unbewußten stolz ihren lächerlichen putz eine von ihnen die größere war ziemlich tiefdekolletiert er zuckte plötzlich zusammen denn er sah auf ihrem rücken einen roten striemen wie von einer peitsche von wo seid ihr fragte er verstohlen hinschauend wir sind beide aus kudno vielleicht sind sie dort bekannt ja ich kenne diese stadt antwortete er und dachte über die merkwürdige strieme nach sie kennen kudno rosa der herr kennt unsere heimat rief sie erstaunt ruhig sara der herr ist vielleicht der herr gutsbesitzer selbst beruhigte die andere sie bedächtig der herr ist der herr gutsbesitzer selbst nicht wahr er nickte bejahend er verstand ihre frage aber nicht denn er konnte seine augen nicht von dieser roten strieme losreißen die plötzlich erwachte erinnerung versetzte ihn zu joe unter den tollen reigen der geißler und die mädchen begannen aufs tiefste gerührt hocherfreut und jetzt schon weniger schüchtern abwechselnd von der heimatstadt zu erzählen erweckten ihre erinnerungen und erstrahlten im glücksgefühl ferner tage die plötzlich in ihrem gedächtnis empor tauchten im gedanken an jahre die längst in den staub der vergessenheit versunken waren und jetzt in lauter freude und glück wieder auferstanden sie hatten aufgehört zu essen sie schrien immer lauter lachten wie kinder betranken sich an schnaps und erinnerungen sprangen fortwährend von ihren plätzen auf verstummten plötzlich ermüdet und von tränen erfüllt vergaßen ihn sich selbst und die ganze welt und brachen in langes klägliches weinen aus aber auch da hörten sie nicht auf ihre erinnerungen weiter zu spinnen du sarah erinnerst du dich noch an den gutsbesitzer denkst du noch daran er hatte vier schwarze pferde wie drachen er fuhr immer in einem wagen der leuchtete wie ein spiegel erinnerst du dich und du rosa erinnerst du dich noch an das haus des bürgermeisters ich sollte mich nicht erinnern das war kein haus das war ein palast zeig mir so ein palast in london auf der ganzen welt gibt's keinen zweiten von der art und erinnerst du dich an den berg hinter der stadt und dahinter das dorf er verstand nichts davon noch hörte er etwas aber plötzlich wachte er aus seinem sinnen auf berührte die strieme mit dem finger und fragte leise woher hast du dieses mal da habe ich mich gekratzt das hat mein bräutigam fügte sie eilig unter seinem befehlenden blick hinzu und duckte sich ängstlich das ist nicht wahr du musst dort gewesen sein zischte er während er sich zu ihr niederbeugte wo wo sollte ich gewesen sein rief sie entsetzt über seine bewusstlosen augen du warst dort du triefst ganz von blut bist ganz mit wunden bedeckt ganz mit striemen zeig her flüsterte er abgerissen und streckte die gierigen zitternden hände aus und als das mädchen fortlaufen wollte erfaßte er es wie mit krallen zerriß mit blitzartiger schnelligkeit ihre bluse und schälte daraus den nackten bläulichen rücken heraus plötzlich sanken seine hände herab und er taumelte gegen die wand die mädchen aber von der plötzlichkeit dessen was geschehen war überrascht verfielen in eine art starrheit sie wagten weder sich zu erheben noch etwas zu sagen sie schauten mit einem erstorbenen blick vor sich hin beinahe wahnsinnig vor angst und grauen fürchtet euch nicht ich wollte euch nichts schlimmes tun verzeiht mir nein flüsterte er selbst entsetzt darüber was geschehen war gab ihnen was er nur an geld bei sich hatte und lief fort in seinem hotel schliefen schon alle die lichter waren ausgelöscht das haus war ganz in dunkelheit und stille getaucht die kaum sichtbaren korridore zogen sich wie düstere tunnel hin und gleich lauernden pantheraugen funkelten nur hier und dort gedämpfte flämmchen er legte sich sofort hin doch er schlief nicht ein er lag mit offenen augen fern vom schlaf fern von allem wie auf dem äußersten grunde der seele an den grenzen des scheuen verworrenen bewußtseins schlichen die düsteren unheil verkündenden spukgestalten des gespensterhaft nahenden morgen und durchflossen sein hirn und bohrten die scharfen reißenden krallen der halluzinationen hinein es geht etwas schreckliches mit mir vor nichts anderes fühlte und wußte er jetzt noch die eingangstür schlug so heftig zu daß er aus der erstarrung erwachte als ginge jemand durchs zimmer erzitterten die diele und die möbel ziemlich laut er ist da fragte er es wurde ihm keine antwort die schritte wurden leiser aber hände glitten über die tasten und es erzitterten einen augenblick lang leise ernste töne er sprang aus dem bett und griff nach dem revolver er ist da rief er wieder und wieder erhielt er keine antwort er hörte aber das scharfe und schnelle knirschen einer feder auf papier und das geräusch umgeschlagener blätter er drehte das licht auf stürzte ins erste zimmer von wo dieses geräusch kam doch dort war niemand er stöberte in allen ecken schaute sogar im schrank und unter dem bette nach keine schwur er untersuchte die tür sie war verschlossen der schlüssel steckte er kehrte zum schreibtisch zurück er wußte nicht mehr was er davon halten sollte als sein blick auf einen bogen notenpapier fiel der auf einem buche lag darauf standen in schwarzen lettern worte die tinte war noch feucht suche folge dem was dir begegnet frage nach nichts schweige sei ohne furcht s o f öffnet die geheimnisse er las es mehrere male die schrift war deutlich die striche energisch und offenbar um die aufmerksamkeit darauf zu lenken lief sie quer über das papier die noch nasse feder lag daneben was bei allen teufeln soll dieser rebus scherz bedeuten wer hat das hierhin geschmiert brach er hervor da er auch nicht einen augenblick etwas anderes annahm er warf das papier auf den schreibtisch und ging ins bett zurück er war sicher daß es täuschung gewesen war er drehte das licht aus wüllte sich in die decke ein und versuchte einzuschlafen wieder tönten leise kaum hörbare klänge vom klavier im anderen zimmer herüber eine geheimnisvolle merkwürdige melodie die er auf der seance gehört hatte wer aber er verstummte ein tödliches entsetzen würgte ihn teil neun von der vampir von wladislaw raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain fünftes kapitel mr seenen trieb sich schon seit beinahe drei tagen die ganze zeit in den straßen herum am tage nach dem unerklärlichen erscheinen jener schrift wachte er auf las jene rätselhaften worte noch einmal kleidete sich eilig an und ging aus und seit der zeit ging er immerfort unaufhörlich umher er kam nicht einmal in seine wohnung um zu schlafen er aß wo es sich gerade traf und nur wenn ihn der hunger dazu zwang er fürchtete sich in sein hotel zurückzukehren er ging täglich für einen augenblick hin aber nur um vom pförtner die briefe von betsy abzuholen die er übrigens gar nicht las er irrte in der stadt umher er miet etwas und suchte es doch er schaute mit der größten aufmerksamkeit jedes gesicht an das ihm begegnete und zitterte in der ewigen erwartung er würde ein wort hören ein zeichen erblicken einen blick verstehen und dann würde das geschehen was man ihm verkündet hatte er achtete weder auf die kälte noch auf den nebel noch auf den regen noch auf die tageszeit er schleppte sich unaufhörlich von ort zu ort oft stand er ganze stunden an den straßenecken oder schlich lauernd umher beobachtete die passanten an den auslagen er riet in der dämmerung ihre gesichter und eilte blindlings jeder gestalt jedem ungewöhnlichen blicke nach zuweilen ging er in ein kaffee oder in dicht gefüllte schenken um auszuruhen doch sobald er alle gesichter gemustert hatte sprang er auf ohne sein glas auszutrinken denn er fühlte er mußte weitergehen mußte suchen mußte warten suche folge dem was dir begegnet frage nach nichts sei ohne furcht s o f öffnet die geheimnisse diese worte klangen unaufhörlich in ihm wie ein festes rücksichtsloses geheiß nicht das schwächste verlangen sich dagegen aufzulehnen entstand in ihm er war wie ein geschoß von mitleidloser hand geschleudert das einem unbekannten ziele entgegeneilt blind gehorsam und tot gegen alles was nicht diese dunkle unbekannte notwendigkeit ist und doch war ihm alles völlig gegenwärtig und bewusst was um ihn her geschah und war in ihm jeder zusammenhang mit dem vergangenen leben unterbrochen er dachte daran wie man manchmal an merkwürdige geschichten denkt die man vor langer langer zeit irgendwo gehört hat und die schon in den weiten fernen der vergessenheit versunken sind was wird geschehen dachte er in den seltenen augenblicken eines inneren erwachens und dann wollte er mit aller gewalt diese vision des morgen aus dem unbekannten herausreißen doch der nebel in dem er umherirrte wich nicht sein blinder irrer kreislauf nach dem unbekannten hörte nicht auf so suchte er wieder wartete wieder er lief in der city umher und dort wurde er zuweilen ganze stunden von der wogenden menge fortgetragen doch er war ihnen fremd und fern und lauerte fortwährend mit angespannten hungrigen augen er ging in die museen hinein verlor sich tief in den öden durchweichten und nebeligen parkanlagen irrte an den kais umher fuhr mit allen omnibussen die ihm begegneten wobei er fortwährend umstieg er besuchte überfüllte theater und banken umkreiste london in untergrundbahnen er war überall unermüdet und unaufhörlich und jagte fieberhaft einem unfassbaren phantom nach immer lauernd und dabei vertrauensvoll ruhig und sicher daß er das finden würde was er suchte sogar die schutzleute wurden aufmerksam auf sein blasses gesicht und seine irren augen die fortwährend in den massen nach etwas suchten auf diese durchdringenden und doch leeren augen und auf seine unberechenbaren bewegungen denn er hatte sich schon viele male auf dieser jagd in das größte gedränge zwischen wagen und omnibusse geworfen direkt unter die pferde aber immer kam er durch einen wunderbaren zugfall unverletzt davon ja er wußte nicht einmal daß er in gefahr gewesen war und langsam begann ihm auch das empfinden für die äußere wirklichkeit zu entschwinden denn wie er so ununterbrochen mit bis zur äußersten grenze angespannter aufmerksamkeit lauerte hörte er auf die menschen zu bemerken und zu unterscheiden sie kamen ihm vor wie ein ungeheuer mit tausenden von köpfen und gliedmaßen das sich unaufhörlich mit einem dumpfen und entsetzlichen geräusch dahin wende und wieder schien ihm london eine fantastische wüste zu sein die dumpf und tot und doch voll von merkwürdigen erscheinungen wäre voll von einem unaufhörlichen werden von geheimnisvollen und schrecklichen dingen die er nicht verstehen konnte er fühlte nur daß etwas um ihn herum entstünde daß es da sei so ging er also in der stille der bewunderung und einer unerklärlichen zerknirschung umher denn er begann gleichsam die seele aller dinge zu bemerken die dem profanen blicke verborgen er ging in der stadt umher wie in einem von zauberer hand geschaffenen steinernen märchen das erfüllt war von leuchtenden nie gesehenen bäumen und jeden augenblick bemerkte er leidende kranke häuser gebeugt von der qual eines jahrhundertelangen bestehens voll von wunden seufzern und ermattung er fühlte das schmerzliche beben der bäume die im nebel ertranken und aus sehnsucht nach der sonne nach den erfrischenden frühlingslüften hinstarben er hörte ihr stöhnen das nie verstummte nie und die tränen die leise an den kranken ästen herabflossen vor dem tauerturm blieb er in gedanken versunken stehen der stand da düster sinnend tragisch als letzter aus längst entschwundenen tagen aber erhaben in seiner einsamkeit und stolz abweisend den neuen dingen und neuen tagen gegenüber diesen tagen die verächtlich zu den füßen seiner unsterblichen majestät dahinkrochen er floh ängstlich vor den banalen großthourischen und dummen palästen des west ends die ihn höhnend verlachten mit dem fetten frechen stimmchen der vernunft er floh die riesenwarenhäuser und die großen läden wo die geraubten schätze der ganzen welt gefoltert stöhnten und schließlich ging er wie in einem traume dessen man sich kaum erinnern kann er fiel gleichsam hinab in tiefen wie ein stern der in die unendlichkeit stürzt er fand sich ohne es zu wissen oder zu wollen in der westminster abtei und saß lange beinahe tot vor ermüdung unter einer säule ohne von sich oder der welt etwas zu wissen leer war es in diesem dämmrigen düsteren räumen der kathedrale zuweilen kam jemand den man nicht deutlich sehen konnte vorüber und verschwand nur der widerhall seiner schritte hallte in dem hohen schiffe in dem erlöschenden lichte der glasmalereien und der in der dämmerung verschwindenden farben zeichneten sich in einer unmenge von denkmalen aus bronze und marmor in gespensterhaften umrissen alle großen geister englands ab als wären sie zu einer feier versammelt ganze jahrhunderte der geschichte tote und vergessene epochen ritter ohne furcht eroberer dichter bischöfe gesetzgeber erhabene und gemeine seelen helden und kanaillen tyrannen der welt und narren von königen heilige und verbrecher ein friedhof von zeiten die längst in staub zerfallen sind und doch leben und der menschen gedanken befruchten eine steinerne erinnerung der jahrhunderte die hier in dieser uralten kathedrale zu einem stummen parlamente versammelt schweigend das gestern beraten und auf neue kommende tage und die seelen ihrer nachfolger warten ein keim der vergangenheit wie der zukunft sinnen kam in dieser heiligen stille der gräber halb zu sich die denkmäler schienen ihn mit weit aufgerissenen augen anzusehen sich zu neigen und etwas in der tiefen stille zu flüstern so dass er vor furcht zu zittern anfing und langsam aus diesen steinmassen zum ausgang zu gelangen versuchte jedoch im seitenschiff das zum ausgang führte ich er schnell zwischen die weißen bildsäulen zurück denn eine bekannte schlanke schwarze gestalt kam gerade durch das haupttor bog links ab und ging in das hohe schmale schiff hinein welches rings um das presbyterium läuft er folgte ihr es war schon dunkel nur hoch oben in den gotischen fenstern schimmerten die letzten reste des tages unten jedoch war völlige nacht aus den gotischen kapellen die mit gittern abgegrenzt waren drang ein feiner violetter schimmer in dem die grabmale der könige kaum sichtbar waren in einer undurchdringlichen stille träumten königspaare den ewigen schlaf des todes lichtstreifen fielen wie toter verlöschender staub auf die steinernen profile die steif gefalteten hände die geschlossenen lieder und die stolzen harten häupter die zepter und kronen schimmerten düster in ihrer vergoldung und auf allem lag die schwere majestät des todes und die steinerne ruhe der gleichgültigkeit daisy blieb vor einer der kapellen stehen und schaute an das gitter gelehnt ein sarkophag an ich wußte dass ich ihnen begegnen müßte flüsterte er und trat an sie heran sie blickte ihn streng an als wolle sie ihm ruhe gebieten er fühlte keine müdigkeit mehr die wahnsinnige stimmung glitt von seiner seele herab wie ein fetzen er war wieder ein normaler mensch und doch ist sie ihn besser im reiche der ewigen stille flüsterte er wieder wer weiß und wenn ihre seelen an ihre körperlichen erscheinungen gefesselt sind dann müssen sie umherirren in den fesseln der materie dann müssen sie hier sein müssen diese hallen mit einem für sterbliche unhörbaren jammern und der sehnsucht der erwartung erfüllen solange diese bronze und dieser marmor dauern bis die zeit alles in trümmer verwandelt und sie befreit ihrer bestimmung überläßt das wäre zu schrecklich erschüttelte sich unwillkürlich bei dieser vorstellung wer weiß wovon sein tod oder sein leben abhängig ist was ihn fesselt und was ihn erlöst s o f sprach er langsam beinahe unwillkürlich wie man manchmal worte ausspricht die einem hartnäckig im gehirn stecken und von selbst von den lippen fließen er fühlte daß sie wankte und sich für einen moment auf seinen arm stützte aber er verstand den grund nicht sie gingen jetzt schweigend weiter wobei sie der reihe nach vor den grabkapellen stehen blieben welche die dämmerung mit einem immer dichteren vorhang verhüllte so daß die glasgemälde nur in schwachen umrissen zu sehen waren wie man durch dichten wald die letzten strahlen der abendröte sieht lange schon habe ich sie nicht mehr gesehen sprach sie merkwürdig weich wie in einem leisen vorwurf lange er wunderte sich denn er erinnerte sich plötzlich an die geißelungsszene und an all seinen argwohn den er aber sogleich wieder zu ersticken versuchte sie waren doch mindestens drei tage nicht mehr da mrs tracy war schon sehr beunruhigt drei tage nein gestern oder sogar heute erst bin ich ausgegangen nein wahrhaftig es geschieht mir zum ersten male daß ich mich nicht mehr gut erinnern kann sie haben die erinnerung an diese tage verloren eine diskrete frage tönte in ihrer stimme nein woher denn ich weiß schon dass sie heute nach dem frühstück im reading room auf dem harmonium gespielt haben sagte er schnell und suchte mühsam einen zusammenhang in seine erinnerungen zu bringen sie täuschen sich seit drei tagen habe ich keine taste mehr berührt also was ist mit mir vorgegangen seit drei tagen seit flüsterte er ängstlich es dämmerten plötzlich abgerissene und traumhafte erinnerungen in ihm auf an etwas was er nicht fassen und seinem bewusstsein verständlich machen konnte und doch doch habe ich auf sie gewartet sie antwortete nicht der pförtner begann zu läuten und durch die kathedrale huschten lichter man durchsuchte die winkel ehe man absperrte sie gingen auf den square hinaus manchmal vergessen wir unsere eigene existenz oder sie kommt uns vor wie etwas fremdes nicht zu uns gehörendes und manchmal verliert die seele von einem geheimnisvollen wirbel fortgerissen den körper und bemerkt es nicht einmal sprach sie sinnend also auch ich muß mich in der zeit verloren haben ja sie streckte ihm die hand entgegen als sie an die ecke der victoria street gekommen waren sie gehen nicht nach hause fragte er und suchte sich gewaltsam aus diesem dämmerzustande herauszureißen ich muß noch vor dem essen meine freunde aus kalkutta besuchen sagte sie fröhlich und in dem lichte der laternen und schaufenster erblickte er auf ihrem wunderschönen gesichte einen merkwürdig süßen merkwürdig freundschaftlichen ausdruck wie er ihn nie bisher gesehen hatte sie schaute ihm gerade in die augen mit einem sanften beinahe zärtlichen blick sie schaute ihm sogar aus dem kepp nach so daß ihn ein schauerfreudiger rührung durchrieselte und er ihr lange lange nachblickte und sofort fuhr er nach hause und trieb den kutscher zur eile an ende von teil neun von der vampir teil zehn von der vampir von wladislaw raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain der pförtner begrüßte ihn freudig und erzählte ihm diskret während er ihm einen ganzen stoß zeitungen und briefe übergab daß zwei damen heute schon zweimal nach ihm gefragt hätten an verschiedenen einzelheiten erkannte er daß dies betsey mit einer der tanten gewesen sein müßte diese entdeckung war ihm unsagbar unangenehm was haben sie den damen gesagt mr joe ist doch zu hause fügte er eilig hinzu er ist vor kurzer zeit nach oben gegangen er eilte in seine wohnung hinauf machte licht und blieb verblüfft vor dem spiegel stehen beinahe entsetzt über seinen eigenen anblick denn er war schmutzig unrasiert und abgerissen und sah aus als hätte er in den parkanlagen oder unter brücken geschlafen wo habe ich mich denn so zugerichtet und als er sich umgezogen hatte und daran ging die briefe zu lesen war das erste was er bemerkte jenes papier mit dem geheimnisvollen geheiß er entsann sich seiner sofort ohne zu wissen wie sehr er ihm gehorcht hatte ich muss erfahren wer das geschrieben hat dachte er während er es in seiner tasche verbarg die briefe betseys betrübten ihn aufrichtig er konnte gar nicht verstehen weswegen es ihrer so viele waren er stellte die daten fest und wich vor der lösung des rätsels zurück denn so oft eine leise erinnerung an diese tage in ihm aufdämmerte fühlte er ein rauschen im kopf als stände er über einem abgrund er flüchtete schleunigst und vertiefte sich in diese guten süßen bitten betseys die sich darüber beklagte dass er gar nie schreibe und sie ganz vergessen hätte er antwortete ihr ausführlich und bemühte sich von ganzem herzen sie zu beruhigen versprach auch noch vor dem sonntag zu kommen der diener meldete dass das essen serviert wäre und reichte ihm ein telegramm es war betsy die seinen brief nicht mehr erwarten konnte und ihm eine lange von befürchtungen erfüllte klage telegrafierte und ihn um einige worte der nachricht anflehte was mit ihm und joe vorgehe im nachsatz berichtete sie lakonisch von der krankheit des vaters er schrieb einige beruhigende zeilen schickte das telegramm ab und ging zum essen mrs tracy die ihre katzen zärtlich in ihren umfangreichen schoß schmiegte begann ihn gerührt nach seiner gesundheit zu fragen und was er getrieben habe ich war verreist entgegnete er kurz da er miß daisy bemerkte die bereits auf ihrem alten platze saß der kopf des panthers ruhte auf ihren knien die grünen augen des tieres bohrten sich mit solcher kraft in ihn daß er verwirrt und unruhig war als er sich setzte was ist mit dir vorgegangen fragte joe und ließ sich auf den stuhl neben ihm nieder ehe sinnen antwortete reichte er ihm das telegramm von betsy ich werde gleich nach dem essen hinfahren sie beunruhigt sich ganz unnötig wirst du mit mir fahren ich weiß nicht was hat der mahatma denn da für ein gefolge es sind professoren aus eden und verschiedene gelehrte flüsterte joe während er verstohlen auf einige alte herren wies die am ende des tisches um guru herum saßen es wird richtig ein platonisches gastmahl fügte er mit nachdruck hinzu ja byliams eselin wird eine prophetische rede schwingen darf sinnen ironisch hin du hast mir meine erste frage noch nicht beantwortet aber ich frage dich ja auch nach nichts nach nichts der faszinierende blick des panthers reizte sinnen immer mehr so daß er seine wut nicht mehr zurückhalten konnte frage nur immer zu ich verberge nichts vor dir sagte joe sanft über seinen mürrischen ton verwundert war auch miss daisy bei euch wo ich verstehe nichts sprich offen nun damals bei jener blutigen zeremonie der geißelung wirst doch nicht bestreiten wollen du wirst nicht etwa auch sagen dass ich alles vergessen hätte flüsterte sinnen hart doch da er in joes weit aufgerissenen augen nur aufrichtiges und tiefes erstaunen las brach er ab daß du da sachen sagst die mir ganz unbekannt sind darauf gebe ich dir mein ehrenwort ich werde sie dir ausführlich erzählen wenn du aus bartlett court zurückkehrst und inzwischen sage mir kennst du diese schrift sinnen reichte ihm jenes geheimnisvolle papier joe las und dachte lange nach indem er einen leisen ganz unmerklich forschenden blick auf daisy warf die heute ganz besonders gesprächig beinahe heiter war ich kenne diese schrift nicht ich werde darüber nachdenken antwortete er endlich ohne die augen zu sinnen zu erheben und als das essen zu ende war schliche leise hinaus niemand hatte es bemerkt denn die ganze aufmerksamkeit hatte sich dem streite zugewandt den die gelehrten immer lauter mit dem matma führten gehen wir doch in den reading room sie schreien wie elefantenführer wenn die tiere nicht folgen wollen schlug daisy sinnen vor der panther eilte leise mit gesenktem kopf verwitternd und vorsichtig voraus sprang in ein fauteuil rollte sich zusammen und schien zu schlafen das wetter in london ist ekelhaft begann mrs tracy und schaute durch das verregnete fenster hinaus es ist februar überall ist es ebenso kalt überall gibt es jetzt regen und nebel nicht überall mrs barney vor einem jahre war ich im fernen süden und ich erinnere mich wie sonnig und warm es dort war protestierte sinnen in italien fragte daisy und setzte sich neben ihn ja in amalfi hinter neapel er begann mit begeisterung die wunder der sonnigen tage zu schildern die wunder des azurfarbenen meeres die zitronenhaine die berge die vom äther umflossen in die ewigkeit schauen die fernen voll lieblichkeit wo durch die tiefen des heiteren himmels und des meeres rote segel dahin glitten wie flügel unbekannter vögel die inselchen durchsichtigen smaragden vergleichbar die buchten inmitten grüner bemooster efeu umrangter felsen als wären sie in einem einzigen riesigen türkis gemeißelt alte rote türme voll grüner eidechsen und schneeweißer möwen das stille holde leben dieser weltvergessenen gestade wo nicht einmal der tod schrecklich ist denn er kommt wie die abenddämmerung und schließt die glanzgeblendeten augen zu süßem traume in einem land wo es keine fabriken gibt keine lärmenden städte kein chaos der menschen die sich gegenseitig um jeden bissen auffressen nein ein land wo man die ganze wonne des daseins auskostet wo in den herzen noch die guten gottheiten griechenlands gemeinsam mit der madonna herrschen die immer über dem lose der menschen wacht er sprach lange er strahlte er ließ sich von seiner begeisterung hinreißen als hätte ihn eine plötzliche sehnsucht ergriffen so daß rührung in seiner stimme mitklang und tränen in seinen augen erglänzten sie unterbrach ihn nicht sie vertieften sich in diese süße vision und daisy die den schwarzen kopf des panthers streichelte schaute ihn an und sah gleichsam mit seinen augen diesen weiten zauberischen horizont ein merkwürdiges lächeln erblühte auf ihren heißen lippen und ihre saphirblauen augen waren wie jene fernen meere umwogen von sonnigen spinnweben der melancholie und über ihr blasses wunderbares gesicht huschten leichte schatten einer plötzlich erblühten sehnsucht träumrisches verlangen und leidenschaftliches stummes rufen sie war wie ein tiefes durchsichtiges und ruhiges wasser durch dessen glatte oberfläche die umrisse des geheimnisvollen grundes hindurchschimmern sie erzählen so verlockend daß ich plötzlich sehnsucht empfinde diese wunder kennen zu lernen sie die sie das märchen der welt die sie indien kennen das unbekannte weckt die sehnsucht immer mehr doch es kann ebenso enttäuschen o nein denn ich würde dies alles mit ihren augen sehen mit den augen eines dichters und unter einem solchen gesichtswinkel gesehen ist alles ein wunder ein zaubermärchen diese worte die sie mit einem besonderen hypnotisierenden klange aussprach erfüllten ihn mit unsagbarer wonne er hob die dankbaren geblendeten augen zu ihr ihre blicke trafen sich und versanken ineinander wie zwei lodernde abgründe plötzlich gehnte der panther sprang auf die erde und kroch die schrecklichen zähne zeigend zu ihm heran haben sie nur keine angst ich bürge für ihn buck legte den schweren kopf auf seine kniee zenon berührte ihn ziemlich ängstlich denn das tier trug keinen maulkorb und das grünrote schiller an seiner augen war unruhigend daisy flüsterte buck zärtliche worte zu streichelte seinen rücken und hatte sich bei dieser bewegung so tief geneigt daß zenon mit seinen lippen beinahe ihr bronzefarbenes haar berührte es streichelte sein gesicht gerade vor seinen augen hatte er ihren weißen hals der aus dem kragen hervortauchte er umfing ihn mit einem blicke denn er wollte die spuren der geißelhiebe entdecken aber der panther knurrte drohend und daisy die schnell zurückwich bemerkte noch die richtung seiner blicke stillback er weiß alles ahnt alles und ist bereit für jedes unrecht das mir geschieht rache zu nehmen sagte sie mit einem eisigen lächeln während sie ihre wilden messerscharfen augen in zenon hineinbohrte er verstand ihre worte nicht aber er fühlte daß sie an ihn gerichtet waren daß sie drohend warnten er erhob sich mechanisch tief berührt von ihrem blick ich habe sie nicht mit einem worte beleidigt miss daisy flüsterte er demütig es gibt blicke die mehr beleidigen als die brutalsten worte vielleicht wenn sie ein ängstlich gehütetes geheimnis enthüllen fügte er noch leiser hinzu oder wenn sie sich widerlich wie schlangen herumwinden das passt auf mich nicht sagte er streng und aufrichtig ihre augen schleudern blitze sie wendete sich ihm mit ihrem früheren lächeln zu ungerechtigkeit verletzt am schmerzlichsten sie war unbewusst darum verwandelt sie sich in die bitte um verzeihung sagte sie ganz leise und bittend das gewitter war vorüber doch die frühere ungezwungene und heitere stimmung kehrte nicht wieder sie saßen stumm sogar mrs tracy wußte nicht wovon sie reden sollte zenon aber ging hinaus er benutzte die gelegenheit daß die professoren mit dem matmann der spitze in den reading room übersiedelten sie sprachen jetzt schon sehr laut und waren im besten streiten begriffen doch joe war von bartlett court noch nicht zurück es war noch ziemlich früh noch nicht zehn uhr aber merkwürdig zenon hatte keine lust zu betsy zu fahren er fühlte sich unsagbar müde die letzte szene mit daisy hatte ihm den rest gegeben indes er sich ihr merkwürdiges ungleiches verhalten ihm gegenüber vergegenwärtigte diese ihre zuweilen eisige gleichgültigkeit und dann wieder ihre beinahe aufmunternden blicke verlor er sich in ein gefühl von unsicherheit in einen geheimnisvollen beunruhigenden nebel der voll von schatten war die kaum sichtbar einen durch ihre rätselhaftigkeit peinigten er machte kein licht in seiner wohnung er hatte keine kraft zu irgendeiner bewussten bewegung er sank in ein fauteuil und starrte in die trübe schwärzliche nacht hinaus aus der nur der gelbliche schimmer von laternen hervorschimmerte er dachte nach seine augen wankten zugleich mit den schatten der bäume deren schwarze umrisse sich schläfrig hinter den scheiben wiegten und sie war doch dort dachte er und sah sie wieder vor sich ganz mit striemen bedeckt die ihren körper umringelten wie ein knäuel von blutroten schlangen sie war dort sie war dort wiederholte er und seine augen weideten sich an ihrer schönheit und an der schmacht dieser nacktheit als räche er sich an ihr während er sich ihr zugleich näher fühlte durch dieses ihr entrissene geheimnis ein medium für geißelungen flüsterte er mit verächtlicher bitterkeit und sprang plötzlich auf die eingangstür schlug zu und alle lichter im kronleuchter brannten plötzlich hell er schaute sich verwundert um denn die tür war geschlossen und im zimmer war niemand nur auf dem schreibtisch lag die eisenbahnkarte ausgebreitet eine anzahl von orten darauf war mit einem roten stift dick unterstrichen und daneben lag ein führer durch italien bei amalfi aufgeschlagen und gleichfalls mit zahlreichen strichen versehen er sah sich das mit gespannter neugier an und konnte nicht verstehen wer das gemacht haben könnte und wann es musste jemand vor einem augenblick da gewesen sein vielleicht war er noch da denn der schwere vorhang an der tür schwankte noch in einer letzten ersterbenden bewegung als wäre soeben jemand vorübergegangen die diele im anderen zimmer knarrte irgendein stuhl wurde fortgerückt dort war ganz sicher jemand die möbel zitterten ganz deutlich war das geräusch von leisen schritten zu hören annie rief er denn er dachte es wäre das zimmermädchen er erhielt keine antwort das geräusch verstummte dafür aber tönte gleichsam aus dem letzten zimmer ein gedämpfter ferner gesang herüber er stürzte mit fieberhafter eile hin auch dort war niemand doch der gesang schwoll an und tönte so vernehmbar in der stille der wohnung dass er daisys stimme und jenes merkwürdige geheimnisvolle lied erkannte er stand wie erstarrt in stiller furcht da und ließ seine augen lauernd im zimmer umherschweifen nein ganz sicher war niemand da nur die klänge flossen immer noch dahin man wußte nicht von wo sie kamen sie ertönten ganz nah bei ihm dann wieder schienen sie von oben zu kommen sie flossen dahin in trägen erlöschenden wellen wohnvoller und lauter klangen von weiter her wie im ersten zimmer er heilte ihn unbewußt nach doch schon erstarben sie fern gleichsam hinter dem fenster in den dichten bäumen die im nebel versanken oder vielleicht klangen sie in ihm selbst er war völlig bei bewußtsein und legte sich genau rechenschaft über alles ab was ihm in diesem augenblick geschah so hatte er denn ohne auf irgend etwas rücksicht zu nehmen plötzlich das verlangen zu erfahren von wo dieser gesang käme denn er nahm an daisy müsse in ihrer nebenanliegenden wohnung sein er klopfte energisch an die tür es antwortete ihm ein kurzes und böses knurren des panthers und dann erst versicherte ihm das zimmermädchen ohne zu öffnen bis daisy wäre in die stadt gefahren doch er glaubte es nicht und ging in den reading room sicher ist sie in die stadt gefahren ich selbst habe sie bis an die treppe begleitet erklärte mrs tracy erstaunt über seine hartnäckigen fragen und führte ihn etwas abseits denn die professoren disputierten äußerst erregt der matmer saß in der mitte und seine durchdringenden schwarzen augen ruhten für einen augenblick mit einem bösen ausdruck auf ihm er wendete sich ab und sagte in verächtlichem tone eure materialistische kultur eure erfindungen eure entdeckungen führen nur zu einem ziele zur anbetung der brutalen gewalt und des goldes sie dienen dem bösen und säen das böse ihr seid wie geier die in den lüften kreisen blind gegen das licht der wunder und gierig in die tiefen nach aas ausschauend ihr werdet in der unendlichkeit der zeiten früher und spurloser verschwinden denn sinnen hörte nicht weiter zu der scharfe ton dieses mannes reizte ihn er ging schnell hinaus doch im flur hörte er wie ein schwaches fernes echo wieder jenen merkwürdigen gesang sie ruft mich so deutlich ruft sie mich dachte er plötzlich und erinnerte sich dessen wonach er schon so viele tage jagte folge dem was dir begegnet folge dem was dir begegnet wiederholte er mit fahlen lippen und ohne weiter nachzudenken ohne zaudern ohne die geringste lust zu widerstreben ruhig beinahe kalt völlig bewusst beschloss er gehorsam diesem unerbittlichen geheiße zu folgen das ihn völlig in der gewalt hatte er ging in unbekannter richtung fort jenem liede nach welches manchmal mit leisen tönen aus dem schatten hervorquoll und ihm ein wegweiser zu jenem ungekannten war ich gehe ich komme flüsterte er dann und wann und beschleunigte seine schritte erst in piccadilly lösten sich diese klänge völlig auf und versanken in dem lärm und dem getöse der straßen da blieb er ratlos stehen und schaute sich in den straßen um auf der anderen seite in der beleuchtung eines schaufensters erblickte er deutlich daisy er eilte ihr sofort nach doch konnte er sich ihr nicht nähern infolge des gedränges der massen über denen er ihren kopf sah möge denn geschehen was geschehen soll dachte er nicht im geringsten über diese begegnung verwundert und völlig überzeugt daß er deswegen hierher gekommen wäre daß es so sein solle er folgte ihr in kurzer entfernung und näherte sich ihr nicht einmal dann wenn sich die menge zerstreute wenn sie durch beinahe leere straßen gingen so dass nur ihre schritte dumpf wiederhalten er folgte ihr wie ihr schatten wie die notwendigkeit sie gingen durch allerlei straßen über leere plätze durch schlafende parkanlagen und stiegen auf breiten stufen zu einem bahnhof hinauf er kaufte eine fahrkarte bis zu derselben station deren namen sie dem kassierer genannt hatte er verbarg sich gar nicht vor ihr sie betraten den wartesaal beinahe zugleich doch sie schaute ihn an als bemerke sie ihn nicht ihre augen glitten über sein gesicht hinweg wie über eine fremde sache er fühlte sich dadurch nicht verletzt der verstand daß es so sein müsse manchmal schien es ihm sogar daß sie er selbst sei eine so merkwürdig harmonierende identität des rhythmus fühlte er zwischen ihren seelen sie glitten nebeneinander dahin wie zwei schatten die ineinander aufgingen oder wie zwei lichter sie schauten auf dieselben dinge und sicherlich mit denselben gefühl des nicht bemerkens sie waren wie jene bäume die im winter gestorben aus dem nebel des erwachenden jungen frühlings hervortauchen unbewusst wollte er in das gleiche abteil wie sie steigen doch ehe er herangekommen war hatte sie die tür geschlossen so setzte er sich denn in das benachbarte und stand den ganzen weg am fenster vor seinen leeren augen glitten die umrisse der landschaft vorüber die aus einer wolkenbedeckten nacht auftauchten der mond floss langsam vorüber und wenn er etwas bemerkte so war es nur ihr schatten die schwarze silhouette ihres kopfes der in dem lichtwerk lag der durch das fenster drang und neben dem zuge auf der erde dahin lief sie stand offenbar die ganze zeit gleichfalls am fenster sie stiegen an einer stillen schlafenden station aus durchschritten die schweigenden und leeren seele die finstere und ebenfalls leere einfahrt und tauchten in einer schwarzen allee aus riesigen bäumen unter der wind fing zu heulen an die zweige rauschten es erscholl ein düsteres jammern und ein leises flüstern huschte über die erde dahin die angst schlug wie eine eule mit den flügeln und duckte sich lauernd in der dunkelheit sie kamen in einen schlafenden park in undurchdringliches schwarzes dickicht nur streifen vom himmel leuchteten düster über ihren köpfen und zogen sich hin wie lange verzweigte wege von wolkenfetzen verschüttet und von den umrissen der bäume begrenzt der mond tauchte manchmal auf und dann fielen die schatten der bäume mit einer leblosen dunkelheit auf den weg und durchschnitten ihn wie leichen mit schwarzen schwellen zenon ging ohne furcht und starrte auf die jeden augenblick in der dunkelheit verschwindende undeutliche silhouette daisys und lauschte dem düsteren geflüster der wogenden bäume er dachte in diesem augenblick an gar nichts schatten voll eines geheimnißreichen leuchtens ergossen sich über seine seele mit wogenden unfaßbaren visionen dessen was kommen sollte diese kommenden augenblicke wurden in ungekannten tiefen geboren und ließen ihn in die dämmerhafte ungreifbare scheu vor dem geheimnis hinabgleiten sie kamen auf ein ödes großes feld in der tiefe tauchte aus den schatten ein gewaltiges schwarzes haus der mond hatte sich wieder auf einen augenblick gezeigt so dass sie ihnen deutlich die harten umrisse eingestürzter türme und wände sah und alten efeu der die leeren fensterhöhlen und die zerfallenen mauern umrangte doch ehe er genau umschau halten konnte drang plötzlich von irgendwoher wie aus dem kellergewölbe ein blendender lichtstreifen und es erscholl das getöse einer zufallenden tür daisy verschwand auf einer ruinenhaften gewaltigen stiege er war allein und schaute sich ratlos um rings stand eine dunkle wand von wogenden bäumen hin und wieder fegte der wind darüber hinweg so daß sie sich ächzend neigte und über ihr schimmerten die lichter von london wie ein verlöschender ferner gewaltiger brand und nirgends eine spur von menschen nirgends licht noch stimmen nur das düstere schweigen der toten mauern durch die der wind pfiff nur das ächzen der bäume und überall in der dunkelheit lauernd gebüsch das sinnen gleichsam unerwartet mit seinen zweigen erfassen wollte eine menge geröll versperrte den weg und hie und da schimmerten in löchern die blinden augen von tümpeln er ging langsam um das ganze haus herum aber alle eingänge waren vermauert so daß er zu den gewaltigen treppen zurückkehrte auf denen sich die zerschlagenen säulen und balustraden schwarz abzeichneten er kam an eine große tür und blieb stehen ohne zu wissen was er anfangen solle der wind wurde immer heftiger und heulte immer düsterer in den ruinen manchmal fiel ein stück mauer zur erde die bäume wogten und rauschten in der trüben dunkelheit denn der mond war ganz in wolken versunken die wogenden schäumenden wellen glichen gedämpfte ferne stimmen die stimmen von gräbern drangen mit entsetzlichem ton aus den ruinen und aus der erde oder sie flossen aus unbekannten höhen oder sie waren im grunde der nacht entstanden er wußte es nicht sei ohne furcht schweige s o f öffnet die geheimnisse wiederholte er plötzlich sich der geheimnisvollen formel erinnernd und ergriff nunmehr dreist und ohne zögern den hammer der an einer kette hing und schlug an die tür schweigen nur die bronze stöhnte und ein langes dumpfes echo erscholl er sagte noch einmal jeden buchstaben betonend s o f die tür öffnete sich leise und als er eingetreten war schloß sie sich dröhnend der vampir der vampir von wladislav raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain er befand sich in einer gewaltigen beinahe dunklen halle in der mitte stand auf einem niedrigen dreifuß ein mächtiges weihrauchgefäß mit glühenden kohlen die einen betäubenden schweren duft ausströmten dahinter dämmerte eine kolossalstatue die mit einer feilchenfarbenen draperie verhüllt war und außerdem nichts nur nackte wände glatte schimmernde steine auf denen hier und da von der nacht verdunkelte malereien sichtbar waren und allerlei goldene buchstaben die geheimnisvollen symbole des feuers des wassers und der luft und in visionären umrissen ungeheuer tiere angstverzerrte larven und alles dies kaum zu sehen in den blutroten rauchwolken und in dieser purpurnen dunkelheit er sah sich um konnte aber niemand erspähen und fühlte entsetzen über diese tote stille die wie ein grabstein auf seiner seele lag da spürte er daß die steintafel auf der er stand er bebte und langsam mit ihm hinabzugleiten begann in einem kaum fühlbaren sinken er rührte sich nicht er zuckte nicht einmal zusammen er schloß nur die augen denn die angst wirkte ihn und schüttelte ihn mit eisigen schauern doch bald kam er zur besinnung da er an eine wand anstieß völlige nacht umhüllte ihn er hatte keine ahnung wo er sei in diesem augenblick der angst hatte er das bewußtsein dessen verloren was mit ihm geschehe er verstand nur so viel daß er sich in einem niedrigen schmalen gang befand sich an den wänden entlang tastend fing er an ohne furcht gebückt vorwärts zu gehen ein chor von fernen gedämpften und tiefen stimmen die dem rauschen ersterbender wellen an fernen gestaden glichen ertönte irgendwo vor ihm schluchzte wie in einer dumpfen leere zitterte immer leiser und näher näher er eilte diesen traumhaften und unerklärlichen tönen entgegen voll scheu und voller neugier zugleich der gang hörte plötzlich an einer kalten und schlüpfrigen wand auf die töne verloren sich in stille er begann fieberhaft tastend die tür zu suchen als sich wieder der boden unter ihm senkte er fühlte daß er hinuntersank daß er mit blitzartiger schnelligkeit in einen abgrund fiel der schreck und jenes entsetzende gefühl des versinkens ohne eine möglichkeit der rettung raubten ihm die kraft als er wieder zu sich kam saß er auf einer steinernen bank er ließ vorsichtig seine hände über die wände gleiten sie waren kalt und glatt wie aus porphyr das zimmer war klein quadratisch und sehr hoch denn er konnte wenn er sich auf die bank stellte die decke nicht erreichen nur eine der wände schien ihm kälter zu sein wie aus glas und voll von merkwürdig erhabenen harten stellen und verschlungenen linien doch nirgends eine spur von türen oder fenstern er fiel hin fürchterlich ermattet und wie tot von dieser unergründlichen und schrecklichen stille steinerne nacht die stille einer absoluten leere und das unbeschreibbare grauen eines toten schweigens lasten auf ihm er saß erstatt da ohne sich zu bewegen und ohne zu denken wie auf dem tiefsten grunde einer seit millionen von jahren gestorbenen welt in den ewigen abgründen des schweigens er hatte das unklare gefühl als träume er einen steinernen traum die ewige leblosigkeit aus der man nie erwacht als wäre er ein lebendiges atom das plötzlich in die tiefsten tiefen ewigen schweigens und ewiger nacht hinuntergerissen wurde und so stoßen ihm in dieser gefühllosigkeit unbewusste augenblicke dahin so mußt die zeit basaltblöcken gleich auf dem meeresgrunde dahinfließen oder gleich seelen die in der unendlichkeit umherirren oder gleich sternen die gestorben sind und ewig ewig fallen er war nur noch das schweigen einer versteinerten angst er träumte einen bewußtlosen traum von sich selbst und wie im traume fühlte er daß seine augen etwas zu ersuchen begannen daß in ihm etwas in gespensterhaften umrissen entstand die wand drüben begann langsam aus der nacht hervorzutauchen wurde durchsichtig wie ein grünliches meer durch das man die blassen zitternden umrisse des grundes sehen kann wundersame grotten einer fantastischen pflanzenwelt und die leise vorübergleitenden larven eines gespensterlebens er wußte genau daß er nur träume er rührte sich nicht vom platze damit die visionen nicht wichen mit schweren augen starrte er auf einen punkt auf den grund dieses langsam hervortauchenden raumes auf einen felsen der mitten darin emporragte ganz in blutige flammen getaucht und er aussah wie eine feuergabe oder eine vom sturm gepeitschte fackel rings in der grünen dämmerung lagen wie auf dem meeresgrunde gewaltige steine und bäume mit ästen wie klauen wiegten sich es zitterten die bewegungen unklarer gegenstände ja diese gewaltige grotte von tropfsteinen übersät die wie lange schwere eiszapfen herunterhingen konnte nur ein traum sein sie war ganz in grünes licht getaucht indem es undeutlich golden zu schimmern anfing wie ein schwarm leuchtender schmetterlinge und dahinter tauchten schwere unkenntliche gestalten auf sie krochen gleichsam unter dem stein hervor aus diesen grünen höhlen dem dickicht grüner schatten und bewegten sich in stiller kaum sichtbarer prozession in dieser smaragdenen flut wie in einem leise wogenden wasser als schwemmen sie die blutige vision der flammen umkreisend es erzitterten töne als wenn tausend harfen auf einmal seufzten und erstürben die schatten zerstreuten sich auf dem gestein wie rostfarbene kröten und gleich darauf tauchte wieder eine lange prozession weiß gekleideter gestalten auf barfuß mit entblößten brüsten köpfe von schlangen köpfe von vögeln köpfe von tieren der ganze teuflische hofstaat des unheilverkündenden seht sie gingen langsam rhythmisch und schleppten auf ihren schultern eine lange schwarze verhüllte bahre sie umkreisten die flamme und als sie die bahre dicht vor diese hingestellt hatten entfalteten sie sich nach beiden seiten wie zwei weiße flügel plötzlich erdröhnte ein erschütterndes getöse ein blitzstrahl erhellte wie ein goldenes band die grotte alle fielen mit den gesichtern zur erde blutigrote flammen sprühten empor wie ein vulkan und sanken wieder leise herab dafür aber begannen goldfarbene wolken von opferrauch empor zu steigen durch die langsam in der unheimlichen stille des werdens die gestalt baphomets hervortauchte er stieg empor aus den scheuen zuckenden und erblassenden flammen er wuchs heraus wie eine drohende wolke aus einem abgrunde bis er ganz erschien düster wie die nacht und furchtbar wie der tod er saß auf seinen bocksbeinen die goldenen hörner des halbmondes erstrahlten auf seinem schmalen entblößten haupte er war ganz nackt schlank und jugendlich er saß mit breit gespreizten knien zwischen denen sich wie eine giftschlange ein blutiger blitzwand die herabhängenden langen hände berührten mit gekrümmten krallen die hülle der bahre die unter seinen goldenen hufen stand die roten augen sprühten licht wie glühende karfunkel und schienen über die häupter der vor ihm in scheuer demut im staube liegenden zu gleiten er war furchtbar in seiner kalten wie mit einem tödlichen zauber vergifteten schönheit düster wie die unbarmherzigkeit ein wildsüßer ausdruck lag um seinen schmerzhaft zusammengepressten mund die zusammengezogenen und drohenden brauen waren gespannt wie ein bogen der rache und des zornes und in dem schmalen anlitz und der erhabenen stolzen stirn lag die qual ewiger empörung nie enden wollender nacht ungesühnten unrechts und ewigen irrens sein körper war vorgeneigt und gleichsam zu lauerndem sprunge gespannt so daß es schien als wäre er nur für einen moment erschienen und würde sich gleich wieder in den abgrund stürzen die eisigen wüsten des schweigens zu durchrasen und immer ohne ende ewig und rastlos zu wandern sinnen kam unter dem eindruck dieser vision zum bewusstsein er fühlte daß er nicht schlief und konnte es doch nicht glauben er wehrte sich vor dem wahnsinn er wollte fliehen doch es umringten ihn die kalten unbarmherzigen nicht weichen wollenden mauern er wollte in plötzlicher wahnsinniger angst schreien doch die stimme erstarrte in seiner kehle er begann mit den fäusten gegen die durchsichtige glasartige wand zu schlagen doch sie gab nicht einmal ein geräusch von sich er verwundete nur schmerzlich seine hände und seine kniee und sank erschöpft hin erst nach einiger zeit erhob er den kopf die wand leuchtete noch ein monotoner lang gedehnter gesang erscholl merkwürdige worte fielen schwer wie blumen leise herab und verwoben sich mit einem feierlichen gebetartigen glühenden flüstern o herr der nacht und des schweigens sei mit uns antwortete das echo o herr der furchtsamen und bedrückten immer leidenschaftlicher schluchzten die stimmen sinnen erhob sich und preßte das gesicht an die etwas geschwärzte wand die grotte war beinahe unsichtbar nacht erfüllte sie nur in der mitte leuchtete die figur baphomets wie ein im fallen versteinerter blitz und die schwarze bahre stand noch immer unter ihm aus den tiefen der schatten drang langsam die feierliche packende psalmodie der du die verdammten erlösen wirst du einziger antwortete ein sterbendes echo der du die unterdrückten schützest unsterbliche rache der du gleich bist an macht schmerzhafter schatten o licht du das habgier in den abgrund gestürzt gefesselte macht warmherzige macht heilige macht zenon verstand plötzlich diese wunderliche litanei er erinnerte sich ihrer es war dieselbe melodie die er damals auf der seance gehört hatte es waren dieselben worte deren er sich bisher nicht hatte entsinnen können wo und wann hatte er sie gehört die gesänge verstummten in der trüben dunkelheit begann etwas zu geschehen zenon konnte die undeutlichen umrisse nicht unterscheiden weiße nebelschatten führten einen reigen auf schienen die statue zu umfließen zitternde lichter schimmerten und ein schatten neigte sich über die bahre deutlich unternahm er das auftreten unsichtbarer füße auf dem kiesboden ein flüstern das zischen der flammen und nicht zu unterscheidende bewegungen plötzlich erscholl ein lang gedehntes klägliches brüllen das ist back back flüsterte zenon denn er bemerkte die umrisse des panthers der sich auf die bahre stürzte die hülle fiel herab und eine nackte hohe gestalt erhob sich langsam zenon erzitterte bis in die tiefsten tiefen er hätte in diesem augenblick sein ganzes leben hingegeben für die möglichkeit ihr gesicht zu sehen er sah nur wie durch einen dichten nebel einen schlanken nackten körper von dem mantel der in der ferne rostfarbenen haare umhüllt zwischen den knien baphomettes stehen eine starke stimme ertönte mit ehernem klange was willst du sterben für ihn antwortete unerschrocken eine zweite willst du dem tode angetraut werden ich bin der rache und dem geheimnis angetraut verfluchst du das a ich verfluche es verfluchst du das o ich verfluche es verfluchst du das m ich verfluche es erklang in wohltönenden unerschrockenen worten die antwort zenon verstand nichts von der weiteren litanei der schrecklichen schwüre und verwünschungen die das blut erstarren machten denn er lauschte mit ganzer seele dem wieder klang der schwörenden stimme er fühlte an dem schauer der in ihm erwachte daß er sie schon irgendwo gehört hatte so haschte er denn danach wie nach einem schmetterling ohne auf das entsetzliche ritual zu achten das sich ununterbrochen hinzog bis er schließlich ganz deutlich erkannte daß es daisy war daß man sie mit diesen geheimnisvollen zeremonien dem baphomet weite doch er wunderte sich nicht darüber als wäre er bereits der fähigkeit beraubt über irgend etwas in verwunderung zu geraten die dunkelheit wich und in der grotte begann es etwas heller zu werden daisy saß zwischen den knien baphomets in derselben stellung wie er die herabhängenden hände berührten den panther der zu ihren füßen kauerte und über ihren kopf der von goldgelbem opferrauch umflossen war neigte sich das grünlich blutige anlitz des teufels und seine langen arme schienen sie zu umfangen und sie an sich zu schmiegen dies eine nur sah seenen klar das übrige verschwand vor seinen geblendeten augen wie ein reigen von traumhaften erscheinungen deren man sich nur unklar erinnern kann er wußte nicht von wo sie her niederschwebten und wußte nicht ob sie außerhalb seiner seele wären da führte das halbtierische unheilverkündende gefolge seetz ein weißes lamm herbei ein mensch mit einem hundekopf schlachtete es mit einem schweren steinernen messer und dann wurde es unter düsteren gesängen und verwünschungen dem panther zum fraß vorgeworfen dann verbrannte man sieben zauberkräuter die mit dem blute eines unschuldigen kindes besprengt waren und verstreute die asche nach den sieben himmelsrichtungen dann dämmerte ein reigen von würmern und riesigen kröten auf die an strohseilen ein kreuz hinter sich herzogen unter schmähungen und ausspeien mit dem höllischen chor von kichern und spotten zertrümmerten sie es zu splittern trampelten auf diesen mit den füßen und warfen sie der statue schließlich unter die hufe dann wieder erschien eine schar von unbeschreiblichen ungeheuern eine herde von gespenstern vampiren und spukgestalten als entspringen sie einem kranken gehirn die trugen auf dem deckel eines vermoderten sarges eine symbolische weiße hostie und warfen sie unter markerschütterndem getöse unter schmähungen und gegröl baphomet zu füßen dann begannen im lichte gleichsam alle gespenster der mittelalterlichen kathedralen aufzutauchen alle larven der versuchung und der angst die sich in der heiligen seele verbergen sie erschienen schweigend düster und trugen heilige bücher symbole bilder messgewänder und warfen dies alles auf einen großen haufen sieben blutige blitze schossen aus den augen baphomets sieben blitzstrahle trafen die geschändeten heiligtümer flammen loderten empor und alle diese höllen erscheinungen begannen ein wilden tollen reigen um den scheiterhaufen zu tanzen beißender schwarzer rauch verhüllte die gestalt daisys und stieg in hohen wirren säulen empor und verhüllte die grotte mit einer düsteren und durchdringlichen wolke sinnen neigte sich in sich selbst hinein wie über die schwelle einer unbekannten welt er schaute auf die geheimnisse und die augen seiner seele eilten zum ersten male weit über ihn selbst hinaus weit hinaus über die dummen trägen gedanken von tatsachen und sichtbaren dingen zum erstenmal durchmaßen sie einen unübersehbaren raum zauberhafte fernen flogen sie über höhen und unergründliche abgründe dahin so daß er geblendet zurückwich voll von jener heiligen stille der ahnungen und visionen der hauch einer unsterblichen macht wehte durch seine seele fürchte dich nicht ich bin bei dir hörte er ganz nahe bei sich die stimme daisys er versank plötzlich in demut fiel auf das gesicht gleichsam zu füßen der unsichtbaren und flüsterte mit einer stimme voll tiefster hingebung ich weiß nichts ich verstehe nichts aber ich fühle daß du bei mir bist denke und du wirst mich immer und überall finden seine seele verschloss sich gegen alles und verfiel in lange erstarrung als er sich von der erde erhob war die grotte ganz in eine blasse bläuliche helligkeit getaucht baphomet stand da wie ein gebüsch aus purpurrotem feuer und zu seinen füßen kroch auf dem weißen körper daisys welche da lag als wäre sie ans kreuz geschlagen ein schatten wie der des panthers und schien sie zu umarmen die grotte war leer die übermenschliche angst um daisy spannte zenens ermattete kräfte so an daß er vor angst wie wahnsinnig aus ganzer kraft aufschrie und sich gegen die wand warf als wollte er ihr zur hilfe eilen plötzlich war alles verschwunden die bronzene tür schlug krachend zu er stand wieder vor der düsteren ruine unsicher zögernd und ratlos wie zuvor als wenn er nie dort eingang gefunden hätte wohin kann sie verschwunden sein dachte er wie zuvor er konnte sich an nichts mehr erinnern seine verwunderten augen glitten über die ruinen er ging wieder um das haus herum und da er alle eingänge wieder vermauert fand blieb er unwillig stehen er wußte nicht was er mit sich beginnen solle es dämmerte schon der widerschein londons schimmerte kaum sichtbar am blassen himmel die sterne begannen zu erlöschen wie augen über die sich eines sterbenden lieder senken riesige zerfetzte wolken flogen mit einem stummen schrei ganz niedrig vorüber der sturm zerrte an den bäumen die in einem schweren schlafe die durchnäßten schwarzen und schweren äste erhoben der tag stieg langsam und schwer als wäre er von kälte und nässe erstarrt überall schimmerten graue wasserfützen die harten umrisse der ruine schienen in der morgenröte gewaltiger zu werden die dumpfen und blinden felder hoben sich mühsam aus der dunkelheit empor die welt wurde langsam sichtbar im chaos der weichenden dämmerung auch sinnen war es als stünde er auf nach einer nacht des selbstvergessens die kälte und der sturm hatten ihn wach gemacht er dachte nicht mehr nach er riß sich von den ruinen los und machte sich eiligst auf den weg zur bahnstation unter den bäumen verbarg sich noch die scheue nacht er ging durch eine allee von riesigen bäumen die der wind schüttelte und die gleichsam das wilde lied eines wintermorgens heulten im gebüsch schrie ein verirrter pfau eine schar von krähen erhob sich von den zweigen und verschwand in der grauen dämmerung des morgens zerbrochene zweige fielen auf sinnen herab er ließ sich ohne es zu wissen in einem gebüsch nieder um den sturm abzuwarten der immer heftiger wütete und so blieb er dort als hielte ihn der sturm gefangen bezaubert von dem erwachen der lebewesen er wurde eins mit ihnen vereinigte sich mit ihnen in dem düsteren heulen des orkans und sang mit ihm jenes wilde und übermächtige lied ohne worte das lied der blinden und unsterblichen gewalten der natur er vergaß daß er nach hause wollte er ging in den park hinein irrte unter den bäumen umher und versank in ihrer dunkelheit er war bei bewusstsein und wußte doch nichts er erblickte ein blümchen im verwelkten grase und presste es an seine heißen lippen eine plötzliche übermächtige sehnsucht ließ seine seele von solcher liebe und einem so hungrigen verlangen mit allem zusammenzufließen anschwellen daß er sich erhob verbrüderte mit nacht und sturm in seinem empfinden den bäumen und dem himmel ähnlich mächtig durch die gewalt einer unermesslichen rührung daß er sich an die bäume schmiegte vor den sträuchern niederkniete daß er die äste umarmte und das trockene gras küßte und mit herzlichen tränen des glücks diese teuersten und heiligsten wesen begoss die er längst verloren und jetzt unverhofft wiedergefunden hatte Ende von Teil 11 von der Vampir Teil 12 von der Vampir von Wladyslaw Raymond gelesen von Ramona Deininger-Schnabel Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Sechstes Kapitel das zimmer war grau und traurig denn der tag war regnerisch und der nebel drang wie rauchschwaden in die wohnung und überzog die wände und möbel mit einer aschgrauen klebrigen und kalten hülle der regen schlug an die triefenden scheiben und verursachte das einzige geräusch das in dieser totenstille unaufhörlich zu hören war saß an dem bette zions mit dem arzte der jeden augenblick nach dem puls des schlafenden fühlte und ungeduldig auf die uhr schaute das schweigen wurde unsagbar langweilig und einschläfernd ich bin neugierig wie lange dieser schlaf noch dauern wird flüsterte der arzt höchstens eine halbe stunde drei tage und drei nächte das ist ein geradezu unbegreiflicher schlaf ja für die medizin für jeden entgegnete der arzt mit nachdruck und hob stolz den kopf joe lächelte mit sanfter aber vernichtender nachsicht und wieder herrschte schweigen und eine mühsam unterdrückte ungeduld der arzt schaute durchs fenster auf das durchsichtige schräge gewebe des regens der auf die schwarzen gebeugten bäume niederfiel joe saß unbeweglich da mit geschlossenen augenlidern und der im nebenzimmer umhergehende mr smith schaute jeden augenblick durch die portiere bis er sich endlich leise hineinschob und ängstlich sagte er muss vor allem vergessen das wird ihn am ehesten heilen was soll ich vergessen fragte plötzlich sinnen und schlug die augen auf die eigene krankheit beeilte sich joe zu entgegnen während er seine hand faßte was ich bin krank sinnen war ganz erstaunt es ist schon alles vorüber bemühe dich nicht dich daran zu erinnern es war nichts gefährliches aber ich kann mich an nichts erinnern sie sind offenbar infolge von überarbeitung ohnmächtig geworden flüsterte mr smith nein nein mr smith scherzt widersprach joe energisch ich bin in ohnmacht gefallen wann zenon versuchte die fetzen von erinnerung die in seinem hirne herumschwirrten zusammenzuleimen doch er fühlte sich plötzlich völlig im dunkeln die schwachen funken entglitten seinem bewußtsein wie das rettungsseil den händen des ertrinkenden er schaute joe an und er bebte er mühte sich aufzustehen er wollte schreien er wollte etwas sagen und blieb steif liegen mit ausgestreckter hand mit einem stummen laute auf den erbleichten lippen mit verdrehten augen doch plötzlich weckte er sich gebannt von dem stahlharten hypnotisierenden blicke joes und verfiel wieder in schlaf du wirst bis zum morgen fest und ruhig schlafen und wirst gesund erwachen du erinnerst dich an nichts mehr an nichts suggerierte ihm sein freund mit aller kraft während er lange einschläfernde handbewegungen über ihm machte der arzt wollte protestieren aber es war schon zu spät zenon war in einen steinernen schlaf verfallen taub gegen alle zurufe und versuche ihn zu wecken du hörst mich allein verstehst nur mich und antwortest nur mir flüsterte ihm joe zu und preßte mit den fingern seine augen und schläfen ich wünschte dass er ein wenig ausrute und nahrung zu sich nähme er ist fürchterlich erschöpft rechtfertigte sich der arzt ich wartete auf sein erwachen um ihn sofort einzuschläfern ehe das bewusstsein in ihm erwachte später wäre es zu spät niemand wäre dann imstande die erwachten gedanken zu bändigen kann man denn den gedanken so einschläfern dass er wenn er aufwacht sich an nichts mehr erinnert aber man kann ihn herausreißen und im vergessen ertrinken ein interessantes experiment doch scheint mir der erfolg zweifelhaft es ist durchaus notwendig für seine rettung und das sicherste sagte joe hart sie gingen in das andere zimmer hinüber der arzt fühlte zenon nach dem puls maß die temperatur und ging hinaus mr smith flüsterte nachdem er die tür hinter ihm geschlossen hatte ängstlich es ist ihm zugestoßen ist das der einfluß daisys ich weiß nicht ich fürchte es ist so die sache ist völlig rätselhaft ich weiß selbst nichts und verstehe nichts aber ich werde mit ganzer kraft über ihm wachen ich werde bis zum morgen bei ihm sitzen mr smith machte sich im zimmer zu schaffen sah mit seinem hungrigen schätzerblicke alle bilder an streichelte mit wollüstigen fingern die bronzefiguren und fragte mit einer katzenartigen bewegung heranschleichend demütig trittst du wirklich aus unserer gemeinde aus ich habe es euch doch deutlich und entschieden genug mitgeteilt brichst du für immer mit uns nein ich gehe nur von nun an meinen eigenen weg ich bitte dich im namen der ganzen bruderschaft geh mit uns wozu wohin entgegnete joe ungeduldig beinahe ärgerlich du weißt du hast zusammen mit uns den tempel errichtet ja aber ich bin sehend geworden und gehe dem lichte entgegen er wird zusammenstürzen wenn du ihn nicht mehr stützt möge alles zusammenstürzen was nicht von selbst steht was nicht von der macht des eigenen inhalts gestützt wird ihr wart mir eine etappe auf dem mühseligen weg zur wahrheit ich bin euch dankbar dafür aber ich muss weitergehen auf der bahn meiner bestimmung ich fühle es aus dir spricht verachtung flüsterte smith traurig nein ich habe nur genug von diesem tanzenden tischen diesem klopfen diesem gestammel aus dem grabe und diesem herumtappen im staube dummer tatsachen euer spiritismus ist nur ein vulgärer und wilder fetischismus von zufälligen kräften und halluzinären erscheinungen ist nur der glaube von blinden und schwachen ihr habt eine kirche gegründet in der ein medium regiert das mehr oder minder betrügerisch ist eine kirche die zu nichts führt nichts erhält und niemand erlöst warst du denn nicht ihr apostel stöhnte mr smith das gestern ist nur ein schatten im lichte des heute das vom morgen träumt arbeiten wir denn nicht für das morgen nein die welt verfault in schande und verbrechen und ihr bettelt um mitleid bei toten schatten und verlangt nach wundern nur um eure erhitzte einbildungskraft zu befriedigen das von millionen heiß ersehnte morgen wird nicht daraus erstehen denn das alles ist nur erniedrigende furcht vor dem unbekannten man erlöst keinen mit jammern und tränen die schlechte welt muß man zermalmen und bis auf die fundamente zerstören damit sie neu auf den ruinen erstehe man muß sie schaffen durch eine tat durch eine tat des willens dem gnade kraft verleiht wer ihrer nicht teilhaftig wird ist nur dünger für die kommenden geschlechter wer sein will muß seinen eigenen leichnam töten damit er werden kann muß er das leben und sich selbst bezwingen die unsterblichkeit durchstieß alles in endlosem strome doch unsterblich ist der wille allein von der gnade und der wiederkehrenden sehnsucht nach ihm geleuchtet ich sage zu viel und zu wenig zugleich verzeih ich will mich kurz fassen unsere wege gehen an diesem scheideweg auseinander dort am baume mögen die furchtsamen und schwachen stehen bleiben mögen sie auf erwarmen warten wir werden in den abgrund hinuntersteigen überhebung ist dein glaube sagte mr smith bebend und ging hinaus nein nein flüsterte yoe in nachdenken verfallend die dämmerung begann zu sinken das geräusch in den straßen verstummte entfernte sich lichter begannen im nebel durch unbewegliche grau umwobene bäume zu schimmern sinnen schlief einen gleichmäßigen und festen schlaf das gedämpfte licht neben seinem bett leuchtete in der dunkelheit wie ein goldner schimmer sonst war die wohnung in undurchdringliche dämmerung gehüllt joe schloß die türen ließ die vorhänge an den fenstern herunter und stand lange im tiefsten nachdenken in ein stummes gebet versunken wie er es immer vor einer seance verrichtete endlich ging er in das erste zimmer setzte sich auf den boden neben den kamin und lehnte seinen rücken an die wand durch die geöffneten türen und geteilten portieren konnte man in der ferne die schwachen umrisse des schlafenden sehen saß auf gekreuzten beinen um in sich selbst zu versinken und sich zu spalten um als sein eigener doppelgänger nach außen in erscheinung zu treten und sich selbst vor sich zu sehen ohne die einheit zu zerstören sich zu spalten und zwei identitäten dieser einheit zu sein sich in dieser spaltung zu verdoppeln ohne aufzuhören er selbst zu sein dies waren die einleitenden übungen joes die er mit eiserner konsequenz unter dem einfluß und der anleitung des mahatma durchführte bald wurde er unbeweglich und erkaltete gleichsam trotz der qual dieser krampfhaften stellung bewegte er sich nicht ein einziges mal zuckte er auch nicht vor schmerz er überwand langsam den körper tötete die empfindlichkeit und während er sich an diesen ohne zucken ertragenen schmerzen labte konzentrierte er die zerstreuten gedanken auf einen punkt er verschloß sie alle in das eine in seiner gewalt entsetzliche verlangen sich selbst zu erblicken vergebens erwachten in der tiefe seines hirns lebendige zucken der erinnerungen vergebens drangen lange reihen von ereignissen bekannte gesichtszüge und stimmen geräuschvoll in das feld seines bewusstseins und erfüllten seine seele mit beinahe sichtbaren visionen er tötete sie und stieß sie hinab auf den tiefsten grund des vergessens immer gewaltiger nahm er besitz von sich selbst erstarrte er und verfiel er in eine bewusst hervorgerufene katalepsie die weit geöffneten augen schauten unbeweglich gläsern und wachsam vor sich hin in der schrecklichen erwartung des wunders er drängte sich langsam aus sich heraus befreite sich von den fesseln des körpers schälte mit den krallen des willens die eigene seele aus sich heraus indem er aus ihr sein zweites eigenes und nur von ihm selbst gesehenes und gefühltes dasein schuf die stunden flossen langsam leise und unbemerkt dahin sie glitten vorüber wie bilder eines nächtlichen traumes sie wurden ohne zu sein sie kamen aus unbekannten tiefen und erstarben vergessen die uhr kündete sie an als sie nicht mehr da waren und noch nicht nahten sie schufen alles selbst und wurden nichts sie zeichneten ihre blassen spuren mit sehnsucht und träumerei manchmal mit tränen und zuweilen mit dem tode die stadt schlief den schweren schlaf arbeitsmüder steine in beunruhigende träume versunken die stille nacht schaute mit blindem gesichte auf die erkaltete welt sinnen schlief ununterbrochen über die wohnung breitete sich ein starres schlafendes schweigen aus nur dann und wann flüsterten längst erstorbene klänge und farben irgendein ängstlich verborgenes leben begann zu erstehen totes schien zu leben die wände flüsterten die bronzestatuen sangen traurig wie stöhnende seelen die um ihre körperlichen avatare irren die harten maagonimöbel erhoben ihre sehnsüchtige stimme und aus den auf dem kamine liegenden muscheln klang leise das sehnsüchtig traurige rauschen ferner meere die sich in der sonne badeten ein anderes leben das leben jedweden dinges bebte in der dunkelheit im schatten verbergen sich furchtbare erscheinungen die nacht hat ihr ewiges geheimnis die einsamkeit und die stille enthüllen manchmal ihren unbekannten schoß alte spiegel fangen zu plaudern an und zeigen was sich einst in ihnen widerspiegelte alles was da ist hat seine eigene seele dem schweigen und dem geheimnis angetraut joe saß immer noch da in der äußersten beinahe versteinerten anspannung des willens er war nur noch ein traum der ihnen außerhalb seiner selbst gebar ihn hüllte das schweigen langsam sterbender stunden ein er wußte von nichts starre in die tiefen des furchtbaren verlangens schauend seine zusammengekauerte gestalt begann wie ein phosphorizierendes bild aus der nacht empor zu tauchen er leuchtete wie von einem bläulichen schimmer übergossen seine augen glänzten wie erstarrte bläuliche lichtstreifen und seine gekrümmten finger seine haare alle seine gelenke strahlten einen leuchtenden staub aus er war ganz darin gebadet plötzlich erbebte er in sich selbst als hätte er sein sehnen noch mehr angespannt denn siehe vor ihm dämmerte ein schatten in dem schwarzen abgrunde vor ihm wirbelte ein nebliger verwehter umriß der erzitterte leuchtend er wurde langsam nahm menschliche gestalt an wurde unbeweglich er begann einen zu sehen der ihm gegenüber saß und vor sich hin starrte joe verstand daß jenes ersehnte wunder geschehen war er sah sich schon auf gekreuzten beinen sitzend und unbeweglich sich gleich und er selbst er schaute in seine eigenen augen in sein eigenes gesicht als hätte sich sein spiegelbild losgelöst und ihm gegenüber gesetzt er wankte plötzlich für einen moment wurde sein bewusstsein umnebelt als er sich wieder erhob konnte er nicht verstehen wo er sei welche von diesen beiden spaltungen er wäre er erhob sich plötzlich von der erde in der heiligen freude über das wunder das zweite ich erhob sich gleichfalls sie standen einander gegenüber mit demselben glückseligen lächeln mit demselben gegenseitigen sich fühlen jede regung der seele jeder gedanke jede gefühlsaufwallung war doppelt und zugleich dieselbe geteilt und doch eins das dort bin ich ich dachte er fühlte er vielmehr sich vorwärts neigend sein doppelgänger tat dasselbe und mit demselben gefühl der verblüffung er rückte um einen schritt näher an sich heran jener gleichfalls sie schauten sich in die augen sie schauten lange fest in ihre tiefsten tiefen mit jenem gefühl furchtsamen staunens mit dem der mensch manchmal in sich selbst hineinschaut denn es gibt nichts furchtbareres als bewusst in die abgründe des eigenen ichs hinabzugleiten und wo bin ich denn er bemerkte mit seinen ewig wachen gedanken dass er das ganze zimmer gleichzeitig von zwei einander entgegensetzten punkten sah und doch empfand er sich in beiden erscheinungen mit der gleichen macht und vollkommenheit er schloss die augen um stiller und freudiger diesen wunderbaren traum von sich selbst zu träumen er vertiefte sich in einen nicht mehr zu beschreibenden traum in den traum vom traume zuweilen kehrte er aus dem unsterblichen lande der sehnsucht zurück wie ein vom einsamen fluge im grenzenlosen raum ermüdeter vogel er umkreiste das leben und enteilte erschrocken in neue abgründe der träume von träumen zuweilen öffnete er die augen schaute sich mit einem lächeln unsagbarer rührung an mit einem lächeln übermenschlichen glückes und wieder träumte er die unsterblichkeit zuweilen aber kehrte er mit der ganzen gedächtniskraft des körpers auf die erde zurück er erinnerte sich an das leben und umfing alles und dann erhob sich jenes zweite ich vor ihm bewegte sich langsam und unaufhörlich in der wohnung umher und beschäftigte sich mit etwas was ihm nicht ganz verständlich war mit etwas nichtigem sicher irdischem denn er flüsterte als er dies sein lebensavatar sah beinahe befehlend gehe du mein gedanke werde leben erfülle deine bestimmung gehe ich kehre zu ihm zurück und er neigte sich voller sehnsucht in die arme der unendlichkeit und fiel langsam in das geheimnisvolle einsam thronende schweigen die nacht nahte bereits ihrem ende das zimmer wurde langsam von grauer dämmerung erfüllt wie von dem aschgrauen schimmer in staub aufgelöster in der stille gestorbener stunden aus der dämmerung tauchten langsam und träge die umrisse der möbel hervor der alltag erwachte aus tiefem schlaf der ruhe die ersten schüchternen stimmen des tages wurden laut der morgenwind schüttelte rauschend den kalten tau von den gekrümmten bäumen die straßen begannen dumpf zu stammeln der tag stürzte sich auf die erwachenden wie ein hungriger wolf und packte sie mit den reißenden klauen blutiger mühsal nur zenon schlief immer noch und joe saß unter der wand auf gekreuzten beinen wie erstarrt mit weit geöffneten augen doch in völliger katalepsie erst ein schrilles heftiges läuten an der eingangstür rieß ihn plötzlich aus der erstauung er sprang auf der malaie stand auf der schwelle sichtlich befangen was willst du ich habe dir doch gesagt du solltest zu hause auf mich warten miss daisy hieß mich sie wecken und ihnen sagen mr zenon hätte genug geschlafen und man müsste ihn allein lassen bist du ihr auf der treppe begegnet joe war erstaunt über dieses merkwürdige geheiß sie kam nach oben befahl mir zu gehen entschuldigte der malaie sich ängstlich es ist gut richte das bad ich komme sofort joe war noch verblüffter als er zenon erblickte der im bette saß und mit den fingern auf der decke verstreute feilchen zusammenraffte schläfst du schon lange nicht mehr vor einem augenblick bin ich erwacht wer hat das gebracht und her gestreut gerade wollte ich dich danach fragen ich träumte daisy hätte einen strauß blumen auf mich geworfen ich träumte es vor einem augenblick als ich erwacht war dachte ich es wäre nur ein traum diese blumen nein das sind wirkliche blumen irgendein geheimnisvoller apport flüsterte joe während er ihm half die feilchen aufzulesen sie bedeckten das ganze bett sie waren frisch und dufteten und glänzten noch vom tau so daß sie die ganze wohnung mit frühlingsduft erfüllten wie fühlst du dich fragte er dann völlig wohl doch was ist mit mir eigentlich vorgegangen ich erinnere mich an nichts ach es ist nicht der rede wert du bist auf der straße ohnmächtig geworden das ist alles ich bin ohnmächtig geworden merkwürdig ich kann mich an nichts mehr erinnern ich habe zwar eine spur von erinnerung aber die ist so nebelhaft daß ich gar nicht klug daraus werden kann ich fühle nur eine art unruhe es ist als wäre ich im nebel und jetzt diese feilchen sie sind von ihr sie war hier war bei mir rief er erstaunt ein gewöhnlicher apport sie brauchte nicht erst hierher zu kommen um sie dir auf die brust zu werfen es kann sein aber ich kann an diese wundersamen apporte nicht recht glauben wunder geschehen mit dir geschehen um dich herum aber du bemerkst nichts bist blind gegen das licht sagte joe mit einer gewissen bitterkeit es ist wahr es gehen außergewöhnliche unerklärliche dinge mit mir vor er erinnerte sich plötzlich an zerstreute trümmer von geschehnissen und gefühlen hast du heute nacht bei mir gewacht ich entsinne mich dessen unklar ich war bei dir ich war joe zuckte plötzlich zusammen und warf sich heftig nach hinten denn wieder erblickte er sich gegenüber sich selbst was hast du denn nichts nichts sage mir wo ich bin flüsterte joe ängstlich indem er mit den blicken sein zweites ich verfolgte das sich gleichfalls über zenon neigte und ihm etwas ins ohr flüsterte nun hier bei mir ich verstehe nichts die erregung joes bonn ruhigte zenon nimm meine hand halte sie fest fester stöhnte joe kläglich und sank auf den stuhl mit geschlossenen augen nur halb bei bewußtsein saß er lange da ohne sich zu bewegen in der furchtbarsten angst er würde sobald er die augen öffnete sich wieder erblicken sind wir allein fragte er kaum hörbar aber vollkommen allein niemand ist hereingekommen schau nach schau nach ich bitte dich angst zitterte in joes stimme ich versichere dir außer uns ist niemand hier da öffnete joe die augen und schaute sich ängstlich spähend um ich fühle mich furchtbar ermüdet und schläfrig sagte er nach einer weile was war dir es schien mir einen augenblick als ob jemand hier hereingekommen sei joe schüttelte sich nervös und sah sich im zimmer um aber wenn es dir möglich ist fahre heute nach bartlett court dort erwartet man dich mit sehnsucht ich werde sicher hinfahren gestern mit dir konnte ich nicht hin es war spät und gestern vor drei tagen war ich dort erinnere dich nur erinnere dich wiederholte joe und bohrte seine stahlaugen in ihn drei tage also war ich die ganze zeit nicht bei bewußtsein ich konnte damals nicht zu betsy fahren weil ja ich weiß schon ich erinnere mich er sprang auf von erinnerungen geblendet der schleier in ihm zerriß so daß er plötzlich alles sah was er erlebt und gesehen hatte erinnerst du dich jetzt fragte joe leise er wollte ihm sein geheimnis entlocken an alles an alles erzähle es der reihe nach das wird dich weniger ermüden flüsterte der andere ihm hinterlistig zu ohne die hypnotisierenden augen von ihm abzuwenden nein ich kann nicht nein zenon wehrte sich heftig denn plötzlich erklang es in seinen ohren sei ohne furcht schweige wenn es ein geheimnis ist dann behalte es für dich aber noch einmal sage ich dir wüte dich vor daisy sie wird dein unglück werden flüsterte joe drohend es wird sein was kommen wird möge geschehen was geschehen soll es liegt nicht in meiner macht die bestimmung abzuwenden antwortete zenon mit unerwarteter sicherheit vergib doch ich musste meine pflicht als freund erfüllen deine warnungen sind mir nicht unangenehm im gegenteil sie erfüllen mich mit dankbarkeit gegen dich und du fürchtest nichts fragte joe ich weiß nicht mir ist als wäre sogar die möglichkeit furcht zu fühlen in mir erstorben joe drückte ihm die hand und entfernte sich schweigend möge geschehen was geschehen soll flüsterte zenon sich selbst zu mit einer stillen und vollkommenen entschlossenheit er wehrte sich nicht mehr und versuchte nicht sich seinen bestimmungen zu entwinden er fühlte plötzlich in den tiefen seines wesens gleichsam im urkeim seiner seele daß er gehorsam sein müsse so neigte er sich denn demütig vor dem unbekannten und erwartete sein urteil ohne beben er erinnerte sich jetzt an alles auch in den kleinsten einzelheiten doch er wunderte sich über nichts mehr war über nichts entsetzt noch wollte er die ihn umgebenden geheimnisse verstehen es kam ihm nicht einmal der gedanke warum wer es war ihm als wäre er in einer schlacht gefallen und würde von den gedrängten reihen der kämpfenden zusammengepresst im sturm schritt fortgerissen als ginge er zusammen mit allen als sähe und täte er etwas unbewusst als denke er sogar automatisch doch wenn sich die reihen auflösten müßte er leblos hinsinken er fühlte sich nur körperlich merkwürdig schwach und so gerührt daß er als er betseys briefe las über ihre besorgnisse in tränen ausbrach das arme kind dachte er mitleidig ohne zu wissen warum er mitleid mit ihr empfand doch das dauerte nicht lange dagegen bemächtigte sich seiner eine unerklärliche unruhe und erregung er war nicht imstande an etwas zu denken noch sich mit etwas zu beschäftigen er sprang alle augenblicke auf denn es schien ihm daß ihn weit in der ferne jemand rufe daß er irgendwo hin eilen müsse etwas tun mit jemand zusammen treffen müsse er erinnerte sich einer dringenden angelegenheit und vergaß wieder alles denn diese rufende stimme tönte immer vernehmbarer in ihm aber wer riefe und wo das konnte er nicht verstehen er war ratlos und lauschte angespannt ja er war schon ganz sicher daß ihn irgendeine gedämpfte ferne stimme rufe daß ihn jemand erwarte an ihn denke tausendmal stürzte er sich mit angespannten suchenden gedanken in die leere des enträtselns und tausendmal sank er wieder zusammen von vergeblicher anstrengung erschöpft wer ruft mich fragte er laut in höchster ungeduld es wurde ihm keine antwort doch auch dies dumpfe rufen hörte nicht einen augenblick auf es zitterte in seinem herzen wie ein ferner ferner schrei der sehnsucht und zuweilen hörte er es so deutlich als riefe ihn jemand hinter dem fenster durch die wand oder draußen im flur doch hinter den fenstern rauschten nur die bäume und zwitscherten die frierenden vögel und im flur war es leer er kehrte in seine wohnung zurück immer erregter und so ermüdet von der vergeblichen anstrengung etwas zu enträtseln daß er sich schließlich auf die ottomane legte und einschlief mittag war vorüber schon sank die dämmerung als er erwachte komm so erscholl eine stimme über ihm er erhob sich eiligst und schaute sich mit bewusstlosen augen im zimmer um es war niemand da schon breitete sich dichtere dämmerung aus graue trübe wolken verhüllten alles die möbel waren kaum in ihren umrissen zu sehen die spiegel schimmerten grau wie trübe eisblöcke noch lauschte er diesen in der stille ersterbenden tönen als der spiegel plötzlich von einem blitze erhellt wurde in den tiefen des spiegels schien etwas zu werden gruppen von bäumen und blumen tauchten hervor wie aus sonnendurchleuchtetem nebel er blickte sich ängstlich um das zimmer wurde langsam dunkel und versank in nacht doch dort hinter der spiegelfläche in einer wundersamen aufleuchtenden helle tauchte gleichsam die vision eines tropenwaldes auf ein hoher palmenwald überdachte einen unendlich langen weg wie ein grüner tunnel er näherte sich er konnte die augen nicht losreißen denn aus jenen tiefen kam ihm daisy entgegen komm er sah die bewegung ihrer lippen ihre rufenden glühenden augen er erbebte in den tiefsten tiefen er hatte die stimme erkannt und ging zu ihr gingen gleichsam in jene spiegeltiefen hinein er hatte das bewußtsein davon verloren was mit ihm geschehe doch ging er mit einem freudigen beben weil er die gesuchte endlich gefunden hatte er schritt durch das dunkle speisezimmer immer auf daisy starrend die auf ihn zukam er kam plötzlich zur besinnung er befand sich in der orangerie ja daisy erwartete ihn dort am springbrunnen mit einer magnolienblüte in der hand back schmiegte sich zärtlich an ihre knie und schaute ihr in die augen da bin ich flüsterte er vor ihr stehenbleibend sie haben eine widerspenstige seele er schaute sie verständnislos an längst schon sehnte ich mich danach sie zu sehen schon lange habe ich sie herbeigesehnt ich hörte es ohne zu wissen wer mich riefe der springbrunnen flüsterte leise und übersäte die mandelblüten die wie eine rosige wolke aus dem grünen strauchwerk emporragten mit seinem wasserstaub ein starker betäubender blumenduft erfüllte die orangerie erinnern sie sich fragte sie seine hand berührend an alles wer mit mir dort war gehört ihm ich bin dein herrin dein wiederholte er den kopf vor ihr neigend ein lächeln wie ein heiteres wetterleuchten erhellte ihr blasses gesicht ihre augen flammten auf und die purpurnen lippen flüsterten soll es also geschehen ja das was geschehen soll ja ja das dachte ich das ersehne ich und bist du bereit und gelte es auch zu sterben rief er leidenschaftlich die ganze welt vergessend er hatte seine ganze seele in ihr ertränkt er blickte demütig zu ihr auf mit sklavischen augen der hingebung und der abhängigkeit er fühlte er war für immer an ihre seele gefesselt wenn sie sagen würde stirb er würde diesem befehl mit wonne gehorchen sie nahm ihn bei der hand und führte ihn tief in das dunkel der bambusbüsche dort setzten sie sich der panther schaute mit grünen wachsamen augen auf sie ich habe dir einige worte zu sagen einige wichtige worte ich habe mit sehnsucht darauf gewartet wenn du willst können wir zu jenem sonnigen gestade fahren von dem du einmal erzähltest auf einige wochen wir werden für die menschen verschollen sein wir werden ein übermenschliches glück träumen so führte also der weg der damals auf der karte bezeichnet war dorthin er führte zu dem glück das dem leben gestohlen ist flüsterte sie ich kann nicht erwachen sagte er seinen kopf zwischen die hände pressend wir werden auf einige wochen verschwinden aber dann muss die erinnerung an diese zeit in uns sterben wir werden einander so fremd und fern sein wie je wie kann die erinnerung an das glück in uns sterben willst du fragte sie wieder und sah ihm ganz nah in die augen er erfaßte ihre hände und preßte sie an seine lippen sprich zu mir erwecke mich daß ich glauben kann daß dies kein traum ist ich flehe dich an flüsterte er ohne besinnung und wie im fieber sie zog sich fest an ihm mit glühenden augen die einem stammenden abgrunde glichen sie wurde wie eine wunderbare blume die plötzlich ihre volle blütenpracht entfaltet und erfüllt ist von betäubenden düften ihre lippen bebten sie neigte sich fast bis an seinen mund und flüsterte nur einen traum können wir zusammen träumen das leben dürfen wir nicht und wann soll das geschehen fragte er voller furcht dass alles bald entschwinden würde vielleicht heute noch vielleicht morgen ich weiß nicht aber wenn der augenblick gekommen ist werde ich vor dir erscheinen und du und ich werde dir folgen o daisy o daisy ich träume unsagbares wir werden voneinander träumen wir werden unsere früheren leben und avatare noch einmal träumen deine worte erwecken mich ich bin in dir auferstanden denn ich bin du wie eine blume ihr duftest ich muß dich schon früher geliebt haben früher und immer denn immer war ich bei dir und immer war ich deine seele ich weiß vor zeiten vor dem sein ich muß eine sonne gewesen sein und war erloschen und untergegangen in der grenzenlosigkeit deines heiligen auges willst du mit mir gehen sie bohrte ihre augen in die seinen die unbeweglich waren und wäre es in den tod liebst du mich er erstarb in übermenschlicher rührung doch daisy war von ihrem platz aufgesprungen denn der panther hatte sich plötzlich erhoben und begann sich mit den pfoten auf das basin des springbrunnens stützend düster zu heulen und sinnen war es als ob hinter den wassergarben das traurige drohende antlitz baphomets auftauchte und seine blutigen augen blitze schleuderten ich gehe in den ewigen traum von dir stammelte er wie im fieber ende von teil zwölf von der vampir teil 13 von der vampir von wladislaw raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain siebtes kapitel und dann nur noch den tod dachte er nach langem schweigen und schlug die glühenden augen auf daisy war nicht mehr da nur buck der langsam am rande des bassins hinkroch winselte sehnsüchtig nur der aufgewirbelte federbusch des springbrunnens plätscherte mit einem ängstlichen schluchzenden geräusch die blätter der palmen bewegten sich und durch das grüne gebüsch schimmerten blumen die stummen und so beutegierig lauernden augen glichen daß er schauderte und schnell die orangerie verließ doch die stimme daisys sang immerfort in ihm immer hörte er ihre worte die wie duftender brennender tau auf seine seele fielen immer sah er ihre augen sie durchdrangen ihn wie dolche mit quälender schmerzhafter wonne es durchglühte ihn die furchtbare glut der ekstase der sturm glückseligen wahn es schüttelte ihn trug ihn empor zum himmel und warf ihn in den strudel eines unfassbaren grauens auf den dumpfen toten grund der erschöpfung und in diesem chaos von gedankentrümmern wand sich durch ihn nur das eine starke und bewusste gefühl daß er ihrem willen gehorsam sein müsse daß er es müsse und daß diese notwendigkeit sich zu opfern und zu verderben die unsagbare wonne des ehrsterbens berge aber vielleicht träume ich nur vielleicht ist alles nur halluzination er wurde wankend bei diesem plötzlich aufsteigenden zweifel durch die fenster schaute der traurige verregnete tag herein das chaos der stadt die ganz in strömen von wasser die unaufhörlich herabflossen und im nebel versunken war plötzlich schaute er zum spiegel hin dessen leblose fläche grau schimmerte und das ganze zimmer und sein gesicht widerspiegelte das sonderbar blaß und verändert war aber bin das denn ich er kam sich so unfaßbar anders vor so furchtbar fremd und unbekannt daß er in ratloser angst zurückwich ich bin doch da ich sehe ich fühle es ich überzeuge mich davon dachte er während er verschiedene gegenstände berührte er spürte die kühle der bronzen die weichheit der seidenen überzüge er unterschied farben und formen er bemerkte die unterschiede und dadurch ein wenig beruhigt setzte er sich an das klavier doch er war nicht imstande seiner herr zu werden denn unter seinen fingern hervor ertönten gleichsam stammelnde verworrene schreie er schlug die tasten mit kraft an daß das klavier ächzte und es floss eine wilde melodie dahin die dem stöhnen und kichern rasender tobsüchtiger glich ich bin heiter und glücklich und doch weint etwas in mir etwas ängstigt sich aber was ist es was fragte er hartnäckig und warf sich da er keine antwort fand auf die ottomane er bemühte sich alles zu vergessen doch ehe er in vergessen sank erscholl gleichsam gerade über ihm die stimme daisys er sprang heftig auf die stimme tönte schon in einer gewissen entfernung und wurde leiser wo bist du wo rief er die ganze wohnung durchsuchend sie mußte doch irgendwo sein denn er roch den duft ihres parfüms hörte ihre schritte das rauschen ihres kleides war deutlich zu vernehmen daisy o daisy schrie er plötzlich auf die hände zum spiegel ausstreckend indem ihre umrisse dämmerten als wäre sie aus nebelperlen gewebt ihre feilchenblauen augen schimmerten ein lächeln spielte um ihren mund doch ehe er hineilen konnte war alles verweht und verschwunden er wartete lange auf die leere fläche wie auf eine zugefrorene tiefe starnt die neidisch ihre unglaublichen wunder vor der sterblichen auge birgt dann fiel er in stilles düsteres sinnen so dass er gleichsam in kraftlosigkeit versank und blieb so frei von allem aufbäumen von aller freude und allen schmerzen vergessend und vergessen fern sogar von sich selbst und nur so viel wissend wie sterne von sich wissen können die durch die unendlichkeit rasen ihn weckte erst wieder das geräusch des lebens das mit wildem brutalem getöse an die fenster stürmte angst schnürte sein herz zusammen und füllte seine augen mit tränen einer unerklärlichen traurigkeit seine augen schweiften ängstlich in der wohnung umher denn es schien ihm als streckten sich von allen seiten die reißenden klauen des löwens nach ihm aus und als riefe seine eigene stimme streng und befehlend nein ich werde nicht mehr zu dir zurückkehren nie mehr antwortete er auf irgendein gestade schaund das immer schwächer in der ferne schimmerte ich werde meinen eigenen weg gehen ich werde in den traum von einem neuen leben gehen sann er der diener trat herein und meldete ihm einen unbekannten herrn ich bin nicht zu hause rief er ungeduldig und ging durch die andere tür nach oben zu joe der malaie vertrat ihm sehr entschieden den weg es geht nicht ist jemand da es geht nicht ach vielleicht hat die seance schon begonnen fragte er hinterlistig es geht nicht wiederholte jener hartnäckig und verstellte die tür irgendwelche spiritistische übungen dachte sinnen verächtlich und ging in die stadt aber vielleicht sind es wieder geißelungen und vielleicht ist auch sie dort ein blitz der erinnerung glitt als eine reihe schändlicher bilder durch sein gehirn der verdacht allein ist schon wahnsinn er irrte lange im geräuschvollen strudel der stadt umher sah mauern und menschen aus einer unermeßlichen entfernung und gleichsam zum letzten mal als nähmen seine augen abschied für immer er fühlte sich schon fern von all dem hasten und treiben in dem diese unzähligen massen lebten und starben so fern daß ihm ihr ganzes dasein traumhaft erschien durchaus unverständlich und völlig fremd wer von uns fantasiert ich oder sie fragte er sich manchmal und bemühte sich sein verhältnis zu den andern zu begreifen doch dann krochen die erinnerungen an daisy hervor und jene ernüchternden gedanken rissen in fetzen so daß er wieder in den nebel unbeschreiblicher träumereien und einer quälenden sehnsucht versank und wieder ging er durch gedränge und lärm gleichsam hypnotisiert bewegte er sich automatisch mit gewohnten bewegungen er irrte umher wie eine lebendige leiche schweigend und in einer unfassbaren öde erst in einem düsteren winkel blieben seine augen die leblos über alles hinweg glitten mechanisch auf einem weißen grell leuchtenden schilder haften hier werden russische zigaretten verkauft las er einige male und von einer dunklen regung getrieben betrat er den laden eine alte jüdin mit einer perücke schlummerte hinter dem ladentisch eine schar von kindern in lumpen balgte sich quietschend auf dem fußboden in dem nebenzimmer das niedrig und furchtbar schmutzig war die maschinen ratterten und einige menschen die über der arbeit saßen sangen lang gedehnt ein unendlich trauriges lied doch als er eingetreten war schlug ihm eine so verfaulte und ihr ausgemerkeltes gesicht wurde von stiller freude erleuchtet ja ja antwortete er verwirrt da alle die leute ihn dicht umdrängten und ihn mit aufdringlichen blicken musterten plötzlich fingen alle zu reden und durcheinander zu fragen an es entstand ein unerhörter lärm einer schob ihm einen stuhl zu einer hielt seinen hut ein anderer reichte ihm wasser und von allen seiten berührten ihn zart ihre finger und die geröteten augen sogen sich gleichsam gefräßig an ihm fest er antwortete mechanisch denn eine mächtige welle von erinnerungen ergoß sich über seine seele und rief in ihm bilder ferner jahre wach längst verklungene tage dämmerten in ihm auf schmerzhafte visionen vergangener augenblicke und das echo der fernen heimat wo bin ich was tun diese leute hier warum dachte er sich ängstlich umschauend denn das elend das aus jedem winkel und jedem gesicht hervor lugte antwortete ihm mit mächtiger stimme warum und wozu da erfüllte ihn ein so tiefes erbarmen dass er den widerwillen und ekel vor ihrem schmutz und ihren lumpen überwand und ein längeres gespräch mit ihnen anknüpfte sie klagten nicht sie verwünschten niemanden doch jedes von ihnen entfaltete in einigen leise und ungeschickt hingeworfenen sätzen die furchtbare litanei der leiden der erniedrigung und der ungerechtigkeit das ganze gehenna der enterbten er lauschte wie auf eine phantastische erzählung aus tausend und einer nacht daß ihm die haare zu berge standen und seine seele sich krümmte in bitterer brennender scham einige male wollte er schon fliehen doch konnte er von staunen und grauen gebannt sich nicht von der stelle rühren zum ersten male in seinem leben hatte er auf den tiefsten grund der wirklichkeit geschaut auf den tiefsten grund menschlichen elends furchtbar furchtbar flüsterte er und bemerkte als er sich von ihrem geröteten augen abwendete ein kleines mädchen das unter dem tische zusammengekauert saß und alle augenblicke eine puppe die sie sich aus lumpen gemacht hatte mit ihren fäustchen bearbeitete und ihr drohend etwas zuflüsterte was macht sie denn dort sie müssen wissen her sie ist etwas schwach im kopf stotterte die alte ist das ihre tochter nein nein sie schaute sich misstrauisch um und flüsterte gleichsam als wäre es ein geheimnis sie wissen wie der pogrom in kischinek war hat man ihren papa totgeschlagen ihre mama ermordet und ihre ganze familie man hat ihr das gesicht zerschlagen alle waren geraubt und noch das haus hat man angezündet wie das war das kann man nicht einmal erzählen man fand sie unter den leichen kaum noch atmend so ist sie weise geworden wir haben sie mitgenommen aber seit der zeit hat sie immer angst und wenn sie einen soldaten sieht weint sie gleich schreit und läuft fort sie hat große angst röschen komm zu uns röschen hab keine angst der herr wird dir nichts tun und trotz heftigen widerstrebens zog sie das kind unter dem tische hervor und führte es zu zienen das erschrockene mädchen zitterte und weinte große tränen rollten über sein blasses gesicht über das eine blutige strieme lief in den blauen augen mit den goldenen wimpern barg sich wahnsinn und entsetzen er wollte ihre roten locken streicheln aber sie schrie entsetzt auf und floh in das innere der wohnung auch sinnen hatte genug davon und trotz alledem haben sie noch lust zu leben dachte er als er in seine wohnung zurückgekehrt war ziemlich lange konnte er den unangenehmen eindruck nicht von sich abschütteln lange noch erinnerte er sich an das kindergesichtchen mit der blutigen strieme an die irren verblödeten augen und die ausgemergelten gesichter jener elenden was geht dort vor sein hirn wurde wieder von erinnerungen an die heimat erfüllt er versuchte sie auf den tiefsten grund des vergessens hinabzustoßen doch sie ließen sich nicht ersticken sie erhoben sich wie das lied der sehnsucht und sehnen wieder in immer traurigerer tonart er blieb vor dem bücherschrank stehen und las mechanisch die polnischen aufschriften schon hatte er die hand nach einem band ausgestreckt doch zog er sie eilig wieder zurück nein wozu begrabenes von den toten auferwecken ich bin für sie tot dort denkt niemand mehr daran daß ich einst unter ihnen lebte niemand wiederholte er traurig und mit einer gewissen bitterkeit auch ich erinnere mich an niemand und an nichts mehr versuchte er sich mit aller macht einzureden denn gerade in diesem augenblicke erinnerte er sich an alles ein schreckliches land und schreckliche menschen er wehrte die sehnsucht ab die sein herz schmerzhaft umkrampfte alles wegen dieser juden er wurde ärgerlich zum teufel wozu bin ich dort hingegangen dumme sentimentalität warf er sich ungeduldig vor doch erst am abend beim essen vergaß er unter den feurigen blicken daisys alles daisy war schweigsam und wie von melancholie umwoben nur buck kroch alle augenblicke zu seinen füßen legte seinen kopf auf seine kniee und schaute fast lieb mit seinen grünen augen zu ihm auf ich stehe bei buck heute ganz besonders in gnade er weiß sehr gut wer seine liebe verdient entgegnete daisy und umfing ihn mit einem langen blick der ihn doch nicht sah höchstens weil wir derselben herrin dienen sagte er leise nein aber weil wir alle drei dem einzigen dienen er hatte keine zeit um eine erklärung zu bitten denn man hatte sich erhoben und daisy war sogleich hinausgegangen das leben floß dahin wie immer wie jeden tag wie immer schleppten sich die tage langsam und langweilig hin der morgen erhob sich schläfrig und neblig der mittag kam blass heran erschöpft und traurig die abende waren von fieberluft und nervosität durchschwängert die nächte aber dehnten sich ohne ende und lauschten gleichsam ganz versunken dem unaufhörlichen regen dem rauschen der bäume ein unendlicher reigen vergessener augenblicke tausende von gesichtern tausende von zerstorbenen gedanken glitten wie in den tiefen eines spiegels durch sinens hirn daß keiner sammlung mehr fähig war und an seinen augen vorüber die blind waren für alles äußerliche und nur immer angestrengt in eine geheimnisvolle zauberhafte ferne des erwartens starrten er wartete auf das zeichen von daisy auf das versprochene morgen dort an jenen fernen blauen meeren er wartete ruhig voll vertrauen bis sie käme und sagte komm und tag für tag stand er auf mit dem glühenden hoffen daß es sogleich in erfüllung gehen würde daß sich heute die pforten des erträumten paradieses öffnen müßten doch nach einigen tagen voll ekstatischer erwartung fuhr daisy mit dem mahatma auf einige zeit nach dublin er wurde unruhig aber er begleitete sie zur bahn zusammen mit joe und vielen anhängern im letzten augenblick noch ganz kurz vor der abfahrt versenkte daisy ihre glühenden augen in seine und flüsterte bald denkst du daran ich warte warte antwortete er mit stummen lippen und er starrte so lange und hartnäckig dem zuge nach der langsam in der ferne verschwand bis joe der seinen zustand erkannt hatte sein handgelenk heftig preßte und ihm leicht in die augen blies komm jetzt es ist kalt rief er befehlend sinnen schüttelte sich wie im fieber und als erwache er ließ er seine augen fragend umherschweifen zankt pancreas station erkennst du es nicht sinnen lachte sonderbar nervös auf es ist doch merkwürdig ich habe wahrhaftig einen augenblick nicht gewusst wo ich bin ich hatte das empfinden als führe ich im zuge und unterhielte mich ich verstehe nicht was mir war er strich sich über die stirn er versuchte die losen trümmer irgendwelcher erinnerungen zusammenzufügen das sind die reste irgendeiner krankheit oder vielleicht ihr anfang sagte joe es kann sein ich fühlte mich seit einigen tagen unglaublich überreizt ich war sicher es müßte mir etwas außergewöhnliches begegnen du solltest verreisen sogar unser arzt sagte mir ich sollte dir raten das klima und die umgebung zu wechseln vor allem aber die umgebung das ist wahr unsere pension ist etwas verrückt und verschiedene personen üben einen etwas sehr gefährlichen einfluss auf dich aus du irrst dich sinnen unterdrückte noch auf den lippen ihren namen ich glaube aber doch du kennst nicht die ganze macht ihres willens weißt nicht wer sie ist du ahnst es nicht einmal reden wir offen du nimmst an dass daisy einen zauberischen bann auf mich ausübt lachte sinnen spöttisch ich bin dessen sicher entgegnete joe hart und entschieden wenn du's weißt dann könntest du mir mit gleicher sicherheit erklären weshalb sie das tut betsy sagt sie wäre verliebt in dich begann joe ausweichend betsy woher sollte betsy das wissen sie ahnt es intuitiv das fehlte noch daß sie sich auch damit befasst aber ich denke mir diese liebe ist nur eine lockspeise nur schein denn daisy geht es um etwas anderes sinnen blieb stehen und schaute ihn fragend an um deine seele schloss joe ernst wollen wir die zeiten der teufelsverschreibung auferstehen lassen man kann nicht auferstehen lassen was nie gestorben ist das böse ist ebenso unsterblich wie er verzeih mir was ich jetzt sage aber ich sehe ich muß wirklich auf einige zeit meine umgebung wechseln ich bemerke schon lange daß ich unter wahnsinnigen lebe vergib mir diese offenheit aber wenn ich dich und die anderen höre und noch dazu von deinen zauberübungen weiß könnte ich bald selbst einen rappel bekommen ich bin zwar ziemlich nüchtern und widerstandsfähig ich fühle aber dieses mystische fieber könnte ansteckend sein du wirst erliegen mit aller sicherheit deine widerstandsfähigkeit wird nichts nützen daisys wille wird sie besiegen du wirst erliegen deswegen gerade rate ich dir zur abreise zuweilen liegt in der flucht der größte sieg du weißt mein vater und betsy planen eine reise auf den kontinent fahr mit ihnen fliehe dieses haus solange es noch zeit ist rette dich bat joe inbrünstig und schaute zenon flehend in die augen so droht mir also eine so schreckliche gefahr du scherzest du glaubst es nicht und ich sage dir du stehst schon wankend im abgrund und kannst jeden augenblick hinunterstürzen ich liebe aphorismen und symbolische anspielungen aber ich höre nur auf mich selbst und meinen eigenen verstand entgegnete zenon ziemlich kühl das glaubst du und doch wirst du dem geheiß eines mächtigeren willens folgen zum glück unterliege ich nicht so leicht zu gestionen und mediumistische fähigkeiten besitze ich schon ganz und gar nicht du bist die größte mediumistische kraft die ich kenne zenon mußte das nicht gehört haben denn als er das boardinghaus betrat war er zu sehr mit einer depesche beschäftigt die ihm der portier überreicht hatte du hast mir nichts auf den plan einer reise mit dem vater geantwortet ich werde morgen bei ihnen sein sie gingen ziemlich kühl auseinander zenon öffnete ungeduldig das telegramm wir warten seit zwei tagen auf dich komm oder antworte heinrich die depesche war ein polnischer sprache und er verstand ihren inhalt trotz grober schreibfehler nur konnte er nicht begreifen von wem sie käme offenbar ein landsmann das ende vom liede wird sein daß er mich um einige pfund bittet dachte er bitter während er seine wohnung betrat wir warten seit zwei tagen sind briefe da es liegt alles auf dem schreibtisch erklärte der diener sind die von heute seit vier tagen lege ich sie zusammen ja seit vier tagen richtig ich habe vergessen sie durchzusehen ganz oben leuchtete ein blaues kuvert welches mit nicht englischen schriftzügen adressiert war er wog es in der hand besah es von allen seiten endlich riß er es auf las den brief in einem atemzuge und war starr da schrieb ihm sein vetter der vor einigen tagen nach london gekommen war und ihn dringend zu sehen wünschte ganz unten war ein kurzer nachsatz p s ich bitte sehr und warte sehnsüchtig er starrte auf die reihe zierlicher vornehmer buchstaben aus denen sich gleichsam ein duft längst verwelkter erinnerungen erhob sie warten auf mich edda ich muß gehen muß unbedingt er schwankte einen augenblick da er nicht wußte was er tun sollte doch es zog ihn etwas so mächtig daß er's gar nicht merkte wie er sich plötzlich in einem cap befand und dem kutscher befahl ihn ins sessel hotel zu fahren zehn jahre gespenster jagen mir nach tote stehen auf dachte er und erinnerte sich an ein gesicht das er längst vergessen hatte und doch ist das alles schon gestorben in mir gestorben wiederholte er als wolle er den erinnerungen wehren vergebens der nebel zerriss plötzlich und unter den vielen jahren des vergessens unter dem stürmischen chaos des neuen lebens hervor drang das echo ferner zeiten immer stärker immer gewaltiger und lauter ich erinnere mich kaum jener liebe erinnere mich kaum sagte er herausfordernd zu seinem eigenen herzen und wartete voll unruhe auf dessen antwort doch das herz zuckte nicht einmal es begann nicht heftiger zu schlagen er zitterte nicht in sehnsucht nur die erinnerung an furchtbare augenblicke erwachte der letzte tag vor der flucht aus der heimat kroch in sein hirn und fraß mit scharfen zähnen der erinnerung an ihm ende von teil 13 von der vampir teil 14 von der vampir von vladislaw raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain das cap rollte langsam dahin von einer unendlichen kette von wagen omnibussen und automobilen eingeengt in den straßen wogte es geräuschvoll die stadt dämmerte in grauem kaltem nebel im innern der läden schimmerten lichter die schwarzen menschenwogen strömten wie flüsse ohne zahl und ende wie sie wohl aussehen mag wie wird sie mich empfangen sann er in die erinnerung an tage die immer deutlicher emporstiegen alle längst gestorbenen worte erklangen in seinen hirn alle ihre blicke glitten an ihm vorüber wie ein blitzknäuel und erweckten die vermoderten erinnerungen an leiden an stunden heftiger krämpfe stunden des zweifels und der verzweiflung augenblicke übermenschlicher qual das ganze golgotha jenes lebens ergoß sich über ihn wie eine bittere giftige welle und wenn sie auch vorüber glitten wie ein reigen von gespenstern wenn sie auch nur quälenden träumen glichen die in farbloses grau gehüllt zu staub zerfallen so erfüllten sie doch seine seele mit einer trauer vergeblicher reue jedes heute ist ein grab für das morgen das ist eine sehr kluge notwendigkeit er seufzte jedoch traurig auf und beschloß als er das hotel betrat sich auf keinen fall aus dem gleichgewicht bringen zu lassen und dem zauber der vergangenheit bestimmt nicht zu unterliegen ich bin ihnen fremd und werde ihnen fremd bleiben zehn lange jahre liegen zwischen uns aber was will diese marmorkalte dame von mir habe ich es nicht teuer genug erkauft fragte er und unwille empörung und ärger kochten in ihm doch als er das vorzimmer betreten hatte und der diener gegangen war ihn anzumelden empfand er plötzlich ein heftiges verlangen fortzulaufen es war schon zu spät jemand kam eilig herbei die tür ging auf und er da stand vor ihm sie streckte ihm die hände entgegen mit einer heftigen bewegung der freude er vermochte gleichfalls kein wort hervorzubringen nur ihre hände umschlossen sich ihre augen versanken ineinander sie standen beinahe besinnungslos da in einer sonderbaren rührung so kommt doch wurde eine stimme in der tiefe der wohnung laut sie zog ihn weiter ein mann kam ihnen auf einen stock gestützt entgegen sinnen konnte ihn im ersten augenblicke nicht erkennen der fremde warf sich in sinens arme heinrich rief dieser unangenehm überrascht der androm ahmte ihn noch einmal und flüsterte äußerst herzlich endlich wir haben so gewartet seit zwei tagen zählen wir jede stunde sagte er da mit leiser erstickter stimme zennen begann sich zu rechtfertigen doch heinrich der seine hand nicht losließ zog ihn zu einem fauteuil und rief freudig entschuldige dich nicht jetzt ist ja alles gleich du bist bei uns das übrige lassen wir ruhen wie viele jahre haben wir uns nicht mehr gesehen beinahe zehn flüsterte er da ganz leise und schloß die augen eine furchtbar lange zeit aber ich habe nicht angenommen daß wir uns in london treffen würden ich war sicher sie würden in die heimat zurückkehren ja die sehnsucht nach dem teuren vaterlande ist noch nicht in mir erwacht bemerkte sinnen ironisch er war schon ganz ruhig und hatte gewalt über sich was du hast dich nie nach der heimat gesehen nie niemals denn hier habe ich alles gefunden wonach ich in der heimat vergeblich verlangte auch die ruhe fragte sie die augen zu ihm erhebend ja auch die ruhe entgegnete er mit nachdruck und sie haben nie etwas bereut er schwankte einen augenblick und sagte kühl nein ich habe mit der vergangenheit völlig gebrochen und das übrige habe ich in mir getötet übrigens was könnte mir leid tun das schicksal polens nicht einmal der teufel könnte uns darum beneiden wenn es auch sein einfall ist verzeihung ich berühre diese frage ganz überflüssiger weise und umgehst eine grobe ungerechtigkeit gegen deine freunde ich habe in der heimat keine freunde und hatte nie welche also auch wir zählen nicht ich dachte jetzt nicht an die familie edda kann es dir bestätigen wie schmerzhaft wir deine abreise empfunden haben natürlich es war ein partner weniger da zum whist heinrich räusperte sich unangenehm berührt und ihr habt es nicht einmal fertiggebracht ein wort an mich zu schreiben haben sie uns denn ein lebenszeichen gegeben eine tief verborgene klage klang in eddas stimme also ist es meine schuld zenon schaute sie herausfordernd an sie neigte den kopf und ging in das andere zimmer hören wir auf mit vorwürfen schlug heinrich vor ärgern wir uns nicht machen wir einen strich durch die beiderseitige schuld zu meiner rechtfertigung will ich dir sagen daß ich erst vor einigen jahren erfahren habe daß du lebst edda hat nie daran gezweifelt und erst seit einem jahre bin ich im besitze deiner adresse mein pächter muß sie dir verraten haben nein wir haben ihn oft gequält aber er wollte sie uns nicht sagen dein rechtsanwalt aber versuchte immerfort uns zu überzeugen du wärst gestorben und als wichtigsten beweis dafür führte er an du hättest dein ganzes vermögen gemeinnützigen zwecken vermacht wir mußten es schließlich glauben nur edda ließ es sich nicht einreden sie allein ahnte die wahrheit vor einigen jahren lernten wir in cairo herrn w p gray kennen den dichter mein freund und er hat es euch gesagt er verschnappte sich und bedauerte es dann sehr er beschwor uns niemand etwas davon zu sagen also man weiß in der heimat von mir nein niemand weiß wer sich unter dem englischen pseudonym walter brown verbirgt edda behauptete wir hätten kein recht dein geheimnis zu verraten ich bin euch unendlich dankbar doch sie hat noch mehr getan sie hat einige deiner bücher übersetzt und du bist in der heimat bekannt mein lieber herr walter brown ich besitze diese übersetzungen sogar sie sind hervorragend aber es kam mir nicht in den sinn edda im verdacht zu haben das ist eine überraschung sie hat nur zu diesem zweck englisch gelernt und seitdem wir wissen wer walter brown ist wissen wir alles von dir du kannst dir nicht vorstellen wie sehr wir uns über deine erfolge gefreut haben wie stolz wir waren sinnen schwieg von widerstreitenden gefühlen erfüllt und wir warteten immer auf deine rückkunft aber es vergingen jahre und meine krankheit machte solche fortschritte daß ich aufhörte mit deiner heimkehr zu rechnen ich hätte sie wohl nie erlebt ich dachte nie an heimkehr flüsterte sinnen düster ich habe das schließlich geahnt du erinnerst dich ich war immer kränklich aber seit einigen jahren begannen herz und nieren immer schneller an mir zu fressen vergebens suchte ich überall in der welt meine gesundheit wieder zu erlangen endlich gab ich es auf doch um so mehr wollte ich dich sehen deswegen sind wir ja nach london gekommen meinetwegen ja und weißt du auch daß man einem sterbenden nichts versagen darf ich verstehe nicht was das mit dir zu schaffen hat ich habe eine große letzte bitte an dich du scherzt wohl du übertreibst deinen zustand leider kenne ich ihn besser als die ärzte und weiß daß ich jeden augenblick sterben kann deswegen bin ich hier und ich bitte dich wie ein sterbender bitten kann nimm dich meiner frau und tochter an ich deiner frau und tochter sinnen sprang verblüfft auf nach meinem tode nimm dich ihrer an wiederholte heinrich voll kraft und schaute ihn mit einem herzlichen tränenfeuchten blick an denk doch nach meinem tode werden sie niemanden außer dir haben bedenke du scheinst nicht zu wissen was du sagst schrie sinnen auf er konnte seinen eigenen ohren noch nicht trauen ich habe lange darüber nachgedacht was siehst du so außergewöhnliches darin ja in der tat aber es kam mir so unerwartet setz dich zu mir wir wollen ausführlicher darüber reden hab nur keine angst wegen der mühe ich habe alles geregelt gib mir die hand als zeichen daß du einverstanden bist ja ich wußte du wirst es mir nicht versagen ich danke dir von ganzem herzen ich darf es nicht aufschieben heinrich küsste ihn herzlich und begann ihm leise mit gequälter stimme seine sorgen um die zukunft eddas und des kindes an zu vertrauen sinnen hörte zu und schaute ihn mit einer art entsetzen an wie er empfahl edda seinem schutze edda ihr eigener mann jetzt nach so vielen jahren wo alles in dem tod war war es eine scheußliche rache oder eine ironie des schicksals die gedanken rasten wie blendende blitze durch sein hirn und gefühle jagten sich die so verworren und unklar waren daß er zeitweise glaubte er unterliege einer quälenden halluzination doch nein heinrich saß ganz nahe neben ihm er hörte seine stimme er schaute ihm ins gesicht er fühlte es fühlte die hand heinrichs in der seinen sie war kalt und feucht er schüttelte sich heftig er war jetzt mit allem einverstanden sagte zu allem ja er wagte nicht mehr zu widersprechen unter dem einflusse von heinrichs worten die voll eines grenzenlosen vertrauens waren bemächtigte er sich seiner eine brennende scham er fühlte sich furchtbar gedemütigt ich wußte nicht daß ihr eine tochter habt unterbrach er ihnen in der hoffnung dem gespräche eine andere wendung zu geben ich werde sie gleich rufen ronda wie alt ist sie denn fuhr sinnen in der gleichen absicht fort sie ist jetzt im zehnten sie ist einige monate nach deiner abreise geboren heinrich umfing sinnen mit einem sonderbar rätselhaften blick sinnen zog die brauen zusammen als blende ihn ein plötzlicher blitzstrahl und zündete sich schnell eine zigarette an da trat edda mit einem schlanken mädchen ein dessen gesicht ganz von hellblonden locken umrahmt und überaus reizend war wonder das ist dein onkel das mädchen tauchte seine großen blauen augen in die seinen so begrüßt euch doch kommandierte heinrich das mädchen überwand seine schüchternheit und umarmte ihn er küßte es mit erzwungener zärtlichkeit und etwas allzu ostentativ um eine sonderbare rührung zu verbergen sie ist sehr schön das typische polnische kind sie sieht dir außerordentlich ähnlich ein ganz anderer typ sinnen fühlte sich unangenehm berührt im gegenteil es ist ganz der familientyp früher vor der krankheit war heinrich ihnen doch auch sehr ähnlich sagte edda den kopf des kindes an sich schmiegend und in ihren augen glomm etwas rätselhaftes ihre lippen umspielte ein nicht zu entzifferndes lächeln auch heinrichs gesicht hatte den traurigen ausdruck der resignation nur die kleine wonder die sich an ihre mutter schmiegte warf sinnen heitere belustigte blicke zu das gespräch stockte immerfort es schleppte sich schwer weiter und sprang unaufhörlich von gegenstand zu gegenstand ohne bei einer sache bleiben zu können denn es lag zwischen ihnen die trennung so vieler jahre und es verbanden sie nur erinnerungen von früher her die schon ein wenig verwischt waren und die man nur hin und wieder doch gleichsam voll scheu berührte beide waren sie überaus herzlich zu sinnen doch er wahrte immer einen gewissen abstand und speiste sie mit kurzen kühlen antworten ab er fühlte sich allen den angelegenheiten die man berührte so fern und fremd wie diesen leuten selbst gegenüber ermüdet schaute er auf die uhr doch heinrichs augen trafen ihn mit einer stummen und so glühenden bitte daß er noch blieb und versuchte ein interesse an ihnen zu gewinnen und die langeweile zu verdecken die sich seiner immer hartnäckiger bemächtigen wollte plötzlich fragte ihn heinrich mit der ganzen aufrichtigkeit eines landedelmannes sag uns offen und ehrlich weswegen hast du die heimat verlassen er war darauf vorbereitet denn er entgegnete lächelnd ich hatte polen satt ich wollte mich als europäer fühlen bei uns sprach man anders davon ganz anders sinnen fühlte sich gereizt durch sein dummes zweideutiges lächeln wie sprach man denn das kann ja interessant sein vor allem sagte man dir eine unglückliche liebe nach viele behaupteten auch ein amerikanisches duell hätte dich aus der heimat vertrieben aber es gab auch leute die weniger harmlose gründe annahmen mord oder diebstahl ich erkenne darin die üppige fantasie meiner kollegen von der feder etwas ähnliches meistens aber sprach man von einem selbstmord infolge von unglücklicher liebe der dümmste beweggrund aber dafür ist er romantisch bei uns daheim erklärt man sich so etwas gern mit liebe oder irgendeiner schurkerei so ist es ja auch meistens es kommt vor ich gebe es zu aber es kommen auch viele andere anlässe vor es kann gründe geben die tausendmal tiefer und wichtiger sind edda hatte sich abgewandt eine flammende röte übergoß ihr gesicht die leute erklären sich's lieber mit sachen die sie besser verstehen ganz recht hätte ich gesagt ich reise fort weil mir das leben unter euch zu langweilig geworden ist dann hätte mir niemand geglaubt das wäre zu einfach gewesen und er hätte recht gehabt wenn ich dir aber versichere daß dies allein der grund meiner abreise gewesen ist ich würde es glauben selbstverständlich ich müßte es glauben aber was bedeutet der grund gegen die tatsache selbst bemerkte edda die tatsache war von bedeutung ich bestreite es nicht aber nur für mich allein warf sie ihnen unwillig hin doch da er sah daß ihr gesicht sich plötzlich umwölkte begann er scherzend ihr müßt mir einmal allen klatsch erzählen der nach meinem verschwinden im umlauf war und wie man mich bedauerte die trauer muß allgemein gewesen sein über diesen unersetzlichen verlust du spottest und alljährlich lassen deine verehrer einen trauergottesdienst für deine seele abhalten so weit geht es das sind wohl meine verleger die mir aus angst ich könnte wieder lebendig werden und meine rechte geltend machen den himmel sichern wollen früher konnten sie nicht über alles spotten der mensch lernt immer etwas neues immer wieder was zu edda hatte sich erhoben und begann im zimmer umherzugehen wobei sie alle augenblicke durchs fenster schaute er konnte seine augen nicht losreißen von ihr sie war hochgewachsen schön und stolz wie einst manchmal trafen sich ihre blicke und stoben wieder auseinander wie gescheuchte vögel zuweilen blieb sie am fenster stehen ihre brauen bäumten sich wie zornige schlangen und ihr wunderbar gezeichneter purpuroter mund nahm einen boshaften ausdruck an es schien als höre sie nicht auf das gespräch das sie führten nur manchmal hob sie ihre klugen forschenden augen zu sinnen und dann schwellte ihre brust ein tiefer seufzer sinnen blieb zum essen denn die stimmung wurde nachdem das eis gebrochen war immer freier und angenehmer alle waren sie lebhafter geworden und die mahlzeit verlief sehr heiter sinnen hatte ihr gesicht vor sich die vollen schwarzen haare beschatteten es wie eine wolke unter der hervor große abgrundtiefe augen funkelten und die tiefe wunderbare stimme erweckte in ihm eine ganze reihe von erinnerungen und ließ die vergangenheit mit unerhörter macht auferstehen zuweilen habe ich den eindruck als säße ich bei euch auf dem lande vor jahren sogar der diener erinnert mich an den alten valentin du wirst heimkommen und alles wird wieder beim alten sein bei uns zu hause hat sich nichts verändert du wirst gar nicht merken daß du so lange fort gewesen bist ich könnte nicht mehr zum früheren leben zurückkehren sie lieben die vergangenheit nicht edda lächelte melancholisch denn ich hatte nie einen augenblick den ich mir zurückersehen könnte nicht einen einzigen augenblick fragte sie schnell und wenn einer da war so ist er ertrunken in einem ganzen meer von bitterkeit sinnen fühlte sich plötzlich gereizt bitterkeit hatte sich auf seine lippen gesetzt und seinen blick geschärft und das alte leid wühlte so in seinem herzen daß er als sie sich kaum vom tische erhoben hatten sofort gehen wollte wir haben eine loge für die oper und wir hofften diesen abend zusammen mit ihnen zu verleben können sie es uns denn abschlagen wieder diese sonderbar süße berauschende stimme wieder diese augen die bittend befahlen dieses entwaffnende lächeln nein nein er konnte keine ausrede finden und fuhr mit ihnen ins theater die aufführung hatte bereits begonnen sinnen saß hinten in der verdunkelten loge und schaute edda nur mit kühlen prüfenden augen an diesen wunderbaren kopf mit dem scharfen adlerprofil sie hatte das gesicht einer muse und der sünde zugleich in dieser halbdämmerung und so nah so verlockend nah prangten ihre roten lippen diese beunruhigenden gleichsam ewig durstigen lippen er sah sie an wie ein kunstwerk sättigte seine augen an ihrer schönheit freute sich mit der reinen freude des künstlers an ihr und bemerkte daher mit einer gewissen unruhe daß sie ein wenig zugenommen hatte und daß ihr prachtvoller busen die fülle reifender trauben annahm sie schien weder die vorstellung noch seine augen zu sehen denn ihre blicke irrten irgendwohin weit fort gleichsam zu fernen erinnerungen ob sie sich erinnerte ob sie es immer noch mit derselben gleichgültigkeit duldete daß man sie vergötterte hatte sie auch anderen die brosamen ihrer königlichen gnade zum geschenk hingeworfen war sie immer noch ebenso kalt und gleichgültig auf der bühne sang man romeo und julia das theater war überfüllt in den logen leuchteten weiß die entblößten schultern begeisterte augen glänzten und unaufhörlich rauschten leise die fächer die luft war von parfüm und blumenduft durchdrängt im saal war es halb dunkel und auf der beleuchteten bühne sangen heuchelnde liebende von einer geheuchelten liebe aus süßen kantilenen sickerte das gift des sinnenreizes und weckte eine wahnsinnige sehnsucht nach küssen und die schauer eines leidenschaftlichen verlangens das verlangen sang das schamlose und nie gestillte lied der wollust und in einem augenblick als die liebenden auf der bühne sich in die arme fielen ließ edda den fächer fallen und flüsterte als er ihn ihr reichte kaum hörbar erinnerst du dich in ihm war gerade die erinnerung an diesen einzigen und nie erfassten augenblick erwacht darum erzitterte er bei ihren worten und schaute sie erstaunt an sie saß ruhig und kalt als wäre sie aus marmor wie erinnerte er sich jetzt an jenen abend des grauens und der leidenschaft es war bei ihnen auf dem gute der frühlingssturm brauste über die erde dahin zuweilen gosses entströmen der wind heulte um die mauern der park stöhnte der donner rollte und blitze zuckten die ganze gesellschaft spielte karten im nebenzimmer und er spielte in dem großen dämmerigen saal auf dem harmonium bach er spielte wie immer für sie und sang wie immer von seiner hoffnungslosen liebe sie kam von den klängen angelockt und glitt durch den saal dahin wie ein weißer stiller blitzstrahl die nacht wurde immer furchtbarer der donner rollte drohend als stürzte die ganze welt zusammen sie starrte in das gewitter und in die blendenden blitze ohne furcht ruhig wie immer erhaben schweigend und so tot so gleichgültig dass ihm wie immer die worte eines geständnisses auf den lippen erstarben und seine seele tränen hoffnungsloser verzweiflung erfüllten an diesem abende sprachen sie kein wort miteinander er blieb über nacht bei ihnen denn es war unmöglich in dem tobenden sturm nach hause zurückzukehren und als er in seinem zimmer war die kerzen gelöscht hatte und anfing darüber nachzudenken daß er dieses haus verlassen müsse daß er sofort und für immer gehen müsse da ging die tür auf es war jemand mit bloßen füßen hereingekommen und ehe er sich erheben und fragen konnte fiel ihm jemand auf die brust es umarmte ihn jemand küßte ihn mit gierigen hungrigen lippen er hörte eine gedämpfte stimme die stimme der verheißung die stimme der leidenschaft der verzückung er konnte jetzt nicht mehr ruhig daran denken er sprang ganz unbewusst von seinem platze auf er rang nach luft und ein wahnsinniges verlangen dehnte seine arme zum glück war der akt zu ende der vorhang fiel der dröhnende beifall gab ihm sofort die besinnung wieder sie gingen beide ins foyer hinaus denn heinrich wollte lieber in der loge bleiben ich weiß woran sie gedacht haben begann sie ohne ihn anzuschauen könnte ich denn an etwas anderes denken ein eindringliches rätselhaftes lächeln huschte über ihre lippen wäre diese begegnung nicht ich hätte es vergessen flüsterte er gleichsam vorrufsvoll ich hätte es für immer vergessen eine menschenwoge trennte sie für einen augenblick wir müssen uns morgen treffen ich komme um elf uhr ins british museum werden sie auf mich warten sie befehlen also werde ich dort sein ich bitte ich bitte wiederholte sie gerührt werden sie lange in london bleiben fragte er schon ruhiger das hängt davon ab was sie mir morgen sagen werden sie schaute ihm in die augen ängstlich voll erwartung ich soll entscheiden niemals wollten sie mich auch nur anhören und jetzt welch neues unrecht gegen mich haben sie in vorbereitung er lächelte in schmerzhaftem spott sie war erblast ihre augen flackerten sie stöhnte beinahe auf sie hassen mich ich wehre mich nur denn ich erinnere mich des vergangenen nur zu gut also bis morgen alles werde ich ihnen sagen und enthüllen zehn jahre habe ich darauf gewartet flüsterte er als sie wieder die loge betraten ein neuer akt hatte begonnen auf der bühne gingen allerhand dinge vor doch er bemerkte nichts nicht einmal die flammenden blicke mit denen sie ihn umfing er saß zusammengekauert da und dachte an vergangenes leid wollüstig quälte ihn die erinnerung an jene zeiten und jene unfassbare nacht sie war gekommen und hatte sich ihm freiwillig hingegeben mit welch furchtbaren gewissensbissen waren diese augenblicke des liebeswahns geschwängert und warum 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 ja richtig morgen würde er endlich alles erfahren doch wer wird ihm die qualen all dieser jahre bezahlen wer und womit soll diese marmorschönheit hier der preis sein die er nicht liebte und nach der er kein verlangen trug er träumte doch von jener andern von jener toten die auf ewig in seinem herzen begraben lag nie würde auferstehen was schon in staub zerfallen war wie erinnerte er sich jetzt an jene morgenröte da sie ihn verließ und auf alle seine beschwörungen und fragen kein einziges wort sagte sie war wie ein traum trotzdem ihm bald der tag in die augen geschaut die sonne geschienen die vögel gesungen hatten war es ihm immer noch gewesen als hätte er nur einen traum gehabt und in jener freude die ihn zuweilen durchdrungen hatte war so viel unruhe so viel scheu und so wenig glauben an sein eigenes glück gewesen daß er wie betäubt das frühstück erwartete sie war nicht bei tische erschien er allein verstand weswegen sie nicht gekommen war und er hatte lust gehabt die ganze welt in seinem grenzenlosen glücksgefühl zu umarmen zunächst scheidung und dann das leben mit der geliebten alles fand für ihn eine klare und einfache ehrliche lösung er wäre nicht imstande gewesen jemand zu betrügen er verachtete die verführer er berauschte sich an diesen träumen von der zukunft er wartete mit unsagbarer sehnsucht auf sie doch sie zeigte sich zwei lange tage hindurch vor keinem menschen heinrich erzählte sie wäre krank und läge im bett er konnte nicht länger warten und schrieb ihr einen brief der seine ganze liebe seinen ganzen glauben und sein ganzes hoffen auf ihre gemeinsame zukunft bag er kam ungeöffnet zurück und am dritten tage als sie wieder erschien war sie wieder wie immer kalt gleichgültig und beinahe verachtungsvoll er wurde beinahe wahnsinnig vor schmerz und verlangte da er nicht verstehen konnte was mit ihr vorgegangen war und sich am rande der verzweiflung fühlte kategorisch erklärungen da ging sie fort ohne ein wort zu sagen er begann anzunehmen alles wäre ein furchtbarer irrtum gewesen doch in einem augenblick des erwarmens sagte sie ihm offen bitte fragen sie mich nicht alles muß beim alten bleiben später einmal werde ich sie aufklären und da er nicht imstande war wie früher zu leben indem er sich nebelhaften hoffnungen hingab da wochen vergingen und sie immer gleich kalt unnahbar und fern blieb zerriß er in einer letzten verzweifelten anstrengung alle bande die ihn an die heimat fesselten und floh weit in die welt hinaus er hatte sich ein neues leben geschaffen und beinahe vergessen und jetzt nach so vielen jahren steht plötzlich dieses gespenst der vergangenheit vor ihm und was will sie denn von mir sann er düster während er voll unruhe in ihre stolzen königlichen augen blickte ich gehe nicht ins alte joch nein er empörte sich immer verbissener nachdem sie das theater verlassen hatten mahnte ihn heinrich sehr herzlich er müsse mit ihnen die ganze zeit verleben ich habe herrn sinnen schon für morgen ins britisch museum gebeten ich werde kommen wenn meine braut mich nicht rufen läßt erdas augen fingen an unheimlich zu funkeln aber sie sagte ungezwungen o ja die braut hat den vorrang sogar vor uns heinrich begann voll neugier nach ihr zu fragen morgen werde ich es euch ausführlicher erzählen ihr müßt sie kennenlernen es trifft sich sogar sehr gut daß sich jemand von den meinen kennenlernt auf wiedersehen damit trennten sie sich sinnen war nervös und ärgerlich auf sich auf edda und auf die ganze welt und beschloss feierlichst morgen nicht ins britisch museum zu gehen ja warum denn auch alte wunden wieder auffühlen was werde ich erfahren daß es unter dem eindruck des gewittere und einer momentanen schwäche geschehen ist weswegen hat sie so an mir gehandelt so wurde plötzlich wieder in ihn die altquälende frage laut und er konnte sich nicht mehr für etwas bestimmtes entscheiden zu hause fand er einen brief von betsy vor die ihn bat er möchte so schnell wie möglich zu ihnen kommen um eine entscheidung wegen der reise nach dem festland zu treffen der brief war mit so rührender zärtlichkeit geschrieben daß er unter seinem einfluß zunächst die qualen vergaß und sehr herzlich und ausführlich antwortete er hatte sich gerade erhoben um den brief zum portier zu tragen als jemand an die tür klopfte herein er wunderte sich denn das ganze hotel schlief längst auf der schwelle stand der malaie und stammelte etwas ohne zusammenhang was ist los sprich doch deutlich ich verstehe nicht kommen sie schnell schon seit nachmittag sitzt er da ich zenon hörte nicht weiter zu und lief nach oben in dem runden zimmer dort wo damals die geißelungsszene stattgefunden hatte saß yo mitten auf dem fußboden mit gekreuzten beinen zusammengekauert und starrte mit gläsernen augen vor sich hin in der kristallkugel an der decke schimmerte das blasse grünliche licht joe joe aber joe zuckte nicht einmal bei der stimme des freundes nur ein bewusstloses lächeln huschte über seine fahlen lippen er bewegte sie tonlos und neigte sich etwas vor zenons augen folgten der richtung seines blickes und blieb wie gelähmt stehen drüben an der wand saß jemand der yo so völlig ähnlich war wie sein spiegelbild ebenso zusammengekauert ebenso vor sich hinstarrend mit gläsernen augen mit demselben bewusstlosen lächeln auf den fahlen lippen zenon sah sich ängstlich im zimmer um der malaie war nicht mehr da aber die beiden saßen immer noch da als wären sie in diesem angestrengten leblosen aufeinanderstarren erkaltet schweißperlte auf zenons stirn und sein herz hörte aufzuschlagen träume ich oder was ist das was soll das bedeuten dachte er und rieb sich die augen doch er träumte nicht und das was er vor sich sah war eine völlig unfaßbare wirklichkeit und dauerte unverändert fort er forschte mit tiefster aufmerksamkeit er konnte jedoch nicht unterscheiden wer von ihnen nur ein spiegelbild des andern sei denn jeder war joe jeder war derselbe und doch in zwei gestalten also das ist möglich das ist wahr flüsterte zenon mit bleichen lippen und zog sich zurück in die tiefen der erinnerung an alle die dinge die er selbst gesehen und gehört und über die er nur gescherzt hatte da er annahm es wäre wahnsinn oder betrug und jetzt kamen augenblicke einer so furchtbaren verwirrung über ihn dass er sich an dieser unfaßbaren wirklichkeit wie an einem granitblock zerschlug er kämpfte mit ihr rang mit seinem eigenen hirn trat gegen seine eigene seele in die schranken er wollte sich nicht in den abgrund des wahnsinns hinunterstoßen lassen ja war es denn möglich dass eine physische unmöglichkeit zur tatsache werden konnte daß sich der mensch in zwei identitäten spalten konnte ein wunder vollzog sich vor seinen augen ein wunder das er mit ansah mit vollem bewußtsein feststellte er sah es und konnte es dennoch nicht verstehen schließlich erfasste ihn das grauen und zwang ihn vor irgendeiner unbekannten gewalt in den staub er wurde plötzlich gleichsam sehend und indes seine geblendeten augen in unermessliche fernen tauchten wankte er an der schwelle des geheimnisses und wäre vielleicht in den plötzlich sich öffnenden schlund gestürzt wäre nicht jenes furchtbar bittere empfinden seiner ganzen menschlichen nichtigkeit gewesen gott mein gott seufzte er klagend und sein erschrockenes herz empfand ein tiefes verlangen zu beten zum erstenmal in seinem leben lastete über ihm das unbekannte zum erstenmal im leben hatte er in die blinden augen des rätsels geschaut und war erstarrt in heiligem entsetzen aus seinem herzen rissen sich die worte irgendeines vergessenen gebetes heraus er wußte nicht vor wem er seine angstgeschwollene seele enthüllte wen er pries noch vor wen er sich demütigte doch er wußte daß er es tun mußte mit seiner ganzen seele mit der ganzen tiefe seines flammenden gefühls und dann ging er hinaus zündete alle lichter in der ganzen wohnung an und begann in den zimmern umher zu wandern in einem schwer zu verstehenden zustand der malaie kniete in dem chinesischen kabinett vor einer goldenen buddha statue und ließ eifrig die perlen des rosenkranzes durch die finger gleiten die stunden schleppten sich still hin sie waren dabei so erfüllt von furcht und unruhe dass jeder klang der uhr singen als ein furchtbares getöse ins herz schnitt zuweilen trommelte der regen an die scheiben zuweilen erzitterten die bäume und die gekrümmten kahlen äste schimmerten in gespensterhaften umrissen hinter den fenstern ziemlich oft schaute er im runden zimmer nach doch immer traf er das gleiche an sie saßen verschaut ineinander da in der gleichen unbeweglichkeit wie zwei bildsäulen mit lebendigen und doch bewusstlosen blicken dämmerten sie in dem grünlichen licht wie unter trüben wogendem wasser zenon näherte sich ihnen sprach zu ihnen berührte ihre eiskalten hände versuchte sie aufzuheben doch sie waren wie mit dem fußboden verwachsen so daß er sie trotz heftiger anstrengung nicht von der stelle bewegen konnte welcher von ihnen ist joe welcher dachte zenon in unsagbarer pein doch da er es nicht entscheiden konnte wanderte er wieder in der wohnung herum er wartete immer ungeduldiger auf die lösung dieses betäubenden rätsels es schlug sechs uhr als endlich ein langgezogenes stöhnen aus dem runden zimmer herüberdrang zenon stürzte erregt hin joe lag bewußtlos in der mitte des zimmers und war allein sie trugen ihn auf das bett und versuchten so energisch ihn zum bewußtsein zu bringen daß er bald die augen aufschlug sich durchdringend nach allen seiten umsah und völlig bei bewußtsein flüsterte ist er noch da etwas wie furcht zitterte in seiner stimme es ist niemand da wie fühlst du dich ich bin furchtbar ermüdet furchtbar furchtbar wiederholte er einmal langsamer und schläfriger zenon blieb bei ihm sitzen bis er fest eingeschlafen war kehrte dann in seine wohnung zurück und legte sich sofort zu bett doch um elf uhr war er schon im british museum unter der säulenhalle er fühlte sich heute merkwürdig traurig und schwerfällig und konnte trotz angestrengter bemühung seine gedanken auf nichts konzentrieren alle gedanken liefen durch ihn hindurch wie das wasser durch ein sieb nicht einmal die erinnerung an die nacht erweckte lebhaftere gefühle in ihm dies war ihm ebenso gleichgültig wie alles er war wie das wetter matt nebelig und langweilig endlich tauchte er da auf so schön und bezaubernd daß man ihr mit bewunderung nachschaute sie begrüßten sich schweigend denn er hatte nichts zu sagen sie dagegen so viel daß nur ihre augen die hymne der freude sangen und auf den lippen ein lächeln strahlte wie der widerschein eines inneren feuers sie sehen wunderbar aus flüsterte er weil ich in diesem augenblick glücklich bin sie schmiegte ihren arm an den seinen er fühlte wie sie bebte sprich zu mir ich lächze nach deiner stimme ich habe so viele jahre gewartet bat sie zärtlich gestatte daß ich diesen ersten augenblick schweigend genieße sagte er gekünstelt und ein blutloses lächeln spielte um seinen mund sie betraten den ägyptischen saal sphinxe gewaltige sarkophage götter und statuen geheiligter tiere gewaltige bruchstücke von säulen und uralte überreste eines vor jahrtausenden gestorbenen lebens standen dichtgedrängt und zahllos in der gewaltigen etwas finsteren galerie der glänzende porphyr die verblassten farben der malereien die geheimnisvollen inschriften das nicht zu enträtselnde lächeln der gottheiten die mit leeren augen in unfaßbare fernen schauten das alles verbreitete ringsumher eine düstere furchterregende stille das grauen des geheimnisses sprach die sprache des schweigens die ewigkeit bag sich in einem dumpfen und gleichgültigen dauern in den augen der gottheiten war unerbittlichkeit und starre notwendigkeit und ihre steinerne ruhe reizte beunruhigte die menschliche seele und erfüllte sie mit tragischer furcht weswegen hast du die heimat verlassen fragte sie plötzlich deine gleichgültigkeit hat mich fortgetrieben erinnerst du dich nicht daran meine gleichgültigkeit wiederholte sie wie ein echo in ihm erwachte jenes alte quälende leid er wendete sich von ihr ab ich bin gekommen dich um aufklärung zu bitten nur deswegen entsetzen bebte in ihrer stimme und in ihren augen sie wurde mir gestern versprochen er rechtfertigte sich sehr kalt denn sie schien ihm feindlich gesinnt zu sein und er beschloss sich zu wehren sie setzten sich unter eine gewaltige säule die mit hieroglyphen übersät war ja du hast das recht zu verlangen ich will dir alles sagen frage mich in ihrer stimme waren tränen über ihr gesicht hatte sich schmerzhafte trauer gebreitet doch ohne darauf zu achten bohrte er seine mitleidlosen raubtieraugen in sie warum damals in jener nacht er war nicht imstande die frage auszusprechen es ist deine tochter entgegnete sie ehrlich und unerschrocken er prallte beinah zurück in tiefster verwunderung ja als wäre er erschrocken und konnte eine zeitlang nicht reden meine tochter wanda ja genügt dir diese aufklärung das klärt mich über eine tatsache auf doch nicht über alles ich tappe im dunkeln und kann nichts verstehen wanda meine tochter aber warum warst du später so gleichgültig wie konntest du es zugeben daß ich so litt warum zwangst du mich zur flucht warum er warf die fragen hin wie zermalmende steine und so verbissen und rachedurstig daß sie ihn flehend ansah ich werde dir alles sagen offen und ehrlich ohne etwas zu verheimlichen möge geschehen was geschehen soll ich hatte meinen mut für diesen augenblick gesammelt o gott wie schwer es mir fällt du kannst dir nicht vorstellen wie sich ein einsames weib nach einem kinde sehnen kann so eine jungfrau gattin wie ich es war und du warst für mich das ideal eines menschen ich wußte daß du mich liebtest und ich fühlte daß du auf jeden meinen wink von mir aber konnte ich denn sagen was ich von dir ersehnte ich sage es dir jetzt in diesem augenblick mit meiner ganzen aufrichtigkeit daß ich damals weder dich noch deine liebesschüre ja nicht einmal mein eigenes glück nötig hatte ich verlangte mit der ganzen kraft eines unbändigen instinktes danach mutter zu werden und ich konnte es nicht wagen ich mußte die ganze weibliche schamhaftigkeit in mir überwinden die seit jahrtausenden in uns wurzelt meine ganze natur monate währte diese qual du ahntest nicht was in mir vorging ich wartete auf irgendein wunder und da das wunder nicht kommen wollte wagte ich es endlich in jener nacht da hast du die ganze wahrheit ich schäme mich dessen nicht denn ich bin die mutter deines kindes sie verstummte von flammender röte übergossen sie war hinreißend schön in der aufrichtigkeit ihrer geständnisse sie hatte sich vor ihm bis ins innerste ihres wesens entblößt und stand da wie das leben selbst das ewig nach befruchtung verlangt und ewig befruchtet unberührt wie die sonne keusch wie eine blume und wie eva stolz auf die heiligkeit ihrer bestimmung doch sinnen empfand dies nicht denn als er sich an der furchtbaren demütigung ihres geständnisses genügend geweidet hatte zischte er in unterdrückter wut und dann hattest du mich nicht mehr nötig du raubtier sprich nicht so zu mir es ist ungeheuerlich es ist denn nicht noch ungeheuerlicher was du mir gesagt hast also es war nicht liebe die dich in meine arme trieb nicht die leidenschaft deines heiligen augenblickes der ekstase nur der wilde fortpflanzungstrieb ich verlangte doch nicht nach dir wie nach einem weibchen nein ich liebte deine seele deine erhabenheit deine menschliche größe liebte ich und du hättest in mir nur das männchen gesucht warum ist deine wahl gerade auf mich gefallen ich habe dir nur zum werkzeug gedient das ist geradezu furchtbar es wirkten ihn ohnmächtige wut tiefe demütigung und ein unsagbarer schmerz edda hörte standhaft zu wenn sie auch zuweilen erblasste wie eine leiche und ihren kopf immer tiefer hängen ließ und warum hast du mir dies alles gesagt stöhnte er weil ich dich liebe wohl wieder weil du zischte er spottend es fiel ihr schwer diese beschimpfung zu ertragen doch sie erfaßte seine hände küßte sie wie in inniger anbetung und flüsterte durch tränen erbarme dich meine ich habe dich immer geliebt erst nach deiner abreise verstand ich was ich verlor erst durch diese langen langen jahre der einsamkeit habe ich den ganzen abgrund der leiden ermessen sie begann ein so unsagbar schmerzliches bild ihrer leiden zu entrollen ihrer sehnsucht ihres vergeblichen wartens daß seine seele weich wurde und er diese tränen durchtränkten wie der klänge voll mitleid anhörte aber als sie dann anfing ein bild der zukunft zu entwerfen wurde er plötzlich finster und warf mit voller überlegung dazwischen und heinrich warum sollen wir ihn in diesem augenblick erwähnen er schaute sich verwundert um als hätte dies jemand anderes gesagt wir erwägen doch nur unsere angelegenheiten fügte sie mit kraft hinzu er lächelte ohne eine bosheit unterdrücken zu können ach natürlich der mann muß ja immer der belogene sein ich habe ihn nie belogen stolz erhob sie ihren kopf nie und wonder er stieß wie mit einem dolche zu ich war ihm immer nur eine schwester und er weiß daß es deine tochter ist er selbst wollte es so er hatte es mir ganz offen gestanden er weiß es und wollte es selbst so warum wundert dich das es ist ja kaum zu glauben daß er seinen eigenen egoismus überwand um mich glücklich zu sehen denn es ist nicht einmal ein opfer gewesen inwiefern denn er hat dafür in mir einen treuen freund bis zum tode gefunden ich kann das nicht verstehen es ist mir nicht möglich zum ersten mal in meinem leben stehe ich vor einer so unwahrscheinlichen situation er ist wahrhaftig ein heiliger er ist nur ein guter und verständiger mensch und das genügt ihm es muß versetz dich doch nur in seine lage was würde er jetzt ohne mich anfangen allein krank und hilflos und auf die gnade der dienerschaft angewiesen auch dein leben ist nicht beneidenswert deswegen bin ich hergekommen mir meinen anteil am glück zu holen sinnen lächelte sehr traurig und sprach mit leisem vorwurf wenn du doch meinen brief gelesen hättest ich ahnte daß du mir scheidung und ehe vorschlugst und da schicktest du ihn mir ungeöffnet zurück denn ich konnte deine frau nicht werden trotz allem was vorgegangen war ja sogar trotz wonders trotz allem richtig dir ging es ja nur ich liebte dich und gerade deswegen wäre ich nie deine frau geworden niemals er blieb stehen so sehr wunderte ihn der nachdruck den sie auf ihre worte gelegt hatte niemals denn ich wünschte und wünsche es jetzt noch sehnlich daß du ungebunden und frei deinen höhenweg gehst adler müssen hoch über der erde dahinfliegen fern von der alltäglichkeit eine frau ist für einen wahren künstler ein böser vernichtender dämon sie ist sein vampir du hast mich also mit überlegung zu diesem leiden verurteilt ja aber ich habe auch mein eigenes leben geopfert und meine qual war es die dir adlerflügel wachsen ließ aus meiner sehnsucht durch meine tränen bist du geworden wer bist du denn wer ihn durchdrang plötzlich eine abergläubische furcht ich liebe dich flüsterte sie und umfing ihn mit stillen augen sie schwiegen ziemlich lange während sie unzählige säle durchschritten die von wundern aller zeiten und länder überfüllt waren eddas gesicht hatte den ausdruck einer bitteren entsagung er schaute sie immer aufmerksamer an und sagte schließlich traurig was kann ich dir heute für eine solche liebe geben du kehrst in die heimat zurück ich sehne mich sonst nach nichts mehr ich werde glücklich sein daß ich dich der heimat und der literatur wiedergegeben habe ist das denn gar so wenig werde ich denn imstande sein dort zu leben wie früher es ist doch alles tot was schlecht für dich war und ein neues schöpferisches leben erwartet dich mit offenen armen dein platz ist noch frei du wirst wieder an der spitze stehen und wirst die menschen führen auf deiner großen heldenbahn und nur manchmal wirst du zu deiner tochter kommen und zu deiner schwesterlichen geliebten ich verlange nichts mehr für mich nichts fügte sie leiser und ein wenig traurig hinzu die versuchung des heiligen antonius eine wundersame versuchung traumbilder nach denen ich so manchmal meine arme ausgestreckt habe aber werde ich denn imstande sein mich loszureißen von hier ich bin so verwachsen mit diesem lande und so vieles verbindet mich mit ihm vor allen dingen die braut es hatte sie schon so lange gewürgt daß sie nicht mehr an sich halten konnte nicht allein ich habe wichtigere gründe er schaute sich unruhig um als fürchte er das erscheinen daisys es gibt manchmal hindernisse die jenseits unseres individuellen willens liegen ich werde dich von hier entführen ich werde mit dir um dich ringen ich werde alles überwinden du wirst dich überzeugen das unmögliche werde ich möglich machen niemand und nichts wird mich davon abhalten sagte sie voll kraft wenn nur weder dein herz noch die ehre dich bindet fügte sie leiser trauriger und furchtsamer hinzu nein nein er wehrte sich schwach denn betsy in ihrem vertrauen in ihrer liebe zu ihm tauchte in seiner erinnerung auf wie ein rosenstrauch kehre in die heimat zurück mit deinem weibe wir werden bald eine polin aus ihr machen sagte sie seine verborgene sorge erratend das wird sogar besser für uns alle sein in ihren augen schimmerten tränen ein schwerer seufzer hob ihre brust doch er sah es weder noch fühlte er es denn er sagte ich habe auch schon daran gedacht sie verließen das museum und fuhren nach hause der widerliche gelbe kalte nebel ergoss sich über die ganze stadt wie ein schmutziges getrübtes wasser durch das kaum die schwärzlichen umrisse der häuser und menschen zu sehen waren in den engeren straßen brannten trotzdem es mittag war die laternen und das nie ruhende getöse der stadt drang dumpf dröhnend durch den nebel edda beobachtete unter den gesenkten lidern hervor sein nachdenkliches versonnenes gesicht sie fühlte daß er weit fort von ihr war wer weiß wo und das erfüllte sie mit grenzenloser trauer hatte er doch auf all ihre liebe nicht ein wärmeres wort der entgegnung gehabt doch sie unterdrückte schmerz und verzweiflung die ihr das herz zerrissen und fragte sanft während sie seine hand berührte woran denkst du es ist schwer zu sagen an alles und an nichts zugleich sie versank wieder in schmerzhaftes schweigen erst als sie abschied nehmen sollten wurde er plötzlich lebhafter und sagte heiß du hast meine seele wieder aufgerichtet ich komme am abend zu euch ich könnte nicht mehr ohne dich leben küsse wonder von mir du hast mir neue verlockende horizonte enthüllt ich fürchte mich noch davon zu reden zuweilen ist mir als wäre dies alles was ich heute erlebt habe nur mein traum von der zukunft vielleicht ist es nur halluzination ich weiß es noch nicht ich weiß nichts ich tappe noch im dunkeln ich liebe dich das ist die lauteste wahrheit ende von teil 15 von der vampir teil 16 von der vampir von wladislaw raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain achtes kapitel er konnte nicht mehr antworten er war allein im flur zurückgeblieben er da ging die weißen marmortreppen hinauf er fing nur ihre letzten blicke auf die wie berauschende blüten auf ihn herab fielen ehe er in dem geräusch der straßen und dem nebel unterging er war erregt über dies alles und ihre letzten worte hatten einen solchen brand in seinem herzen entfacht das er von einer merkwürdig glückseligen freude flammte und alles zusammen ist kaum zu glauben dachte er wie ein kapitel eines noch ungeschriebenen romans erlebt und doch durchaus unwahrscheinlich flüsterte er während er ein wenig nüchtern wurde an einer straßenkreuzung die so dicht gedrängt von wagen war daß es unmöglich schien auf die andere seite zu gelangen er ging jedoch unter dem schutze eines policeman hinüber auf dessen wink dieser ganze furchtbare reißende strom sich spaltete und auf der stelle erstarrte wie das leben selbst sann er weiter hier und dort vor den auslagen der läden stehenbleibend und ohne zu wissen worauf er schaute so ganz erfüllt war er von erinnerungen und einer freudigen rührung mechanisch ließ er sich von den massen hintragen wie ein stück holz das der strom fortreißt ohne zu denken wohin er fließe und wozu wie merkwürdig das ist er war verwundert denn er verstand jetzt erst die ganze ungewöhnlichkeit von allem was er soeben erlebt hatte so geriet er in den heidpark und irrte lange auf den leeren wegen umher der tag breitete sich grau und düster aus von allem ringsumher wehte ihn eine traurige totenstille an die blätterlosen bäume bebten ohnmächtig das wasser hatte den schimmer matter erblindeter augen hoch über dem parke kreisten scharen von vögeln zuweilen krächzten krähen die traurigkeit dieses düsteren tages sickerte langsam in sein herz und ihre stiefschwester die melancholie begann ihre modrigen leichenhände auf seine fiebrigen augen zu legen es bemächtigte sich seiner eine unerklärliche apathie das feuer erlosch und die langeweile breitete die grauen wolken der ohnmacht darüber er wurde hoffnungslos traurig in seinem herzen sogar jene zauberhaften visionen an denen sich noch vor einem augenblick seine einbildung berauscht und vor denen er verzückt gekniet hatte begann sich in gewöhnliche wirklichkeit zu verwandeln etwas zufälliges und alltägliches zu werden selbst die letzten worte eddas kamen ihm wie ein längst verklungener leerer schall vor mit einer art schreck fühlte die wallungen und das wunderbare glück das er vor kurzem empfunden hatte die zugleich mit eddas erscheinen wieder aufgewacht waren zu nichts werden und aus seiner seele herausfließen wie wasser aus einem zerbrochenen kruge und nur ein beißender schmerz über die eigene ohnmacht blieb zurück das wunder währte einen augenblick und kaum erweckt stirbt es den ewigen tod sann er mit nagendem schmerz denn in diesem augenblick fühlte er im herzen die bittere wahrheit daß er edda nicht mehr liebte daß die kleine wonder ihm fremd und gleichfalls gleichgültig war doch er wollte es sich noch nicht gestehen er wehrte sich vor sich selbst und schob die schuld daran der augenblicklichen ermüdung zu doch plötzlich wurde ihm so bitter ums herz und er schämte sich seines eigenen zustandes so daß er sich alle mühe gab nicht weiter darüber nachzudenken und schnell nach hause eilte im eßzimmer traf er niemand an so ging er gleich nach dem frühstück zum café in den reading room mrs tracy spazierte wie immer im zimmer umher mit einer katze im arm und zwei andere katzen die weiß wie schnee waren folgten ihr wie ihr schatten mr smith wärmte am kamin sein orangengelbes trockenes gesicht und einige pensionsdamen saßen in tücher gehüllt auf dem großen sofa in der ecke und flüsterten halblaut und wieder regnet es stöhnte mrs tracy und sah zum fenster hinaus wie jeden tag ein furchtbares klima ich habe beinahe vergessen wie die sonne aussieht noch einige wochen solchen wetters und ich sie ihnen verstummte denn irgendwo aus der tiefe der wohnung drang das traurige heulen des panthers herüber das vieh bringt mich noch zur verzweiflung buck sie fragte sehr verwundert eine der damen ich habe beinahe die ganze nacht nicht schlafen können so hat er gewinselt das ist sonderbar mein zimmer stößt an die orangerie und doch habe ich nichts gehört flüsterte mrs tracy zu den damen hinübersehend ein verstohlenes verständnisinniges lächeln glitt über die lippen aller ich beneide sie um diesen herrlichen schlaf ich bin von jedem winseln wach geworden er sehnt sich nach seiner herrin und vielleicht spricht er mit ihm sagte geheimnisvoll mr smith während er eiligst gleichsam etwas von seinen fingern abschüttelte wieder erscholl ein kurzes bullenbuchs und zwar so nahe daß die katzen mit krummen rücken und gesträubtem fell in die arme der mrs tracy sprangen welche ratlos dastand und ihre augen erschrocken umherschweifen ließ wissen sie nicht wann miss daisy zurückkehrt unterbrach sie endlich das unangenehme schweigen die erschrockenen damen atelten auf und mr smith stieß so heftig nach einem scheit im kamin daß die funken das zimmer überschüttelten ich weiß nicht ihn wunderte die frage doch heimlich trafen sich die blicke aller sie wussten bescheid mrs blavatska erkundigt sich täglich mehrmals nach ihr und ich kann ihr nichts bestimmtes sagen erklärte smith die freunde von miss daisy müssten es doch wissen ich dachte auch sie würden mich aufklären drängte mrs tracy ich welche vermutung ich kenne miss daisy weniger als irgendjemand in der pension aber da zenon an ihren gesichtern erkannte daß man ihm nicht glaubte und da er eine art neugier bemerkte begann er eifriger als er es vielleicht wünschte zu versichern daß er nichts von miss daisy wisse dann weiß es buck allein brummte mr smith ernst es ist nur unmöglich etwas von ihm zu erfahren und das ist schade sagte zenon ironisch und schickte sich an zu gehen wir können es nicht aber sie wenn sie nur wollten zenon lachte auf ihn belustigten die feierliche miene und stimme des herrn smith ich will ihn her führen er soll es selbst sagen mr smith stürzte wie ein tiger zur tür die damen sprangen schreiend auf und mrs tracy stöhnte mit ersterbender stimme totenblass erbarmen wir sterben vor entsetzen also die herrschaften haben im ernst angenommen daß ich buck hereinführen könnte fragte zenon durch ihr entsetzen verwirrt aber die damen schwiegen denn sie konnten sich nicht beruhigen nur mr smith stammelte bittend ich flehe sie an sprechen sie nicht einmal seinen namen aus sollte er eine inkarnation baphomets sein mr smith taumelte geradezu an die wand nahm mit blitzartiger geschwindigkeit salz aus der tasche und bestreute sich sorgfältig damit zenon konnte das lachen nur mit mühe unterdrücken und näherte sich nachdem er wegen des scherzes um verzeihung gebeten hatte dem ausgang ich habe eine große bitte an sie so hielt ihn eine dünne stimme auf er blieb an der tür stehen die langeweile die sich plötzlich seiner bemächtigt hatte mit höflichkeit verdeckend wir veranstalten am sonnabend in unserer loge eine große versammlung sagte ernsthaft mr smith und faßte ihn an einem rockknopf mrs blavatska wird über ihre reise nach tibet und ihre beziehungen zum talai lama bericht erstatten geradezu unerhörte sachen sie hat einen der tibetanischen brüder mitgebracht ein außergewöhnliches medium nach dem vortrag wird im engeren kreis eines seans stattfinden sie werden wahre wunder sehen die blavatska selbst wünscht sie kennenzulernen und wünscht sie möchten zur versammlung erscheinen es werden nur eingeweihte dasein wir haben es sogar steed abgeschlagen aber es liegt uns sehr daran daß sie kommen sehen und sich von der wahrheit unserer lehre überzeugen wird mr joe dort sein leider hat mr joe den kreis der brüder verlassen er hat uns für miß daisy und ihn verraten der gelbe herr schaute sich ängstlich um ich weiß nur daß er sehr schlecht auf sie zu sprechen war mr smith flüsterte ihm geheimnisvoll ins ohr und jetzt ist er ihr verkaufter sklave man hat uns versichert er sei bereits der paladinischen loge beigetreten in der sie die meisterin des vollkommenen dreiecks sein soll aber ich weiß ganz sicher daß sie dort das lamm der weißen messe ist furchtbar was es kann sein aber bloß für leute die verstehen was das bedeutet sie ist ihm selbst geweiht seine braut sie müssen mir einmal diese ganze geheimnisvolle nomenklatur erklären ich bin bereit es sofort zu tun damit sie die ganze abscheulichkeit dieser miß daisy verstehen und die größe der gefahr ermessen können in der mr joe schwebt in diesem augenblick habe ich keine zeit aber ich werde sie am sonnabend nach der versammlung darum bitten sinnen drückte ihm die hand und ging eilig in seine wohnung doch die erzählung des mr smith sein ängstliches flüstern und die ganze stimmung die im reading room geherrscht hatte bewegte in ihm vergessene gedankenschichten er konnte sich nur an nichts bestimmtes erinnern nur trümmer von szenen personen klängen und farben zuckten mit der schnelligkeit von blitzen durch sein hirn paladinische loge lamm weiße messe parfumet was bedeutet dies alles in wirklichkeit zenon wollte diesen beunruhigenden wirrwarr von gedanken von sich abschütteln erinnerst du dich es war ihm als flüstere ihm jemand ins ohr so daß er sich mißtrauisch in der leeren wohnung umsah er stand ratlos da und starrte in den unentwirrbaren knäuel der erinnerungen die unter seiner hirnschale wie ein orkan von wahnsinnigen visionen kreisten habe ich das einmal geträumt moda vielleicht irgendwo gelesen und kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern er quälte sich vergebens ab und bemühte sich wenn auch nur für einen augenblick den wirrwarr seiner gedanken zu ordnen plötzlich stürzte alles in ihm zusammen und versank in den abgrund des vergessens er tauchte mit einem male in das graue und traurige licht des tages wie unter bewegten wellen hervor ohne zunächst verstehen zu können weswegen er mitten im zimmer stand wohin hatte er doch gehen was hatte er tun wollen dies währte jedoch nur einen augenblick denn in ihm erwachte das ganze bewusstsein der wirklichkeit daß er von nun an einen neuen abschnitt eines gewöhnlichen und normalen lebens begonnen hätte er kehrte zu dieser etwas eintönigen alltäglichkeit zurück und sah sie wie früher etwas gleichgültig und von oben herab an er behandelte nämlich das leben mit einer erhabenen nachsicht sogar die gesellschaft die sich am pensionstische zu versammeln pflegte störte ihn nicht mehr mit ihrer spiritistischen manie und ihrem ewigen gezänk er schaute auf sie hinab wie auf amüsierte tollhäusler und hörte ihre endlosen diskussionen mit einer diskreten ironie zu und daisy und alles was einen zusammenhang mit ihr hatte schien ihm jetzt fern und verblasst zu sein wie etwas was er vor langer zeit einmal in irgendeiner fantastischen erzählung gelesen hätte und doch war es noch nicht lange her daß sie fortgefahren war auch joe verlor in seinen augen die früheren umrisse er hörte auf ihn zu interessieren und wenn er ihn in bartlett court traf behandelte er ihn wie einen menschen den er gerade erst kennengelernt hätte er fühlte sich so nüchtern daß er nur die oberfläche des lebens und dessen gröbere umrisse bemerkte als hätte er die fähigkeit eines tieferen verstehens und empfindens der welt und der menschen eingebüßt es ging ihm nichts mehr etwas an mit ausnahme von ganz persönlichen angelegenheiten er spottete zudem bei jeder gelegenheit über alle idealeren gemütsregungen dies war eine ganz unerklärliche abstumpfung des empfindungsvermögens gleichsam ein verschwinden jedes feineren gefühls jeder höheren vorstellung dieser merkwürdige umschlag bei ihm war so auffallend daß man es sogar in bartlett court bemerkte eines tages nämlich hatte miß dolly nach dem frühstück die frage des verfalls der ethik bei den volksmassen entrollt und war bei dieser gelegenheit leidenschaftlich über die männer ihr lasterleben und ihren egoismus hergefallen mr bartlett verspottete sie mit überlegung und unterhielt sich dabei köstlich das gespräch wurde immer lebhafter denn auch joe der gewöhnlich schwieg begann übrigens aus rücksicht auf den vater ein wenig vorsichtig zu beweisen daß die wurzel des moralischen verfalls im kapitalismus liege in der verkommenheit der herrschenden klassen und der allgemeinen materialisierung der menschheit und schließlich griff er das christentum an als den verbreiter von irrtümern und gesellschaftlichen lügen indem er ihm die reine lehre christi wie sie die evangelien enthielten gegenüber stellte miß ellen unterstützte ihn eifrig sagte verschiedene heilige sprüche her und rief schließlich erhitzt und unerschrocken nur das evangelium könnte die welt erlösen zenon hatte sich die ganze zeit hindurch mit betsy über seine verwandten unterhalten die er am nächsten sonnabend zum tee mitzubringen versprach aber durch joes ausführungen und die weinerliche stimme der miß ellen gereizt bemerkte er bitter nicht das evangelium beherrscht die menschheit sondern nur der stock die übermacht und die angst das strafgesetzbuch das mit gefängnis und galgen droht hat mehr moralischen einfluß auf die menschenherde als alle religionen zusammengenommen und kein messias keinen erlöser braucht und erwartet die menschheit sondern nur einen herrn der es versteht ihr unerbitterlicher gebieter und henker zugleich zu sein sie waren so verblüfft über seine unbarmherzigen anschauungen und seinen bitteren sarkasmus daß das gespräch bald abbrach alle fühlten sich unangenehm berührt und verlegen man konnte nicht verstehen was ihm zugestoßen wäre betsy war sogar vergrämt seinetwegen doch beim abschied drückte sie ihm die hand heißer als sonst also am sonnabend erwarten wir sie mit den ihrigen ich bringe sie sicher mit sie müssen sie liebgewinnen das mädchen fragte nach kurzem zögern schüchtern ist frau edda schön sehr aber ich kenne eine gewisse kleine miß die hundertmal schöner und lieber ist hundertmal flüsterte er und küßte ihr die hände sie riß sich strahlend und glücklich los und vergaß alle bitterkeit wirst du bei diesem feste der verbrüderung der völker auch zugegen sein wendete er sich an joe als sie schon vor dem hause waren mit vergnügen werde ich deine familie kennenlernen sagte der herzlich schon trug sie der zug über die stadt hin die ganzen schmutzige rauch und nebelwolken getaucht war als joe wieder bemerkte du sprachst heute als hätte jemand deine seele umgeformt zenon lachte trocken und spöttisch auf ich bin nüchtern geworden ich fühle mich gesund schlafe ausgezeichnet habe appetit arbeite vorzüglich bekümmere mich um nichts das ist das ganze geheimnis meines zustandes weißt du ich fühle mich bis zu dem gerade wohl daß ich mich endlich entschlossen habe unsere pension zu verlassen ich habe bereits davon gehört man sagt mrs tracy habe mr smith damit betraut dich zum bleiben zu veranlassen ein amüsanter mensch du ahnst nicht was er mir von dir gesagt hat er hat sich wohl darüber beklagt daß ich aus der loge ausgetreten bin auch davon war die rede doch er sagte mir mit tiefem bedauern und tiefer furcht du wärest ein anbeter der müß daisy geworden und ihr beide dientet dem baphomet ja richtig du wärest irgendeiner paladinischen loge beigetreten das ist nicht wahr ich gebe dir mein ehrenwort darauf rief yo heftig ich sollte mit ihnen gehen ich bin im dienste baphomets und dieses höllischen vampirs was für eine abscheuliche erfindung er schüttelte sich gleichsam vor ekel oder furcht verzeih mir diese ganz unbeabsichtigte unannehmlichkeit er sprach davon zu mir ohne jeden vorbehalt darum wiederholte ich es dir ganz offen nur ein geiler kretin kann derartig nichtswürdige assoziationen haben was ist denn das diese paladinische loge ein tempel der dem satanskult geweiht ist dort versammeln sich seine getreuen dort ist miss daisy wahrscheinlich seine priesterin sie ist meisterin des vollkommenen dreiecks so sagte wenigstens mr smith wenn nicht das lamm selbst fügte joe halblaut hinzu während er sich misstrauisch in der menge umsah die zugleich mit ihnen die station verließ wo ist diese loge man sagt in der umgegend von london in irgendeiner alten kirche ich war ja dort rief sinnen der sich für einen augenblick an die fantastischen szenen in den unterirdischen gewölben erinnerte du warst dort hast es gesehen fragte joe in tiefstem staunen zog sinnen aus der menge hinaus unter ein schaufenster und sog sich an ihm mit den augen fest ja aber weißt du ich erinnere mich an nichts mehr es muss mir nur so vorgekommen sein denn jetzt in diesem augenblick kann ich mich bei gott an nichts mehr erinnern erinnere dich nur die unterirdischen gewölbe einer kirche alte grabkammern nacht eine prunkhafte zeremonie baphomet daisy sagt ihm joe mit nachdruck vor leider ich kann nicht etwas blitzte in meinem hirn auf und versank wieder wie ein stein im ozean warte einmal unterirdische gewölbe sofort nein nein mir war bloß das kellergewölbe des exzentrikklubs eingefallen unsinn eine augenblicksillusion wovon sprachen wir doch nur von der balandinischen loge von baphomet und daisy oder mit anderen worten von gar nichts flüsterte sinnen ironisch und fuhr zu heinrich wo er wie jeden tag mit allen plauderte geduldig die klagen des kranken anhörte und mit der kleinen runde spielte die leidenschaftlich an ihm hing dann fuhr er wie immer mit edda aus ihr die sehenswürdigkeiten der stadt und umgegend zu zeigen es war ein stummes abkommen zwischen ihnen daß sie nie die vergangenheit berührten sie hielten sie beide heilig niemals auch nicht mit einem worte verriet edda was in ihrem herzen vorging was für ein sturm in ihr tobte welche verzweiflung an ihr nagte er ahnte es nicht einmal denn immer sah er nur ihr heiteres gesicht und die treuen blicke der freundschaft sie eroberte ihn jedoch mit einer geduld die sich des endgültigen zieles voll bewusst war so dass er gar nicht bemerkte wie abhängig er von ihr wurde sie umgarnte ihn mit so wachsamer freundschaft gleichsam mit mütterlich liebenden armen dass er es nicht einmal versuchte sich loszumachen und doch liebte er sie nicht nur begann er sie anzubeten wie ein wunderbares gedicht des lebens oder wie ein großes kunstwerk vor dem er sich in freudiger stille ästhetischer betrachtungen der eigenen seele hingeben konnte er vertraute ihr alle seine träumereien und seine literarischen eingebungen an manchmal brachten sie lange stunden in museen zu in künstlerischer betrachtung versunken er entwickelte vor ihr die ideen seiner künftigen werke denn er sah dass er sie besser und wirklicher vor sich sah wenn er sie ihr erzählte dass ihre klugen diskreten bemerkungen sie vervollkommneten dass sogar noch beinahe ungeborene pläne die er nur blitzartig berührte eine feste form und leben annahmen und bei alledem gab ihm edda immer wieder ganz unauffällig die idee ein in die heimat zurückzukehren und zwar mit solcher beharrlichkeit dass er selbst anfing sich danach zu sehnen sie entwarfen sogar den plan seine werke in polnischer sprache und zwar in ihrer übersetzung herauszugeben sie war unermüdlich in diesem stillen kampf um ihn und mit ihm und wurde immer siegesbewusster mit unruhe jedoch nahm sie die nachricht von dem geplanten besuch in bartelet court auf ich bin sehr neugierig auf dieses haus bemerkte sie kühl und betsy auf dich sie fragt mich ob du schön wärst die königlichen augen eddas sahen ihn unruhig flackernd an ich sagte nur was wahr ist was nützt mir diese schönheit flüsterte sie ihr blasses gesicht und ihre augen abwendend in die ein ausdruck von trauer gekommen war er bemerkte dies nicht wie er vieles nicht ahnte in seiner völligen abgestumpftheit die ihn seit einiger zeit beherrschte ich bin sicher du wirst betsy lieb gewinnen bemerkte er nach einem augenblick ich wünschte es sehr ihn machte nicht einmal ihre sonderbar trockene stimme stutzig aber du musst mir offen und ehrlich sagen wie sie dir gefällt sie versprach es feierlich lenkte aber das gespräch auf einen anderen gegenstand und damit war es beendet und weder an dem tage noch an den folgenden berührten sie diese frage sie gingen völlig auf in den plänen zu einem großartigen christusmysterium das er zu schreiben beabsichtigte und er war so hingerissen von dieser idee daß er alles was um ihn her geschah wie unsinnige bilder eines cinematografen ansah weißt du ich fühle mich als wäre ich schwanger sagte er eines tages zu edda als sie sich begrüßten ich habe an zweihundert menschen in mir die alle das licht der welt zu erblicken verlangen du hast keine ahnung wie furchtbar mir manchmal in diesem gedränge zumute ist heute gegen morgen umringten mich die bauern sie wollten nach rom ziehen edda die diese sprache verstand fragte gespannt und wirst du sie ziehen lassen ich muss mögen sie diese gemeine heutige zeit zermalmen er wird sie führen die welt zu erobern um sein himmlisches königreich zu befestigen der entscheidende kampf wird auf der engelsburg in rom gekämpft werden dort werden sie alle könige und herren der welt belagern ein furchtbarer kampf um die herrschaft über die welt und das leben der kampf um das morgen und werden sie siegen sie müssen doch siegen flüsterte sie heiß leider nein siegen muss der ursprüngliche instinkt des lebens es tut mir furchtbar leid um christus und meine bauern aber es gibt keinen platz mehr für sie auf dieser welt sie müssen zugrunde gehen er sprach mit so tiefer trauer dass ihre augen sich mit tränen herzlichen mitleids füllten und nichts mehr kann sie retten sie werden zugrunde gehen und auf der welt gibt es nur noch platz für waren häuser und fabriken der mensch unserer zeit hat sich ein unerschütterliches ideal geschaffen genießen darüber hinaus versteht er nichts und braucht er nichts darum muss christus in diesem letzten kampf unterliegen alle werden ihn verlassen und die treuesten werden ihn verraten ich bin sogar sicher dass sie ihn wiederkreuzigen werden an allen kreuzwegen und in allen hirnen und dass sie seinen namen dem schimpf und dem gespött preis geben werden die menschheit wünscht nur noch zu zeugen zu fressen und zu krepieren und christus stört sie in diesem freudigen und tierischen genuß er weist ihnen noch andere ziele er stört sie und führt sie irre wie die qualen eines gemeinen gewissens also fort mit ihm fort mit jeder betrachtung die aus dem gleichgewicht bringt ich bin kein christ aber ich liebe diese wunderbare gestalt des nazareners ich liebe ihn wie den übertraurigen schrei der seele der durch zeiten und völker dahinfließt der arme träumer diese heilige vision von herzen die sich nach der unsterblichkeit sehnen und es war wahr was er zu seinen jüngern sagte mein reich ist nicht von dieser welt für wahr es gab nicht einen einzigen augenblick in dem er auf erden geherrscht hätte es predigten ihn die lippen und kirchen doch die herzen der menschen verleugneten ihn in jedem augenblick des lebens seinen ruhm verkündeten die kirchen und er lag da tot von verrat und verleugnung hingemordet es war nicht seine schuld es war paulus aus tasos der nach der herrschaft über die juden verlangte christ die träume entstellte und aus dem traum vom menschlichen glück ein kaltes rationalistisches staatssystem machte in seinen ruchlosen händen wurden die mystischen blumen der sehnsucht zu zeptern und hirkenstäben mit denen er die menschlichen herden in löcher trieb aus denen es keinen ausweg gibt er wurde er her durch furcht und gewalt das christentum triumphierte aber christus war nie in ihm niemals furchtbar ist das leben flüsterte edda zu tränen gerührt nur die menschen sind furchtbar das leben ist das einzige gut nur wir selbst haben daraus eine folter für uns gemacht und darin liegt die ewige tragödie sie gingen traurig auseinander noch enger verknüpft durch die gemeinsamkeit ihrer empfindungen end von teil sechzehn von der vampir teil siebzehn von der vampir von wladislav raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain doch am sonnabend als sie von bartlett court zurückkehrten fragte sie ihnen erinnern sie sich an ihr versprechen sie sah ihn fragend an und konnte sich nicht erinnern sie haben versprochen mir zu sagen was für einen eindruck miß betsy auf sie gemacht hat ein bezauberndes mädchen rief sie ohne zögern doch mit einer betonung daß heinrich eine bewegung der unruhe machte sie war heute nicht sonderlich gut aufgelegt erklärte er und erinnerte sich an betsy's schüchternheit und die ängstliche neugier mit der sie fortwährend edda und ihn angeschaut hatte ein originelles haus als hätte man die leute lebend aus einem englischen roman herausgenommen fuhr er fort und namentlich die tanten miß ellen wird mir einen ganzen stoß broschüren mitgegeben von der bestimmung des weibes ich kenne es auswendig dieses altjungferliche gefasel sie gehört zu der ethischen seite der evangelistinnen mir wieder hat joe so viel außergewöhnliches von seiner expedition nach birma erzählt daß es mir schon etwas phantastisch erschien berichtete heinrich es waren sicherlich keine phantasien dieses ganze haus beherbergt eine hochstehende klasse von menschen in jeder beziehung aber sie haben uns doch sehr englisch empfangen man hätte sich einen schnupfen holen können in dieser erhabenen kühlen atmosphäre dir sind unsere sitten lieber wo man gleich beim eintritt einen doppelkost bekommt beim abendbrot heißt's gleich lieben wir uns und am morgen wird bruderschaft getrunken aber am andern tag gibt sich jeder höchst sorgfältig mühe den andern nicht zu kennen und doch ist mir dies angenehmer als diese langweilige zeremonialität beharrte heinrich bei seiner meinung durch den spöttischen ton sinens gereizt eddell besänftigte sie und sie gingen in den green park denn das wetter war ausnahmsweise heiter warm und trocken die wege waren voll von menschen und ebenso die riesigen rasenflächen schon senkte sich die dämmerung herab als bläulicher nebel das getöse der stadt tobte in der luft und hier und da blitzten lichter in den häusern auf sie blieben vor einer schar mädchen in weißen suitern und mützen stehen die leidenschaftlich fußball spielten als plötzlich die kleine wonder ängstlich flüsterte mamachen die dame sieht mich wieder an edda preßte das kind schützend an sich während sie zugleich jene böse dame suchte die stand einige schritte entfernt ganz in schwarz gekleidet wie immer ihre haare glänzten metallisch ihr gesicht war merkwürdig blaß mit blutigroten lippen und saphirblauen grausamen augen herr zenon edda wollte ihn auf die fremde aufmerksam machen zenon hörte es jedoch nicht es war als sei er hypnotisiert durch das unerwartete erscheinen daisys sie lächelte ihn an und verschwand in der menge so daß er sie vergebens rings umher suchte sehen sie die rothaarige dame dort dort an jenem blumenbeet er schaute unwillig nach jener richtung sie ist schon verschwunden ich begegne ihr heute zum drittenmal sie hat die kleine wonder so zudringlich angeschaut daß es mir geradezu aufgefallen ist sie ist außerordentlich schön nur hat sie etwas furchtbares an sich ein dämon und eine madonna zugleich flüsterte er unwillkürlich vielleicht kennen sie sie ich habe sie nur im vorbeigehen bemerkt der vergleich drängte sich einem von selbst auf sie wünschte von dieser merkwürdigen unbekannten zu sprechen doch er redete sich auf eine angelegenheit aus die ihm plötzlich eingefallen wäre und fuhr nach hause er täuschte sich in seinen berechnungen nicht denn er holte daisy noch im flur ein ich war sicher daß sie es sind begann er freudig aber durch ihren lässigen händedruck abgekühlt ging er dann schweigend die stufen hinauf er wagte weder zu sprechen noch sich ihr zu nähern so sehr versperrten ihm ihre hochmütigen und durchbohrenden blicke den weg sie musterte ihn so beunruhigend daß dieses flackernde und faszinierende leuchten ihn in eine unerklärliche verwirrung brachte sind sie schon lange da wagte er endlich zu fragen ihre lippen bewegten sich mit der trägen bewegung von schlangen und ein flüstern wehte ihm in das gesicht er verstand die worte nicht doch ihn durchdrang der unfaßbare zauber ihres klanges er begleitete sie bis an die tür ihrer wohnung und wollte gehen werden sie heute auf der seance bei der blavatska sein ich habe es zwar versprochen aber 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 sie werden kommen ich bitte darum flüsterte sie befehlend als sie sich trennten natürlich versprach er es und zündete als er sich in seiner wohnung befand völlig mechanisch die lampen an und setzte sich an den schreibtisch aber die angefangene szene des mysteriums ließ ihn völlig kalt denn er durchkostete diese unerwartete begegnung mit miss daisy jede einzelheit jeden ihrer blicke und jedes wort suchte er in sich zu erwecken und er wog alles mit tiefer aufmerksamkeit und alles kam ihm so unfaßbar merkwürdig vor daß eine noch geräuschvollere woge der unruhe sich über sein herz ergoß und ihn um den letzten rest des gleichgewichts brachte er versuchte sich aus diesem irren kreise der erinnerungen herauszureißen doch der zauber der ihm aus ihnen entgegenstrahlte schlug ihn in immer schwerere bande sie hat mich ganz offenkundig verzaubert er erinnerte sich dieser erfolgsbezeichnung und sie schien ihm nicht mehr so lächerlich kindisch wie einst denn er fühlte geradezu seine physische abhängigkeit von daisy und ihre unbezwingbare und unerklärliche gewalt über ihn es liegt irgendein teuflischer spuk darin dachte er halb ironisch doch plötzlich warf er sich zurück und er starrte vor entsetzen wie am rande eines unendlich tiefen abgrundes der sich vor ihm geöffnet hätte massenvisionen von szenen die er einst in unterirdischen gewölben gesehen hatte drangen in sein hirn und flossen vorüber in einem langen und unsagbar lebendigem reigen deutlich sah er das übertraurige anlitz baphomets der auf dem throne saß und zu seinen füßen vom opferrauch verhüllt den kopf daisys ja das ist sie jetzt sehe ich es deutlich dachte er seine ganze aufmerksamkeit anstrengend damit ihm nichts entgehe er neigte sich vor und starrte mit angestrengten blicken als geschehe das alles hier vor ihm vor seinen augen sogar jenen gesang der früher nur wie ein fernes rauschen herüber geweht war hörte er jetzt wort für wort und wiederholte ihn mit pathetischer bewegung salute o satana o ribellione o forsa vindice della ragione sacriate salgano glienzenzi voti hai ventul jova dei salute o satana flüsterte er durchdrungen von dem heiligen grauen das das traurige anlitz des gebieters verbreitete der sich barmherzig über die schar seiner anbeter neigte demütig zu seinen füßen lagen und er zitterte nicht einmal als sich die nackte daisy von der bahre erhob und von einer wolke metallener haare umflossen baphomet mit liebenden armen umflochten ein blutigroter schein verhüllte das mysterium des wahnsinns und hob es gleichsam hoch in den raum und aus der erde loderte ein scheiterhaufen auf wie ein flammendes gebüsch auf das man zerbrochene kreuze warf meßgewänder und bleiche riesige hostchen die aussahen wie tote sonnen back heulte düster auf salute o satana salute salute immer gewaltiger dröhnte die hymne als sänge sie die ganze welt mit der ganzen erhebenden kraft der liebe des glaubens und der hoffnung es schlug schon acht uhr als die letzten visionen langsam verblasst die letzten klänge in der dumpfen stille des abends verklungen waren und sinnen den schweren kopf von der unbeendeten szene des mysteriums erhob die feder beiseite legte die er mechanisch in der hand gehalten und nach einer weile des nachdenkens resigniert flüsterte es wird sein was sein muß und treu dem versprechen das er daisy gegeben hatte ging er zur seance die gewaltige halle der theosophischen gesellschaft war überfüllt hoch über den köpfen gerade über vom eingang erhob sich ein großer altar auf dem ein riesiger goldener buddha saß der mit runden augen stumpf vor sich hin starrte aus goldenen weihrauchbecken die von steinernen weißen elefanten getragen wurden schlugen säulen duftenden rauches empor die die gottheit und den ganzen saal in bläuliche wolken hüllten auf den stufen des altars inmitten von kränzen und guirlanden aus weißen rosen über zinten und narzissen zuckten die flämmchen unzähliger lampen wie goldene schmetterlinge mehrere hindus die auf den untersten stufen saßen spielten auf gewaltigen instrumenten so wundersam leise daß gleichsam nur das flüstern einer ersterbenden welle über die lauschenden köpfe dahinwehte zuweilen flog es vorüber wie vogelgezwitscher oder als summten bienenschwärme und noch tiefer zu füßen buddhas auf einem etwas erhöhten podium stand ein weib in einem weißen griechischen gewande sie war gleichsam in gebetsekstase versunken und berührte mit den fingerenden der linken hand den kopf einer zusammengekauerten nackten gestalt die vor ihr kniete zenon blieb an der tür stehen denn alle blieben so unbeweglich schweigend starrten sie vor sich hin und lauschten erst als die musik leiser geworden war und die lichter in den kristallnen lotusblumen heller erstrahlten näherte sich ihm mr es werden heute außergewöhnliche dinge vor sich gehen flüsterte er und faßte ihn unter den arm miß daisy bat ich sollte sie zu ihr führen das medium ist heute in ausgezeichneter verfassung gerade versetzt die blavatska es in trance sie werden sie später persönlich kennenlernen das medium ist aus tibet nicht wahr diese mengen das sind nur die auserwählten der auserwählten sonst wäre halb londen hier und alle schichten sind vertreten vom lord bis zum einfachen arbeiter ich habe mr joe geschrieben er ist nicht gekommen klagte mr smith zum schluß zenon setzte sich neben daisy und entließ den alten mit einem kopfnicken er aber wendete während der ganzen seance die augen nicht mehr von ihnen lassen sie die stimmung nicht her über sie werden sagte daisy ich bin zu nüchtern als daß sie auf mich wirken könnte entgegnete er voll überzeugung ein lächeln glitt über ihre lippen doch sie sagte nichts denn die blavatska nahm ihre hand vom kopfe des knienden und das hypnotisierte medium blieb gleichsam in kniender stellung hängen eine tiefe starke und äußerst melodische stimme erscholl in der stille alle augen fielen auf die blavatska wie ein flimmernder unruhiger schwarm sie erzählte zusammenhängend und in bilderreicher sprache von ihrer letzten reise nach tibet und ihren beziehungen zum dalai lama in der stille zitterten die beschleunigten atemzüge die augen begannen wie phosphor zu leuchten denn die phantastischen erlebnisse die gefahren die unerhörten abenteuer die schneewehen der hunger die überfälle hungriger wilder tiere die orkane die kämpfe mit bösen gewalten und am ende der raub dieser unsterblichen geheimnisse des daseins von denen sie nur einen winzigen bruchteil in der enthüllten isis hätte zeigen können erfüllten die zuschauer mit solch einem fieber der ekstase und der verzückung daß als sie aufgehört hatte zu reden donnernder beifall erscholl und sich über sie ergoß wie ein langanhaltender regenschauer sie setzte sich im hintergrund auf etwas von der art eines thrones und saß unbeweglich da voll majestät und erhabenheit und auf der estrade erschien ein alter hindu in einem wallenden goldgrünen gewand mit einem riesigen turban auf dem kopf und kündigte den experimentellen teilern der mit beihilfe des mediums vor sich gehen sollte das angeblich aus einem lamaitischen aus den völlig unzugänglichen höhen des himalaya gelegenen klosters entführt worden war der augenblick der wunder naht flüsterte daisy ironisch wie ist ihnen die prophetin vorgekommen fügte sie leise hinzu das gesicht sehr gewöhnlich die augen verschlagen eine gewaltige willenskraft das ganze pyramidal er erklärt die bedeutung dieser bezeichnung und schloß aber sie spricht ausgezeichnet o ja sie hält die getreuen hervorragend zum narren und im besten falle sich selbst mit doch nein dafür ist sie zu klug sie weiß daß die leute vor allem nach wundern lechzen jeder kultus stützt sich gern darauf und sucht sein dasein damit zu begründen sie antwortete nicht denn man hatte die lichter etwas gedämpft so daß in dem bläulichen rauche der becken nur die goldene buddha statue geheimnisvoll funkelte und an den wänden nur hier und dort extatische gesichter auftauchten heilige embleme und zeichen die weiße gestalt der blavatska leuchtete undeutlich im hintergrunde wie eine marmorstatue die töne der musik fielen herab wie ein süßer staub und verstummten wieder im ganzen saale herrschte grabesstille es begannen die spiritistischen wunder tische hoben sich stühle schwebten über den köpfen es fielen von der decke frische blumen und grüne zweige von tropenbäumen herab zuweilen dröhnte der furchtbare ton eines gong durch die stille so daß sich alle vor einsetzen krümmten und dann erschienen die weißlichen umrisse von menschlichen fratzen leuchtende hände irrten über verschiedenen köpfen umher es spielten unsichtbare instrumente die irgendwo hoch oben hingen es wälzten sich in der luft durchleuchtete nebelkugeln und funkenschwärme bedeckten wie phosphorizienter tau die wände und kreisten im raume die stimmung wurde immer furchtsamer und die fieberhafte erregung hatte ihren höhepunkt erreicht als plötzlich alle leuchter aufflammten und das medium in voller beleuchtung anfing in kniender stellung und unbeweglich in die höhe zu schweben mit geschlossenen augen und auf der brust gekreuzten armen so blieb es in der luft hängen ein heiliger schreck durchfuhr alle man brach in hysterische weinkrämpfe aus viele frauen fielen auf die kniee und sangen mit tränen erstickter stimme eine viele leute saßen wie gelähmt da und konnten ihre augen nicht losreißen von diesem wunder das noch immer wehrte viele waren nah an die estrade herangekommen sie konnten ihren eigenen augen nicht trauen mehrere photographische apparate nahmen diese unerhörte erscheinung auf schließlich erstickte das staunen alle stimmen und ließ alle bewegungen zu stein werden so daß die menschen in der extatischen sprachlosigkeit der bewunderung und zugleich der furcht verharrten doch in einem unerwarteten augenblick ward es wieder dunkel im saale und es begann eine neue serie von erscheinungen ein neuer quälender traum voll beunruhigender visionen und faszinierender halluzinationen hielt alle seelenumfang nur daisy saß ruhig da und wachte über zenen der in dieser hypnotisierenden atmosphäre völlig die herrschaft über sich verloren hatte es bemächtigte sich seiner eine unbezwingbare schlafsucht er hatte zeitweise schon halluzinationen er wollte fort irgendwo hin und flüsterte dabei etwas unverständlich und wie im fieber sie hielt ihn an den händen sie versuchte ihn mit gebietenden blicken aufzurütteln doch als er anfing steif zu werden und in völligen trance verfiel drückte sie ihm heftig die daumen und flüsterte befehlend folge mir er ging automatisch hinter ihr her ohne zu wissen was mit ihm vorging er kam erst in ihrer wohnung zum bewusstsein am kamin in dem ein helles feuer brannte buck lag auf dem teppich und starrte ins feuer und dahinter saß daisy mit einer zigarette in der hand sie sind bei mir antwortete sie auf seine erstaunten blicke aber wie bin ich hierher gekommen wir waren doch in der theosophischen gesellschaft es war dort eng und heiß sie wurden schwach und das ist die ganze geschichte ich danke er neigte sich ihr die hand zu küssen doch buck knurrte und duckte sich so drohend zum sprunge dass er unwillkürlich zurückwich ich wollte nur meinen dank aussprechen aber buck gestattet es nicht sie lächelte und stützte ihre füße auf den rücken des panthers sie sind spiritistische seance nicht gewohnt ich habe eine ganze reihe mitgemacht aber auf dieser hatte ich fortwährend das gefühl eines phantastischen traumes den ich nicht loswerden konnte ein erstaunliches medium und wenn dies alles vorbereitet war muß ich dem veranstalter geradezu genialität zusprechen das war lauteste wahrheit ich bürge ihnen dafür aber was hat das zu bedeuten es sind doch nur tatsachen und nichts weiter sie sprach gleichsam mit verachtung und reichte ihm den tee den ein altes gebücktes hinduweib gebracht hatte eine stumme wirklichkeit fuhr sie fort wahrheiten die ganz überflüssig sind das widerliche gestammel von zu ewigen verderben verurteilten zudem kann ich diese jahrmarkts wundermacherei nicht leiden sie erregt nur abscheu und ekel in mir in den tieferen regionen der erdatmosphäre wimmelt es von solchen larven es ist eine große leichenkammer von menschlichen gespenstern die ehe sie in sphärischen staub zerfallen von ihrem früheren dasein auf erden träumen das sind nur emanationen von seelen spiegelexistenzen vampire die ringsum lauern um auf unsere kosten ihr elendes schatten dasein zu fristen das sind nur keime von verbrechen und gemeinheit die in den dunkelsten tiefen der erde erstanden ewig über ihr schweben und unfähig sind zu einem unsterblichen sonnigen dasein wie sich hunde in einer kalten nacht hungrig und obdachlos in geheizte stuben drängen so kreisen auch sie in den leuchtenden regionen schöpferischer und unsterblicher gebieterseel nur ein entsetzliches bild die wahre hölle flüsterte er voll mitleid erschaffen von ihrem gotte er machte eine unruhige bewegung und erhob die augen neugierig zu ihr ja die wahre und einzige hölle ewiges heulen und zähneklappern und er lebt von ihren tränen mästet sich mit ihrer qual er hat sich aus ihren leiden aus ihrem elend einen thron gebaut auf dem er ruht und nie satt werden kann an macht und ruhm wo nur immer jammer krankheit unglück verbrechen und ewige finsternis sind dort ist die quelle seiner macht dort ist er der gebieter der dunkelheit der furcht und des todes rief sie und ihre augen schleuderten blitze ihre gekrampften hände erhoben sich drohend und zenon von ihrer erregung hingerissen flüsterte unbewußt saluto satana o sie hatte die hände gefaltet ihren kopf geneigt und vertiefte sich in eine ekstatische betrachtung nur zuweilen bewegten sich ihre lippen ein lächeln umspielte ihren mund die brust hob ein unterdrückter seufzer und über ihr verzücktes gesicht huschte der abglanz betender glut da er nicht wagte sie zu unterbrechen blieb er ohne bewegung und starrte die krone ihrer metallenen haar an gleichsam wie eine lichtgloriole und seine bezauberte seele sang der anbetung stummes lied doch nach einiger zeit rief er da ihn ihre kataleptische unbeweglichkeit beunruhigte die alte inderin herbei und ging fort back schmiegte sich unterwürfig an ihn und begleitete ihn bis zur tür ende von teil 17 von der vampir teil 18 von der vampir von wladislaw raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain neuntes kapitel der abend war geradezu abscheulich es fiel ein feiner dichter regen der einen bis auf die haut durchnäßte so daß sinnen vor kälte zitterte die stickige luft raubte ihm beinahe den atem und bedeckte sein gesicht mit einer klebrigen widerlichen schicht es war schon ziemlich spät die fenster sahen aus wie faulende augenhöhlen alle läden waren geschlossen und nur die vom nebel verhüllten rauchgeschwärzten wassertriefenden häuser und die laternen warfen ihr gelblich schmutziges licht auf die aufgeweichten wege das wetter wurde immer schlimmer so daß nur selten jemand unter einem regenschirme gebückt in den beinahe ganz verödeten straßen vorüberglitt das unaufhörliche gedröhn der traufen und das rauschen des regens verursachten sinnen geradezu schmerzen edda hatte ihn in einer dringenden und wichtigen angelegenheit zu sich gebeten so ging er also oder schleppte sich vielmehr hin blieb aber oft an den straßenecken stehen und starrte voll furcht auf die öden plätze und die verlassenen straßen die unzähligen laternen leuchteten von allen seiten vom nebel verhüllt wie geheimnisvolle augen und hier und dort standen schutzleute in langen mänteln unbeweglich da wie schwarze säulen an denen wasserbäche herabflossen er hatte edda schon mehrere tage nicht mehr gesehen denn er hatte seit der seance das haus kaum noch verlassen er fühlte sich nicht wohl es hatte sich seiner eine unerklärliche unruhe bemächtigt gegenstandslose träumereien trägheit und eine so plötzliche willenlosigkeit dass er stundenlang im reading room saß und gedankenlos ins feuer starrte taub und unempfindlich gegen alles seit jenem tag hatte er auch daisy nicht mehr gesehen man hatte ihm gesagt sie fühle sich schwach und gehe nicht aus und er hatte sich damit zufrieden gegeben eine art lähmender apathie hatte ihn gleichgültig gegen alles gemacht und ihm das leben so verekelt dass sogar seine eigenen angelegenheiten nur langeweile und abscheu in ihm erregten so lehnte er sich denn auch trotzig gegen die notwendigkeit auf die ihn an diesem schrecklichen abend durch die verregnete verödete stadt zehrte er sann gerade darüber nach als ein wagen an ihm vorüber rollte und eine stimme ihn mit namen rief durch das herabgelassene fenster schaute daisy heraus wohin wollen sie fragte sie und machte ihm platz an ihrer seite er rief dem kutscher den namen des hotels zu und stieg schnell ein meine verwandten haben mich rufen lassen wegen einer angelegenheit die keinen aufschub duldet sind es die reizende kleine und jene schöne dame mit denen ich sie im green park gesehen habe ja aber was haben sie seit sonnabend getrieben ich war in einem zustand in dem man nicht einmal von sich selbst etwas weiß es ist eine schwäche die mich oft befällt und gegen die kein mittel hilft flüsterte sie traurig ja auch an mir haben in dieser zeit langeweile und apathie genagt ich ging nicht aus habe niemanden gesehen und auch nicht gearbeitet ich war ganz zerrüttet ich zitterte fortwährend vor unruhe und war jeden augenblick auf irgendein unglück gefaßt ähnliches müssen bäume empfinden ehe sie einen blitzstrahl trifft ein scheußlicher zustand und geht es ihnen jetzt besser sie preßte seine hand und schaute ihm so tief und so nah in die augen daß er unwillkürlich zurückwich nein nein verneinte er liebhaft vielleicht ist das klima schuld daran es regnet doch fortwährend es ist kalt neblig zum verzweifeln ja vielleicht ist die sonne erloschen und ich werde nie mehr helligkeit sehen nie mehr wärme empfinden nie mehr die sehnsucht nach der sonne ich werde aufs festland reisen ich muß denn länger kann ich diesen zustand nicht ertragen ich will weiß gott wohin fliehen er brach plötzlich ab er schämte sich seiner gereiztheit im süden ist's schon längst frühling was geht es uns an rief er mürrisch denn er hatte nicht empfunden wie einschmeichelnd und sehnsüchtig ihre stimme klang und schon sehe ich orangenhainen schon leuchtet das blaue meer er neigte sich plötzlich zu ihr ihre augen schauten in die ferne und hatten das leuchten jenes so heiß ersehnten meeres um ihre lippen spielte ein zartes träumerisches lächeln da verstand er alles ich warte ich warte warte flüsterte er immer leiser in seiner stimme zitterten freude hoffnung und glück denkst du noch daran ihre lippen bewegten sich leise es wehte ein süßer berauschender ton an sein ohr ich bin bereit und wäre es auch in diesem augenblick der wagen hielt vor dem hotel morgen rief sie ihm beim abschied mit einem lächeln zu das voll von verheißungen war lange lauschte er dem rollen des sich entfernenden wagens morgen wiederholte er er fühlte wie die apathie von seiner seele herabglitt gleich düsteren schleiern wie in seinem herzen die wundersame glut der kraft der verzückung zu glimmen begann er benutzte den fahrstuhl nicht sondern flog die treppen hinauf wie im freudensturm er blieb zuweilen an den biegungen stehen und rief triumphieren gleichsam der ganzen welt zu also morgen morgen edda die ihn begrüßte sah blass und elend aus die kleine wonder ist krank wonder diese unerwartete kunde machte ihn traurig sie fühlte sich am sonnabend gleich nach unserer rückkehr aus dem park schon nicht mehr wohl die ärzte können die krankheit noch nicht erkennen sie hat keinerlei schmerzen sie klagt nur daß wenn sie einschlafen wolle neben ihr jene rothaarige dame erscheine der wir damals begegnet sind und sie so furchtbar anschaue daß die kleine schreiend im bett aufspringt und fortlaufen will das sind fieberfantasien sagte er schnell gerade das ist merkwürdig daß ihre temperatur normal ist aber ich kenne die quelle ihrer krankheit flüsterte edda mit der kraft tiefster überzeugung voll scheuer ratlosigkeit schaute er in ihr bekümmertes gesicht sie hat sie verhext wer unwillkürlich sah er sich um dieser rothaarige vampir diese furchtbare unbekannte daisy er wich entsetzt zurück ein furchtbarer gedanke war ihm gekommen das ist unmöglich die furcht hindert dich klarzusehen das ist ja geradezu undenkbar sprach er hastig als wollte er den klang des namens ersticken den er so unbedacht ausgesprochen hatte ich bin davon aufs tiefste überzeugt ich weiß nur nicht warum und wofür doch verflucht sei jene böse nichtswürdige gewalt sie sei verflucht sagte edda drohend ihre augen schossen blitzer eines gewaltigen hasses ich werde mein kind verteidigen auch wenn ich selbst dabei zum opfer fallen sollte was hat das kind jemandem zuleide getan das quält mich so daß ich nicht einen augenblick ruhe habe ja und dann habe ich auch dich schon so lange nicht mehr gesehen klagte sie in ihren augen standen tränen ich war ebenfalls krank heute bin ich zum ersten mal seit sonnabend ausgegangen es ist wahr du siehst blass und elend aus das wird so einen geheimen zusammenhang mit wonders krankheit haben lache nicht über meine vermutungen die furcht ist oft hellseherisch vielleicht hat sie auch dich verhext ein eisiger schauer schüttelte ihn in seinem hirn formten sich immer merkwürdigere assoziationen komm auch betsy ist hier sie kommt jeden tag um man ohne das bett zu wachen ein goldiges herziges mädchen er schwieg mit der dumpfen unruhe ringt die ihre vermutungen in ihm erweckt hatten hast du sehr gelitten sie sah ihn unsagbar zärtlich an es hatte sich meiner eine bittere lähmende apathie benmächtigt ich wand mich einige tage hindurch in ohnmächtiger qual ich hatte nicht einmal so viel kraft um zu dir zu flüchten warum kann ich nicht immer bei dir sein ich dachte daran ich weiß du würdest mich schützen vor den qualen die ich mir selbst bereite nur du allein sagte er erregt doch sofort unterdrückte er das bekenntnis das auf seinen lippen schwebte denn es tauchte das drohende gesicht daisys vor ihm auf was quält dich du weißt doch ich bin für dich zu allem bereit ich werde es dir einmal sagen ich werde es dir sagen ich werde zu dir flüchten und du wirst mich beschützen mich von meinen sünden freisprechen ich muß mich jetzt endgültig entscheiden du erschreckst mich seine düsteren augen beunruhigten sie edda wir warten erscholl heinrichs stimme aus dem anderen zimmer sie gingen in den salon heinrich saß vor dem kamin und betsy kam ihnen entgegen die kleine ronda verlangt nach ihnen sie begrüßte ihn kühl und zurückhaltend das kind lag im bett wie eine welkende blume und streckte die kleinen abgemagerten händchen nach ihm aus mamachen wartet papachen wartet miß betsy wartet und wir alle warten und du onkelchen kommst nicht flüsterte es vorwurfsvoll die süße klagende stimme und das blasse gesichtchen rührten ihn so daß er nur mit mühe die tränen unterdrückte er streichelte ihr zerzaustes helles haar und begann heiter zu erzählen warum er nicht gekommen wäre sie hörte es ernst an und sagte sehr entschlossen nun gut onkelchen aber jetzt musst du schon für immer bei uns bleiben mamachen hat gesagt daß wir wenn ich wieder gesund bin heim fahren und du onkelchen mit uns ja ja ich werde mit euch fahren bestätigte er durch ihr geplauder gerührt ja und dann aber gleich nach hause aber ich muß dir etwas sagen du darfst es nicht weiter sagen niemanden nicht wahr kein wort er versprach es feierlich sie umhalzte ihn und flüsterte ernst wenn du nicht kommst onkelchen dann weint mama ich hab es schon oft gesehen sie sank auf das kissen zurück nahm seine hand und sprach ganz ernst mama ist ganz allein papa ist immer krank und ich kann doch auch nicht helfen die mama hat's sehr schwer verstehst du onkelchen fügte sie hinzu wie teuer wurde ihm in diesem augenblick das goldene köpfchen und diese blauen klugen augen die vaterliebe war plötzlich in ihm erwacht auf seine lippen drängten sich worte einer wundersamen zärtlichkeit der liebe und der herzlichsten besorgtheit um sie er legte seinen arm um sie und küßte sie mit tiefster zärtlichkeit und das mädchen dem dies alles unerwartet kam streichelte sein gesicht und flüsterte bezaubert und glücklich onkelchen du bist so gut so lieb so furchtbar mein wie papa wie papa wiederholte er gleich einem echo und ließ sich auf einen stuhl nieder wirklich onkelchen wirklich flüsterte sie ohne seine hand loszulassen er hörte dies freudig an doch gleichzeitig begann der düstere gedanke ihn zu quälen daß er nie das recht haben werde sie sein eigenes kind zu nennen sie dämpfte ihre stimme und begann geheimnisvoll weißt du onkelchen der schwips kommt jede nacht zu mir er sah sie fragend an er wußte nicht wen sie meinte es ist mein spitz mama sagt ich träume das nur aber onkelchen er kommt wirklich er springt aufs bett und schlägt meine hände daß ich ihn streicheln muß dann rollt er sich zusammen wie ein weißes knäuel und schläft ein und manchmal spielt er mit mir er nimmt mir die schuhe fort springt über stühle versteckt sich und macht männchen nur das kommt mir sonderbar vor daß er niemals bellt oder winzelt na und dann weiß ich auch nicht wo er sich am tage versteckt ich hab ihn überall gesucht vielleicht läßt mama ihn absichtlich verstecken heute nacht wie die rothaarige gekommen ist hab ich ihn auf sie gehetzt ich hab es der mama nicht gesagt denn ich weiß man soll nie mit hunden hetzen aber ich fürchte mich so schrecklich vor ihr daß ich es nicht mehr ertragen konnte ich zeigte sie schwipps mit den augen und sagte ganz leise faß zu er sprang auf sie zu und jagte sie so im zimmer umher jagte und biß sie so daß sie mir drohte und fortlief vielleicht kommt sie nicht mehr stotterte er entsetzt über diese erzählung denn die kleine schien völlig bei bewusstsein zu sein ich werde ihn jetzt immer auf sie hetzen wenn sie so schlecht ist rief sie böse denn siehst du onkelchen sie kommt setzt sich hierhin wo du jetzt sitzt und zieht mich so furchtbar an und wenn ich auch die augen zumache und den kopf in den kissen verstecke so sehe ich doch immer wie sie mich anschaut da wird mir so angst und es geht etwas so schreckliches mit mir vor daß ich es dir gar nicht erzähle kann ich kann mich dann weder rühren noch mama rufen gar nichts und warum erschreckt sie mich so jammerte sie sich an ihn schmiegend als fürchte sie sich fürchte dich nicht sie wird nicht mehr kommen du mußt nicht mehr daran denken edda kam herein und bat zenon zum tee mama onkelchen wird jetzt jeden tag kommen als er sie zum abschied küßte flüsterte sie ihm ins ohr denn sonst würde ich dich nicht liebhaben onkelchen er ging hinaus mit sorgen im herzen und ließ seine leeren augen lange umherschweifen miß betsey ist nach hause gegangen sie wollte sie nicht stören mit abschied nehmen und dann hatte sie es sehr eilig denn mr bartlett hat heute wieder einen anfall gehabt und joe ist irgendwohin verreist er hatte es nicht einmal bemerkt dass sie nicht mehr da war er war ganz in gedanken über den zustand des kindes versunken es herrschte eine peinigende stimmung alle augen waren unruhig edda schaute jeden augenblick bei der kleinen nach und heinrich vergrämt und geschwächt seufzte nur seine erschrockenen augen glitten von einem zum anderen wonder hat mir alles erzählt sogar das von ihrem spitz ich kann nicht klug daraus werden sie ist bei bewusstsein klar sich ihres zustandes völlig bewusst und erzählt mit tiefsten glauben unmögliche dinge ja vielleicht ist es eine art autosuggestion ich verstehe nichts davon mir ist es ganz klar ich sagte es ihnen ja ja aber die rothaarige unbekannte und ihre bösen verhexenden augen sind keine tatsachen sondern nur vermutungen von ihnen es kann sein und doch lastet etwas geheimnisvolles auf uns ich fühle ihren bösen einfluß aber von wo naht das unglück wen stört unser stilles dasein das quält mich furchtbar wenn es so ist wie sie denken dann muß es unenträtselt bleiben vor allem muß man diese böse nichtswürdige gewalt überwinden ich werde morgen einen arzt mitbringen der sich mit hypnotismus beschäftigt für wonder wäre es das beste wenn wir nach hause zurückkehrten bemerkte heinrich schüchtern auch ich fühle mich hier bedeutend schlechter london bekommt uns nicht gut der arzt riet zu einer reise nach dem süden mir schrieb gestern eine bekannte aus sorrent daß es dort schon frühling und warm sei wie denken sie darüber zenon wiederholte völlig unwillkürlich die worte daisys die er erst vorhin gehört hatte und schon sehe ich orangenhaine schon leuchtet das blaue meer edda wunderte sich über den fremden sehnsüchtigen tonfall seiner stimme es fiel mir ein altes gedicht ein sagte er schnell da er ihre mißtrauischen augen sah er nahm einen anderen ton an und begann sie heiß zu einer reise nach dem süden zu überreden aber auch sie fahren mit so drängte sie ihn an die wand er versprach es ohne zögern denn in diesem augenblicke wünschte er es mit aller kraft betsy sagte heute sie verzichteten völlig auf eine reise nach dem festland sie erklärte diesen plötzlichen umschlag mit der krankheit des vaters aber es muß etwas vorgekommen sein bei ihnen sie ist jeden tag trauriger sie tut mir sehr leid sie hat ein schweres leben die tanten sind kaum zu ertragen sie grämt sich jetzt über den zustand ihres bruders aus dem was sie andeutet entnehme ich daß sie befürchtet er könnte den verstand verlieren ist das möglich sie kennen ihn doch gut es ist schwer etwas vorauszusehen aber er befasst sich mit dingen die oft genug zum wahnsinn führen betsy erwähnte dass auch sie an spiritistischen sitzungen teilnehmen mich interessiert diese form von wahnideen ich war bei einigen sitzungen und habe so außergewöhnliche erscheinungen gesehen dass mein verstand und mein wissen damit nicht in einklang zu bringen sind aber trotzdem sind es tatsachen und wahrheit ich untersuche es übrigens nicht näher und sammle diese fantastischen erscheinungen nur als material das mir einmal sehr zustatten kommen kann ich würde mich vor diesen seancen und den wundern fürchten die dort geschehen ich bin überzeugt dass sich in den tiefen dieser unsauberen sachen der satan verbirgt und die menschliche seele mit wunderdingen versucht und sie mit dem versprechen sie würde die schwelle des unerforschten übertreten hypnotisiert und in den abgrund hinabzieht was wollen sie damit sagen und wäre es auch nur ein wahn ich fürchte diese dunklen gewalten vielleicht ist die hölle kein produkt von aberglauben und furcht mir ist es als ob jenseits unseres bewusstseins sich ein furchtbarer abgrund öffne indem es von entsetzlichen ungeheuern wimmelt von geheimnisvollen daseinsformen und unfassbaren fratzen und wer einmal von neugier verleitet in diese tiefen hinunterschaut der muß verloren sein ich glaube tief an gott ich liebe die sonne und den hellen tag ich liebe das leben und habe große furcht vor allem was nicht von dieser welt ist und sie haben recht bestätigte er er wünschte keine weiteren erörterungen über diesen gegenstand meine lieben aber es ist schon sehr spät bemerkte heinrich zwei uhr verzeihen sie ich gehe sofort also werden wir sie nicht mehr vergeblich erwarten sicher nicht und den arzt bringe ich morgen nachmittag mit rief sinnen schon auf der schwelle er blieb vor dem hotel stehen und schaute sich in der leeren verregneten straße um als ein wagen vorbei fuhr und die scheibe geräuschvoll heruntergelassen wurde bitte schnell es ist kalt die stimme kam ihm sehr bekannt vor sie hier rief er plötzlich als er die silhouette daisys erkannte ich habe auf sie gewartet auf mich auf mich er konnte es nicht glauben und sein erstaunen wurde plötzlich zur furcht er wich wie vor einer halluzination zurück aber eine weiße hand zog ihn ins innere des wagens die tür schlug zu und der wagen rollte so leise fort als flöge er durch die luft miss daisy fragte er nachdem er sich von seinem staunen etwas erholt hatte das morgen ist bereits der heutige tag hörte er ihre leise stimme und sie haben auf mich gewartet sie war so sorgfältig in einen pelz gehüllt daß er nur hin und wieder wenn sie an laternen vorbeifuhren ihre brennenden großen augen sah also heute seine eigene stimme kam ihm sonderbar fremd vor er neigte sich zu ihr hinunter sie strömte eine solche glut aus daß er zusammen zuckte und kühn nach ihren händen suchte er rückte immer näher heran er versuchte sogar sie zu umfangen doch es wollte ihm nicht gelingen es war als trenne sie fortwährend ein unermesslicher abgrund doch vielleicht träumte er nur daß er dies tue er sagte etwas hatte er nach etwas gefragt und was sagte sie es zuckten blitze es dröhnte der donner als spräche gott selbst was für ein geheimnis kettete sie für immer aneinander nein nie würde er sich dessen erinnern niemals hatte sich denn der himmel plötzlich geöffnet daß eine so freudige stille sein herz umfangen hielt alle fetzen des daseins waren von ihnen herabgeglitten und der strudel der sonne riss ihre seelen fort auf die fade der ewigkeit waren es ihre lippen von denen er diesen wahn getrunken hatte waren es ihre nackten arme die ihn mit flammenden fesseln umgürteten es war als wiege ihn der tod in den sehnsüchtigen armen des vergessens zu sein und doch die fesseln des daseins nicht zu spüren zu fühlen ohne zu wissen dass man ist immer wieder in die tiefen zu versinken und und der welt der glückseligkeit emporgetragen wieder aufzutauchen noch ein kuss noch ein händedruck noch ein blick die wonne trinken mit dem ganzen sein zum glücke selbst werden die stumme hymne der siegreichen freude singen westmächtiger du könig der furcht und des todes ist dies die liebe es ist der hochzeitliche ausbruch von sonnen die in sich versinken im geheimnisvollen augenblick ihrer vereinigung das werden von sternen in der unendlichkeit daisy daisy es gibt nichts mehr als das einzig vollkommene glück sie ich und du rächer o allerheiligste dreifaltigkeit o unsterbliche einheit die von liebesglut geblendeten blicke säen flammen und aus ihnen entstehen die milchstraßen der staub des weltalls aus ihnen unendliche ketten von welten aus den augen baphomets wird die seele geboren und flieht wie ein blitzstrahl durch zeiten dahin meinst wieder in ihm zu versinken sie ist aus ihm entstanden und wird er ihr kreislauf ist geheimnisvoll und sie kehrt zurück zur ewigen quelle o daisy o daisy wir hatten uns gesucht mit den ersten tagen der schöpfung wir sehnten uns zueinander schon einst am anfang noch da wir in ihm waren ist es nur ein traum dann möge er wären mögen wir träumen ewig ewig stürme von erinnerungen rasen durch das hirn es erkennt es versteht und die seele wird von verachtung erfüllt das war ich dieser widerliche menschenfetzen das war ich daisy daisy er schloß schnell die augen das morgenlicht berührte ihn unangenehm der gedanke erhebt sich wie aus einem tiefen abgrund er arbeitet schwer sucht in der finsternis windet sich in qualen zerschlägt sich an den nebelwänden der einbildungen dringt hindurch und steht da in scheuer trauriger helligkeit das herz beginnt wieder sich zu ängstigen und das bewußtsein erhebt seine hoffnungslos traurigen augen und fragt was war das eigentlich der klang seiner eigenen stimme brachte ihn zur besinnung und wieder öffnete er die augen ein grauer nebliger morgen überflutete das zimmer und die straßen rauschen die alte melodie des alltags ein tag wie gestern regen kälte und langeweile und das andere in seinem gedächtnis huschten neblige zerrissene fetzen vorüber doch sie wurden immer blässer immer ungreifbarer er sprang aus dem bett und bemühte sich nur noch sich daran zu erinnern wann und wie er nach hause gekommen wäre ich fuhr mit daisy so suchte er seinen gedanken zu sammeln doch was dann was ging später mit ihm vor eine undurchdringliche mauer von nebelhaften ungreifbaren erinnerungen hatte sich in seinem hirn aufgebaut er erinnerte sich seines gesprächs mit edda der erzählung der kleinen ronda an alles bis zu dem augenblicke wo er in den wagen gestiegen war weiter war alles dunkel nacht und unruhe mit furcht vermischt der diener kam herein und brachte mit dem tee eine nota der firma thomas cook in der die stunde der abfahrt des zuges nach dover der name des schiffes und die nummer der kabine angegeben waren ist miss daisy zu hause fragte er nachdem er das gleichgewicht wieder erlangt hatte soeben sind mrs balavatska und mr smith zu ihr gekommen und ist mr joe noch nicht ausgegangen oh mr joe ist sehr krank miss tracy sagte er sie können gehen rief sinnen heftig denn er hatte den blick des dieners bemerkt der mit einem vielsagenden lächeln auf einen schal gerichtet war welcher auf dem sofa lag es war ein indischer schal schillernd in allen möglichen farben von veilchenduft durchdrängt und daneben lagen weiße ein wenig zerknüllte handschuhe daisy ja er gehört ihr voll wonne sog sinnen den wunderbaren duft ein irgendeine verwechslung er wickelte ihn in papier und schickte ihn mit einigen erklärenden worten durch das zimmermädchen hinüber er telefonierte noch wegen der kleinen ronda einen bekannten arzt und hypnotiseur an und wollte eben fortgehen als seine augen wieder auf die nota von cook fielen abfahrt des zuges erfolgt um zehn uhr dover er las langsam als wollte er es seinem widerspenstigen gedächtnis einprägen doch er konnte es zunächst nicht verstehen wohin und warum er eigentlich fahren solle er warf das papier unwillig hin und ging fort ende von teil 18 von der vampir teil 19 von der vampir von wladislaw raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain im flur vertrat ihm das zimmermädchen mit einem briefe von daisy den weg ist die dame schon ausgegangen sie fühlt sich nicht wohl und geht seit einigen tagen überhaupt nicht mehr aus er lächelte nachsichtig über diese lüge daisy lud ihn zum tee ein und dankte ihm in einer nachschrift für die rückgabe des schals um fünf uhr daisy um sieben mit dem arzte bei der kleinen ronda und um zehn uhr geht der zug ging es ihm plötzlich durch den kopf und er ging zu joe ein sonderbarer name für ein schiff dachte er plötzlich der malaie öffnete ihm und verschwand sofort wieder die wohnung war beinahe finster die vorhänge waren heruntergelassen und in der grauen düsteren dämmerung irrte joe wie ein gespenst umher er ging mühselig und gebückt blieb zuweilen stehen und starrte angestrengt auf einen punkt flüsterte etwas unverständliches und wanderte wieder von zimmer zu zimmer joe joe doch es war als höre er ihn gar nicht er unterbrach seine wanderung nicht einen augenblick zenon preßte ihm heftig die hand und schrie ihm ins ohr joe so erwache doch um gottes willen joe kam nahe an ihn heran und fragte wie automatisch sage mir wo bin ich denn eigentlich und er bohrte seine augen in sein gesicht zenon wich vor diesem wahnsinnigen blick zurück wo bin ich wiederholte joe leiser und ängstlicher hier bei mir wir stehen nebeneinander fühlst du denn meine hand nicht ja aber stehen wir mitten im zimmer oder dort gegenüber an der wand mitten im zimmer und an der wand siehst du nichts ich gebe dir mein wort im zimmer ist außer uns zwei niemand mehr sonderbar jetzt ist's leer und vor einem augenblick und du weißt daß du mit mir sprichst zenon schlug schnell die vorhänge zurück ein breiter lichtstreifen fiel ins zimmer wandte den kopf vor der helligkeit ab doch noch eine weile fing er an sich mißtrauisch umzusehen als hätte er etwas furchtbares erblickt er krümmte sich er erkaltete für einen augenblick seine äpfel wichen in den schädel zurück und funkelten unheil verkündend wie im wahnsinn joe inniges mitleid bebte in zenons stimme das bist du zenon ich weiß sprach joe als erwache er aus einer lethargie was ist dir du bist krank und nur wir beide sind hier er erhob die irren augen zu zenon ich will alle fenster öffnen dann kannst du dich selbst davon überzeugen nach einer weile war die ganze wohnung hell und mit einer kühlen feuchten luft erfüllt die dachtraufen trommelten und der regen flüsterte eintönig joe hüllte sich in einen plaid schaute durchs fenster streckte sogar seinen kopf in den regen hinaus und setzte sich dann ein wenig beruhigt neben zenon welcher sagte du bist furchtbar nervös es ist schon möglich ich bin einige tage nicht ausgegangen und die zentralheizungsluft bekommt mir niemals gut man nahm an du wärest krank ich war sehr beschäftigt und zu hause ist man deinetwegen in unruhe bemerkte zenon vorsichtig wer fragte joe kurz und scharf der vater betsy die tanten und schließlich auch deine freunde während dieser aufzählung hatte joe sich erhoben sein gesicht verfinsterte sich und schließlich sagte er verbittert ich erinnere mich an niemand und kenne niemand ich sprach von deinen angehörigen fügte zenon hinzu in der meinung joe hätte ihn falsch verstanden ich besitze keine angehörigen ich bin diesen vampir los geworden ich habe alle bande zerrissen nichts mehr fesselt mich an das leben in diesen tagen verlasse ich europa für immer ich bin frei ich brauche keine heimat weder familie noch freunde ich werde meinen leib in dem heiligen wasser des ganges waschen und meine seele in betrachtungen versenken dort wird mich das geblück der menschenherde nicht mehr erreichen ich habe hier so furchtbar gelitten ich habe den gemeinen lebensinstinkt überwunden ich werde auch das leben selbst überwinden ich habe für eure sünden gelitten habe gebetet habe mich kasteit doch jetzt weiß ich daß euch nichts mehr erlösen wird ihr seid verdammt ihr gottesmörder ihr anbeter des bösen verflucht seid ihr verflucht verflucht schrie er in der wahnsinnigen ekstase des schmerzes des grauens und des hasses du bist gekommen mir angst zu machen wendete er sich an zenon bist gekommen mich zu versuchen fort du abgesandtes luzifer fort von mir rief er und ging auf ihn zu seine augen schleuderten blitze so daß zenon über seinen zustand verzweifelt unbewußt zurückwich er wußte nicht was er beginnen sollte doch plötzlich blieb joe stehen tödliche blässe überzog sein gesicht erschienen wie versteinert zenon stürzte auf ihn zu doch trotz übermenschlicher kraftanstrengung gelang es ihm nicht ihn von der stelle zu rühren er war ganz erstarrt gleichsam mit dem boden verwachsen er stand gebeugt wie ein gefällter baum taub und stumm gegen alles die glühenden augen fingen an langsam zu erlöschen sie leuchteten nur noch leblos wie moderholz sein gesicht nahm den ausdruck einer unaussprechlichen ekstatischen glückseligkeit an man darf ihn nicht unterbrechen sagte der malaie den zenon gerufen hatte und schloß schnell die fenster und zog die schweren vorhänge zu zenon war so entsetzt daß er seine worte nicht verstand er wird von selbst zu sich kommen vielleicht erst in einigen stunden vielleicht erst morgen er spricht jetzt mit den göttern und würde man ihn stören dann könnte er einen mit seinem blicke töten manchmal schwebt er in der luft und dann hört man musik und gesang flüsterte er fromm stellte ein räucherbecken vor joe hin und zündete es an eine weißliche rauchsäule erhob sich und erfüllte das zimmer langsam mit duftenden wolken der malaie führte zenon in das gelbe zimmer hinaus und sagte auf die herumliegenden gegenstände und die geöffneten koffer deutend der herr befahl mir ich solle seinem vater alle sachen und alles geld zurückschicken also verreist ihr sagte zenon endlich da er ein wenig sein gleichgewicht wieder erlangt hatte wir haben schon zwischendeckplätze nach bombay gekauft und von dort wird uns buddha auf den großen weg führen wohin fahrt ihr wohin zenon konnte noch nicht klug daraus werden konnte es nicht glauben ich bin nur sein schatten ich gehe wohin er geht sprach der malaie so ernst daß zenon seinen worten glauben mußte und seine unruhe wurde um so größer man muß ihn retten beschloß er und läutete energisch nach dem diener er schickte ein langes telegramm nach bartlett court und ließ mr smith der zum glück noch zu hause war heraufbitten und der kam sofort er hörte zenons erzählung mit innigster teilnahme an konnte aber seinen sektierertriumph nicht unterdrücken er hat uns verlassen und das sind jetzt die traurigen folgen an ihren früchten sollt ihr sie erkennen da sehen sie wohin diese teufelin ihre anbeter führt wen meinen sie damit miß daisy ich war mit der blavatska bei ihr sie hat sich offen dazu bekannt daß sie ihm dient er schlenkerte abergläubisch mit den fingern viel wichtiger ist für mich der zustand des kranken sagte zenon gequält ich möchte ihn gern sehen vielleicht ist er schon aufgewacht sie gingen zu ihm er stand auf dem alten platze unbeweglich in dem opferrauche kaum sicht war ganz von einem leuchtenden tau bedeckt mr smith zitterte vor angst und erlöse uns von dem übel flüsterte er während er sich eiligst in das gelbe zimmer zurückzog er befindet sich in völliger katalepsie man muß warten bis er von selbst erwacht ich glaube man darf ihn nicht allein lassen ich erwarte gerade seine angehörigen aber vielleicht sollte man ihn ins krankenhaus schaffen dies ist etwas schlimmeres als krankheit zenon sank auf einen stuhl immer schmerzlichere ahnungen peinigten ihn mr smith spazierte in gedanken versunken im zimmer umher doch seine augen flogen abschätzend von einem gegenstand zum andern seine trockenen knöchernen finger glitten voll wohlbehagen über die seidenen bezüge und berührten die bronzen an allen wegen des lebens lauert der wahnsinn sprach zenon halblaut als antwortete er seinen eigenen gedanken aber auf dem weg den joe gegangen ist erfasst er jeden ich bin ihn schon einmal gegangen nur ein wunder hat mich vor dem abgrund gerettet also sind sie aus der bruderschaft ausgetreten ich sprach von den wegen die joe gegangen ist das sind die wege der verleugnung und teuflischer überhebung die wege der empörer wir gehen diametral auseinander wir glauben an gott er verleugnet ihn wir lieben die menschheit und arbeiten an ihrer erlösung sie empfinden nur haß und abscheu gegen die menschen sie verfluchen das leben und wünschen seine vernichtung ihr erhabenes ich stellt sie der ganzen welt gegenüber ich muß vor allen dingen noch betonen daß der spiritismus ein glaube ist der sich auf dem wissen von der unsterblichkeit jeglichen geschöpfes aufbaut die welt ist gottes traum von sich selbst dozierte smith begeistert und setzte die verworrenen theorien der sieben sphären der sieben erkennungskreise und die ganze geheimwissenschaft der theosophie auseinander zenon schwieg von allerhand sorgen geplagt aber kehren wir zu joe zurück so wechselte der andere plötzlich das thema als er das gelangweilte gesicht zenons sah ich behaupte daß miß daisy ihn zugrunde gerichtet hat schließlich werden sie noch beweisen wollen sie wäre eine reinkarnation des baphomet ich habe das von anfang an behauptet mr smith schlenkerte wieder mit den fingern setzte sich nahe an zenon heran und flüsterte ihn wieder ins ohr sie nimmt doch jede gestalt an die sie will sie denken buck wäre nur ein panther oder sie spaltet sich in zwei gestalten ich habe mit eigenen augen gesehen wie sie auf die seance zu joe gekommen ist ich habe mit ihr gesprochen und als ich früher fortgegangen sah ich sie mit mrs tracy zusammensitzen mit der sie während der ganzen dauer der seance zusammen gewesen war bestätigt das denn meine behauptung nicht derartige tatsachen könnte ich viele anführen zum beispiel in den letzten tagen hieß es sie wäre krank und wir wissen ganz sicher dass sie ihre wohnung nicht verlassen hat gleichzeitig hat man sie aber in verschiedenen gegenden der stadt gesehen ich sage ihnen da etwas absolut sicheres eine erwiesene tatsache sinens augen klammerten sich plötzlich an ihm fest er hörte aufmerksam zu sie ist ein vampir erklärte mr smith mit geheimnisvoll feierlicher miene denn sie nimmt jede beliebige gestalt an um ungehindert seelen rauben zu können ja vielleicht existiert sie als mensch überhaupt nicht vielleicht ist sie nur eine augenblickliche fleischwerdung seines willens ja mein herr sie ist vielleicht nur sein schatten der unsterbliche schatten des bösen und der sünde einsam in der unendlichkeit hinabgestoßen auf den grund ewiger finsternis ungebeugt voll haß gegen das höchste licht schreckte er seine geier krallen aus nach der macht über die welt und schad verirrte auf rührerische seelen um sich um einst an der spitze dieser verdammten noch einen den letzten kampf mit gott zu kämpfen ich glaube wenn diese zeit gekommen ist wird die ganze welt in ihren grundfesten erzittern die sterne werden erlöschen sonnen und planeten in staub zerfallen und ein unerbitterlicher kampf wird von ende zu ende toben aber auch daran glaube ich daß satan und seine überhebung zu staub zermalmt werden gott wird eine neue welt aus dem chaos schaffen die erde wird zu einem neuen hochzeitlichen jerusalem werden und die von der sünde erlöste menschheit wird singen reine unsterbliche geister werden das weltall füllen und der ganze himmel wird wiederhallen von dem glückseligen jubel des vereintseins in gott ja daran glaube ich so heiß wie ich genau weiß daß daisy seine abgesandte ist und ich bin sicher daß hier jemand sterben jemand wahnsinnig werden jemand sich verlieren wird auf ewigkeit durch sie und für ihn sinnen schien die warnung nicht zu verstehen er war völlig unter dem einfluss dessen was er von dem doppeldasein daisys gehört hatte ihn langweilten die spiritistischen theorien des mr smith aber diese unerwartete bestätigung seiner vermutungen die er sogar tief vor sich selbst verborgen hatte erschütterte ihn heftig und man hat sie gleichzeitig an verschiedenen orten gesehen er wünschte es noch einmal zu hören ja mit aller sicherheit mr smith begann peinlich neue tatsachen anzuführen sinnen hörte nicht mehr zu er war ganz in erinnerungen versunken die plötzlich vor ihm auftauchten er erinnerte sich in diesem augenblick an jede analoge tatsache an jene seine erste erschütternde verblüffung als er daisy bei des simons zurückgelassen und ihr dann begegnete wie sie ihm im flur entgegen kam und jene ergeißelungsszene diese vielen unfaßbaren dinge und vor allem die gestrige begegnung er hatte sie doch zweimal gesehen mit ihr gesprochen neben ihr gesessen sie neben sich gefühlt und sie hatte in derselben zeit in ihrer wohnung sein können was soll das bedeuten wie lässt sich das vereinbaren ist das möglich er wich jedoch ängstlich von einer endgültigen feststellung zurück die zu einer unzerreißbaren kette tiefster überzeugung zu werden drohte er zündete eine zigarette an sah nach show wechselte einige worte mit smith gab sich mühe ruhig nachzudenken und vertiefte sich wieder in seine erinnerungen wie er mit daisy bekannt geworden war was er über sie gehört hatte was er mit ihr gesprochen was er selbst durch sie erlebt hatte sogar das was kaum durch sein gehirn geglitten war tauchte jetzt vor ihm auf als erlebe er es langsam zum zweiten male eine art hellseerischer kraft kam über ihn so daß er sich beinahe eines jeden augenblickes mit unerbitterlicher genauigkeit erinnerte er sah dies alles gleichsam wie auf einem unendlichen filmstreifen ich sehe es erinnere mich daran und verstehe doch nichts davon dachte er ich sehe doch nur tatsachen die oberflächen von zufälligen gestaltungen die blendenden trugbilder von etwas unbekanntem aber was liegt da auf dem grunde wer ist eigentlich daisy welche rolle spiele ich in alledem er zerrte an den unzerreißbaren maschen des geheimnisses die ihn gefesselt in die tiefen der qual vergeblicher fragen hinabzogen wissen sie wendete er sich nach einiger zeit an mr smith ich würde mich jetzt nicht einmal wundern wenn plötzlich diese bäume hinter den fenstern zu sprechen anfangen würden oder jene mittelalterlichen ritter aus den bildern herabsteigen und sich zu uns setzen würden mr smith entgegnete mit der salbungsvollen stimme eines predigers alles liegt in den grenzen der möglichkeit denn jede wirklichkeit hat ihren anfang in uns der gedanke ist auch eine gestaltung die jenseits von uns weiterlebt wir sind ein traum gottes die welt aber ist unser traum es gibt keinen dualismus es gibt nur eine vollkommene einheit die ewig zwischen den beiden polen tod leben oder ich weiß ich bin pendelt es gibt in der natur keine es ist möglich daß dies alles wahr ist unterbrach ihn sinnen ungeduldig es hatte sich seiner plötzlich das heftige verlangen bemächtigt vor dem allen zu fliehen er wartete die ankunft betzies nicht mehr ab sondern eilte auf die straße und war froh in dem gedränge untertauchen zu können also ich bin noch da er stellte sein dasein körperlich fest während er sich durch die menge hindurchdringte ich kann doch nicht mehr länger so leben ich kann nicht ich will nicht wahnsinnig werden schrie in ihm plötzlich der selbsterhaltungstrieb auf ich werde mit edda in die heimat zurückkehren und alles vergessen träumte er und ließ sich von der menge tragen wohin sie wollte und er fühlte sich immer ruhiger es wich langsam alle furcht von ihm und die erinnerung an jene schrecklichen dinge doch gleichzeitig bemerkte er an den menschen eine unverständliche verhinderung die ihn beunruhigte die gesichter schienen ihm nur masken zu sein durch die fremde rätselhafte gesichter hindurch schimmerten und sie hatten so leuchtende strahlende blicke daß sich über ihren köpfen unaufhörlich lichtscheine woben und alle bewegten sich anders sie flossen gleichsam über der erde hin das geräusch der stadt aber wurde zu einer wogenden unendlichen melodie jede stimme tönte einzeln heraus und zusammen bildeten sie einen chor von himmlischen klängen sogar die mauern nahmen azurfarbe an und reckten sich hoch zum himmel alles worauf er blickte hatte denselben rätselhaften ausdruck überall verbarg sich ein anderes leben ein fremdes nicht enträtselbares und überall lugte das beunruhigende geheimnis hervor er wunderte sich über nichts mehr er dachte nur ängstlich und vielleicht ist es auch so wie es mir vorkommt als er durch den park ging rauschten die bäume er blieb stehen was reden sie ein brüderlicher blick umfing die wirren zweige der park wogte und rauschte das stille geheimnisvolle lied der abendämmerung was was fragte er gerührt denn es war ihm als kämen diese schwarzen riesen auf ihn zu und reichten ihm ihre knorringen äste nie nie werden wir uns verständigen können seufzte er klagend ein vogelschwarm zog seine kreise immer tiefer über dem park so daß er den flügelschlag im gesicht spürte und die geöffneten schnäbel und die funkelnden augen sehen konnte sie ließen sich neben ihm nieder und einige setzten sich auf seine arme und krächsten lange und unerschrocken er lauschte diesen stimmen streichelte die schwarzen glänzenden federn und flüsterte traurig wieder diese scheidewand wir werden uns fremd bleiben für immer sie erhoben sich plötzlich schlugen mit den flügeln und flogen im mächtigen flug hoch in die lüfte über die stadt immer höher und er verfolgte sie mit sehnsüchtigen augen bis sie im grauen nebel verschwanden eine turmuhr versetzte ihn mit ihrem langsamen festen ton wieder in die wirklichkeit zurück fünf uhr er erinnerte sich sofort an die einladung daisys aber er ging langsam und während er den letzten rest von träumerei von sich abschüttelte bemerkte er mit bitterkeit daß alles wieder den gewohnten ausdruck hatte zerflossen war der bläuliche nebel ringsherum brauste das leben schäumte es und spritzte mit schmutzigen wellen hoch er schüttelte sich voll ekel vielleicht ist's auch so wie's mir jetzt vorkommt sann er und starrte auf die vergrämten gesichter die des elends last zur erde beugte und überall sah er nur von leidenschaften durchfurchte gesichter unruhige wilde blicke schmerzverzerrte lippen und in allen den ausdruck grausamer unbarmherzigkeit der habgier und der selbstsucht und dieser gewaltige verkehr diese tausende und abertausende die im kreise jagten wie vom wahnsinn gepeitscht dieser wilde kampf aller gegen alle diese unzähligen horden die ewig beute witterten elend laster und verbrechen wie ungeheuerlich kam ihm dies plötzlich in seiner sinn und ziellosigkeit vor und alles dies war einander würdig dies unsagbare elend und diese unermeßlichen reichtümer sogar diese schmutzigen häuser die aussahen wie verfaulte särge in denen es von menschlichem gewürm wimmelte sogar jener schwer herabhängende himmel wie von kot und eiter durchdrängt gemein und verflucht ist solch ein leben solch ein geschick flieh so schnell und so weit wie nur möglich drängte ihn ein froher befreiender gedanke er fühlte sich wieder stark rücksichtslos und auf alles gefasst er kehrte schnell heim und erfuhr gleich beim eintreten von oben hätten damen nach ihm geschickt er ging ziemlich ungern hin denn er sah neue peinliche verwicklungen voraus joe war noch nicht erwacht aber der malaie flüsterte er ist schon ganz kalt so ist er immer vor dem erwachen auch die ausstrahlung ist verschwunden er muss jeden augenblick zum bewusstsein kommen im gelben zimmer sprach miss dolly mit ihrem hausarzt hab ich nicht gesagt daß das ein schlimmes ende nehmen muß rief sie zenon als gruß zu aber das wird ihn nicht heilen entgegnete er ungeduldig wobei er in das andere zimmer hineinschaute mr smith ist sie suchen gegangen bei einer miß ich habe den namen vergessen ihn reizte diese anspielung doch er fragte ziemlich höflich nach betsey sie sitzt bei ihm sie hat darauf bestanden und verläßt ihn auch nicht einen augenblick er fand sie auch in dem dämmerigen zimmer das von opferrauch ganz verhüllt war sie saß verweint da wie abwesend und starrte ihren bruder an der noch ebenso gebückt stand mit demselben erstarrten lächeln auf den lippen das ist furchtbar er schaut mich an und sieht mich nicht ich sprach zu ihm doch er hörte es nicht ich berührte seine hände sie waren kalt und steif wie bei einer leiche gott mein gott jammerte sie leise er führte sie in das runde zimmer hinaus das hell erleuchtet war was ist mit ihm geschehen fragte sie und er griff bittend seine hände ich weiß nicht hat mr smith ihn nichts gesagt zenon befürchtete das er sprach von furchtbaren furchtbaren dingen das ist spiritistisches gewäsch man darf daran nicht glauben betsey betsey aber wenn das wahr ist wenn sie schuld daran ist er verstand wen sie damit meinte doch er versuchte daisy nicht in schutz zu nehmen und fragte ausweichend was hat der arzt gesagt aber wenn sie auch die kleine wonder verhext hat fuhr sie immer ängstlicher fort ich sehe edda hat sie mit ihren abergläubischen vermutungen nicht verschont wenn das aber wahr ist wenn das alles wahr ist was mr smith gesagt hat schrie betsey entsetzt auf ich fürchte mich so daß ich lieber gleich sterben möchte ich habe nie nie geahnt und ich fühle mich so wehrlos gegen das unglück sie begann zu weinen tränenströme ergossen sich über ihre blassen vergrämten wangen sie tat ihm furchtbar leid aber er konnte sich nicht zu einem einzigen wärmeren wort aufraffen er stand steif da und ließ seine glanzlosen augen über die wände gleiten und es war mir so wohl ich träumte so schön ich war so glücklich und jetzt und jetzt schluchzte sie wieder sie klammerte sich noch an diesen letzten rest von hoffnung dass er vielleicht zu ihr sprechen würde wie früher dass er sie vielleicht stützen würde mit einem liebenden arm sie vor dem unheil beschützen würde doch er rührte sich nicht er war in einem sonderbaren zwiespalt ihre tränen zerrissen ihm das herz und er wußte was in diesem augenblicke seine pflicht war er wußte daß dieses wehrlose kind zu ihm um hilfe gekommen war und doch vermochte er nicht das dunkle geheiß zu brechen welches ihm auch den kleinsten beweis von teilnahme untersagte er konnte nicht einmal rein körperlich irgendeine begütigende bewegung machen er fühlte daß er gemein und verräterisch handelte daß er sich an diesem edlen und ihm aufs innigste ergebene geschöpf weidete es tötete aber er konnte sich nicht bezwingen und vergebens wandte er sich in diesen erbarmungslosen krallen vergebens bemühte er sich den zustand seiner eigenen seele zu verstehen und aus betsy schien das leben zugleich mit den tränen heraus zu strömen denn sie fühlte daß von diesem furchtbaren augenblick ihr ganzes glück abhing ein grenzenloser kummer eine tiefe traurigkeit bemächtigten sich ihrer sie hatte keine kraft mehr zu weinen noch zu klagen nur ihre qualversenkten augen sprachen stumm von ihrem schmerz sinnen war in einem augenblick des erbitterten kampfes mit sich selbst plötzlich aufgesprungen was geht mit mir vor betsy schrie er und versuchte etwas von sich zu stoßen in seinen augen war angst und wahnsinn sie stürzte auf ihn zu und begann ihn trotzdem sie zu tode erschrocken war mit den zärtlichsten beschwörungen zu beruhigen er sah sie mit grenzenloser verachtung an und stieß sie von sich sehn stöhnte sie auf vor seinen wilden wahnsinnigen blicken zurückweichend doch zum glück beruhigte er sich beinahe sofort wieder und setzte sich neben sie was war ihnen denn sie konnte die frage nicht unterdrücken irgendein trugbild verfolgte mich etwas was man nicht in worte kleiden kann war es so wie damals bei uns nein nein ich bin furchtbar nervös er sah sich ängstlich um und begann schnell zu sprechen als wolle er etwas in sich ersticken er wollte ungezwungen sein er bemühte sich sogar herzlich zu sein doch er zerstreute ihre befürchtungen nicht noch belebte er die sterbende hoffnung in ihr denn seine worte waren eisig zufällig und blind hingeworfen es war ein merkwürdiges gespräch denn beide verbargen sie voreinander mit äußerster anstrengung die tragische zerrissenheit ihrer seelen ihre angst umeinander betsy bebte wie ein zu tode erschrockener vogel in ihrer stimme zitterten tränen und ein unterdrücktes schluchzen der verzweiflung sie erstickte jedoch den eigenen schmerz und bekümmerte sich nur noch um seinen sonderbaren zustand sie müßten auf einige zeit verreisen riet sie ihm wie eine schwester ich werde verreisen ausruhen und mit neuen kräften zurückkehren entgegnete er ein bleiches lächelndes leid zuschte über ihre lippen als nähme sie abschied von ihm für immer ein kurzer krampf preßte ihr herz zusammen und in ihrem hirn dröhnte es unheil verkündend nie nie werde ich dich wiedersehen der malaie unterbrach ihr gespräch er rief sinnen zu joe der lag bewusstlos auf dem bett der arzt machte sich in einer besonderen art um ihn zu schaffen joe öffnete bald darauf die augen er kannte jedoch niemand vergebens sprachen sie auf ihn ein er antwortete nicht er schaute über alle hinweg weit in die ferne man beschloss daß der arzt zusammen mit der pflegerin bei ihm wachen solle und am morgen je nach seinem zustande sollte er ihn ins krankenhaus schaffen oder nach bartlett court betsy fuhr in verzweiflung heim beim abschied bat sie sinnen mehrere male flehentlich er möchte joe doch nicht verlassen und über ihn wachen ich werde bei ihm bleiben bis zum morgen versicherte er herzlich und vergaß sein versprechen beinahe sofort wieder denn gleich nachdem sie fortgefahren war ging er zu daisy trotzdem es schon ziemlich spät war als er aber schon an der tür stand wich er wieder zurück nein nein er schlug mit der faust auf den tisch nachdem er sich in seine wohnung eingeschlossen hatte er begann die papiere durchzusehen die auf dem schreibtisch angehäuft lagen und seine augen blieben wieder auf den zettel von cook haften abfahrt des zuges um zehn uhr dover kelly er las es einige male und da er nicht begreifen konnte was die worte bedeuteten zog er sich mechanisch an und fuhr zu edda er wollte schon schellen da hörte er an der tür das lachen der kleinen wonder er schüttelte sich heftig und floh schnell auf die straße er war nur noch wie ein ball der im nebel dahin rollt von unsichtbarer hand gestoßen er fühlte daß er irgendwo hingehen müsse er ging ganz willenlos und wich wieder zurück gleichfalls ohne zu wissen warum er schaute in verschiedenen clublokalen nach begrüßte bekannte aber überall sah es nur aus als suche er jemand und da er ihn nicht fand ging er sofort weg schließlich ging er in ein varieté die vorstellung hatte bereits begonnen die musik dröhnte mit der ganzen kraft der verstimmten instrumente und auf der bühne wiegte sich die balletterde clowns prügelten sich jemand sprang unter einer kuppel hervor ins wasser den zuschauerraum von der bühne trennte und das publikum klatschte beifall und lachte zenon schaute ungemein gespannt zu nur konnte er nicht ergründen wo dies alles geschehe in ihm oder irgendwo außerhalb seiner augen doch ehe er es hatte feststellen können stand er auf und drängte heftig dem ausgang zu ohne auf die flüche der gestoßenen zu achten er hatte nämlich den kategorischen befehl vernommen er solle den saal verlassen er stand eine zeitlang auf dem trottoir wobei er sich ängstlich umsah er schaute sogar in den torwegen und kellern nach und fuhr endlich da er nicht mehr wußte was er anfangen solle eilig wieder nach hause mr smith kam ihm entgegen und sagte merkwürdig düster ich dachte schon sie würden nicht mehr kommen so haben sie mich also gerufen nicht wahr ich rief nicht aber ich habe sehr gewünscht daß sie so schnell wie möglich kämen also sie waren's nicht haben sie bei joe nachgeschaut ist er schon erwacht ich komme eben von ihm vor einigen minuten hat man ihn ins irrenhaus gebracht ich gebe ihnen mein wort fügte er hinzu da er sinens erstaunen sah schau nein 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 schrie der und sprang ärgerlich auf ihn zu er hatte einen tobsuchtsanfall bekommen und wir mussten ihn fortschaffen bestätigte der gelbe herr traurig nachdem die damen fortgefahren waren ging ich sie suchen ich war sogar auch bei miss daisy ich traf sie an wie sie sich zur reise rüstete sie fährt nach indien zurück sie sprach davon ich suchte sie auch in unserem club und als ich zurückkehrte war bei joe niemand mehr außer dem arzt und der pflegerin wir hatten uns gerade zum tee gesetzt und unterhielten uns über den kranken da hörten wir plötzlich schreien und das krachen von an die wand geschleuderten möbeln wir laufen ins schlafzimmer da steht joe mitten im zimmer mit einem stuhl in der hand und verteidigt sich gegen einen unsichtbaren feind er schrie etwas ohne zusammenhang wurde immer wütender stieß mit den beinen schlug um sich womit er nur konnte erst mit hilfe der gesamten pensionsdienerschaft konnten wir ihn unschädlich machen er wehrte sich so verzweifelt daß man ihm sogar die zwangsjacke anlegen mußte furchtbar furchtbar stöhnte zenon er traute kaum seinen ohren ich habe soeben den schwersten augenblick in meinem leben durchgemacht noch kann ich's nicht glauben verzeihen sie er schaute mißtrauisch auf den flur hinaus es schien mir als hätte jemand geklopft joe ist verloren der arzt gibt keine hoffnung ein so tüchtiger mensch ein so mächtiger verstand und eine so erhabene seele im irrenhaus dank eurem spiritismus zenon konnte seinen ärger nicht mehr unterdrücken vielleicht sind auch wir ein wenig mit schuld daran flüsterte mr smith demütig in aufrichtiger reue aber vor allen dingen haben es diese ungeheuerlichen fakie experimente gemacht denen er sich schon seit langer gewidmet hatte er wollte unbedingt ein yogi werden ein heiliger wundertäter und reiner geist er wünschte das unerkennbare zu erkennen sein wahn hat mich darin bekräftigt daß derartige experimente für europäer verderblich sind er nur daran gerührt hat ist gestorben oder wahnsinnig geworden ich könnte viele bekannte namen nennen und trotzdem hören sie nicht auf apostel dieser wahrheiten zu sein flüsterte zenon bitter von dem augenblick an wo ich sah wie joe wahnsinnig wurde habe ich mir zugeschworen mich nicht mehr mit spiritismus zu befassen ich bin nämlich sehend geworden ich habe auf meinen lippen die bittere wahrheit verspürt daß wir wir europäer eine niedrigere rasse sind daß wir psychisch nur schandaler sind nur ein hindu kann die grenzen der materie überschreiten kann in das unsterbliche anlitz des lichtes schauen das sind die auserwählten der auserwählten das sind seelen die bereits im letzten avatar sind ja mein ganzer glaube die ganze sehnsucht meines daseins ist heute eines gewaltsamen todes gestorben jetzt weiß ich daß der europäer vielleicht einmal unser ganzes planetensystem erforschen vielleicht sogar die sonne zur triebkraft seiner fabriken machen und zu den sternen fliegen wird aber nie und nimmer wird er die grenzen der materie überschreiten nie werden seine sündigen hände den vorhang lüften seine blinden augen werden die enthüllte isis nicht schauen jetzt weiß ich daß wir nur ein elendes geschlecht von parias sind das durch seine dummheit kühn geworden ist ein geschwür der welt das zu einem widerlichen kriechenden leben verdammt ist wie jene würmer von denen es unter der erdoberfläche wimmelt und wahrlich wir sind eines besseren geschicks nicht würdig denn die summe unserer freveltaten ist größer sogar denn gottes barmherzigkeit drum wehe dem tollkühnen der mit lästern dem gedanken die vorgezeichnete grenze zu überschreiten wagt tausendmal wehe wahnsinn und tod stehen dort auf der wacht in seinen worten lag so viel grausiges eine so grenzenlose verzweiflung blickte aus seinen augen daß sinnen von abergläubischer furcht erfasst wurde smith schaute sich ratlos um schleppte sich wie ein greis zur tür wendete sich noch einmal um und wiederholte wahnsinn und tod kaum waren seine schritte im flur verhallt sinnen stand gerade mitten im zimmer er hatte sich vom schreck noch nicht erholt da meldete der diener die koffer sind hinunter geschafft der wagen wartet es ist zeit zur abfahrt sinnen wunderte sich gar nicht darüber wer wußte in diesem augenblicke bereits wohin er reisen würde und wessent stimme ihn unaufhörlich rief er machte sich noch ein wenig zu schaffen er wollte etwas zusammenpacken suchte sehr geschäftig nach etwas versuchte die manuskriptblätter zu sammeln doch alles entfiel seinen händen er vergaß wieder alles von einer freudigen erregung der erwartung erfaßt heute also jetzt sofort eine vorübergehende vision des glücks versetzte seine seele in unsagbare verzückung er war ganz in flammen wie die sonne und die kraft eines wahnsinnigen verlangens riß ihn hoch empor zu in den himmel ragenden höhen bis dort hinauf von wo dieses gebieterische geist kam daisy daisy rief er in ekstase schon hatte er sich selbst und das leben vergessen als hätte er sich in die unendlichkeit gestürzt ich harre der erlösung ich harre ihrer in sehnsucht und grenzenloser liebe betete er mit der glut eines verehrers und sklaven plötzlich schien edda so deutlich vor ihm aufzutauchen daß er ein wenig zu sich kam es durchzuckte ihn blitzartig und schüchtern der gedanke was geht mit mir vor er hörte das klägliche schluchzen betseys unwillkürlich schaute er sich um und versuchte einen augenblick lang klar über sich zu werden doch unter seiner hirnschale war ein chaos und strudel von zerfetzten gedanken und bildern onkelchen du bist so gut so lieb so furchtbar mein wie papa ja wer plappert denn das wessen händchen umfangen seinen hals wessen augen sind es denn die ihn jetzt mit so grenzenloser liebe anschauen er wankte erschreckt eine zentnerschwere last hatte sich auf seine seele gewälzt und zog ihn hinab in lärmende abscheuliche tiefen zurück in die fesseln jedes tages jedes zufalls in die sklaverei ewiger sorgen in das gemeine joch der menge und der pflichten und dann für immer nein 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 erhob sich in ihm die mächtige stimme des protestes lieber den tod als solch ein leben als dieses sklavische kriechende würmerdasein inmitten von schmerzen furcht und finsternis wahnsinn oder tod hörte er plötzlich die stimme smith sie tönte wie grabgeläute in seinem hirn was anfangen was tun alle gespenster des lebens zehrten an seinem herzen durchdrängten ihn mit dem gifte der unruhe der furcht und der unsicherheit eine wahnsinnige angst heulte ihm in die ohren doch jene gebieterische stimme erhob sich wieder mit einem klange der stärker war als alles stärker als leben und tod er krümmte sich in dem letzten verzweifelten kampfe mit sich selbst noch ein augenblick instinktiven zögerns noch ein augenblick der überwindung seiner letzten erinnerungen ein augenblick des wankens wie bei einem angesägten baume und er stürzte hinunter wohin ihn seine bestimmung rief und wäre es wahnsinn und tod auch dann rief er herausfordernd dem eigenen willen zu und vor morgengrauen verließ der keliben den hafen mit unbekanntem ziel der vampir